Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Carolin Imke. Ich freue mich sehr, dass ich gemeinsam mit Christina Klemm und Theresa Bücker heute aus SheSat, dem Buchladen in Kreuzberg, begrüßen darf zum Solidaritäts-Spenden-Lesemarathon für Projekte, die sich gegen Gewalt, gegen Frauen und Transfrauen richten. Vielleicht sagen wir einmal, wir sind alle getestet, deswegen sitzen wir ein bisschen enger beieinander, als man das normalerweise vielleicht sollte. Und ich würde ganz gerne ein bisschen erklären, wie diese Veranstaltung überhaupt entstanden ist. Christina Klemm, Theresa Bücker und ich hatten zusammen ein Gespräch, eine Diskussion an der Schaubühne vor einiger Zeit, in der wir über Corona und den Backlash für Frauen gesprochen haben. Und eines der Themen, das dabei eben dann doch sehr bitter, muss ich sagen, aber wichtig für uns alle drei war, war eben über die Gewalt gegen Frauen zu sprechen und Transfrauen, die spezifisch in dieser Situation, in dieser Zeit sich nochmal dramatisiert hat. Und daraus ist dann so ein bisschen für uns alle drei der Wunsch entstanden, noch etwas gemeinsam tun zu können. Und als Theresa Bücker und ich hier eine Veranstaltung bei SheSat hatten, haben wir dann einfach gleich mal gesagt, wir wollen hier was machen. und haben uns dann wirklich besonders gefreut, wie viele AutorInnen, die wir angesprochen haben, sofort begeistert gesagt haben, dass sie mitmachen. Ich würde eine Sache, die mir besonders wichtig ist, vorab gerne sagen, nämlich, dass eine solche Solidaritätsaktion natürlich nicht der Entlastung der politischen Akteure dienen kann. Es ist nicht so, dass wir glauben, dass die Zivilgesellschaft einschreiten muss oder soll oder dass die politischen und staatlichen Akteure sich soweit zurückziehen können aus dieser Aufgabe und dann irgendwie finden sich schon genügend Leute, die dann Gelder sammeln. Dies ist eine Veranstaltung, von der wir politisch finden, dass sie nicht nötig sein sollte. Und trotzdem machen wir alle drei und alle, die heute lesen werden, natürlich auch deswegen mit, weil wir gerne zeigen wollen an die Frauen und Trans-Personen, die betroffen sind von dieser Gewalt, ihr seid nicht allein, es wird nicht vergessen und es gibt eine große Bereitschaft, diese Fragen anzugehen, aufzunehmen und in ganz, ganz unterschiedlichen sozialen, politischen, kulturellen Formaten immer wieder in Erinnerung zu rufen. Vielleicht können wir anfangen ein bisschen, indem wir einmal sagen, für wen wir heute konkret das Geld sammeln und für wen wir sozusagen um Spenden bitten. Christina Klemm kann vielleicht die Projekte einmal vorstellen. Genau, ich nehme jetzt hier mal dieses Mikrofon. Vielen Dank, ich freue mich sehr, ich hoffe, dass viele zuschauen. Ich sage einmal kurz was zu den Projekten, vielleicht das auch, diese Projekte sind natürlich nur beispielhaft ausgewählt. Also es gibt sehr viele Projekte, es gibt auch unglaublich tolle Projekte und wie du schon gesagt hast, auf gar keinen Fall wollen wir, dass das irgendwie den Staat entlastet, sondern eher zu sagen, ich finde, es ist eigentlich unglaublich, dass wir zu wenig Frauenhausplätze haben in einem Land wie diesem und dann muss man noch mal sagen, wie diese Frauenhausplätze eigentlich ausgestattet sind. Also die Frauen leben dort immer mit ihren Kindern in einem Zimmer. Also es sind alles Situationen, die alles andere als gut sind und noch nicht mal dazu haben wir genug Plätze. Ich glaube, es fehlen ungefähr 4000 Plätze im Jahr in Deutschland und auch in allen anderen Bereichen ist es alles einfach nur eine Mangelverwaltung. Deswegen ist eines der Projekte Kokon Frauenhaus, das ist ein Berliner Frauenhaus, die haben ungefähr Plätze für 80 Frauen mit Kindern oder Frauen und Kinder. Die arbeiten eben auch am Rand ihrer Kapazitäten, fast alle Frauenhäuser, Berlin ist ja noch sogar vorbildhaft, sie sind relativ gut ausgestattet, aber sie sind fast immer randvoll. Eben mit Frauen, die ja häufig aus sehr schwierigen Situationen kommen. Und das Problem ist aber, wie geht es danach weiter, wenn diese Frauen dann sich irgendwie wieder eine eigene Wohnung suchen, dann ist der Wohnungsmarkt eine Katastrophe, aber wie bekommen sie eigentlich überhaupt Geld für eine Einrichtung etc. Dafür sollen hier Spenden gesammelt werden, um eben diesen Frauen, weiß ich nicht, Möbel zu ermöglichen oder auch überhaupt den Transport ihrer Möbel zu ermöglichen. Das ist das erste Projekt. Das nächste Projekt ist International Women's Space. Die arbeiten, das sind geflüchtete Frauen und nicht geflüchtete Frauen, die zusammenarbeiten und viele verschiedene, ganz großartige Projekte haben und sehr politisch aktiv sind insgesamt gegen Rassismus, Sexismus und hier die unterschiedlichen Machtverhältnisse. Und eines der Projekte sind sogenannte Lagerreporte. Wir wissen alle, dass geflüchtete Frauen ganz besonders von Gewalt betroffen sind, denn es gibt dort keinen Schutz, es gibt gar keine Beratungsstellen, sie sind isoliert etc. Und IWS geht in die unterschiedlichen Camps und befragt Frauen über ihre Lebenssituationen und veröffentlicht die. Dafür soll das Geld verwendet werden. Das zweite Projekt, das dritte, ist das Netzwerk der brandenburgischen Frauenhäuser. Man muss sagen, die Situation in Brandenburg ist katastrophal. Die Frauenhäuser sind vollkommen unterfinanziert. Es gibt an vielen Orten gar keine Frauenhäuser und die Frauen, die dort arbeiten, sind eben überlastet und am Rand ihrer Kapazitäten. Und wir sammeln da eben für, einfach für dieses Netzwerk, die genau die Situation dort verbessern möchte und das dann einsetzt in ihre verschiedenen Frauenhäuser. Und die vierte Organisation, das ist ein Projekt von Frieda Frauenzentrum, eine schon sehr langjährige Frauenberatungsstelle und die haben ein besonderes Projekt, das ist ein Anti-Stalking-Projekt. Und dabei geht es hier heute besonders um das sogenannte Cyber-Stalking, das heißt digitale Gewalt im sozialen Nahraum. Wir erleben immer mehr, ich erlebe das auch in meiner alltäglichen Arbeit, dass Frauen, die von Partnerschaftsgewalt betroffen sind, dann auch gestalkt werden und zwar eben auch mit digitalen Mitteln. Und das ist ein riesiges Problem, überhaupt herauszufinden, also da gibt es zum Beispiel diese Tracking-Apps und das überhaupt herauszufinden, ob eine solche App auf den Geräten installiert ist oder wie die sozialen Netzwerke kontrolliert werden und all das. Und um das besser und auch letztlich gerichtsfest einmal festzustellen, braucht es Untersuchungen und da arbeitet gerade dieses Frieda Frauenprojekt daran, diese Untersuchungen zu verbessern und dafür wird dieses Geld gesammelt. Ich hätte eine konkrete Nachfrage noch, nämlich ob du weißt, wie nun die Corona-Zeit sich tatsächlich ausgewirkt. Gibt es dafür schon Hinweise? Gibt es schon Vermutungen oder auch Zahlen, wie dramatisch die Situation spezifisch jetzt durch Corona sich nochmal verschlechtert hat? Ja, ich glaube, es gibt erste Untersuchungen auch dazu. Ich glaube, Theresa kann dazu vielleicht ein bisschen mehr noch auch sagen. Es ist so, dass ich es jedenfalls so erlebe, dass die Situation sich absolut verschärft hat nochmal, dass eben einfach aber auch schon die Möglichkeit, sich Hilfe zu suchen, und zwar das auch dann jenseits von Frauenhäusern nochmal viel schwieriger geworden ist. Also einfach unterzuschlüpfen bei Freundinnen, Verwandten, wie auch immer, das ist ja gar nicht möglich gewesen. Die Beratungsstellen haben sehr schnell versucht, umzustellen, auch digital zu beraten. Das haben sie auch ganz gut gemacht. Wenn aber 24 Stunden der Täter an der Seite ist und es gar keine Möglichkeit gibt, mal rauszugehen oder sich beraten zu lassen oder eben auch nur zu telefonieren, weil er die ganze Zeit dabei ist, ist das natürlich alles sehr viel schlechter. Und was wir ja auch eine erste Zahl gibt, ist über Kinder. Es gibt viel mehr Kindstötungen im letzten Jahr. Also ganz erschreckend. Und auch das muss man natürlich auf diese beengte Situation oder diese ganz besondere Situation in der Pandemie zurückführen. Aber auch da, Gewalt gegen Kinder ist natürlich auch ein riesiges Thema. Therese, vielleicht auch zu der Frage? Ja, exakte Zahlen gibt es noch nicht. Es gibt erste Studien. Es gab die Kriminalstatistik zu Gewalt gegenüber Kindern, die letzte Woche veröffentlicht wurde. Es gab nach den ersten Monaten der Pandemie eine Studie der TU München, die Frauen befragt haben. Und das Ergebnis der Studie war, dass sehr viel mehr Frauen sexualisierte Gewalt durch ihren Partner in der Pandemie erfahren haben. Die Zahlen sind aber auch nicht leicht zu erheben. Ich glaube, wir haben zu Beginn der Pandemie gesehen, dass die berechtigten Sorgen von wirklich langjährigen ExpertInnen, auch aus den Frauenberatungsstellen, relativiert wurde und gesagt wurde, so schlimm wird das wahrscheinlich gar nicht. Man kann es aber jetzt schon auch sehen, was die Gewaltschutzambulanzen berichten. Die sagen vor allem auch, dass die Gewalt heftiger geworden ist. Also die Frauen und Kinder, die jetzt in die Gewaltschutzambulanz kommen, die sind nochmal auf ganz andere Art und Weise verletzt. Also die Gewalt ist roher geworden. Das ist so eine Erkenntnis daraus. Und man sah die Meldungen eben auch verzögert. Also in der Situation im Lockdown kamen die betroffenen Personen überhaupt nicht aus der Situation heraus, sich Hilfe zu suchen, weil dann eben auch vielleicht das Telefon kontrolliert wird. Und mit den Öffnungsschritten haben die Frauen oder Kinder sich auch Hilfe gesucht. Aber was auch berichtet wurde von Anwältinnen, von Beratungsstellen, von der Gewaltschutzambulanz, ist, dass sie erstmalig die Erfahrung gemacht haben, dass jüngere Kinder selbst um Hilfe gerufen haben. Also man sah wirklich dramatische Effekte. Nun würde mich ein bisschen von beiden von euch interessieren, wie ihr die politische Ebene und da sozusagen die Reaktion oder den Umgang spezifisch jetzt in dieser Zeit, in dieser Ausnahmesituation, aber natürlich auch grundsätzlich erlebt, wie stark ist diese Frage der Gewalt, der sexualisierten Gewalt, der Misshandlung überhaupt eine ernsthafte Agenda und wo ist sie angesiedelt? Also wir sehen, glaube ich, gerade exemplarisch, welchen Stellenwert das Thema nach wie vor hat mit dem Fakt, dass die amtierende Bundesfrauenministerin sich ja gerade verabschiedet hat in den Berlin-Wahlkampf und das kommentiert wurde mit der Koalitionsvertrag ist abgearbeitet, als sei Gewaltprävention, als seien Frauenrechte etwas, das man abarbeiten kann und dann hat man mehrere Monate Pause und muss nichts mehr tun. Und es wird so als Handgepäck jetzt einfach der anderen Ministerin zusätzlich übergeben? Genau, also die Bundesjustizministerin ist gerade auch Familien- und Frauenministerin. Eigentlich sprengt es völlig den Rahmen und ich glaube, in der letzten Legislatur, was viele FeministInnen kritisieren, ist, dass sie wirklich vorrangig als Familienministerin aufgetreten ist und das Thema Frauen nicht richtig besetzt hat. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Also das läuft nach wie vor noch als Gedönsthema und ich finde, man sah das in der Pandemie-Politik auch sehr gut. Die Frauen- und Familienministerin waren nicht mit im Corona-Kabinett. Das heißt, diese Anliegen mussten von Ministern vertreten werden, die keinerlei Expertise haben, die das Thema nicht auf dem Schirm haben. Vielleicht sollte man sagen, Wissenschaft interessanterweise auch nicht. Genau, aber da wurde schon mal gezeigt, man wusste, die Auswirkungen der Pandemie haben eine Geschlechterkomponente, sei es im Hinblick auf Gewalt, sei es im Hinblick auf Arbeitsplätze und Wirtschaft. Aber die Frauenministerin sollte in diesem Kabinett nicht sein und hat das Thema aus meiner Sicht auch nicht wirklich öffentlich laut vertreten. Also was zum Beispiel ja auch wieder Expertinnen und Anwältinnen zu den Ausgangsbeschränkungen, gerade zu den nächtlichen Ausgangsbeschränkungen immer wieder thematisiert haben, ist, dass das ein Risikofaktor ist, dass Gewalt im häuslichen Umfeld passiert oder dass die Person dann eben nicht rausgehen kann. So was wurde aus meiner Sicht überhaupt nicht diskutiert. Und weswegen wir ja auch heute die Veranstaltung machen, ist zum einen das Thema noch mal öffentlich zu schärfen, weil es braucht eben den zivilgesellschaftlichen Blick, um die Aufmerksamkeit auf den Themen zu halten und auch zu sagen, ihr müsst ja was in eure Wahlprogramme schreiben, das muss besser umgesetzt werden. Man muss den Druck erhöhen. Also wir wollen nicht entlasten, sondern im Gegenteil, wir wollen sozusagen sagen, ihr seid zuständig und ihr müsst handeln. Und Christina hat das ja auch anhand der Beratungsprojekte schon vorgestellt, wie weit das Thema geschlechtsspezifische Gewalt ist, weil es, wenn man jetzt Gewalt gegen Frauen hört, dann denken viele häufig an körperliche Gewalt, aber es geht ja weiter. Es ist zum einen digitale Gewalt, wo wir ja auch ein Projekt mit dabei haben, das wir unterstützen möchten. Eine Gruppe von Frauen und anderen Personen, die in der öffentlichen Diskussion am Anfang vorkamen, aber dann nicht mehr, waren zum Beispiel auch die SexarbeiterInnen, denen es immer noch ziemlich schlecht geht, weil die ökonomische Situation schrecklich ist und da von staatlicher Seite eigentlich keine Hilfen bestehen. Also viele SexarbeiterInnen, die ein Arbeitsverbot hatten, ich weiß gar nicht, der aktuelle Stand ist wahrscheinlich gerade... Ja, es gibt viele SexarbeiterInnen, die eben noch nicht einmal Anspruch auf Hartz IV haben, also die wirklich ins wirtschaftliche Nichts gefallen sind und dann zusätzlich auch noch von politischer Seite als KrankheitsträgerInnen markiert und stigmatisiert wurden und die eben dadurch, dass sie eigentlich nicht arbeiten durften, aber sich über Wasser halten mussten, eben auch noch mal ein viel höheres Gewaltrisiko hatten, weil sie sich dann in Situationen begeben mussten, die vielleicht noch mal deutlich gefährlicher wären. Und da wäre es aus meiner Sicht auch Rolle einer Frauenministerin, da Hilfen zu schaffen und das zu benennen und eben politische Positionen zurückzuweisen, die in der Situation, die besonders gefährlich ist für SexarbeiterInnen, das Thema Sexarbeitsverbot auch noch mal zu pushen, was ja passiert ist. Vielleicht könnte man einmal an Christina Klemmau noch mal fragen, wie sinnvoll ist das denn eigentlich überhaupt, Gewaltfragen im Familienministerium anzusiedeln, selbst wenn die Familienministerin begriff, dass sie sich auch um Frauen zu kümmern hätte. Genau, dazu wollte ich auch sowieso gerne was sagen, weil es ist ja auch, Familienministerium, also BMFSJ heißt ja für Frauen Senioren, Jugend und Frauen, also Familie, Frauen, Jugend, Senioren. Das ist natürlich sowieso schon absurd und dann ist die Frage, Gewalt gegen Frauen gehört es da überhaupt hin? Also selbst wenn wir ein Frauenministerium hätten, wäre das die Frage, denn Gewalt gegen Frauen ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Problem und nichts, was eigentlich Frauen angeht. Man könnte sagen, das wäre vielleicht eher so etwas für ein Männerministerium, da das mal anzugehen. und dann müsste das sowieso ein überlagertes, also ein Ministerium sein, das über allen Ressorts steht. Gewalt gegen Frauen ist ein Problem bei Gesundheit, bei Arbeit, bei Wohnen, in allen Bereichen, innen, ja, es wäre natürlich eigentlich ein Innenressort, jetzt möchte ich nicht Herrn Seehofer als denjenigen haben, der Gewalt gegen Frauen bearbeitet, aber wir bräuchten eben eigentlich einen ganz anderen Zuschnitt, damit es endlich mal die gesamtgesellschaftliche Dimension bekommt, die es eigentlich hat. Und vielleicht eine andere Idee ist auch, es gibt ja ein UBSKM abgekürzt, das heißt der unabhängige Beauftragte gegen sexuellen Kindesmissbrauch, das ist eine Stabstelle, die eben unterhalb der Bundesregierung angesetzt ist, das gibt es nicht bei Gewalt gegen Frauen. So, das könnte man auch sagen. Also so ein, ja, Ministerium oder eine Beauftragte, die genau das macht, und zwar in alle Bereiche hineingeht. Insgesamt ist ja die Idee auch immer, wenn es, also jetzt von Seiten der Regierung oder auch des Bundestages geht, es geht es immer darum, irgendwelche Gesetze zu verschärfen, härtere Strafen, etc. Aber das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, wir brauchen viel mehr Prävention. Es gibt, glaube ich, in einer Stadt wie Berlin vier Stellen für Personen, die Anti-Aggression-Trainings für Männer machen. Was ist denn das für eine absurde Geschichte? Das muss viel größer werden. Wir brauchen vielleicht auch das, was Theresa gerade gesagt hat, dass die Kinder, es ist erstmals so, dass sich Kinder selbst an Stellen gewandt haben. Wir wissen aber natürlich, dass Betroffene von Partnerschaftsgewalt, sei es Kinder oder Frauen, erwachsene Frauen, dass sie sich erst mal nicht an Stellen wenden, sondern dass sie einen ganz anderen Raum brauchen, um sprechen zu können. Und deswegen natürlich, wenn die jetzt langsam wieder in die Schulen zurückkommen, dann wird es nicht das Erste sein, was ein Kind berichtet, dass es zu Hause Gewalt gibt, irgendwie, dass der Vater die Mutter schlägt. Das wird nicht das Erste sein, sondern man wird, wie ja auch die Schulen, ich meine auch da, also vielleicht auch das, natürlich die Schulpolitik total versagt hat. Also nicht, also dass jetzt das Thema ist, wir müssen nachholen, den Stoff, den die Kinder verpasst haben. Was sie verpasst haben, ist tatsächlich das soziale Miteinander. Also das zu fördern und dann eben auch die ganz schwierigen Probleme zu fördern oder darüber nachzudenken, die eben Gewalt im sozialen Nahraum bedeuten. Vielleicht, ich würde ganz gerne einmal noch mal die Nachfrage stellen, weil wir haben jetzt spezifische Berufsgruppen vielleicht angesprochen, aber ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen was sagen, wer ist denn eigentlich betroffen? Also es ist, glaube ich, ein Feld, bei dem sehr, sehr viel Projektionen, glaube ich, auch am Werk sind. Vielleicht kannst du aus deiner Arbeit auch und aus deiner Erfahrung ein bisschen beschreiben, ja, was für Unterschiede vielleicht geht, aber wie weit verbreitet es eben in welchen Lebenswelten überhaupt oder auch Generationen ist? Das ist ehrlich gesagt relativ leicht zu beantworten. Alle sind betroffen, alle in allen, in allen, also von allen Herkünften, in allen Lebenssituationen, ob alt oder jung oder, also woher sie kommen, es sind aus allen Bereichen sind Frauen betroffen und es gibt eben dann bestimmte Gruppen, die ganz besonders betroffen sind. Also es gibt eben Frauen, die nicht nur sexualisierte oder geschlechtsspezifische Gewalt erleben, sondern auch noch rassistische Gewalt. Es gibt Betroffene, die eben dann als Transpersonen ganz häufig, ganz besonders betroffen sind, weil sie eben auch gerade auf dem Weg in der Transition ganz besonders von Gewalt betroffen sind. Es gibt LGBTIQ-feindlich insgesamt, ja, auch das ist eine höhere, also Menschen, die mehrfach betroffen sind und die dann ganz wenig, über die ganz wenig berichtet wird. Frauen mit Behinderung, ja, da gibt es eine Studie, die ist auch schon nicht mehr ganz neu, aber auch die sind viel häufiger noch von Gewalt betroffen als andere Frauen. Also, aber ansonsten kann man sagen, ich vertrete Frauen wirklich auch aus allen, also sei es, die in ihrem Eigenheim leben und der Chefarzt, ihr Mann ist oder Frauen, die eben in Geflüchteten Camps leben oder auf der Straße, ich meine, obdachlose Frauen, kann man sich sofort vorstellen, sind auch massiv von Gewalt betroffen. Aber es gibt nicht Lebenssituationen, in denen man sagen kann, das kommt nicht vor. Es gibt erstaunlicherweise relativ wenig Forschung dazu. Also, auch da muss man sagen, Deutschland weigert sich ja konsequent, tatsächlich endlich mal Einrichtungen zu schaffen, die das ganze Thema mal echt untersuchen. Also, wir haben noch nicht einmal eine Stelle, die die Femizide wirklich untersucht. Also, mal diese Fälle alle anzugucken und zu sagen, wie kommt es, was hätten wir verhindern können. Wir wissen, dass ungefähr 30 Prozent der Frauen, die später getötet werden, sich vorher schon mal an staatliche Stellen gewandt haben. Würde man das mal richtig untersuchen, dann wüsste man, wo auch die Prävention hingehen muss und was sinnvoll ist. Aber da weigert sich, also da sind alle, also fast alle europäischen Länder viel, viel weiter als Deutschland, die noch nicht mal den Begriff der Femizide, also der Tötungen von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, überhaupt anerkennen wollen. Würdest du sagen, dass in den letzten Jahren bei der Polizei doch auch ein größeres Bewusstsein oder eine größere Bereitschaft und Fähigkeiten mit diesen Fragen umzugehen entstanden ist? Also ich glaube, es hat sich viel verändert durch Einführung des Gewaltschutzgesetzes. Da gab es auch Fortbildungen. Jetzt im Moment ist es so, ich habe das Gefühl, es gibt also wirklich super ausgebildete Polizeibeamtinnen, die das sehr gut bearbeiten. Aber da wir insgesamt bei Polizei und Justiz eine solche Mangelverwaltung auch haben und diese Fälle schwierig sind. Das ist schwierig, weil die Betroffenen häufig nicht sofort in der Lage sind, genau so zu funktionieren, wie sich das eine Ermittlungsbehörde vorstellt. Und dann wird es auch schwierig und ich erlebe auch viele Frauen, die sagen, sie haben was angezeigt, sie sind nicht ernst genommen worden, die Polizei war genervt, sie sind auch befragt worden und immer wieder, also was ja Betroffene von Gewalt erleben ist, dass ihnen häufig selbst die Schuld gegeben wird, das eben häufig gesagt hat, warum bist du denn überhaupt mit dem Mann zusammen, warum hast du dich in die Situation begeben, also all diese Faktoren und da braucht man viel bessere Ausstattung und viel bessere Fortbildung für die betroffenen Berufsgruppen. Okay, erstmal vielen Dank, euch beiden und vielleicht kann ich ein bisschen was noch zu dem Programm und dem Ablauf sagen. Also gleich geht es los und es wird eben ein, wie wir, finde ich, sagen dürfen, ein echt toller Line-up von einer großen Bandbreite von tollen AutorInnen nacheinander kommen. Also wir drei verschwinden jetzt hier gleich aus dem Bild und es wird dann immer eben eine Person an diesen Tisch kommen, sich selbst vorstellen und sagen, woraus sie liest. Es wird vielleicht manchmal ein bisschen dann noch ruckeln in den Übergängen, vielleicht steht auch mal nur der Tisch mit einem Keks alleine da, bis die nächste Person kommt. Wir versuchen natürlich, das möglichst smooth und glatt zu machen und es wird dann immer wieder zwischendurch kleine Pausen geben, an denen wir drei nochmal wieder zurückkommen, einen Zwischenstand haben, vielleicht auch nochmal ein paar der Themen und Fragen wieder aufnehmen und wenn wir fit sind, geht das bis recht spät, heute Abend um 22 Uhr. In jedem Fall wollen wir drei jetzt schon mal allen danken, die bevor wir überhaupt hier angefangen haben zu lesen, schon gespendet haben. Also man muss mal sagen, damit haben wir ja jetzt echt nicht gerechnet. Vielen, 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 vielen Dank. Jeder Beitrag zählt, auch jedes Weiterverbreiten, jedes Weiterkommunizieren, das Erzählen. Ich kann schon mal sagen, der jetzige Stand ist, wir haben 12.083 Euro von 242 SpenderInnen jetzt schon eingenommen. Wir hatten ursprünglicherweise, glaube ich, wollten wir 50, also was heißt wollten, also ich meine wollen würden wir natürlich 100.000, aber wir hatten mal so angegeben, vielleicht 15.000 wären toll. Das haben wir jetzt schon auf 20.000 hoch geschoben, aber natürlich, ja, wir nehmen mehr. Vielleicht hat ja jemand Maskenprovisionen gespendet werden. Ja genau, also vielleicht gibt es ja irgendwo eine Quelle. Also mit meinem Ernst, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Vielleicht auch jetzt schon mal wirklich tausend Dank an SheSed, dass wir hier sein können. Das ist, glaube ich, ein wunderbarer Ort für eine solche Veranstaltung und vor allem natürlich fühlen sich alle AutorInnen hier auch wirklich richtig wohl. Und ja, ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich die erste AutorInnen mal hineinbitten. Freue mich sehr. Also man muss, vielleicht sollte man sagen, wir haben einfach beide uns ausgesucht, wen wir immer schon mal gerne treffen wollten. Ja, und AutorInnen, die zu den Themen arbeiten, die vielleicht auch gerade ein aktuelles Buch draußen haben und wegen der Situation gerade auch keine Lesungen machen konnten. Genau, und es ist eben ein auch generationell sozusagen breites Spektrum, das wir heute haben. Das war jetzt mir als etwas Älterer in der Runde auch wichtig. Und ja, wir versuchen immer zwischendurch einfach nochmal ein bisschen aufzurufen zum Spenden. und ich würde sagen, wir haben hier keinen Vorhang, aber sozusagen im Prinzip Vorhang auf und es kommt die erste AutorIn. Okay, sie kommt gleich, sie kommt gleich, sie kommt gleich. Irgendwie dranbleiben, nicht verschwinden. Man kann natürlich auch diese Pausen, die entstehen, durch Spenden überbrücken. Also immer, wenn minutenlang nichts passiert oder die Kaffeemaschine Krach macht oder ihr denkt, was ist denn das für ein komisches Bild? Das ist der Moment, der eigentlich irgendwie eingeplant ist zum Spenden. Und dann verschwinde ich auch wieder und es kommt gleich. Ich soll mich vorstellen, ne? Ich bin Margarete Sturkowski, hallo. Ich lese erst ein Gedicht, dann eine Kolumne, die ich ein bisschen verlängert habe und dann Gedichte, bis entweder meine Zeit rum ist oder die Gedichte alle sind. Ich habe nicht geguckt, wie lange das dauert, aber ich hoffe, es haut hin. Ich bin die Frau. Ich bin die schimpfende Frau mit den grau-lila Haaren. Ich bin die zwei jungen Lesben, die sich nachmittags paaren. Ich bin die weinende Mutter, die einen Leichnam gebar. Ich bin die mit dem Kleid, das der Schuldige war. Ich bin die, deren Schrei dich tief in der Nacht weckt. Bin die mit den Narben, die sie im Sommer versteckt. Ich bin das Kind, das dir absichtlich in die Hacken fährt. Bin die Frau, die sich ganz am Schluss nicht mehr wehrt. Ich bin die, von der alle wissen, was ist. Bin die, deren Blick du nie mehr vergisst. Bin die, die der eine, der sie ehren soll, prügelt. Bin die, die dann später sein Hemd wieder bügelt. Ich bin die, die erst schnell geht und dann irgendwann rennt. Ich bin die, die der Chef weiter Peter nennt. Ich bin die, die einfach nur durchschlafen will. Bin die, die erst laut ist und dann auffällig still. Ich bin die, deren Essen nicht drin bleibt, wie es soll. Bin die, der sie sagen, du machst das doch toll. Ich bin alle, für die es die Tablette nicht gibt, die macht, dass man wieder will und vergibt. Die, bei der es ein Wunder ist, wenn sie doch wieder lacht. Bin die Wut und der Hass und die Angst und die Nacht, die nicht endet. Das war das Gedicht. Und jetzt kommt ein Text. Der Text ist eigentlich meine letzte Kolumne. hieß damals, also, aber ein bisschen länger, ein bisschen ungeändert. Der Text hieß, letzte Woche, diese Woche eigentlich, Gendersprache und Vorstandsquoten, nichts könnte mir egaler sein. Der Text heißt jetzt, Genderverbot jetzt. Es gibt Themen, die werden interessanter, je mehr man darüber hört. Und es gibt Themen, die werden langweiliger. Letzteres ist bei mir persönlich, beim Thema Gendersprache der Fall. Allerspätestens, seit das Thema so genannt wird. Seit wann wird es so genannt? Die Tagesschau hat zum Beispiel am 23. Mai auf Insta gepostet, 65% der Menschen lehnen Gendersprache ab. Okay, ich würde es geschlechtergerechte Sprache nennen, aber Gendersprache ist natürlich praktischer für GegnerInnen, denn es klingt, als wäre es eine ganz neue Sprache, die man erst mühsam lernen muss. Funny, weil die allermeisten Wörter darin dieselben sind wie im gewohnten deutschen vor zig Jahren, aber gut. Ganz ehrlich, ich hasse das Thema inzwischen. Bitte nicht falsch verstehen und sorry an alle LinguistInnen, deren Arbeitsfeld das ist. Ich habe selbst auch schon Buchseiten darüber vollgeschrieben, aber ich würde am liebsten die nächsten Jahre nichts mehr über das Thema Gendersternchen oder Unterstrich und so weiter lesen oder hören. Natürlich ist es relevant, wie man gendert, wenn man spricht oder schreibt. Alle Argumente fürs geschlechtergerechte Gendern sind richtig und wichtig, aber nicht so wichtig, dass sie bezüglich Geschlechtergerechtigkeit das Hauptthema sein sollten. Niemand ist so besessen von Gendersprache wie Konservative und Rechte. Für sie ist es ein praktisches Thema, denn so kann man über Gleichberechtigung reden, ohne über Gleichberechtigung zu reden. Plötzlich geht es nicht mehr um Repräsentation verschiedener Menschen, sondern darum, dass bitte keine Eliten irgendwem was vorschreiben sollen. Bla, bla. Lustigerweise hat dann neulich der Hamburger CDU-Chef in Klammern Elite Christoph Plos oder Plos, keine Ahnung, mir egal, ein Verbot geschlechtergerechter Sprache in Ministerien, Unis und Schulen gefordert. Ein Argument von ihm war, dass eine Syrerin oder ein Afghane Wörter wie zu Fuß gehenden Zonen nicht verstehen könnten. Mann, wie peinlich kann es werden, als ob auf der Problemliste geflüchteter Menschen in Deutschland geschlechtergerechte Sprache irgendwo auf den Plätzen 1 bis 1000 auftauchen würde. Im Gegensatz zu, sagen wir mal, Abschiebungen. Ich meine ernsthaft, die CDU lässt Leute nach Afghanistan abschieben, aber vorher benutzt sie sie noch, um antifeministischen Wahlkampf zu machen. Wie tief kann man sinken? Überhaupt zu Fuß gehenden Zone. Wer sagt das? Wer schreibt das? Wer hat das Wort jemals benutzt? Autofreie Zone, wie wäre das? Oder Auto- und Motorradfreie Zone, whatever, Problem gelöst, fuck you. Aber gut, dann sollen sie geschlechtergerechtes Schreiben halt verbieten, wenn sie wollen. Glaubt irgendein Politiker, der Wörter wie SchülerInnen verbieten will, dass er damit eine Bewegung aufhalten kann? Will er nur das Schreiben verbieten oder auch das Sprechen? Sollen Leute Strafe zahlen, wenn sie WählerInnen sagen? Ist das der Wahlkampfbeitrag der CDU, CSU zum Thema Gleichberechtigung? Bisher nämlich sonst nicht viel gehört. Wie lächerlich ist das? Und gefährlich. Ob Ministerien oder Unis gendern, interessiert mich so sehr wie die Auswahl der Türklinke, wenn ich ein Haus bauen will. Sollte man drüber nachdenken, ja, kann man aber später auch noch mal ändern. Und zwar leichter als das Fundament oder die tragenden Mauern. Mich interessiert vergleichsweise wenig, wie Gesetzestexte gegendert sind, solange in Deutschland alle drei Tage eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird. Das ist nicht polemisch gemeint, sondern exakt so, wie ich es sage. Ja, Sprache und Medien hängen eng zusammen, aber nicht so eng, dass man beim Thema Gleichberechtigung nur noch über Sprache reden sollte. Oder über Vorstandsquoten. Das Thema gibt es ja auch noch, klar. Angeblich sehen wir gerade einen Meilenstein für die Frauen in Deutschland. Zitat Justizministerin Christine Lambrecht, die jetzt hobbymäßig ja auch Frauen- und Familienministerin ist, mit der nun beschlossenen Frauenquote für Unternehmensvorstände. Ein Meilenstein. Wir reden hier über rund 70 Unternehmen. Also bessere Jobaussichten für rund 70 Frauen mit eh schon sehr guten Jobaussichten. Das ist aus feministischer Perspektive nichts. Komplett uninteressant. Komplett uninteressant. Wirklich. Muss man das erklären? Ja, es ist gut, wenn Vorstände oder Aufsichtsräte oder welche Gremien und Gruppen auch immer nicht nur aus Männern bestehen. Aber mit einem Gesetz wie der Vorstandsquote ändert sich erstmal nur was für diese rund 70 Frauen, die in diese Vorstände gehen werden. Ob sie irgendwas für mehr Gleichberechtigung tun, ist nicht ausgemacht. Klar ist es schlimm, wenn es in deutschen Vorständen mehr Thomasse und Michaels als Frauen gibt. Das ist übrigens keine Übertreibung, sondern das sind Ergebnisse einer Studie. Und gemischte Teams sind erfolgreicher, ja. Aber erfolgreicher worin? Im Ausbeuten? Mich interessiert nicht wirklich, ob Vorstände divers sind. Mich interessiert, warum Vorstände oft so grotesk viel mehr verdienen als die Menschen, denen sie vorstehen. Und warum die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern in Deutschland immer größer werden. Meilenstein am Arsch. Männer bekommen im Schnitt monatlich 1192 Euro mehr brutto und das ist ein Problem. Nochmal zur Sache mit dem Erfolg. Es gibt dieses Argument, dass Diversität zu mehr Erfolg führt. Also diverse Teams sind erfolgreicher. Hier ein Zitat aus dem Spiegel Mai 2020. Firmen, in denen Frauen führende Positionen innehaben, erwirtschaften, mehr Gewinn. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey. Die Unternehmen mit dem höchsten Frauenanteil im Top-Management haben eine 25% höhere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein, als diejenigen, die am wenigsten divers aufgestellt sind. Nun ist aber McKinsey eine Beraterfirma, die Unternehmen hilft, ihre Beschäftigten noch besser auszubeuten und zu knechten. Wenn McKinsey sich für diverse Vorstände ausspricht, weil sie erfolgreicher sind, dann ist das nicht unbedingt der Erfolg, den Feministinnen wollen. Die relevanten feministischen Themen sind nicht Gendersternchen in Gesetzestexten oder Frauenquoten für Vorstände. Die relevanten Themen sind finanzielle Abhängigkeit und Gewalt. Und da tut sich extrem wenig beziehungsweise es wird schlimmer. Da sind NachrichtensprecherInnen, die aus Gendersternchen mitsprechen oder Quoten für Spitzenjobs vielleicht die berühmten kleinen Schritte, aber halt kleine Schritte, die nicht von großen Rückschritten ablenken sollten. Es war schon immer ein Argument der GegnerInnen geschlechtergerechter Sprache, dass eine angepasste Sprache allein ja keine Gleichberechtigung herstellt. Völlig richtig. Aber gerade jetzt, wo sich durch die Pandemie eigentlich ganz andere massive Probleme noch verschlimmert haben, soll jetzt über Gendersternchen diskutiert werden? Es ist nichts als ein Ablenkungsmanöver. Mich interessiert auch nicht, ob laut einer Umfrage 65% der Deutschen gendergerechte Sprache ablehnen. Klar, wenn ich die Welt am Sonntag wäre, würde ich eine solche Umfrage auch in Auftrag geben. Aber es ist wirklich egal. Überhaupt, diese Scheißumfrage enthielt auch schon in der Frage das Wort Gendersprache. Die Frage, die den Leuten gestellt wurde, war nun eine Frage zu einer geschlechtergerechten Sprache, also der sogenannten Gendersprache. Dann kamen zwei Beispiele, WählerInnen und Zuhörende. Wie stehen Sie zur Nutzung einer solchen Gendersprache in Presse, Radio und Fernsehen sowie bei öffentlichen Anlässen? So, wenn in einer Frage schon zweimal das Wort Gendersprache verwendet wird, dann ist das keine neutrale Frage. Der Begriff Gendersprache ist Propaganda. Es gibt keine Gendersprache oder jede Sprache ist Gendersprache. Wenn man nur die männliche Form für alle verwendet, dann gendert man auch. Man hätte auch fragen können, finden Sie, dass in Press, Radio und Fernsehen sowie bei öffentlichen Anlässen immer nur die Männer angesprochen werden sollten oder lieber alle Geschlechter? Aber egal. Eine andere Umfrage vom Winter, die weniger Aufmerksamkeit bekam, Thema Haus- und Familienarbeit in der Pandemie. Fast 70 Prozent der Frauen gaben an, dass sie zu Hause die Arbeit erledigen. 73 Prozent sagten, dass sie Familie und Beruf schwerer vereinbaren können, 43 Prozent sagten, dass sie Familie und Beruf schwerer vereinbaren können als vor der Pandemie. Fast die Hälfte der Frauen sagte, sie fühle sich außerdem an ihre körperliche, psychische und emotionale Grenze gebracht. Mich interessiert nicht, wie Leute Gendersprache finden. Mich interessiert, warum Männer so selten ihren eigenen Dreck wegmachen. Mich interessiert, wie es den Frauen geht, die von ihren Männern geschlagen werden oder sich nicht trennen können, weil sie keine Wohnung finden oder weil die Frauenhäuser überfüllt sind. Mich interessiert, wie es den weltweit mindestens 1,4 Millionen Frauen geht, die in der Pandemie ungewollt schwanger geworden sind. Mich interessiert, ob sie es bleiben mussten. Mich interessiert, wie viele Mädchen zwangsverheiratet werden, auch in Deutschland. Mich interessiert, was wir tun können, damit LGBTIQ-Jugendliche nicht mehr überdurchschnittlich oft depressiv sind oder Suizid begehen. Und was gegen die steigenden Zahlen beim Thema Gewalt gegen Kinder getan werden soll. Mich interessiert, warum Abtreibung in Deutschland immer noch nicht legal ist und warum es weltweit 900.000 Hebammen zu wenig gibt. Mich interessiert, wie viele Menschen sich Verhütung nicht leisten können. Mich interessiert, warum Endometriose bisher so wenig erforscht wurde, obwohl so viele Menschen mit Uterus darunter leiden. Mich interessiert, warum Herzinfarkte bei Frauen oft zu spät erst erkannt werden. Mich interessiert, wie man transfeindliche Gewalt, auch Gewalt durch den Staat, beenden kann und wie man Frauen mit Behinderung vor Gewalt schützen kann. Mich interessiert, wann Jens Spahn zurücktritt. Mich interessiert, warum Männer so selten zur Therapie gehen und warum sie so wenig Elternzeit nehmen und warum sie das damit begründen, dass sie halt mehr verdienen als ihre Frau und dann aber, wenn es auf den Gender Pay Gap kommt, die Lohnlücke so fleißig kleinrechnen. Mich interessiert, wie man sexualisierte Gewalt an Schulen, Theatern, in der Kirche, beim Film und generell bekämpfen kann. Ja, es ist selbstverständlich auch trotz, wenn ich sage, dass so etwas wie geschlechtergerechte Sprache mich im Moment vergleichsweise wenig interessiert, während Konservative und Rechte so darüber ausflippen. Aber das ist trotz mit Recht. Inzwischen wäre ich sogar froh, wenn die Bundesregierung im Eilverfahren noch schnell vor der Sommerpause Gender-Sprache verbieten würde, denn dann wäre diese elende Ablenkungsshow endlich vom Tisch. Lyrik. Nebeneffekt. Hysteria geht zum Wellness. Das tut gut. Hysteria will sich entspannen. Komplett. Deswegen geht sie zum Coaching. Viel Geld, aber Hysteria ist es das wert. Ihr Coach sagt, oha, ich merke, Wellness ist gut für dich. Mach doch mehr Wellness. Hysteria sagt, alles klar. Und macht noch mehr Wellness. Bisschen stressig, aber geht schon. Und ihre Freunde sagen, Hysti, du hast abgenommen. Steht dir. Und sie sagt, ja, meine innere Mitte und zeigt auf ihre Taille, die immer schlanker wird. So ein Nebeneffekt. Hysteria geht zum Shoppen. Sie braucht neue Kleider. Bisschen stressig, aber geht schon. Und ihre Freunde sagen, wow, Hysti, aber sie hört es nicht, wegen Tinnitus. Den kriegt man manchmal. Ist eine Typfrage. Aber meistens hilft Wellness. Jetzt was für Männer. Ein Mann will zurück. Ballade für Boomer. Herbert seufzt. Er sehnt sich nun, lange schon nach da. Damals, als die Welt noch besser und er jünger war. Damals, als er irgendwie voller Sehnsucht, ja, Hoffnung gar und frischen Samens war. So wunderbar. Ach, die Frauen. Sie schauen nicht mehr. Langsam wird ihm klar, dass das alles nie mehr wieder wird, wie es mal war. Wild war er. Ganz müde nun. Doch irgendwie noch da. Nur ohne all die Möglichkeiten und das volle Haar. Aber wenn jetzt jemand fragt, wie genau das war und ob er wirklich all die Frauen, doch, natürlich, klar. Denn die Kraft, die heute fehlt, sie ließ ihm alles nahe greifbar scheinen. Ein Buffet für ihn, den Star. Herbert, ach, das ist vorbei. Doch es gibt Trost, und zwar, Essen ist der Sex des Alters und immer lieferbar. Habe ich nur Zeit? Betrunkene Frauen. Die eine wankt, verliert einen Schuh, die Firma dankt, jetzt ist bald Ruhe. Die andere lacht, halb wie ein Pferd, halb wie die Nacht, glashalb geleert. Die nächste weint, sie wird verehrt, was sie verneint, glas ganz geleert. Die drüben lallt, völlig verloren, die Faust geballt und rote Ohren. Und diese hier frisst aus der Hand, trinkt dazu Bier, ganz elegant. Sie alle sind mit Alkohol, so schön gefüllt bis an den Rand und ohne sie wäre jedes Land, ich glaub, ein Haufen Staub. Sweet Dreams. In deinen Träumen verprügelt dich hart die Kassiererin aus dem Supermarkt. Ist sie zu schnell, bist du zu lahm. Am Ende nimmt sie dich in den Arm, dreht dir den Hals um, bis es knirscht. Endlich hat sie dich erwischt. Entweder eins noch oder zwei. Easy. Zwei. Dating. Sie trafen sich mit frisch rasierten Genitalien. Sie fand romantisch, dass er zahlte und hatte nichts an ihm auszusetzen, außer die Art, wie er mit seiner Mutter telefonierte. Die Beziehung hielt drei Jahre, wobei das letzte halbe Jahr nur scheiße war. So, und jetzt noch eins, dann bin ich durch. Das heißt, ein Vogel wollte Hochzeit machen eigentlich. Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Walde. Fidralala, Fidralala, Fidralalala. Die Drossel war der Bräutigam, die Amsel war die Braute. Fidralala, Fidralala, Fidralalala. Der Sperber, der Sperber, der war der Hochzeitswerber. Fidralala, Fidralala, Fidralalala. Die Lerche, die Lerche, unterstützt die staatliche Bevorzugung bestimmter Beziehungsformen nicht. Und das sagt sie auch. Fidralala. Der Auerhahn, der Auerhahn, der sagt, es stimmt eigentlich. Wollt ihr wirklich heiraten, um Steuern zu sparen oder euch eine künstliche Befruchtung bezahlen zu lassen? Fidralala. Die Meise, die Meise, die war bis dahin leise und sagte dann, wo wir jetzt schon zusammen sind, sollten wir nicht lieber eine Revolution starten? Fidralala. Die Gänse und die Anden, die wurden Demonstranten. Fidralala. Der Pfau mit seinem bunten Schwanz vermummte sich komplett und ganz. Fidralala. Die Puten, die Puten, die wurden nun Rekruten. Fidralala. Frau Kratzefuß, Frau Kratzefuß, hebt eine Faust, das ist der Gruß. Fidralala. Brautmutter war die Eule, das ist natürlich interessant, wo doch die Amsel die Braut war. Das war queer as fuck von Anfang an. Fidralala. Das Finkelein, das Finkelein, das warf dann auch noch einen Stein. Fidralala. Der Uhu, der Uhu, der sagte einfach Juku. Fidralala. Der Hahn, der kreiert gute Nacht, sie haben viel Radau gemacht. Fidralala. Nun ist der große Aufstand aus und alle ziehen vergnügt nach Haus. Fidralala. Dankeschön. Ich kann schon mal zeigen, das ist Lena. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Pause. Die warten wir noch ab. Also, wir sollen näher an das Mikrofon. Okay, also das ist Lena. Und um das ein bisschen zu erklären, wir haben natürlich bei dem Ablauf immer so ein bisschen Lücken eingezogen, weil ich ehrlich gesagt nicht dachte, dass sich irgendjemand an die vorgegebenen Lesezeiten hält. Dabei tun es alle. Dabei tun es jetzt irgendwie alle. Und deswegen wird es immer ein bisschen Luft geben. Oder es können natürlich Leute etwas länger lesen und die Übergangspause ausfüllen. Oder du erzählst was. Genau. Oder ich erzähle was oder hoffentlich irgendjemand anders erzählt irgendwas. Oder ihr geht einfach Popcorn holen. Oder... Kaffee holen. Kaffee holen. Wir können ja mal abwechseln. Nutella-Brötchen. Croissants. Ein Apfel. Hummus. Wodka. Zweiten Wodka. Sesambrötchen. Erdbeeren. Die Zeitung. Den Hund, der auch zuhören will. Ja genau. Also okay, bei dem Hund ist natürlich jetzt der Moment, an dem ich länger ausführen könnte, warum es einen Hund für jede Lesung, jede Übertragung, für jeden Moment im Leben braucht. Nein, im Ernst. Also wir haben ein bisschen Pausen um Punkt 12 Uhr. Eigentlich wolltest du nur sagen, dass wir Pausen haben. Genau. Eigentlich wollte ich nur sagen, dass wir Pausen haben, dass Lena schon da ist. Also alle Fans von Leser können ab 12 Uhr dabei sein. Und es gibt dann auch einen Eiskaffee für dich. Das ist ganz großartig. Mein Name ist Lena Gorelik und ich lese aus, wer wir sind. Und ich lese gleich den Anfang. Ja. Ja heißt ich. Ausgesprochen ja. Ich heißt auf Russisch ja. Ein Buchstabenummer. Der letzte im Alphabet. So wurden wir auch groß und erzogen. Ja passt linier Buchwawulfawizi. Ich ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Das hat dann jedes Ich will, Ich mag, Ich muss, Ich, Ich, Ich mit einer Faust erschlagen. Die Ordnung der Buchstaben, die uns Kindern den Egoismus austrieb, in aller Seelen Ruhe. Ich erinnere mich, meistens leise. Ich will aber, Ich ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Ich will aber diese Geschichte erzählen. Ich wünsche, dass diese Geschichte mir gehört. Heute bin ich für diesen Satz dankbar, natürlich. Dankbar, aber Danke sage ich nicht. Hoffe wahrscheinlich, dass meine Eltern einfach wissen. Oder aber ich denke zu wenig an sie. Jetzt versuche ich, es den Kindern weiterzugeben. Nur diesen Satz, ja, fast linier Buchwawulfawizi, den lasse ich weg. Wir sprechen meist eine andere Sprache. Wir haben keine gemeinsame Muttersprache, meine Kinder und ich. Wenn sie weinen oder wenn sie schlafen, flüstere ich ihnen auf Russisch zu, streichelnde Worte. Es gibt mehr Platz für Zärtlichkeit in der russischen Sprache. Auf Deutsch bringe ich ihnen bei, die Stimme auch für sich selbst zu erheben. Ja, heißt Ich. Wie die Erinnerung manchmal das Jetzt übertönt. Wie sie sich über alles legt, wie ein Dickicht aus Verletzungen, Mustern und Fragen. Wie ich nicht mehr weiß, wer ich wurde und wann. Und ich dennoch beginne zu erzählen. Und mich erinnere an diesen Satz. Ja, ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Wie ich mich erinnere, leise an alles. Ich habe im Internet gelesen, sagt mein Vater, die Arme vor der Brust verschränkt, dass du ein neues Buch schreibst. Er sitzt im Schreibtischstuhl, ein schwarzer Chefsessel aus Kunstleder. Ich besuche meine Eltern, liege auf dem Bett, auf der synthetischen Tagesdecke, auf dem Rücken, die Knie angewinkelt. Habe die Arme ebenfalls verschränkt unter dem Kopf. Zwischen uns versuchen Erwartungen, die Stille zwischen Frage und Antwort auszufüllen. Schwirren, zischend. Was hast du wo gelesen? Ich wackele mit den Ziehen, die Socken gestreift. Minuten ticken davon. Dass du ein neues Buch schreibst, dass du irgendwo aus dem neuen Buch gelesen hast. Weiß nicht mehr, wo genau ich das gelesen habe, aber generell weiß ich genau, dass ich es gelesen habe. Ich weiß auch nicht, wo du das gelesen hast. Wo, das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, schreibst du? Nein, ich schreibe nichts. Wann soll ich den schreiben? Du siehst doch, wie mein Leben ist. Ich wackele mit allen Zehen. Mein Vater sieht nichts von meinem Leben. Wenn ich auf der Couch meiner Eltern sitze, deren Farbe man wahrscheinlich Aprikosenfarben nennt, wenn ich die Füße auf den Mahagoni-braunen Couchtisch lege, was ich vermutlich nicht darf, aber keiner sagt etwas, weil ich da bin und weil ich so selten da bin, ist es still im Kopf. Endlich. Immer wieder erhebt sich jemand, um mir einen Tee oder etwas zu essen zu bringen, um Obst für mich zu waschen, in kleine Stücke zu schneiden, während ich wiederholt sage, dass ich kein Obst will. Wenn ich durch die russischen Fernsehprogramme seppe, amüsiert, verwundert, fasziniert, wenn mein Vater mir etwas erklärt, was ich nur mit einem Ohr höre. Wenn meine Mutter, die sich nun endlich neben mich setzt, nachdem sie die Schale mit dem kleinen geschnittenen Obst und den Teller mit dem großen Kuchenstück, nimm nicht so viel, lass es doch für sie, es ist ihre Lieblingstorte, sagte sie vorhin zu meinem Vater und die große rote Kanada-Tee-Tasse vor mir abgesetzt hat. Und was ist mit meiner Lieblingstorte, hatte mein Vater gekontert? Wenn meine Mutter mich fragt, ob ich die Person kenne, die da auf dem Bildschirm im russischen Programm etwas erzählt. Nein, kennst du nicht, war ganz berühmt, war sehr wichtig zu unserer Zeit. Sie unterscheiden sich, meine Zeiten und die meiner Eltern und die Personen, die wir im Fernsehen erkennen, ebenfalls. Ich nehme mir noch ein Stück Torte. Über dem Fernseher Bilder von Kindern und Enkeln. Meine Mutter wechselt die Bilder immer wieder aus, ersetzt sie durch neue, achtet stets darauf, gerecht zu sein, von jedem gleich viele. Ich zähle nach, versuche sie bei einem Fehler zu erwischen. Bleib sitzen, sagen sie zu mir, wenn ich aufstehen will, um etwas zu holen. Ich bleibe sitzen, sitze zwischen meinen Eltern und einem Sänger, der schon in meiner Kindheit alt wirkte, erzählt aus dem Fernsehen Erinnerungen ins Zimmer hinein, die sich mit den Erinnerungen meiner Eltern decken. Ich esse jetzt doch ein paar Obststücke, es schadet ja nicht. Willst du noch mehr Aprikosen? fragt meine Mutter. Nein, danke, das reicht mir. Hol ihr noch mehr Aprikosen. Sie will doch nicht. Vielleicht nimmt sie ja doch noch ein paar. Ich sitze immer noch zwischen meinen Eltern. Hast du Pläne, ein Buch zu schreiben? fragt mein Vater. Ich schreibe nichts. Ich schreibe über dich, über uns. Ich schreibe uns auf. Ich erzähle von mir. Ich kann dich nicht weglassen. Ich bin, weil ihr seid und wir sind, auch wenn du die Arme verschränkst und ich mit den Zehen wackele. Was schreibe ich, wenn ich versuche, nicht zu viel zu erzählen? Ich weiß nicht, was für Pläne ich habe. Ich lese ein Stück von einem Kapitel, das Badeschaum heißt und das von dem ersten Mal erzählt, als ich quasi dem Badeschaum an sich begegnet bin. Ich lebte in einem geflüchteten Wohnheim und eine Frau von einem Bauernhof hatte uns Flüchtlingskinder sozusagen für eine Woche aufgenommen und ich lernte Badeschaum kennen. Das Glück von Badeschaum, das Blasige, das weiße Glück. Wie bei weißen Menschen. Wie bei weißen Menschen, sagt Babushka, sagt meine Mutter, sagen vermutlich viele in der Sowjetunion, vermutlich immer noch viele in Russland. Sagen sie einfach, ohne zu wissen. Sagen meine Mutter, meine Großmutter in Deutschland, wenn sie sich das neue Land greifen, dessen Luxus. Wenn sie sich Pralinen kaufen beim Aldi. Wenn sie Strickjacken aus den Wühlkisten bei C&A holen. Nicht stundenlang dafür anstehen müssen, wie bei uns zu Hause. Wenn sie ein neues Verb gebrauchen, aussuchen. Wenn sie dafür andere werben, entsorgen. Habe heute diese Jacke gekriegt. Nein, nicht gekriegt, sondern ausgesucht. Bei C&A, wie bei weißen Menschen. Sagen sie, bei jedem ersten Mal. Nach der ersten Fahrt mit der S-Bahn, nach der ersten Zugfahrt mit dem Regionalexpress, viel später bei der ersten Hotelübernachtung. Immer häufiger, wenn ich etwas erzähle. Ich renne ihnen voraus, aber blicke zu selten zurück, um zu sehen, ob sie nachkommen. Was sagen sie dann? Dass ich zum weißen Menschen geworden bin, möglicherweise? Sie sind für mich hergekommen, für uns Kinder. Und das haben sie nun davon. Dass die Kinder alles dafür tun, um nicht mehr die Iren zu sein. Ich sitze in diesem weißen Badeschaum. Wie bei weißen Menschen, so sitze ich darin. Ich habe noch nie von Rassismus gehört. Ich habe bis vor einer halben Stunde noch nie Badeschaum im wahren Leben gesehen, jenseits einer Leinwand. Ich habe mich bisher nicht gefragt, warum wir das auf Russisch so sagen. Stammt das Bild aus propagandistischen Filmen über die USA, in denen weiße sich Sklaven halten, sich bereichern auf Kosten von Sklaven und von guten Menschen? Ich habe noch ganz andere Fragen zu klären, bevor ich mich diesen linguistischen, humanistischen widmen kann. Wie fühlt er sich an, dieser Badeschaum? Was passiert, wenn ich meine Hand in die weichen, zarten Blasen stecke? Ich habe ihn noch nie angefasst, den Badeschaum. Und jetzt kann ich nicht aufhören, immer wieder hineinzugreifen. Weich wie das Wort. Platzt, streichelt, legt sie vielversprechend über jegliche Fremdheit. Verspricht, mich zu beschützen. Schau um. So ein schönes deutsches Wort. Wir sitzen zu zweit in der Badewanne, die kleine und die große Lena. Ich bin die große, ich elf, sie acht, sie die längeren Haare. Ich locke kurz, sie haben mir eine Frisur gemacht, bevor wir nach Deutschland kamen. In ein paar Monaten werde ich denken, zu, zu lockig, zu braun, zu jüdisch. Werde feststellen, dass kein Glättegerät gegen diese Locken ankommt, das blondiert, nicht blond ist und ich niemals in der Perfektion eines Reihenhauses leben, nie einen Vorgarten haben werde. Ich werde das Problem folgendermaßen lösen. Ich schenke meinen Eltern Tischsets aus Plastik, damit der Esstisch zumindest aussieht wie bei meinen deutschen Freunden. Aber wozu sind sie da, wird meine Großmutter nörgeln, die die Tischsets nachher samm der Plastikdecke wischen muss. Nun leg sie doch hin, wenn sie ihr so wichtig sind, wird meine Mutter sagen. Meine Großmutter legt sie also hin und stellt tiefe Teller mit russischer Suppe drauf. Der Badeschaum umarmt uns größer, weiter, ferner, nahe. Wenn ich hineingreife, wie alles, was ich mir von Deutschland versprach. Meine Liebe zu Deutschland besteht aus weißen Seifenblassen, die zwischen meinen Fingern zerplatzen. Geräuschlos, ohne Aufhebens. Wir sitzen in der Badewanne, das Telefon klingelt. Wir hören das Telefon nicht, wir sind dabei, den Schaum zu begreifen. Wir greifen ihn, lachen. Ich will nie wieder aufhören zu lachen, will in dieser Badewanne bleiben, will nicht mehr zu meinen Eltern zurück, zu meiner Großmutter, in dieses Wohnheim. Ich sitze in einer Badewanne, lege mir Schaum auf die Haare, wie eine weiße Krone, wie bei weißen Menschen. Sie haben im Westen das Glück in kleine weiße Bläschen gepackt, die wachsen können, wenn wir den Wasserhang öffnen. Telefon für euch, kommt schnell, eure Eltern, ruft Anita. Aber wie sollen wir kommen, wo wir doch gerade in der Badewanne sitzen, wo wir doch in den Schaum tauchen? Ach was, nasse Füße. Unsere Eltern sind aus dem Wohnheim zur Telefonzelle marschiert, um uns anzurufen. Ach was, nasse, tropfende Haare, einmal lang, einmal locken. Die Telefonzelle ist gelb. Telefonbücher hängen darin, die niemand klaut. Wir wundern uns noch darüber, werden aber bald damit aufhören. Um zur Telefonzelle zu kommen, muss man das Wohnheimgelände verlassen. Raus aus dem Stacheldraht, man muss die große Landstraße überqueren, über die Ampel, dann nach links an der Bushaltestelle vorbei, nach rechts am Spielplatz vorbei, an dem mit der Seilbahn, immer geradeaus, bis man eine Allee erreicht. Die gelbe Telefonzelle ist beim Schwimmbad, dem mit der blauen Rutsche, da wo die Schule ist, die, in der ich immerzu nur verstehe, dass ich nichts verstehe, in der entweder alle auf mich schauen oder vergessen, dass ich bin. Unsere Eltern sind zur Telefonzelle marschiert, sie haben Münzen gesammelt oder haben wir bereits herausgefunden, was Telefonkarten sind. Wissen wir, dass die Deutschen so etwas Tolles erfunden haben? Deutschland ist ein Land aus wunderbar verrückten Erfindungen. Noch ist es das. Ich beginne, wir zu sagen. Wir sitzen in der Badewanne, währenddessen hat irgendjemand im Wohnheim an die Zimmertür der anderen geklopft. Hör mal, sollen wir vielleicht diese Farmerin anrufen und fragen, wie es den Kindern geht? Na, dabei. Warte, ich hole meine Jacke. Ist doch kalt draußen abends. Pavel, komm, nimm die Jacke, wir gehen, rufen die Kinder an. Legen sie für den Telefonanruf zusammen? Jeder ein paar Münzen? Oder gibt es jemanden, der diesen Anruf ausgibt? Jeder zehn Pfennig vielleicht. Was kostet denn so ein Anruf? Einmal die Stimmen der Kinder hören von dort, wo sie sind. Es fehlt ihnen jede Vorstellung von dort. Sie haben noch nie ein deutsches Dorf, einen deutschen Bauernhof gesehen. Kommt, kommt, eure Eltern, schnell. Aber raus mit euch. Sie wirft uns weiche, grüne Handtücher zu. Tropfende Haare, tropfendes Lachen, wie wir durch das Badezimmer stampfen. Und warum das bleibt? Diese Erinnerung an meine eigenen Badeschaumspuren, als ich mich umdrehe. Meine ersten. Durch das Wohnzimmer, grauer Teppichboden, raus in den Hausflur, kalte Fliesen und die Treppe nach oben, wo das Telefon steht. Irgendwie in Handtücher gewickelt, die beim Laufen herunterrutschen und mit Glück in den Füßen. Damals, als das Wort Glück noch nicht so groß war, als es einfach in den Füßen stecken durfte und an den zehn weiße Schaumblasen klebten, die man im Laufen verlor. Und das Geräusch, dass nasse Füße auf Fliesen klatschen. Und ich noch nicht wusste, dass das zu nah am Kitsch klebt. Dieses Glück in Kinderfüßen und Stimmen, die sich am Telefon jagen. Mama, Mama, hörst du? Wir haben gerade gebadet in so einer Badewanne, in einer großen. Und da war dieser weiße Schaum. Weißt du noch, wie in diesem Film, dem amerikanischen, den wir im Kino gesehen haben, zu Hause noch? So viel Schaum. Er wächst nämlich immer, wenn man Wasser laufen lässt. Er ist wie Watte, aber noch weicher und von der Farbe so weiß wie Milch. Und außerdem gibt es hier einen schwarzen Hund mit so lockigem Fell. Der heißt Buschel. Was nicht stimmt. Der Hund hieß Buschel. Es dauert aber, bis wir den Namen richtig hören. Zu viele neue deutsche Geräusche, die sich zu setzen ohne Satzzeichen aufstellen. Und alles tun, damit wir sie eben nicht verstehen. Und wie groß die Enttäuschung, weil Buschel, Buschel heißt, obwohl Buschel so gut zu ihm passte. Und morgens holen wir Eier. Ganz früh, also wenn ihr noch schlaft, direkt von den Hühnern im Stall. Die sitzen auf so einem Regal und wir essen zum Mittag auf einer Terrasse unter einem Sonnenschirm. Ja, deutsches Essen. Ja, auch Fleisch. Ja, wir sagen Danke. Die machen Salat, aber so ganz, ganz komisch. Große Salatblätter in Essig getränkt, wie man das in Schwaben zubereitet. Die Salatblätter werden nicht geschnitten. Keine Gurken, keine Radieschen, keine Tomaten, keine Smetana. Obwohl bei ihnen doch alles wächst hier auf dem Bauernhof. Alles aus Smetana. Verstehe Sie einer, die Deutschen. Und ich bin gerade ganz nass. Ja, direkt aus der Badewanne. Ich stehe hier überhaupt nur im Handtuch. Die haben ein ganzes Haus nur für sich allein. Nur diese Familie. Und wir sind Traktor gefahren und haben Kirschen gepflückt. Rote, dunkelrote. So viele, wie wir wollten, während wir auf dem Traktor saßen. So viele, wie wir wollten, wirklich direkt vom Baum in den Bauch. Nein, ohne zu waschen. Das macht nichts, hat Anita gesagt. Nur Boris, der hat Bauchschmerzen bekommen. Aber ich nicht. Wir standen auf dem Traktor und haben sie direkt in den Mund. Nein, man kann sie da nicht waschen. Und ich habe gerade in dieser großen Badewanne gesessen. Und ja, Borea geht es schon wieder gut. Und wir haben... Später sagte meine Mutter einmal, dass sie diese große Farmerin namens Anita ins Herz schloss, als sie am Telefon meine Stimme hörte, obwohl sie von dem, was ich da erzählte, nicht so viel verstand. Es gibt vielleicht nicht viel zu verstehen für Eltern, die sich gerade zu sechst in eine Telefonzelle drängen, die zum ersten Mal schwäbische Worte in der Muttersprache ihrer Kinder entdecken, aufschrecken vielleicht, erst stolz, dann ängstlich, die ihre Kinder ein Leben erzählen hören, das sie nicht kennen und vielleicht ahnen, dass das nur der Anfang ist. Die Entfremdung lässt sich an den deutschen Worten abmessen, die sich im russischen Erzählschwall selbstbewusst breit machen, bis sie sich nicht mehr messen lässt. Unsere Eltern hören zu, quetschen Nachfragen dazwischen. Wann kommt ihr wieder? Wissen wir nicht, hat Anita nicht gesagt. Und dann sind die Münzen alle. Beim Fallen rasseln sie, machen dem Tuten im Hörer Konkurrenz. Wir hoffen, dass Anita noch lange nichts sagt, nichts davon, dass wir zurück ins Wohnheim, zurück zu unseren Eltern müssen. Ab mit euch ins Badezimmer, sagt Anita, lacht Anita. Wir tapsen die Treppe hinunter. Auf den Steinstufen kleine Pfützen, unsere Füße hochgerannt, nicht ausgerutscht, wieder in die Badewanne geklettert, in der der Schaum nicht auf uns gewartet hat. Er ist in unserer Abwesenheit einfach geschrumpft. Große Enttäuschung. Wollt ihr nochmal, fragt Anita. Das Wasser ist doch jetzt kalt. Und sie lässt uns noch ein Bad ein, ein heißes. Und kippt dieses Zeug hinein, das zu Badeschaum wachsen kann, wie Blumen wachsen. Während unsere Eltern zurück zum Wohnheim marschieren, langsam vielleicht, oder beschwingt, weil jetzt das Aushalten vielleicht etwas mehr Sinn macht. Jetzt, wo sich die Stimmen der Kinder überschlugen, der Stacheldraht, die Erniedrigung, sich mit drei Generationen in ein Zimmer zu pressen, die Zweifel. Haben wir das Richtige getan? Sind wir in das richtige Land gekommen? Hätten wir? Vielleicht. Wenn ich heute Nacht an die Stimme meiner Tochter denke, vielleicht kann ich dann endlich schlafen, die Augen schließen, die Ohren auch, wenn das Paar aus dem Nebenzimmer sich nicht wieder so laut streitet. Wenn es draußen vor dem Haus nicht wieder eine Schlägerei gibt, vielleicht ein Ja auf diese Frage. Haben wir das Richtige getan? Ja. Ja, das hat zwei Buchstaben, auch in der russischen Sprache. Da. Vielen Dank. Und ich kann Sie nur aufrufen zu spenden. Den Link finden Sie unterhalb des YouTube-Videos. Und genau, vergessen Sie das Spenden nicht. Ja, hallo. Ich wollte nur einmal schon sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für die Spenden, die eingehen. Wir reden hier untereinander immer darüber und können es kaum glauben. Also es sind jetzt schon 15.665 Euro eingegangen. Wir hatten ursprünglich mal gedacht, wir würden überhaupt erst am Ende dieses ganzen Marathons 15.000 Euro haben. Wir hatten schon hochgestuft auf 20.000. Also es übertrifft alle Erwartungen. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir versuchen zwischendurch immer mal wieder ein bisschen einfach zu berichten, was eingegangen ist. Wir werden zwischendurch auch nochmal ein bisschen über die Projekte vielleicht selber sprechen und über die Thematiken sprechen. Jetzt kommt die nächste Lesung. Frances Seegg, die eigentlich an dieser Stelle heute lesen sollte, kann leider nicht. Aber dafür ist jetzt Theresa Bücker eingesprungen und liest ihren Text. Hallo. Ich springe ein für Frances Seegg. Frances ist Antidiskriminierungstrainerin und Geschlechterforscherin zum Thema Klasse und sie ist Mitherausgeberin des Sammelbandes Solidarisch gegen Klassismus. Das steht auch hier, gemeinsam mit Brigitte Theisse. Und ich werde lesen einen Text aus diesem Sammelbuch Klasse und Kampf mit unterschiedlichen Autorinnen und von ihr erscheint außerdem in den nächsten Wochen, ich glaube, es ist noch nicht draußen, die Doktorarbeit von Frances Care transformieren über trans- und nicht-binäre Sorgearbeit. Der Text von Frances Seegg, den ich jetzt lese, heißt Kohlenkeller. Am 10. Mai im Jahre 1987 erblickte ich in einem Krankenhaus im Ostberliner Bezirk Lichtenberg das Licht der Welt. Mein Vater zeigte sich gleich von seiner schlechtesten Seite. Als er uns im Krankenhaus besuchte, nahm er meiner Mutter ihr letztes Geld aus dem Portemonnaie, um mit einem Kumpel in die Kneipe zu gehen. So verbrachte meine Mutter die erste Zeit nach der Geburt mit ihrem letzten Groschen am Münztelefon des Krankenhauses. Glücklicherweise erreichte sie eine Freundin, die ein Telefon hatte und uns mit einem Taxi nach Hause brachte. Meine ersten Lebensjahre waren chaotisch, von vielen Veränderungen und Unsicherheit geprägt. Mein Vater hatte eine Ausbildung als Dreher gemacht. Er arbeitete in der DDR aber auch als Heizer, im Getränkeladen, als Verkäufer von Arsch mit Ohren und Alffiguren aus weißem Gips auf Wochenmärkten, als Erntehelfer und Friedhofsgräber. Meine Mutter war in der DDR ein Straßenbaustudium zugewiesen worden, das sie abbrach. Sie arbeitete stattdessen bei der Post, dort trug sie Briefe aus und sortierte sie in der Nachtschicht. Außerdem schuchtete sie am Fließband als Kartenabreißerin im Kino und sie stellte Telegramme zu. Zudem putzte sie und trug Essen bei der Volkssolidarität aus, der Altenhilfe der DDR. Einige Zeit arbeitete sie als Pörtnerin an der Humboldt-Uni, jener Hochschule, an der ich im Sommer 2020 meine Promotion einreichte. Dieser Job, so erzählte sie mir, sei in der systemkritischen Subkultur beliebt gewesen. Man habe dort gut lesen können. Ja, sie las. Meine Eltern identifizierten sich nicht sonderlich über Lohnarbeit, sie interessierten sich für Musik und Subkultur. Darüber brachte meine Mutter später ein Buch heraus, das 2012 unter dem Titel »Das Begehren, anders zu sein, politische und kulturelle Dissidenz von 1968 bis zum Scheitern der DDR« im Unrast Verlag erschien. Trotzdem hofften sie auf einen Neuanfang und auf die Subkultur in West-Berlin. Meine Mutter stellte für uns beide einen Ausreiseantrag. Grundlage war eine Scheinehe bei einem Freund, der zunächst wegen Versuch der Republikflucht als politischer Gefangener im Knast saß und dann nach West-Berlin flog. Mein Vater floh über Ungarn in den Westen und wartete dort auf uns. Im Herbst 1989 wurde der Ausreiseantrag genehmigt. Mit mir an der Hand, mit einem Fahrrad und mit zwei Taschen voll Hab und Gut verließ meine Mutter die DDR. Nach der Ausreise kamen wir bei besagtem Freund in Berlin-Kreuzberg unter, wo mein Vater bereits auf uns wartete. Wir lebten einige Wochen zu viert in einer Einzimmerwohnung. Meine erste eigene Erinnerung an diese Zeit ist, wie wir mit meiner Oma in einer Schlange aufgeregter Menschen stehen, um bei einer West-Berliner Bank das Begrüßungsgeld für die DDR-BürgerInnen abzuholen. Eine Bankmitarbeiterin drückte mir ein Kuscheltier, so groß wie ich selbst, in die Hand. Auf seine gewitzte Art schaffte es mein Vater, das Begrüßungsgeld zweimal abzuholen. Der Neuanfang gestaltete sich schwierig, ohne Geld und anerkannte Berufsausbildungen. Mein Vater rutschte schnell in die Langzeiterwerbslosigkeit. Meine Mutter fing mit 27 ein Studium der Erziehungswissenschaften und Sozialpädagogik an. Sie war die erste in ihrer Familie, die studierte. Dann aber wurde sie chronisch krank und trotz abgeschlossenen Studiums und zahlreichen Bewerbungen erhielt sie keine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt. Auch sie rutschte in die Sozialhilfe. Die prekären Wohnverhältnisse setzten sich fort. Eine kurze Zeit lebten wir zusammen mit meinem Vater, der war aber oft betrunken, qualbte die Wohnung voll, hörte laut Musik und war von mir genervt. Nach der Trennung waren meine Mutter und ich wohnungslos. Zum Glück bekamen wir als Überbrückung eine Wohnung für die von Wohnungslosigkeit bedrohten Familien in Berlin-Neukölln. Unsichere Wohnverhältnisse zwangen uns, oft umzuziehen, etwa wegen eines Küchenbrandes oder wegen Mietsteigerungen. Bis zu meinem 18. Lebensjahr lebte ich in zehn verschiedenen Wohnungen in Kreuzberg, Neukölln und Friedrichshain. Freundinnen unterstützten uns tatkräftig bei den Umzügen. Dass unsere Umzüge trotzdem so lange dauerten, lag an den vielen Bücherkisten. Ich wuchs als Kind mit Unmengen an Büchern auf. Meine Mutter interessierte sich für soziale Ungleichheit und so las ich schon früh soziologische Klassiker. Auch mein Vater las viel, außerdem malte er. In meiner Familie wurde Theorie gelesen, um die Welt und die eigene soziale Situation zu verstehen und nicht, um auf dem Bildungsweg weiterzukommen. Viele andere Gegenstände, die ich aus Haushalten der Mittelklasse kenne, hatten wir hingegen nicht. Wir hatten keine Waschmaschine, sondern gingen in den Waschsalon. Wir hatten keine Geschirrspülmaschine, oft eine Ofenheizung, einen Badehofen und ich erinnere mich an das Geschleppe beim Einkaufen, wenn wir lange Wege zu Fuß mit vollen Tüten gehen mussten. Wie lässt sich mein Klassenhintergrund beschreiben? Ein Arbeiterinnenkind bin ich nicht, da meine Mutter studiert hat. Bin ich deshalb Akademikerinnenkind? Meine Eltern arbeiteten immer in niedrig entlohnten Arbeiterinnenberufen. Nach der Wende waren sie langzeiterwerbslos. Ich bezeichne meinen Klassenhintergrund als Armutsklasse. Wir waren reich an Bildung und arm an Einkommen und gesellschaftlicher Anerkennung. Die Gruppe der Menschen, die in materieller Armut leben, ist divers. Es gibt Personen mit akademischen Abschlüssen und ohne. Dass Bildungsabschlüsse in jedem Fall zu einem sozialen Aufstieg verhelfen, ist ein Klischee. Die Realitäten meiner Herkunftsklasse lassen sämtliche Klischees über die Hartz-IV-Bezieher oder die Arbeiter scheitern. Mein Herkunftsmilieu war geprägt von FreiraumschafferInnen. Meine Mutter ist eine langjährige Aktivistin. Sie hat immer viel zu tun. Sie organisiert eine Vielzahl an Veranstaltungen und meine Workaholic-Tendenzen habe ich sicherlich von ihr. Von ihr lernte ich auch den Begriff erwerbslos zu verwenden, nicht arbeitslos zu sagen, da viele Erwerbslose genug Arbeit hätten, aber wenig Geld. Kritik an Sprache ist ein wichtiger Aspekt in der Selbstorganisation armer Menschen, in die meine Mutter involviert ist. In dem alternativen Kindergarten- und Schülerladen, den ich besuchte, gab es Eltern, die waren ÄrztInnen, SozialarbeiterInnen oder SchauspielerInnen. Andere arbeiteten als VerkäuferInnen, waren erwerbslos oder prekär beschäftigt. Ich fing an, Klassenunterschiede zu beobachten. Wie sieht diese oder jene Wohnung aus im Vergleich zu unserer? Ebenso früh bekam ich Abwertung zu spüren. Als ein Junge aus dem Kinderladen, seine Eltern waren Beamte, bei uns zu Besuch war, sagte er entsetzt, hier sieht es ja aus wie im Kohlenkeller. Wenn ich bei meiner Freundin Katharina übernachtete, deren Eltern als Regisseurin und Chirurg arbeiteten, stand ich vor einer räumlichen Herausforderung. Wie soll ich, wenn ich nachts auf die Toilette muss, den Weg zurück ins Kinderzimmer finden? Ich fühlte mich orientierungslos in Wohnungen, die mehr als zwei oder drei Zimmer hatten. Ich sehe die unzähligen Zimmer im Haus meiner Freundin noch immer vor mir. Über Jahre verfolgte mich diese Situation als Albtraum. Ich wache in einem Haus auf, bin unglaublich müde, aber finde mein Bett nicht. Katharinas Eltern standen meinen Besuchen ambivalent gegenüber. Du trampelst zu viel, sagten sie. Immer wieder führten sie mir vor, wie ich ganz vorsichtig über ihren abgeschliffenen Dielenboden gehen solle, ohne Geräusche zu hinterlassen. Unsere gegenseitigen Besuche endeten, als Katharinas Mutter mich zur Ballettstunde ihrer Tochter mitschleifte, wo ich an meiner Haltung arbeiten sollte. Dort wurde ich beschämt. Schaut euch diese Fingernägel an, sagte die Ballettlehrerin vor allen anderen Kindern und hob meine Hand. Die sind so lang und schmutzig. Zudem gab sie mir zu verstehen, dass ich mich zu plump bewege. Weinend kam ich zu Hause an. Meine Mutter war auf meiner Seite und wütend. Ich habe dich doch nicht in einen alternativen Kinderladen geschickt, damit du mit solchen Spießern zu tun hast, sagte sie empört. Ballett, so versicherte sie mir, brauche kein Mensch. Inzwischen habe ich eine Klassenreise hinter mir und bin als Antiklassismus-Trainerin geübt darin, die Gleichung, armes Kind gleich schmutzig und unerzogen zu entlarven. Und doch ertappe ich mich noch immer dabei, mich in Räumen der sogenannten Hochkultur als so laut und ungepflegt zu empfinden. Meine Mutter und ich standen im Schülerladen unter Beobachtung, nachdem meine Mutter in die Sozialhilfe gefallen war. Alternativer Schülerladen hin oder her. Eine Erzieherin fragte mich einst, was ich am Wochenende gemacht hätte. Als ich erwähnte, dass ich mit meiner Mutter in einer Pizzeria gewesen war, rümpfte sie die Nase. Dabei bezieht ihr Sozialhilfe. Ich arbeite hier hart und kann mir das nicht leisten. Seitdem hielt ich mich zurück und merkte mir, wer Sozialhilfe bezieht, darf nicht in ein Restaurant. Die sozialen Hintergründe meiner Freundinnen waren vielfältig. Meine damalige beste Freundin, bei der ich oft übernachtete, lebte mit ihren Eltern in einer Altbauwohnung in Kreuzberg. Diese war viel größer als unsere, aber nicht so groß wie die von Katharina. Auch hier gab es Dielenböden, hohe Decken, viele Pflanzen und abstrakte Bilder an den Wänden. Ihre Mutter war Schauspielerin, die meiste Zeit arbeitete sie aber als Verkäuferin in einem Kaufhaus, wo wir oft vorbeischauten. Ihr Vater war Fotograf bei einem angesehenen Magazin. Ich erinnere mich auch daran, dass viele Kinder aus wohlhabenden Elternhäusern gerne bei uns zu Besuch waren. Insbesondere, wenn es bei ihnen penible Essensregeln gab, wenn sie dort zum Beispiel keinen Zucker konsumieren und keine Fruchtsäfte trinken durften. Bei uns konnten sie eine gewisse Freiheit genießen und es gab weniger Regeln, wie man zu reden oder sich zu bewegen hatte. Auch wenn ich als Kind Klassismus erlebte und aufgrund meiner sozialen Herkunft diskriminiert wurde, bin ich doch froh darüber, in einem so heterogenen Klassenumfeld aufgewachsen zu sein. Das wird immer seltener. In den Bildungsinstitutionen, in denen ich mich seitdem bewege, wird der Raum umso stärker von SchülerInnen und StudentInnen aus der Mittelklasse geprägt, je weiter ich komme. Ich spürte in meiner Kindheit und Jugend den Hass gegen erwerbslose Familien, die wie wir Sozialhilfe bezogen. Da ich mit meiner Mutter in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft lebte, musste ich in meiner Kindheit und Jugend mit zum Sozialamt oder Jobcenter. Dass ich an diesem oder jenem Tag eigentlich zur Schule hätte gehen müssen, darauf wurde keine Rücksicht genommen. Ich erinnere mich an die langen Schlangen vor dem Jobcenter Berlin-Neukölln. Wir wurden nicht namentlich, sondern als Nummer aufgerufen, dazu durcheinander. Man wusste nicht, wann man drankam und durfte deshalb stundenlang nicht aufs Klo gehen. Da in der Schule niemand wissen sollte, dass meine Mutter erwerbslos war, mussten wir einen Attest besorgen. In der zehnten Klasse lud mich das Jobcenter mal wieder vor. Die Sachbearbeiterin fragte mich nach meinen beruflichen Vorstellungen. Ich will Abitur machen, ich gehe aufs Gymnasium, antwortete ich. Du willst Abitur machen? fragte sie irritiert. Füll doch lieber den Vermittlungsbogen aus. Wir vermitteln dich lieber sofort in einen Job. Kinder aus armen Familien, so gab sie mir damit zu verstehen, gehören nicht auf die Universität. Ihre Meinung nach wäre Abitur eh nichts für mich. In meiner Grundschule und später auf meinem Kreuzberger Gymnasium waren viele Kinder wie ich von Klassismus betroffen. Viele zusätzlich von Rassismus. Auch hier wurde uns häufig mitgeteilt, dass bereits ausgemacht sei, wo wir später einmal stehen würden. Aus euch wird ja eh nichts. Wir würden, wie unsere Eltern, Sozialhilfebezieher oder Hartz-IV-Bezieher. In der zehnten Klasse hatte ich genug von dieser Abwertung und bewarb mich an einem Gymnasium im Prenzlauer Berg, das eine ehemalige Kinderladenfreundin besuchte. Ich musste mich mündlich beim Direktor vorstellen. Er mochte wohl meine Direktheit. Ich bekam einen der wenigen Plätze, obwohl ich nicht die besten Noten hatte. Den Kontakt zu den Freundinnen aus meiner alten Schule verlor ich bald. Sie dachten wohl, ich hielte mich nun für etwas Besseres. Vor einem bestimmten Schultag fürchtete ich mich jedes Jahr aufs Neue. Es war der Tag, an dem wir die kommende Klassenfahrt besprachen. Alle Kinder, deren Eltern Sozialhilfe bezogen, mussten sich melden, um einen Zuschuss zu erhalten. Wir lebten von Sozialhilfe, trotzdem meldete ich mich nicht. Meine Mutter war überzeugt davon, dass es meine Schullaufbahn ruinieren würde, als Teil dieser Gruppe wahrgenommen zu werden. Deswegen ließ sie sich das Geld lieber oder überzog ihren Dispo. Ich schämte mich dafür, dass ich mich nicht meldete. In diesen Momenten gehörte ich nirgends dazu. Nicht zu der Gruppe derer, die sich gemeinsam meldeten. Zu den anderen aber gehörte ich eben auch nicht. Gleichzeitig wuchs die Wut in mir. Was ist schlimm daran, Sozialhilfe zu beziehen, wollte ich von meiner Mutter wissen. An einem dieser gefürchteten Schultage entschied ich mich, nicht mehr auf meine Mutter zu hören und redete darüber, dass wir kein Geld hatten. Auch heute, wenn ich akademisch und in der politischen Bildung zum Thema Klassismus arbeite und dabei meine biografischen Erfahrungen einbeziehe, fragt meine Mutter oft ängstlich nach, wird es dir nicht schaden? Auch bei diesem Text war das der Fall. Wir sind doch nicht arm. Diesen Satz hörte ich in meiner Kindheit oft von meiner Mutter und er verwirrte mich. Auch heute, sagt sie, wir waren doch eigentlich gar nicht arm. Arm, das sind immer die anderen. Natürlich waren wir arm, sage ich dann immer. In Vorbereitung dieses Textes fragte ich bei meiner Mutter nach, wie es sein könne, dass ihre Scham so präsent gewesen sei. Sag es bloß niemandem, während sie zugleich Proteste mit tausenden anderen Erwerbslosen organisierte. Meine Mutter war in der Erwerbslosenbewegung gegen die Einführung von Hartz IV aktiv und hatte die Erwerbslosengruppe Hängematten mitgegründet. Die Scham, so erzählte sie mir, sei nicht immer da gewesen. Anfangs war da Wut. Je größer die Schere zwischen Arm und Reich im Westen geworden sei und je mehr sie beschämt wurde, desto mehr habe sie sich dafür geschämt, arm zu sein. Auch andere Erwerbslose schämen sich. Eine Bekannte treffe ich manchmal bei Fortbildungen für Hochschullehrende. Dort behauptet sie, eine feste Stelle an einer Universität zu haben. Sie ist seit vielen Jahren erwerbslos, mittel schlecht bezahlter Lehraufträge kann sie sich nicht selbst finanzieren. Sie geht jeden Morgen um sieben aus dem Haus und kommt um 18 Uhr zurück, damit ihre NachbarInnen denken, sie arbeite Vollzeit. Ich ärgerte mich in meiner Jugend über die Scham meiner Mutter und ihre Aufforderung, unsere Armut zu verstecken. Aber vielleicht hatte meine Mutter recht. Bei meinen Antiklassismusfortbildungen für LehrerInnen bekomme ich oft berichtet die Aussage, aus Hartz-IV-Kindern wird eh nichts, gehöre im Lehrerinnenzimmer zum Alltag. Ich weiß nicht, wie mein Weg verlaufen wäre, wäre ich damals in der Schule in diese Schublade gesteckt worden. Nicht so arm und abgehängt zu sein wie die anderen, dieser Kampf fand auch zwischen meiner Mutter und ihren Geschwistern statt. Meine Mutter, die neben mir als Einzige in der Familie studiert hatte, aber langzeiterwerbslos war, schaute auf meine Onkel herab. Diese arbeiteten als Maurer und Lastwagenfahrer, lasen neben der Ostsee-Zeitung auch die Bild und schauten neben der Tageszeitung auch Schlagersendungen. So ein Scheiß, kommentierte meine Mutter die Bild-Zeitung, die auf dem Küchentisch lag, wenn wir zu Besuch waren. Meistens hielt sie sich mit einem Stapel Bücher in deren Wohnzimmern auf. Meine Onkel wiederum werteten meine Mutter ab. Wann geht die endlich mal arbeiten? Ein Studium galt nicht, das bringe nichts, habe man schließlich bei meiner Mutter gesehen, hält sich für was Besseres und ist trotzdem arm. Häufig vermischten sich in den Abwertungen Klassismus, Sexismus und Pathologisierung. Auch meine Onkel berichteten, dass sie sich als Maurer und Lastwagenfahrer erst im Westen abgewertet fühlten. In der DDR waren es anerkannte Berufe. Mir empfahlen sie, lieber eine Ausbildung als Sekretärin zu machen, anstatt zu studieren. Oder sucht ihr einen reichen Mann in den USA? Dann könne aus mir noch was werden. Dies nicht so viel, sagte meine Oma, wenn ich zu Besuch war. Das sei schlecht für die Augen. Wenn ich sehe, wie in Medien und Gesellschaft über die Hartz-IV-Familien gesprochen wird, bringe ich das nicht mit meiner Familie zusammen. Das dürfte vielen so gehen. Es sind immer die gleichen Klischees. Ungebildet, faul, erziehungsunfähig, homophob. Meine Mutter ist einkommensarm und gebildet. Meine Onkel sind Maurer und Lastwagenfahrer, schauen täglich die Tagesschau und sind Fans der lesbischen Schlagersängerin Kerstin Ott, die früher Handwerkerin war. Zu betonen, wir hätten zu den guten Erwerbslosen gehört, zu den Gebildeten, bringt uns nicht weiter. Solche Klischees sind dazu da, das System zu stabilisieren. Mittlerweile wird in Deutschland zwischen 30 und 50 Prozent des Gesamtvermögens über Erbe weitergegeben und nicht über Lohnarbeit. Meine Fähigkeit, Klassenunterschiede wahrzunehmen, steigerte sich schlagartig in der 5. Klasse, als ich wegen Krankheit meiner Mutter für ein halbes Jahr zu einer Pflegefamilie zog. Meine Pflegefamilie kannte ich bereits. Es waren die Eltern einer Kinderladenfreundin, der Vater Arzt, die Mutter Sozialarbeiterin. Besonders in Erinnerung ist mir der Geburtstag meines Pflegefaters geblieben. Dessen Geschwister, ProfessorInnen und Co. nutzten die Gelegenheit, in schicken Anzügen ihre neuesten Bücher zu präsentieren. Wenn ich als unser Pflegekind vorgestellt wurde, bemerkte ich die Unsicherheit des Gegenübers. Ich hatte früh lernen müssen, selbstständig zu sein und brauchte keine Hilfe bei den Hausaufgaben. Meine Pflegeschwester litt unter meiner Durchorganisiertheit. Eines Abends legte sie sich komplett angezogen ins Bett, um morgens wenigstens einmal vor mir für die Schule fertig zu sein. Es gelang ihr nicht. Ich wusste früh, dass es für mich kein soziales Sicherheitsnetz gibt. Also lernte ich, mich selbst zu organisieren und zu finanzieren. Von Menschen aus dem Bürgertum, die chillen oder einjährige Auszeiten nehmen, wird das gerne als Angespanntheit oder Karriereorientierung bezeichnet. Dabei entspricht es schlicht der Realität vieler AkademikerInnen aus der Armuts- oder ArbeiterInnenklasse. Wir können uns nicht entspannt in ein Netz fallen lassen, das wir nicht haben. Nach dem Tod meines Vaters lernte ich das gnadenlose Gesicht unserer Klassengesellschaft kennen und welcher Platz ihm darin zugedacht war. Er starb mit 45 Jahren, nach jahrelanger Erwerbslosigkeit, allein. Er wurde anonym bestattet. Das zuständige Ordnungsamt entsorgte in kürzester Zeit all seine Sachen. Auch seine Gedichte, Texte und Bilder sind für immer verloren. Da war eh nichts von Wert dabei, teilte uns die Person aus der Nachflassverwaltung mit, die sein Hab und Gut im Auftrag des Ordnungsamts weggeschmissen hatte. Diese Erfahrung veranlasste mich zu meinem Buch Recht auf Trauer. Dafür sprach ich mit anderen Zugehörigen, denen ebenfalls vermittelt worden war, dass das Leben ihrer Verstorbenen weniger wert gewesen sei als das der Gutverdienenden. Unsere Klassengesellschaft ist gnadenlos. Um das zu ändern, reicht es nicht, Vorurteile abzubauen gegenüber den einfachen Leuten. Es geht um Leben und Tod. So ist die Lebenserwartung von einkommensarmen Menschen zehn Jahre kürzer als die von Wohlhabenden. Die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu erkranken, ist für Hartz-IV-BezieherInnen um 84 Prozent höher als für regulär Beschäftigte, wie eine Studie des Instituts für medizinische Soziologie des Uniklinikums Düsseldorf zeigt. In meiner Herkunftsklasse erlebte und lernte ich auch Solidarität. Als meine Mutter in meiner Kindheit eine psychische Krise hatte, zog eine Familienfreundin für Wochen mit uns in unsere kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, um uns zu unterstützen. Ich weiß nicht, wo ich heute ohne sie wäre. In der Mittelklasse wird Unterstützung oft eingekauft, etwa für die Kinderbetreuung oder den Haushalt. Nach meinem Studium fand ich zunächst keinen Job und musste ALG II beziehen. Ich schrieb eine Bewerbung für ein Promotionsstipendium. Als ich in der grauen Eingangshalle des Jobcenters in Berlin-Kreuzberg ankam, fühlte ich mich an meine Kindheit erinnert. Auch heute gab es eine Schlange. Nach einer Stunde des Wartens nahm die Person im Eingangsbereich meine Daten auf. Nachdem sie meinen Namen eingetippt hatte, schaute sie auf. Ach, wir haben hier ja ihre Daten bereits. Willkommen zurück. Die Jahreszahl, die sie nannte, lag fast 20 Jahre in der Vergangenheit. Mein zuständiger Sachbearbeiter begrüßte mich mit den Worten, auch Professorinnen können Laubhaken oder Klos putzen. Er gab mir damit zu verstehen, dass ich trotz meiner Bildungsabschlüsse in jeden Job gesteckt werden konnte. Die nächsten Monate ließ er mich in Ruhe. Trotzdem hatte ich jedes Mal Angst, den Briefkasten zu öffnen. Heute bin ich, was mein Einkommen angeht, in einer anderen Klasse angelangt. Ich habe eine Klassenreise hinter mir. Im Moment habe ich eine Vertretungsprofessur, Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft an einer Hochschule im Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung inne. Was mein Einkommen und meinen Status angeht, bin ich weit oben angelangt, jedenfalls zeitweise. Heute gelte ich als gesellschaftlich erfolgreich. Wenn ich sage, dass ich zu Klassismus schreibe, merken viele an, ich hätte den Klassenaufstieg doch längst hinter mir. Ja, aber er bleibt eine Frage der zugeschriebenen Leistungsfähigkeit. Solange ich als leistungsfähig gelte, kann ich mich in meiner neuen Klasse behaupten. Das aber kann sich ändern, zum Beispiel, falls ich schwer erkranken sollte. Wie schnell ein Klassenaufstieg durch Bildung vorbei sein kann, habe ich in meiner Herkunftsfamilie erfahren. Dass ich eine Klassenreise hinter mir habe, merke ich vor allem daran, wie viel bequemer vieles ist. Ich habe eine Waschmaschine. Ich brauche mir selten Gedanken darüber machen, ob mein Geld für den Monat reicht oder ob ich mir die Reparatur meines Fahrrads leisten kann. Ich brauche keine Angst vor den Kosten eines Zahnarztbesuches zu haben und ebenso wenig davor, dass Leute denken, ich würde stinken. Viele Orte, die in meiner Jugend meine Orte waren, sind mir heute fremd. Das Shoppingcenter in Neukölln, wo ich mir heute bürgerlich vorkomme, ebenso wie das Jugendzentrum in Kreuzberg. Ich lebe in einem Zwischenraum. In bürgerlichen Räumen, wo mir bisweilen gesagt wird, meine Sprache sei einfach, fühle ich mich unwohl. In den Räumen meiner Herkunftsklasse fühle ich mich ebenso fremd. Aus dem Englischen gibt es dafür den Begriff Straddler, mit einem Fuß in der einen Klasse, mit dem anderen in der anderen. Zeig deine Klasse, so lautet der Titel eines biografischen Buchs von Daniela Dröscher. Diesen Aufruf möchte ich teilen. Lasst uns unsere Klassengeschichten erzählen. In all ihrer Komplexität, mit all ihren Klischees, aber mit all jenen Momenten, die diese Klischees Lügen strafen. Wir sollten uns nicht spalten lassen in die guten und die schlechten Armen, die guten und die schlechten ArbeiterInnen. Wir sollten uns nicht erzählen lassen, dass man die eigene Klassenherkunft, weil man aufgestiegen sei, nicht mehr spüre und ihr nachspüren. In der Debatte zu sozialer Ausgrenzung und Klasse wird häufig nur jenen zugehört, die es geschafft haben. In den vergangenen Monaten war ich an einem Projekt beteiligt, das erarbeiten soll, wie der soziale Status als Diskriminierungskategorie im Berliner Antidiskriminierungsgesetz umgesetzt werden kann. Involviert sind sowohl FachexpertInnen als auch ErfahrungsexpertInnen. Für AkademikerInnen mit Fachwissen war ein Stundenlohn vorgesehen, der zehnmal über jenem für ErfahrungsexpertInnen lag. Das ist leider typisch. Erfahrungswissen soll oft schlecht bezahlt, meistens sogar kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ich selbst werde mittlerweile für meine Arbeit zu Klassismus oft gut bezahlt, zu Vorträgen eingeladen und in Hotels untergebracht. AktivistInnen aus erwerbslosen Initiativen hingegen werden selten angefragt und wenn, wird erwartet, dass sie unbezahlt arbeiten und sich zu dritt ein Zimmer in einer Jugendherberge teilen, als erwachsene Menschen mit chronischen Krankheiten. Wer hat, dem wird gegeben. Diesen Umgang und diese Prioritäten sollten wir dringend hinterfragen und jenen zuhören, die jeden Tag um ihre Existenz kämpfen. Das war der Text Kohlenkeller von Francis Seek. Wir machen jetzt eine kleine Pause, bis die der nächste Autorin kommt. Ich fühle mich wie im Strandurlaub hier mit dem Getränk und so. Hossa, ich hoffe, alle können mich gut hören. Ich mache mal das voll unprofessionell hier. Ich bin ein bisschen überfordert wegen dem Keks, aber ich wollte einfach, dass ihr alle seht, wie geile Kekse die hier haben. Die sind vegan. Also, ich bin Merlina Borczak und Hater behaupten, ich wäre eine genderwahnsinnige muslimische Asyltouristin, die die Lügenpresse islamisieren will. Und das stimmt. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Also ich weiß nicht, warum die das überhaupt so sagen, als ob es negativ wäre. Aber ja, auf jeden Fall, ich bin freie Journalistin und Filmemacherin, unter anderem für CNN, Deutsche Welle, so ein paar ARD-Sender und so. Und das mache ich jetzt seit über zehn Jahren. Seit fünf Jahren finanziert von deutschen Steuergeldern und der GEZ-Zwangs-Geldraub-Maschinerie. Und ja, meine professionellen Themenschwerpunkte sind alles, was mich nervt. Deshalb habe ich zum Beispiel auch ein Buch geschrieben über antimuslimischen Rassismus. Das erscheint bald und heißt Mekka hier, Mekka da, der Leitfaden gegen antimuslimischen Rassismus in der Sprache. Könnt ihr auch vorbestellen. Aber weil es so viele Dinge gibt, die mich nerven, ist einfach, ich weiß nicht, vielleicht ist das Problem an mir. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, deshalb mache ich auch nicht nur dieses Thema, sondern sehr viele andere. Und deshalb habe ich heute statt einem Auszug aus dem Buch super kurze Texte mitgebracht, super Artikel. Und die werde ich vorlesen. Also bei einem geht es um Emotionen, um Tonpolicing. Beim anderen geht es um weniger beachtete Privilegien. Und beim dritten geht es um einfach die krasse Inkompetenz, die manche Medien an den Tag legen, wenn es um Auslandsberichterstattung und Genozid geht. Also so, das ist es. Ich hoffe, das Mikro ist irgendwie gut platziert. Erster Text. Nein, Lars, ich muss nicht nett sein. Ich bin eine richtig nette Person. Ich spende großzügig, helfe alten Leuten die U-Bahn-Treppe hinunter und würde nicht mal Moskitos was antun, obwohl sie ekelhafte, krankheitserregende Ausbrünste der Hölle sind. Es gibt aber Dinge, für die ich weniger Sympathie habe als für Moskitos. Zum Beispiel Lars. Name nicht geändert, er soll sich schämen. Mit Lars habe ich auf einer langweiligen WG-Party über Volkermord geredet. Ja, so schlimm war die Party. Schnell Durchlauf. Nur weil sie MuslimInnen waren, wurden meine NachbarInnen in Foccia, Bosnien, ab 1992 lebend gehäutet, in Vergewaltigungs- und Konzentrationslager abtransportiert, gefoltert, ermordet. Mir wäre das Gleiche passiert, wenn ich nicht geflüchtet wäre. Als Flüchtlingskind wurde ich beschimpft, bedroht, mit Müll beworfen, aber ich liebte NRW trotzdem. Ich kannte nichts anderes. Nach Kriegsende musste ich Deutschland verlassen und schaffte es erst Ende 2014 zurück. Deshalb versteht jeder Mensch mit einem Funken, Seele und einem Hauchhirn, dass Krieg, Abschiebung und antimuslimischer Rassismus schmerzvolle Themen für mich sind, dass sie reale und gefährliche Konsequenzen auf mein Leben haben. Für Lars hingegen sind das Themen, die für interessante Debatten und intellektuelle Selbstaufgeilung dienen. Nachdem ich erwähnte, dass über 400.000 Bosnier in Deutschland verlassen mussten, sagte er, gut so, denn es wäre ja schon gefährlich gewesen, wenn so viele Moslems in Deutschland geblieben wären. Wenn wir so gefährlich wären, wärst du längst tot, du bist kein Ninja, sagte ich. Das ist so meine Standardantwort, ich habe nichts Besseres. Und schon verlor Lars seinen Apotheken-Umschau-Grinsen und meinte, reg dich doch nicht so auf. Das regte mich dann noch mehr auf, denn Lars, der die größten Traumata meines Lebens schon mehrere Male durch Rassismus rechtfertigte, forderte allen Ernstes, dass ich ruhig, sachlich und ohne Emotionen mit ihm über meine bloße Existenz als Muslima in Deutschland diskutiere. Das nennt man Tone-Policing und es ist genauso scheiße wie gefährlich. Tone-Policing ist eine Ablenktaktik, in der jemand den Ton, die Wortwahl und die Emotionen des Gegenübers angreift, statt auf die Inhalte einzugehen. Ein Beispiel dafür ist, wenn Menschen sagen, ich kann dich nicht ernst nehmen, solange du nicht ruhiger, netter, anders redest. Auch wenn Menschen bei Begriffen wie sexistisch, Privilegien, weiße und so weiter schon in Abwehrhaltung gehen, statt offen zuzuhören, dann ist das Tone-Policing. Und dreimal dürft ihr raten, wen Tone-Policing besonders betrifft. Natürlich Frauen, Gender-Minderheiten und BIPOC und andere marginalisierte Gruppen. Männer zum Beispiel werden als durchsetzungsfähig, stark und selbstbewusst wahrgenommen, aber andere Menschen mit dem gleichen Ton als zickig, wütend, hysterisch. Und von Rassismus betroffene Menschen gelten oft als voreingenommen, als emotional und aggressiv, aber unbetroffene als objektiv, rational und ruhig. An der Intersektion dieser Unterdrückungssysteme steht unter anderem das Bezeichnen schwarzer Frauen als angry black women. Und es wird für Tone-Policing benutzt, aber hat noch viel tiefere, rassistischere Wurzeln. Und sich gegen Tone-Policing einzusetzen, ist keine Lizenz, einfach so Leute anzuschreien und zu beleidigen, obwohl es bestimmt Spaß macht. Aber es geht gezielt darum, das Stummschalten betroffener Menschen in Diskussionen über Sexismus, Rassismus und andere Unterdrückungssysteme nicht durchgehen zu lassen. Denn es ist ein Ablenkungsmanöver, es führt zur Selbstzensur Betroffener und macht wichtige Perspektiven unsichtbar. Außerdem haben Leute wie Lars es einfach verdient, angeschrien und beleidigt zu werden. Ich meine, ja, und das macht sehr Spaß. Tone-Policing impliziert aber, dass Emotionalität und Rationalität nicht koexistieren können und dass nur ruhige Gespräche konstruktiv und lehrreich sein können. Es verlangt, dass Menschen sich von Angst, Trauer oder Wut loslösen. Doch auch das ist ein Privileg. Zum Beispiel können BIPOC nicht einfach den Knopf drücken und aufhören, Angst vor rassistischen Angriffen zu haben. Und andere haben diese Angst sowieso nicht. Angst, Trauer und Wut sind zentrale Punkte der diskutierten Themen. Sie sind die realen Konsequenzen von Sexismus, Rassismus und anderen Unterdrückungssystemen. Eines der Merkmale solcher Systeme ist, dass sie für Unbetroffene unsichtbar sind. Also mit anderen Worten, Lars hat keine Ahnung, wovon er redet und sollte gefälligend still und dankbar zuhören, wenn Betroffene so gütig sind, ihre Perspektive mit ihm zu teilen. Und Tone-Policing dient dazu, Privilegien zu schützen und zu erhalten. Also falls dies der privilegierten Person nicht bewusst ist, bleibt es trotzdem ein Machtmissbrauch, ein Missbrauch von Machtpositionen und es hindert marginalisierte Menschen daran, ihre Erfahrungen authentisch zu teilen. Wenn sich jemand unwohl fühlt, nur weil Menschen Privilegien, Rape-Culture und Rassismus klar als solche benennen, dann liegt es an Privilegien, Rape-Culture und Rassismus und nicht an den Worten selbst. Tone-Policing ist die argumentative Version eines Kleinkindes, welches sich die Augen zumacht und dann denkt, juppi, niemand sieht mich. Was ich dabei höre, ist, rede nach meinen Regeln oder rede überhaupt nicht. Marginalisierte Menschen haben gute Gründe dafür, wütend zu sein. Sie für ihre Wortwahl zu kritisieren, ist ekelhafte Scheiße. Wenn deine Unterstützung von Ton und Kuschelfaktor abhängt, dann ist es nicht Unterstützung, sondern Erpressung. Oft sagen tonpolicende Menschen, sie würden ja zuhören, wenn die marginalisierte Person sich anders ausdrücken würde. Lasst euch nicht täuschen, die wären nie zufrieden. Je mehr man nachgibt, desto mehr wird gefordert. Zum Beispiel wird heute ernsthaft diskutiert, ob Nazis raus noch akzeptabel ist oder ob es zu hart ist. In den 90ern hingegen ließen die Ärzte mein kleines Flüchtlingsherz höher schlagen und Arschloch war ein komplett akzeptabler Sammelbegriff für Rechte und RassistInnen. Und wisst ihr was, das ist noch immer so. Und es wird immer so bleiben. Egal wie oft versucht wird, durch Tonpolicing Rechtsruck und falsch verstandene Neutralität, die Grenzen der Akzeptanz zu verschieben. Tonpolicing erlaubt privilegierten Menschen, die Spielregeln der Diskussion zu definieren. Doch marginalisierte Menschen sind nicht verpflichtet, sich an diese Spielregeln zu halten. Denn für uns ist es kein Spiel, sondern Selbstverteidigung. Und menschgewordene Reitclub-Ausweise wie Lars müssen sich halt damit abfinden. Das war der Text übrigens. Jetzt muss ich hier meine Helligkeit heller machen. Das ist ja hier wirklich. Ja, also ich glaube, wir liegen gut in der Zeit. Deshalb mache ich jetzt den zweiten Text. Im zweiten Text geht es um eine Art Privilegien, die nicht so oft beachtet wird. Aber es war so Weihnachtszeit und ich hatte nichts zu tun. Also habe ich darüber geschrieben. Außerdem habe ich Geld bekommen. Also, leise rieseln die Privilegien. Deutschland ist tief von christlicher Dominanz durchzogen. Viele nicht- oder andersgläubige Menschen werden so unsichtbar gemacht. Wegen Corona wurden zum Beispiel Muslime aufgefordert, den ganzen Monat Ramadan zu verschieben. Buddhistische Fessak-Feste wurden abgesagt und waren überschattet von antiasiatischem Rassismus. Zu Hanukkah gab es keine Lockerungen der Maßnahmen und bis Diwali überhaupt ist, müssen die meisten sowieso erst googeln. Und nun, während Covid mit Rekordzahlen das Land zersetzt, macht man wegen Weihnachten Pause im Lockdown. Oh ja, der alte Text, also der Text ist aus der Vorweihnachtszeit. Also jetzt zersetzt Covid nicht mehr mit Rekordzahlen das Land, glücklicherweise. Aber wir tun mal so. Hinweise auf diese Ungleichbehandlung der Religionen werden oft damit zurückgewiesen, Weihnachten sei weniger ein religiöses, sondern ein Familienfest, bei dem alle mitmachen. Das ist aber nur christliche Normativität. Die Annahme, alle würden christliche Feiertage feiern, weil diese die Norm sind, sowie Ignoranz darüber, dass andere Feiertage genauso familienfeste sein können. Also es gibt Leute, die sind gar nicht dermaßen religiös oder gläubig und trotzdem feiern sie Beidem oder Hanukkah oder so. Das ist das Gleiche wie bei Weihnachten. Außerdem gibt es einen Riesenunterschied zwischen alle feiern Weihnachten mit und allen wird es aufgezwungen. Mit Christen meine ich hier übrigens nicht nur sehr gläubige Leute, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, sondern alle Christen. Die eigene religiöse Identität nicht bewusst wahrnehmen zu müssen, weil man nicht diskriminiert wird, ist nämlich auch Teil christlicher Normativität. Auch Atheisten und Menschen anderer Religionen, die als christlich gesehen werden, weil sie christliche Namen haben oder so aussehen, genießen einen Teil christlicher Privilegien, ob sie wollen oder nicht. Die vermeintliche Selbstverständlichkeit des Christseins hat manche Köpfe so tief durchdrungen, dass ein Beitrag von Euronews sogar die Gedenkstätte zum Genozid in Srebrenica als mehr aus weißen Kreuzen beschrieben hat. Zur Erinnerung, während des Genozids gegen Bosniaken wurden 1995 allein in der Kleinstadt Srebrenica über 8.300 Muslime und Muslimas von christlichen serbischen Soldaten ermordet. Also mehr aus weißen Kreuzen, tausende muslimische Gräber, die klar auf dem Video zu sehen sind, als mehr aus weißen Kreuzen zu bezeichnen, zeigt, dass manche Menschen lieber ihren eigenen Augen widersprechen als christlicher Normativität. Und weder die Redaktion noch die meisten Zuschauer merkten, wie falsch und respektlos es ist, die Gräber ermordeter Muslime so zu bezeichnen. Die einzige Kritik kam, wie immer, von Bosniaken selbst und wurde, wie immer, ignoriert. Und bei der Krönung deutscher Leitkultur, ProSieben, steht neben der Nummer von Covid-Verstorbenen ein Kreuz. Also entweder fiel der Redaktion nicht ein, dass nicht alle verstorbenen Christen sind oder die anderen sollen sich auch nach dem Tod mitgemeint fühlen. Als ich vor fünf Jahren nach Deutschland zog, war ich geschockt vom starren, mühsamen Umgang vieler Deutscher mit anderen Religionen. Alle Jahre wieder schicken mir Leute, die wissen, dass ich Muslima bin, Wünsche zu Weihnachten und zu Ostern zu beidem nichts. Also wenn ich christliche Kollegen zu Weihnachten ignorieren würde und dann Ramazan-Scharif Mubarak Olsun schreiben würde, dann würde ich bestenfalls als Freak gelten und schlimmstenfalls als Terroristin. Ich habe Freunde aus aller Welt und alle kriegen es hin, anderen zu den richtigen Feiertagen zu gratulieren, sogar mitzufeiern. Doch viele deutsche Christen wissen auch beim besten Willen und bei guten Absichten nicht, wie sie überhaupt mit Unterschieden umgehen sollen. Und so bleibt für manche der Stock im Arsch länger als die Liste bunter Freunde. Feiertagsdebatte, ein Luxus. Ich war auch überrascht, dass man als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin hier nur an christlichen Feiertagen frei hat. Die Welt geht nicht unter, wenn Fatima einen Tag Pause von der deutschen Leistungsmaschine hat. Vor allem nicht, wenn dieser Tag nach bester deutscher Tradition schon Monate vorher eingeplant werden kann. Jeden Tag melden sich zahlreiche Menschen krank. Wenn das spontan funktioniert, aber bei planbaren Feiertagen Probleme herbeifantasiert werden, dann habe ich das Gefühl, dass unsere Feiertage Deutschland weniger wert sind als Magen-Darm-Probleme. Magen-Darm-Probleme sind immer die Ausrede einer. Aber als Muslima, die vor Genozid flüchten musste und mit viel größeren Angriffen kämpft, ist die Feiertagsdebatte für mich sowieso ein Luxus. Wenn Deutschland dermaßen einfache Basics nicht hinkriegt, dann fühle ich keine Diskriminierung, sondern Fremdscham. Und während Christen so sehr an ihre gesellschaftliche Machtposition gewöhnt sind, dass sogar notwendige Corona-Maßnahmen von der größten Zeitung des Landes als Psychokrieg gegen Weihnachtseinkäufe empfunden werden, werden die jährlich über tausend Angriffe gegen Muslime größtenteils nicht mal in Lokalzeitungen vorkommen. Normativität zieht immer Privilegien mit sich und scheint den Normalen unsichtbar. Wer die Probe machen will, beantworte sich folgende Fragen. Erstens. Bist du frei vom Druck, Feiertage anderer Religionen zu feiern, die deinem Glauben widersprechen? Findest du in Medien realistische Darstellungen deiner Religion und ihrer Mitglieder? Kannst du ein Arschloch sein, ohne dass deine Religion als Grund herhält? Kannst du toll sein, ohne als Ausnahme zu gelten? Haben die meisten Menschen Grundkenntnisse über deine Religion? Kannst du problemlos durchs Leben gehen, ohne die gleichen Kenntnisse über ihre Religion zu haben? Kann deine Religion Teil deiner Identität sein, ohne sie zu definieren, also du bist zum Beispiel nicht der jüdische Freund und so weiter? Kannst du für dich sprechen, statt gedrängt zu werden, für deine gesamte Community zu sprechen? Wirst du niemals gezwungen, dich von random Arschlöchern zu distanzieren? Kannst du ein neues Glaubenshaus bauen, ohne dass die AfD den Weltuntergang herbeilügt? Hast du durch zahlreiche Studien bewiesen, keine kleineren Chancen auf Job, Wohnung, Respekt, weil deine Religion nicht passt? Sind die meisten Lehrer, Politiker, Journalisten und andere Menschen in Machtpositionen, Menschen deiner Religion? Es gibt Dutzende solcher Fragen. Die wichtige ist, kannst du leugnen, Privilegien zu haben, während die Konsequenzen deiner Ignoranz andere ausbaden müssen? Niemand leugnet, dass Christen in China, Pakistan, Indien diskriminiert werden. Das heißt aber nicht, dass man nicht darüber sprechen darf, dass Deutschland seit 15 Jahren von einer explizit christlichen Partei regiert wird, Kirchen Sonderrechte genießen, in zahlreichen Gerichten und Schulen Kruzifixe hängen und wenn der Lehrer mit Kreuzkette ankommt, ist auch alles normal. Aber wenn eine Frau mit Kopftuch das Klassenzimmer betritt, ist religiöse Neutralität plötzlich bedroht. Außer natürlich, sie ist zum Putzen da. Check your Christian Privilege. So, das war der zweite. Ha, jetzt habe ich auch noch Zeit für den dritten. Also, das waren so zwei Texte, bei denen ich versucht habe, meine Wut mit schlechten Witzen zu überdecken und jetzt kommt ein Text, bei dem ich versuche, meine Wut mit Fakten zu überdecken. Also, aber ich glaube, die Wut kommt trotzdem durch, aber naja, ist halt so, weil wir erinnern uns an den ersten Text mit Tornpolicing. Also, Wut macht jetzt meine Fakten nicht irgendwie schlechter oder so. Also, Medien über den Genozid gegen Bosniak in das Mindeste. Die deutsche Berichterstattung zeigt mangelhaftes Wissen über den Völkermord an den Bosniaken. Überall fehlt Präzision und es wird verharmlost. Genozid-Verharmlosung ist übrigens nicht einfach so Verharmlosung, sondern das ist die letzte Stufe von Genozid. Es gibt diese eine Phrase, die in fast jedem Beitrag über den Genozid in Srebrenica irgendwann auftaucht. 8.000 muslimische Männer und Jungen. Nachdem sich vergangenen Samstag der Völkermord in Srebrenica zum 25. Mal gejährt hat, war der Satz tagelang immer wieder zu lesen und zu hören. In der Süddeutschen, bei Arte, Deutschlandfunk, DPA, einmal auch in der Taz. Durch jedes Wort hier weist auf gravierende Fehler hin und auf etwas noch Größeres, ein medial weit verbreitetes Fehlverständnis und Desinteresse am Genozid gegen Bosniaken. Gehen wir mal chronologisch durch diesen Satz und fangen wir an mit 8.000. Die Srebrenzer Gedenkstätte nennt derzeit die Zahl von 8.372 Opfern. Nicht ohne den Zusatz über, denn von einer Dunkelziffer muss ausgegangen werden. Wenn ganze Familien ermordet wurden, war nämlich niemand mehr übrig, die Toten registrieren zu lassen. Es wäre also richtig, zumindest mehr als 8.300 zu schreiben, statt bloß 8.000 oder sogar 7.000, wie es manche ohne jegliche Basis in Fakten tun. In jedem Fall erstaunt das Bedürfnis, im sonst so präzisen Journalismus, hier so massiv abzurunden. 8.372 ist dabei die Zahl der bisher identifizierten Opfer, die in mehreren Massakern in nur fünf Tagen im Juli 1995 ermordet wurden. Also wohlgemerkt nicht die Zahl der zwischen 92 und 96 insgesamt in Srebrenzer, im ganzen Genozid in ganz Bosnien oder im Krieg getöteten Menschen. Im gesamten Bosnienkrieg starben über 100.000 Menschen in einem Land, das weniger Einwohner hat als Berlin und von dem die Hälfte sowieso geflüchtet war. Kommen wir nun zum Wort muslimisch. Bosniaken, also eine ethnische Gruppe, die bosnisch und muslimisch ist, durften sich im ehemaligen Jugoslawien nicht als Bosniaken bezeichnen. Erst 1971 wurden sie zur konstitutiven Volksgruppe und selbst dann durften sie sich bloß als Muslime im ethnischen Sinne bezeichnen. Das ist einfach Bullshit und es leugnet ihre historische und kulturelle Identität als eben Bosniaken. Also ich habe Freunde, die sind Hare Krishna, aber die sind trotzdem Bosniaken. Das Recht, sich Bosniaken zu nennen, erkämpften sie sich erst mit Bosniens Unabhängigkeit 92. Und es ist natürlich wichtig und richtig, die Opfer auch als Muslime zu benennen, Antimuslimischer Rassismus spielte eine riesige Rolle im Genozid. Der Fehler liegt aber darin, die Opfer ausschließlich Muslime zu nennen, während die Täter im gleichen Text, manchmal im gleichen Satz, nie nach Religion, sondern nach Ethnie benannt werden, also serbisch. Wenn man die Opfer seit Jahren und Jahrzehnten als Muslime identifiziert, dann kann man die Täter doch auch Christen nennen. Es wäre nicht nur korrekt, sondern auch kathartisch für Europa, die Täter endlich als weiße europäische Christen zu markieren, statt einzig mit der Ethnie, die den meisten auf dem Kontinent fern und anders vorkommt. Und kommen wir schließlich zu Männer und Jungen. Dieser Teil der oft wiederholten Phrase macht ermordete Frauen und Mädchen unsichtbar. Von ihnen sind über 570, also fast 600 bisher identifiziert. Außerdem kann man ermordete Neugeborene und Babys auch nicht unter Jungen oder Jugendlichen zusammenfassen. Genozid bedeutet außerdem nicht viel töten. Also laut UN-Genozid-Konvention ist es vereinfacht, die Ausführung einer oder mehrerer möglichen Taten mit der Absicht, eine Menschengruppe auszurotten. Und da steht auch wirklich ausrotten, weil die Menschen halt nicht als Menschen gesehen werden. Und Massenmord ist dabei eine der Methoden, aber es gibt auch andere Genozid-Methoden, wie zum Beispiel Zwangssterilisation, die erzwungene Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere und vieles mehr. Zum Unwissen über Genozide generell kommt Unwissen zum Genozid gegen Bosniaken. Biljana Plavšić, die Vizepräsidentin von Radovan Karadzic, sah Bosniaken nicht als Menschen, sondern als genetisch entstelltes Material und vertrat einen extremen biologistischen Rassismus. In einem Interview mit einer serbischen Zeitung erklärte sie 1993, es war genetisch entstelltes Material, das den Islam annahm und sprach davon, dass dieses Gen sich mit jeder nachfolgenden Generation stärker konzentriere. Es ist ausdrucksstark und diktiert, ihre Art zu denken und sich zu benehmen, die in ihren Genen verwurzelt ist. Und im Laufe der Jahrhunderte sind die Gene weiter verfallen. Deshalb wurden systematische Vergewaltigungen gezielt als Genozid-Methode genutzt, um Bosniakinnen psychisch und körperlich zu brechen und zu zwingen, Kinder mit serbischem Blut auf die Welt zu bringen. Also sie wurden in spezialisierte Vergewaltigungskonzentrationsschlager gesteckt, damit sie weder abtreiben noch Selbstmord begehen können und diese Kinder mit serbischem Blut auf die Welt bringen müssen, um die Gene quasi zu reinigen. Und dass während des Bosnienkrieges 50.000 Frauen vergewaltigt wurden, war keine Nebenwirkung des Genozids, sondern Teil davon. Das kommt in deutschen Medien nie vor. Leugner sagen oft, Strebrinzer sei kein Genozid, da ja nur oder überwiegend männliche Personen ermordet wurden. Und oft fügen sie hinzu, dass die Männer bewaffnet gewesen seien und die Gewalt gegen sie bloß Not wäre. Auch darum ist Männer und Jungs ohne Kontextualisierung so gefährlich. Außerdem nutzen das jetzt diese ganzen Männerrechtler, also passt bitte darauf auf. All diese Fehler stecken nur in der kurzen Phrase 8.000 muslimische Männer und Jungs. Doch es gibt noch viele mehr. Die Berichterstattung zu Strebrinzer und zum Genozid generell offenbart schockierende Wissenslücken, mangelndes Kontextverständnis und womöglich einfach großes Desinteresse. Das zeigt auch die immer wieder auftauchende Phrase von den Kriegsverbrechen auf allen Seiten. Laut Untersuchungen der UN sind über 90 Prozent aller Kriegsverbrechen im gesamten Bosnienkrieg von der serbischen Seite verübt worden. Und der Rest teilt sich auf mehrere andere Parteien auf. Bei den schweren Kriegsverbrechen sind es über 95 Prozent von einer Seite, vier Prozent Kroaten und ein Prozent alle andere. Also mit Verbrechen auf allen Seiten bemüht sich der Journalist um eine scheinbar neutrale, haltungsbefreite Formulierung, macht sich aber der Genozidverharmlosung schuldig. Dies gilt nicht nur für die ausdrückliche Nutzung der Phrase aller Seiten, sondern auch für Framing oder ungenaue Beiträge, in denen der Eindruck entsteht, es hätte sich um einen ausgeglichenen Krieg gehandelt, bei dem alle eine gleich große Verantwortung tragen. Dass dieses falsche Ausgleichen Genozidleugnung ist, sollte in Deutschland spätestens bekannt sein, seitdem Neonazis anfingen, mit der Bombardierung Dresdens zu argumentieren. Mal abgesehen davon, dass über all das ohnehin nicht oft genug berichtet wird, fehlt dann offenbar in den Redaktionen das Wissen, um es richtig zu machen. Zur Recherche werden Texte benutzt, deren Fehler man nicht erkennt und in Dauerschleife reproduziert. Betroffene erleben meist, dass sie nicht als Experten anerkannt werden, wenn sie das kritisieren, sondern als unobjektiv gelten. Kritik wird seit Jahren geäußert, sie kommt aber offenbar nicht an. So entsteht ein Teufelskreis, in dem oft gelesene, vertraute Fehler nicht hinterfragt werden, aber Fakten kontrovers scheinen. Und am Ende wird lieber Lager und ethnische Säuberung geschrieben, statt Konzentrationslager und Genozid. Der Genozid gegen Bosniaken wird von der EU, den USA, zahlreichen Parlamenten weltweit anerkannt, ist mehrfach gerichtlich festgestellt worden, ist auf Millionen Seiten dokumentiert und mit dem größten DNA-Identifikationsprojekt der Weltgeschichte belegt. Und doch müssen Überlebende immer wieder Leugnung und Widerrede ertragen, auch in deutschen Medien. Biljana Plavšić, die Bosniaken entstellte Gene zuschrieb, lebt heute frei in Serbien, wo sie als Heldin gefeiert wird. Währenddessen leben zehntausende vergewaltigte Frauen und Mädchen mit psychischen und körperlichen Folgen und trauern um geliebte Menschen, die gar nicht mehr leben. Sensible und korrekte Berichterstattung ist da das Mindeste, was man erwarten kann. Okay, das war's. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer vielen Dank für die Kekse und das Getränk und vielen Dank für die Spenden. Falls ihr das vergessen habt, dann spendet's. Tschüssi. Wir kriegen den Tisch gewischt. Hast du auch ein Mikrofon oder möchtest du mit hier rein sprechen? Wir sprechen zusammen nacheinander. Also, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Milena für den wirklich sehr, sehr eindrucksvollen Text. Es ist ein bisschen komisch, direkt danach zu sprechen, muss man einmal sagen. Das ist auch, finde ich, ein Text gewesen, wo man das auch eigentlich innehalten könnte. Aber wir haben uns jetzt beide entschieden oder alle drei entschieden, dass wir mal kurz miteinander sprechen. Theresa kommt auch. Theresa kommt dazu. Ich glaube, wir müssen hier rüber rücken. Entschuldigung, 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 ist ein bisschen improvisiert. Wir hatten eigentlich im Verlauf des ganzen Programmes immer wieder Momente eingezogen, an denen wir noch mal über die Idee sprechen, noch mal sprechen über die Projekte, noch mal sprechen über die Themen. Jetzt müssen wir irgendwie sprechen über das Geld, das eine ist. Wir sprechen über Geld. Wir sprechen über Geld. Ich glaube, 17.450 oder vielleicht ist es schon wieder mehr. Ganz großartig. Und deswegen setzen wir jetzt andere Maßstäbe. Genau, wir setzen jetzt andere Maßstäbe. Wir haben ein bisschen untereinander diskutiert, wie unbescheiden wir sein können, wie sehr wir euch unter Druck setzen können. Aber irgendwie im Verlauf des Tages werden wir versuchen, es immer noch mal höher zu setzen. Und, ich korrigiere mich, wenn das jetzt Quatsch ist, aber wir würden doch mal mit 30.000 jetzt als... Ist das zu wenig? Oder möchtest du... Also wir warten ja immer noch auf die GroßspenderInnen, auf die, die gerne Erbschaftssteuer zahlen würden und noch nicht können. Die können jetzt gerne spenden. Auf die, die viel Geld verdient haben in der Pandemie mit Masken, Tests, was auch immer. Ja, also es ist so ein bisschen, wenn das weiter so läuft, könnten wir natürlich auch auf 50.000 hoch... Was meint ihr denn so? Sag mal. Ja, also ich finde, 50.000 können schon drin sein. Ja. Wir können auch gerne noch mehr. Also es gibt ja diese Projekte, die haben also ohne Ende, die sind ja so unglaublich bescheiden gewesen in ihren Forderungen. Also da geht es zum Beispiel um 100 Euro pro Frau, die aus einem Frauenhaus heraus an einen anderen Ort geht und Möbel kauft. 100 Euro wissen wir alle, ist echt ganz schön wenig. Das kann natürlich mehr sein. Es kann auch viel mehr Geld sein, um diese IT-Untersuchungen für digitale Gewalt zu machen. Es kann also bei allen Projekten viel, viel mehr sein. Und ich finde, es ist wirklich großartig, wenn auch ganz kleine Spenden eingehen. also für jeden Cent ist super, aber es wäre auch super und im Moment fehlt noch die große Großspende, würde ich sagen, die eben auch einfach mal 20.000 gibt oder wie auch immer, können wir alles gerne, alles weitergeben an diese großartigen Projekte. Echt? Ja. Und wenn ihr keine Erfahrung mit Better Place habt, das ist super organisiert, ihr bekommt tatsächlich auch eine Spendenbescheinigung ausgestellt, wenn ihr über Better Place spendet. Und vielleicht könnte man mal sagen, es ist natürlich das eine, wofür das Geld eingesetzt wird und das zählt wirklich jeder Cent, aber natürlich, je mehr wir zusammen bekommen, umso mehr kann auch in diese Arbeit gesteckt werden, so mehr können eben auch Frauen und Transfrauen betreut und geschützt und begleitet werden. Aber natürlich ist, je höher die Summe ist, die wir hier einnehmen, der Druck auf die politischen Instanzen auch höher. Das wollte ich gerade auch sagen. Wenn wir das irgendwie hinkriegen, mit dem gesammelten Freundinnenkreis zu etwas zu stemmen, dann finde ich, ist es auch ein bisschen höherer Druck an die Politik. Also wir setzen es einfach jetzt mal hemmungslos hoch auf 50.000 und lesen jetzt weiter und freuen uns wirklich sehr auf unseren nächsten Gast und die stellt sich dann auch selber vor. Silvia Vollmann. Ich heiße Silvia Vollmann und ich lese heute aus A Single Woman. In dem geht es um den gesellschaftlichen Blick auf Single Frauen, um Selbstbestimmung, und das Ringen mit einer sehr limitierten Vorstellung von Lebensglück, das einem manchmal entgegenschlagen kann. Ich lese aus einem Kapitel, in dem es nicht vordergründig um das Single Leben geht, sondern um verschiedene Formen von ungesunden Beziehungen und warum es nicht selbstverständlich ist, in aller Konsequenz für sich einstehen zu werden. In einer Beziehung zu leben, kann bedeuten, schon sehr lange das Ende zu ertragen, bis man sich dazu entscheidet, dass es Zeit ist, zu gehen. Es bedeutet manchmal, sich einzureden, dass die Einsamkeit zu zweit eben nur Teil von einem ist und anzunehmen, dass diese Situation, diese Liebe und dieser Mensch das Beste sind, was man verdient hat. Alles besser, als wieder allein zu sein, wie wertvoll anzuerkennen, dass das nicht die Wahrheit ist. Etwas hatte sich zwischen uns verändert. Immer öfter gingen wir einander vorbei, ohne den anderen wirklich wahrzunehmen. Wenn wir dann miteinander redeten, waren es immer häufiger nicht mehr die neugierigen, interessierten Gespräche von früher, sondern landeten wir meist in Auseinandersetzungen. Um alles, um nichts. Stille im Gespräch fühlte sich längst nicht mehr an, wie ein gemeinsames Innehalten, sondern wie ein quälendes Zähneknirschen in der Nacht. Wir lebten die Tage aneinander vorbei, trafen uns wie alte Bekannte, taten manchmal noch so, als sei Freude dabei und gelegentlich war es fast wie in diesem unangenehmen Moment, in dem man einen alten Schulfreund auf der Straße trifft, aber seinen Namen längst vergessen hat. Nach außen funktionierten wir brav und seltsam hilflos weiter und hielten das Getriebe des Alltags stoisch am Laufen. Wo war die Zeit hin, in der wir den Alltag nicht nur gemeinsam gemeistert, sondern gelebt haben? Uns nicht nur über die Notwendigkeiten unterhielten, wer wann einkauft, welche Termine die Woche anstehen, was bei der Arbeit so los war und ob wir nächstes Wochenende zur Familie nach Hause fahren, sondern auch noch Platz für Träume und Gefühle hatten, für die Zukunft. In der, wie denkst du darüber, noch eine offene Frage war, deren Antwort man gespannt abgewartet hat, in der freudigen Erwartung, den anderen noch mehr zu entdecken, statt schon in Angriffshaltung zu gehen, weil nun sicherlich ein Affront folgen würde. Oder etwas, das man als Affront empfand. Wir hatten vor uns eine Leinwand aufgezogen, hinter der wir uns gegenseitig ein Schattenspiel einer Beziehung aufführten, die wir nicht mehr als unsere eigene erkannten. Ratlosigkeit war das Gefühl, das mich neben Einsamkeit in dieser Zeit am meisten begleitete. Manchmal war es aber auch Traurigkeit, seltener so etwas wie echte Abneigung. Wie er sich bewegte, wie er sich die Nase putzte, wie er das Gemüse immer so akkurat schnitt, als müsste man es vor dem Anbraten einer Prüfstelle vorlegen. Ich wusste irgendwann nicht mehr, was trauriger war. Die Enttäuschung über den anderen oder über mich selbst. Wann hatten wir das verbockt? Wann hatte ich das verbockt? Wieso ging nicht mehr, was im vergangenen Jahr noch selbstverständlich war? Und immer die Frage, warum gehe ich nicht einfach? Weil zu all diesen Gefühlen auch die Angst dazu kam. Diese unfassbare Angst diesen Menschen, von dem ich immer noch wusste, warum ich mich in ihn verliebt hatte, warum wir uns mal geliebt hatten, den ich irgendwie immer noch liebte, verlassen zu müssen. Oder er mich. Ich hatte Angst davor, dass es dieses Wir, das eigentlich zur Farce geworden war, zu einer Wohngemeinschaft wie der Willen, irgendwann nicht mehr geben würde. Ich war schließlich zu einem großen Teil dieses Wir geworden. Es gehörte zu meinem Selbstverständnis, zu dem Blick auf mich, zu dem Blick auf das, was ich mein Leben nannte. Wir, das war der Resonanzraum für das Bild, das ich von mir haben wollte. Wer wäre ich also, wenn es das nicht mehr gäbe? Wie würde mein Leben aussehen? Wo sollte ich ansetzen? Wie wieder anfangen? Bis ich mehr Angst davor haben würde, was mit mir, mit meinem Leben wäre, wenn ich bliebe, konnte ich nicht gehen. Davor entschied er das für uns. Aus der Wohngemeinschaft wurde eine Singlewohnung und aus der Einsamkeit zu zweit eine Einsamkeit nur für mich. Nach dem Schock, der Wut und der Trauer, die sich nun langsam abwechselten und irgendwann gingen, blieb die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass meine Angst mich so lange zurückgehalten hatte, eine Entscheidung zugunsten von mir selbst zu treffen und warum ich lieber diese Einsamkeit zu zweit ausgehalten habe, warum ich dachte, dass neben der Beziehung, die ich führte, auch diese andere Einsamkeit zu mir gehören könnte. Ich hatte tatsächlich geglaubt, ich müsste dieses Ende nun annehmen, es eher und mit mir tragen, bis ich wirklich Gewissheit bekomme, dass es Zeit ist, zu gehen. Die häufigsten Sätze, die ich in dieser Phase von meinem Umfeld zu hören bekam, waren wohl folgende. Jetzt habt ihr gerade Schwierigkeiten, aber wirft das doch nicht weg. Oder, das ist nur eine Phase, macht ihr dein Leben doch nicht kaputt, ihr seid doch so toll zusammen. Stimmt, dachte ich mir, obwohl ich es besser wusste. Besser nichts wegwerfen, weder die Beziehung noch den anderen. Besser sich noch ein wenig mehr gegenseitig verhunzen und auf das Wunder warten. Beständigkeit, selbst die, die sich nicht gut anfühlt, kann schließlich Sicherheit vermitteln, wo man längst in großer Gefahr ist. Weil Veränderung anstrengend und schmerzhaft ist. Weil man lieber hier und da flicken möchte, als Scherben wegzukehren, die man, selbst die, auch irgendwie liebgewonnen hat. Das geht doch nicht. Das war doch mal wichtig. Das ist wichtig. Und natürlich auch, weil es zugleich das reizvollste und furchteinflößendste Welt ist, neu anzufangen. Weil man eben nie weiß, ob da draußen wirklich etwas Besseres wartet. Zweifel haben in dem Prozess, eine Veränderung einzuschlagen, ein leichtes Spiel. Ist mein Einsatz zu hoch, um jetzt zu pokern? Ist nicht das, was ich habe, selbst wenn es sich nicht gut anfühlt, das Beste, was mir zusteht? Sollte ich nicht durchhalten, um wenigstens das bisschen nicht zu verlieren? Warten und aussitzen ist die Devise für viele Menschen, die in solchen Verbindungen bleiben. Und sie war es auch für mich. Weil ich in Wahrheit noch mehr an mir selbst, als an der Beziehung zweifelte. Lieber diese Beziehung als keine und lieber eine längst kaputte Verbindung aushalten, als alleine weiterzugehen, das ist nicht nur wegen möglicher Selbstzweifel eine wesentlich schwerere Frage, als sie zunächst scheint. Schließlich hat man sich etwas aufgebaut, hat man investiert. Selbst wenn das Aufgebaute mittlerweile marode ist, die Farbe nicht mehr nur abblättert, sondern der Putz beginnt, sich zu verabschieden. Selbst dann ist häufig der Reflex da, daran festzuhalten, auch wenn man längst ahnt, dass jede weitere Investition eigentlich Wahnwitz ist, nur noch sentimentale Gründe hat. Weil man den Blick zurück wahren will, bis man in diesem Blick feststeckt, weil er längst nichts mehr ist, was in die Zukunft weist. Auch wir hatten doch mehr als nur Zweifel, hatten auch die körperliche Erfahrung der Stille und den Geruch vom sterbenden Gefühl in der Nase, sobald wir unsere Wohnung betraten. Kannten die Worte, die weggelassen wurden, nutzten Worte, die sich wie scharfe Nadelstiche anfühlten, hatten Struktur, die uns sowohl am Leben erhielt, als auch die Luft zum Atmen abschnürte. Aber wir blieben. Wir harten aus. Wir taten uns lieber weh, als uns loszulassen. Bis zu diesem letztlich unspektakulären Abgang, der dennoch seine Wucht hatte. Wie auch nicht, Trennungen sind schmerzhaft. Aber davor haben wir beide eigentlich nur abgewartet. Gewartet, dass der andere tut, was man selbst nicht konnte. Hätte sich doch nur jemand von uns früher getraut, den Schritt zu gehen. Es wäre so viel besser gewesen für uns beide. Die Energie, die für diese gelebte Leichenstarre draufging, hätten wir gut für uns selbst gebrauchen können. Aber auch wir hingen eben der Idee nach, dass eine Beziehung per se erst einmal etwas ist, was es zu retten gilt. No matter what. Und diese Idee trägt nicht selten selbst dann noch, wenn sich eine Beziehung wesentlich lauter, zerstörerischer, emotional gewaltvoller zeigt, als es bei meiner Beziehung der Fall war. In Liebe oder dem, was als Liebe verstanden wird, wahrgenommen und gedeutet wird, kann viel Destruktives stecken. Und man bleibt trotzdem. Denn mit dabei ist doch auch immer die Hoffnung. Die Hoffnung, dass das, was man aufgebaut hat, am Ende eben doch Sinn macht, vielleicht Lösung verspricht. Dass die Liebe zueinander eben doch wahr ist und wahr bleibt. Aber dahinter steckt natürlich auch die Annahme, dass man sich selbst im Zweifel der heiligen Verbindung der Paarbeziehung zurückstellen sollte. Und das doch ganz besonders, wenn man eine Frau ist. Denn halte durch, verlang nicht zu viel, übernimm dich nicht mit deinen München, vielleicht liegt es nur an dir, sei zufrieden mit dem, was ist. Alles sind Sätze, die einer weiblichen Biografie so viel mehr anhaften, als einer männlichen. Jungen Mädchen wird noch immer so viel mehr Vorsicht und Demut eingebläut als Wagemut. Und das schreibt sich fest. Wie sonst käme es, dass so viele achtsame, kluge, selbstbewusste Frauen in ungesunden Beziehungen ausharren, hoffen und sich darin abarbeiten. Dass so viele versuchen, wie es von Frauengemein hin erwartet wird, den Laden zusammenzuhalten, geduldig und verständnisvoll zu sein, wo kein Verständnis angebracht ist. und sich dabei mehr gefallen lassen, als der gesunde Menschenverstand es eigentlich zulässt. Ich würde hier wahnsinnig gerne unspezifisch beim Mensch bleiben, denn schließlich scheint es doch mehr eine Frage des Charakters, der eigenen Festigung und äußeren Faktoren zu sein, ob man in Beziehungen, die nicht mehr guttun bleibt oder nicht. Aber gesunder Egoismus und die Bereitschaft, die eigenen Bedürfnisse ernster zu nehmen als jedes Gegenübers, ist für viele Frauen oft noch immer weniger selbstverständlich, als das für viele Männer ist. Schließlich, so wird uns das immer wieder gesagt, sind wir die von Haus aus emotional aufgeräumten und häufig immer noch ganz automatisch für den Großteil der Gefühlsarbeit in Beziehung verantwortlich. Also ist es auch unsere Aufgabe, Verbindungen am Leben zu halten. Genau das wurde auch einer Freundin von mir nahegelegt, die sich, nachdem sie erfuhr, dass ihr Ehemann sie schon eine Weile betrog, vom ersten Moment an anhören musste, dass das eben vorkäme, dass sie das jetzt aushalten müsse, dass sie Verständnis haben solle. Männer sind eben so. Die haben ihren Körper, ihre Lust nicht im Griff. Die verstehen doch gar nicht, dass er so viel zerstört. Sie solle also daran arbeiten, dass er wieder versteht, was er an ihr hat. Und die Kinder, denkt doch an die Kinder. Nur wenige gestanden ihr zu, dass sie das beileibe nicht muss, dass sie gar nichts muss. Weder etwas verstehen, noch etwas aushalten. Dass sie neben der eigenen Wunde nicht auch noch den emotionalen Batzen, den er verursacht hatte, ganz alleine für sie zu tragen oder abzuarbeiten hat. Wieso werden Frauen immer wieder vollkommen selbstverständlich in die Verantwortung für die Entscheidung oder Fehler ihrer Partner gezogen? Und wieso wird diese Haltung nicht noch sehr viel deutlicher hinterfragt? Aber auch sie machte das nicht, sondern nahm die Verantwortung an und blieb. Bis sie sich selbst in diesem Prozess für alles Verständnis aufzubringen, außer für sich selbst und trotz aller Warnsignale, die immer wieder aufblitzten, während von der anderen Seite nichts mehr kam, als sich in dem Gefühl auszuruhen, das Recht zu haben, verstanden zu werden, immer mehr verlor und sie schließlich auf allen Vieren aus der Sache herauskroch. Danach ging erst mal gar nichts mehr, weil sie sich für das Wir ausgekämpft hatte und nichts mehr für sie selbst übrig war und weil sie mit sich selbst haderte. Hätte sie nicht einfach entgegen anderer Meinung und ihrer eigenen Unsicherheit für sich einstehen müssen? Hätte sie nicht Verantwortung für sich tragen müssen, auch wenn ihr etwas anderes vermittelt wurde? Natürlich, das hätte sie können und viele andere hätten das sicher auch gemacht. Aber pragmatisch und vernünftig vorzugehen ist eben nicht selbstverständlich, wenn man in einer Situation feststeckt, in der man sowieso schon den Boden unter den Füßen verloren hat und es ist nicht selbstverständlich, wenn man in seinem Leben selten gehört hat, dass es das Wichtigste ist, auch entgegen jeder Harmonie für sich selbst einzustehen. Die Rechnung ist doch denkbar einfach. Wir alle bekommen hin und wieder vom Leben einen Tritt in den Hintern, manchmal auch mehr als das. Dass man diese Tritte aber einfach tolerieren und auch noch die Gründe dafür verstehen muss, weil das eben so ist, dagegen nicht. Warum habe ich das mit mir machen lassen? Warum habe ich daran so festgehalten, wenn ich doch wusste, dass das vollkommener Unsinn ist? fragte sie einmal und gab sich die Antwort gleich selbst. Weil ich in dem Moment, in dem ich vermeintlich in der Hand hatte, uns aufzugeben, so unglaubliche Angst davor bekam, was dann wäre, was dann mit meinem Leben würde, ohne diese Beziehung. Ich hatte Angst, ohne ihn noch einsamer zu sein, als mit ihm. Wieso nur ist diese diffuse Angst vor etwas Ungewissen oft so viel größer als der Mut für einen konkreten Weg? Ist es das, was den Erhalt einer Beziehung wichtiger macht als das eigene Leben? Ist es das, was uns manchmal entgegen jeder Vernunft raten lässt? Halte durch. Egal was ist. Beziehung, die Liebe, so wichtig. Schmeiß das nicht weg. Ihr hattet doch mal was Großes. Es ist Wahnsinn. Sicherlich spielt die Unsicherheit, die Veränderung mit sich bringt, neben dem Verlust als Urangst für uns alle eine große Rolle für alle, die Teil dieser Veränderung werden. Aber eben auch, wie absurd die Abwertung des Single-Daseins ist, während Beziehung, egal in welcher Form, erst einmal zu einem Schützenswerten gut gehören, zunächst immer einer Rettung würdig sind, im Zweifel durch das Aushalten der Frau. Zu einem anderen Schluss kann man kaum kommen, wenn man die gängigsten Ratschläge an sie deutet. Und wer dem Druck, dieses Aushalten nicht zu meistern, nicht standhalten will, sieht sich auch hier von außen und durch sich selbst ganz schnell wieder mit der Idee des Scheiterns verknüpft. Willst du wirklich die sein, die es nicht schaffte, eine jahrelange Beziehung am Leben zu halten? Wie herzlos, wie erbärmlich. Wer das nicht aushält, hat die Liebe eben auch nicht verdient, weiß doch gar nicht, was das ist. Schade, dass, ja warum denn nicht, hier eher die seltenere Antwort ist. Immerhin hatte das das Ballongeschäft um die Ecke meines Büros verstanden, in das ich neulich schnell in der Mittagspause gehetzt war, um etwas Kitschiges, aufgepumptes für einen Geburtstag zu finden. Neben vielen Glückwünschen zu Hochzeiten und bestandenen Abiturprüfungen, fand sich auch das Richtige für das Beziehungsende. Happy Scheidung, frankte auf den Ballon, scheint also doch einen Mark dafür zu geben. Aber bis diese Happy Scheidung eintritt, ob mit oder ohne Trauschein in der Hand, kann eben viel Zeit vergehen, selbst bei Beziehungen, bei denen es sehr schnell gehen sollte. So wie bei einer anderen Freundin, die nach außen hin über viele Jahre eine ziemlich perfekte Beziehung zu führen schien. Sie und ihr Partner wirkten glücklich, hatten nicht mehr als ein paar harmlose Kabeleien, zumindest bekam man als Außenstehende nicht mehr mit, verbrachten viel Zeit miteinander und genauso viel mit ihren FreundInnen. Alles wirkte verdammt gut, harmonisch, normal. Bis es irgendwann vorbei war und sie zu erzählen begann. Von einem Menschen, den wir alle so nicht wahrgenommen hatten, den sie verborgen hatte, indem sie immer das Gegengewicht zu dem geliefert hatte, was das Bild von ihm, von ihnen beiden nach außen ins Wangen gebracht hätte. Vielleicht hatten wir auch nur nicht richtig hingesehen oder an den richtigen Stellen weggeschaut. Sie erzählte von einem Menschen, der ihr gesamtes Leben, ihre Stimmung, ihren Tag bestimmt hatte, der von ihr voller Aufmerksamkeit forderte und die sie ihm gab, weil er ihr immer wieder glaubhaft vermitteln konnte, wie sehr er sie brauchte. Also war sie da, organisierte seinen Alltag, organisierte auch seinen Gefühlshaushalt, begann zu lesen, was er brauchte, bevor er wusste, was er wollte, um keine emotionalen Schwankungen bei ihm entstehen zu lassen. Denn kam die, wurde es heftig, es wurde laut und es wurde manipulativ. Sie gewöhnte sich so sehr daran, ja, liebte es irgendwie, dass sie scheinbar so verzweifelt gebraucht wurde, dass sie nicht merkte, dass es in dieser Beziehung eigentlich nur um einen einzigen Menschen ging, um ihn. als sie das irgendwann doch bewusst wurde, war die Scham erst einmal zu groß darüber, dass sie der Mensch geworden war, der genau das nicht nur ausgehalten, sondern auch bedient, ja, mitbefeuert hatte. Also machte sie noch eine Weile weiter mit. Jahre. Es war ja auch nicht alles schlecht, sagt sie, wenn man mal davon absieht, dass sie zum perfekten Gegenstück eines Menschen mit narzisstischen Ausprägungen geworden war und sich selbst dafür mehr hasste als ihn. Und davon, dass sie seinen Wunsch nach Aufmerksamkeit mit dem Gefühl, geliebt zu werden, verwechseln wollte, um weiter an der Beziehung festhalten zu können. Es funktionierte, weil sie funktionierte. Es gibt so unendlich viele Geschichten, die von dieser erstaunlich hohen Frustrationstoleranz in Sachen Beziehung erzählen. Eine Toleranz gegenüber Zuständen, die sich letztlich aus Scham zu speisen scheint. Aus der Scham, etwas nicht geschafft oder möglicherweise etwas falsch gemacht zu haben. Der Scham, dass man abgelehnt oder verlassen werden könnte. Der Scham, ein Mensch zu sein, der andere aufgibt und sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Der Scham, jemanden verletzt zu haben. Der Scham, als möglicherweise nicht beziehungsfähig gesehen zu werden. Der Scham, wieder alleine zu sein. Das doch ganz besonders. Aber, dann bin ich wieder allein. Ein Satz, den man ganz oft hört, wenn es um die Überlegung geht, ob eine Beziehung beendet wird oder nicht. Wieso diese Angst? Allein sein kann so etwas Gutes, so viel Heilsames haben, so viel Ruhe und Unruhe, so viel Raum dafür bieten, das Leben nach den eigenen Regeln zu leben. Der Druck, der aus der Angst vor dem Alleinsein, vor der Angst, nicht geliebt zu werden, entsteht, wird aber nicht nur von innen befeuert, weil Ablehnung oder Nichtgeliebtwerden schon von Kindheit an ein problematisches Gefühl ist, sondern auch von außen. Durch die Idee von moralischer Überlegenheit von Menschen in Beziehungen gegenüber Single-Menschen. Die Idee davon, dass man in einer Beziehung sein Leben immer mehr im Griff, mehr erreicht hat als ohne. Statt also schon wieder zu den Trostlosen der Gesellschaft zu gehören, hält man lieber etwas länger durch. Dieser anhaltende Beziehungsfetisch ist doch spätestens dann absurd, wenn das das Ergebnis davon ist. Ist eine Gesellschaft wirklich in Ordnung, wenn es besser ist, irgendeine Paarbeziehung zu haben als keine? Nicht, dass es generell nicht wert wäre, um Beziehungen zu kämpfen, an ihnen zu arbeiten, auch mal auszuhalten. Menschen sind immer anstrengend, mit einem Menschen ein Leben zu teilen noch mehr. Aber es zeigt sich nun einmal immer wieder, dass Paarbeziehungen als Lebensform überzubewerten, weder für jene gesund ist, die eine führen, noch für jene, die Singles sind. Aber bei der Frage, ob Beziehung oder lieber nicht, geht es nicht nur um emotionale und gesellschaftliche Normen, sondern auch nicht selten um ganz rationale Gründe wie der finanziellen Situation. Denn unser Steuersystem, der Pay Gap zwischen Geschlechtern und das Abwälzen der Care-Arbeit zu Großteilen auf die Frauen, hänge eben auch ganz fatal mit der Situation zusammen, Beziehungen auszuhalten, die längst ihr Ende hätten gefunden haben sollen. Die Frage, kann ich gehen und traue ich mich das, schaffe ich es, lassen sich auf ganz vielen Ebenen verhandeln. Manchmal ist es mehr als die Frage nach dem eigenen Glück oder die Angst davor, gegen eine Norm zu leben. Manchmal sind es ganz andere existenzielle Überlegungen. In vielen Teilen ist das System, das wir als normal sehen, das vom kleinen Familienglück bestimmt wird, eben auch eines, das auch deshalb so normal ist, weil Frauen noch immer nicht gleichberechtigt sind. Aber kann all das noch so wünschenswert sein? Kann das einen ideellen Wert haben, der über andere Lebensformen steht? Die Frage ist doch, wie viele Beziehungen würde es nicht mehr geben, wenn keine emotionalen und ökonomischen Abhängigkeiten bestehen würden? Und müssten wir das dann bedauern? Dankeschön. Dankeschön. Jetzt bin ich ganz aufgeregt. so. Hallo. Ich rede jetzt einfach, ne? Das ist, okay. Hallo, ich bin Alice Hasters. Ich bin Autorin des Buches Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und daraus lese ich gleich für die Leute, die gerade erst zugeschaltet haben und sich fragen, wo sie jetzt gelandet sind. Dies ist der Lesemarathon gehostet oder organisiert von Carolin Ehmke und Christina Klemm und Theresa Bücker. Und wir sind in der Buchhandlung SheSat. Und wir lesen, weil wir Spenden sammeln für unterschiedliche Organisationen, die sich gegen Gewalt, gegen Frauen einsetzen. Wir sammeln Spenden für Frauenhäuser. Und die Information findet man, ich mach mal jetzt mal so cool, wie das so YouTuberInnen immer machen, findet man, glaube ich, da unten in der Videobeschreibung. Deshalb geht doch mal drauf und spendet. Während ihr mir zuhört, wie ich jetzt das Kapitel, wie ich ein Kapitel lese, aus meinem Buch, was ich normalerweise nicht so oft lese. Es geht um die Rassifizierung und die Sexualisierung von Körpern, die auch oft zu Gewalt führen. Und deshalb lese ich aus diesem Kapitel Po. Du hast einen richtig schönen N-Po-Po, sagte einmal mein Kommilitone Martin zu mir, als wir eine Choreografie in einer engen Leggings übten. Es sollte ein Kompliment sein. Ich fühlte mich, als ob mir jemand ins Gesicht geboxt hätte und konnte ihn nur geschockt anschauen. Schlagfertigkeit gehört nicht zu meinen Stärken. Doch diese nonverbale Reaktion war schon genug, um die typische Abwehrmechanismen zu aktivieren, mit denen Weiße sich gegen die Kritik ihres eigenen Rassismus schützen wollen. Das war nett gemeint, sagte er mit rollenden Augen und schüttelte den Kopf, als wäre meine Reaktion maßlos übertrieben, ja sogar undankbar gewesen. Ich weiß in solchen Momenten gar nicht, wo ich anfangen soll. Das N-Wort geht gar nicht, ein Kompliment zu meinem Hintern geht auch gar nicht. Beides zusammen aus dem Mund eines weißen Mannes erinnert mich an eine dunkle Vergangenheit, die wohl am eindrücklichsten mit der Geschichte von Sarah Bartmann erzählt werden kann. Wann Sarah Sartje Bartmann geboren wurde, weiß man nicht genau. Wahrscheinlich war es um das Jahr 1789. Sie gehörte zum Volk der Koi-Koi. Weiße SiedlerInnen nannten die Koi-Koi-Abwehrten Hottentotten. Sarah wurde um das Jahr 1806 vom freien schwarzen Händler Peter Cesar gekauft und auf dessen Farm sie als Dienstmädchen arbeitete. Als Peter Cesar Besuch von seinem Bruder Hendrik mit dem britischen Schiffsarzt Alexander Dunlop bekam, witterten die beiden eine Geschäftsidee. Sie wollten Sarah in Europa zur Schau stellen. Der Grund? Sarahs großer Po. Die Hintern der Koi-Koi-Frauen beschäftigten weiße Männer anscheinend sehr. Zum Beispiel schrieb der Brite John Barrow in einem Reisebericht, dass Koi-Koi-Frauen beim Laufen lächerlich aussahen, als ob sie zwei Massen aus Gelee an ihnen hingen. Kolonialherren gaben der Körperform sogar einen medizinischen Namen. Städtopygni. In Brockhaus kleines Konversationslexikon von 1911 wird Städtopygni so definiert. Fettsteiß, übermäßige Fettanhäufung am Gesäß der Hottentottenen und Buschweiber. Zwar waren andere schwarze Völker mit anderen Körperbau bekannt, doch für Weiße repräsentierten die Koi-Koi-Frauen die Essenz der schwarzen Weiblichkeit. Bartmann wurde zur Verkörperung sexueller Fantasien, die Weiße von Schwarzen hatten. Die Auffassung war, je größer die Geschlechtsmerkmale, desto größer der Sex trieb. Sarah Bartmann begleitete deshalb zusätzlich das Gerücht, sie hatte übergroße Schamlippen. Dann brachte Bartmann nach Europa. Wenig später tauchten Flugblätter in London auf, die die Hottentotten Venus warb. Auf dem Flugblatt war eine Illustration von ihr zu sehen, ein Tierfell um ihren halbnackten Körper drapiert, mit Band um die Stirn und einer rauchenden Pfeife im Mund, einen Stab in der Hand. Bei ihrem Auftritt stieg sie aus einem Käfig, drehte sich und tanzte, während sie vom Publikum umzingelt war. Ein Besucher beschrieb die Reaktion des Publikums wie folgt. Eine Dame zwickte sie, einher stieß sie mit einem Spazierstock an, eine weitere Dame benutzte ihren Sonnenschirm, um sich von der Echtheit ihres Hinterteils zu überzeugen. 1840 kam Sarah von London nach Paris, im selben Jahr hatte das Stück La venue Hottentot und der Hass auf Französinnen Premiere. Die Handlung Ein junger Franzose hat wenig Interesse an seiner Freundin. Sie ist ihm zu langweilig. Deshalb verkleidet sie sich als Hottentotten-Venus und siehe da, auf einmal ist er hin und weg. Als sie sicher ist, dass der junge Mann sie wirklich liebt, legt die Französin ihre Verkleidung ab. Der Mann realisiert, wie lächerlich seine Obsession mit der Hottentotten-Venus war, kommt zur Vernunft und die beiden heiraten. Ende Applaus. Der Historiker Ibermax Candy schreibt dazu, das Stück enttölt die europäischen Vorstellungen über schwarze Frauen. Wenn Franzosen sich von der Hottentotten-Venus verführen ließen, waren sie Tiere. Wenn sie sich für Französinnen entschieden, handelten sie vernünftig. Während hypersexualisierte schwarze Frauen sexueller Beachtung wert sind, sind asexuelle Französinnen es wert, dass man sie liebt und heiratet. 1815 wurde Sarah Bartmann noch einmal weitergereicht. Ihr letzter Besitzer führte sie mit einem Gürtel um ihren Hals in Cafés und Restaurants vor, bevorzugt dort, wo die Bourgeoisie zusammenkam. Außerdem stellte er sie als Forschungsprojekt für Frankreichs intellektuelle Elite zur Verfügung, unter ihnen auch der Naturforscher Georges Cuvier. 1816 starb Sarah Bartmann an den Folgen einer Lungenentzündung. Cuvier sezierte den Leichnam, entnahm ihre Organe, das Gehirn, schnitt die Vulva heraus und konservierte die Überreste in riesigen Gläsern. Über ihren Tod hinaus wurde Bartmann misshandelt und Sarahs Skelett und Vulva gingen in das Archiv des Musée de L'Homme in Paris über. Bis 1974 wurde ihr Skelett dort ausgestellt und erst 2002 kam Frankreich der Forderung zahlreicher SüdafrikanerInnen unter ihnen Nerzen Mandela nach. Ihre sterblichen Überreste wurden zurückgebracht. Mehr als 180 Jahre nach ihrem Tod bekam sie eine ordentliche Bestattung. Sarah Bartmann war zwar die berühmteste, jedoch nicht die einzige Hottentotten-Venus. Noch 1840 traten schwarze Frauen unter diesen Namen in Europa auf. Sie sind Symbolfiguren für das Trauma der Hypersexualisierung, das schwarze Frauen bis heute mit sich tragen. Die afroamerikanische Schriftstellerin bei Hooks beschreibt in ihrem Buch Black Looks wie der weiße Blick die Entmenschlichung schwarzer Frauen beitrug. Zitat Meistens richtet sich die Aufmerksamkeit nicht auf die ganze Person. Mit ihrem nackten Bild des Andersseins sollten sie die Gäste unterhalten. Diese sollten sie nicht als ganze Menschen wahrnehmen, sondern nur bestimmte Teile. Ähnlich zum Objekt gemacht wie die schwarzen Sklavinnen auf Aktionspodesten, während Besitzer und Aufseher ihre wichtigen verkaufsträchtigen Körperteile anpriesen, galten schwarze Frauen, deren nackter Leib bei weißen gesellschaftlichen Anlässen gezeigt wurde, auf ein bloßes Schaustück reduziert. Der weiße, männliche Blick auf schwarze Frauen ist geprägt von Widersprüchen. Eine Mischung aus heimlichen, verbotenen Begehren und Abscheuen. Weiße Menschen, insbesondere weiße Männer, erfanden im Zuge der Rassifizierung zwei verschiedene Formen von Sexualität. Die weiße, heilige, romantische, die es zu schützen und zu ehren gilt und die aus Liebe entsteht. Und im Gegenentwurf ist die schwarze, böse, verführerische und aufregende, die triebhaft ist und auf die keine Liebe existieren kann. Die dunkle Haut diente als Symbol für dunkle Fantasien, für Unentdecktes, für Gefährliches. Dieses Narrativ funktioniert etwa wie ein rassifizierter Madonna-Hure-Komplex, ein Begriff aus der Psychoanalyse, der die Unfähigkeit beschreibt, Liebe und sexuelle Anziehung gleichzeitig zu empfinden. Dieses Narrativ entstand vor allem, um die systemische Vergewaltigung und Ausbeutung schwarzer Frauen zu rechtfertigen. Außerdem mussten versklavte Frauen nicht nur schwere Arbeiten im Haus oder auf dem Feld verrichten, sie sollten auch viele Kinder bekommen. Jedes zusätzliche versklavte Kind bedeutete mehr Kapital und deshalb wurden schwarze Frauen regelrecht als Gebärmaschinen missbraucht. Doch dass es sich bei diesen Taten um Verbrechen handelte, wurde stets geleugnet. Eine Person, die einen unermüdlichen Sextrieb hat, könnte nicht vergewaltigt werden, so die Behauptung. In vielen Fällen konnten schwarze Frauen ihre eigenen Kinder nicht selbst großziehen, denn sie wurden weiterverkauft. Stattdessen mussten sie sich um die weißen Kinder ihrer BesitzerInnen kümmern. Um die Ambivalenz der schwarzen Verführerinnen auf der einen und die fürsorgliche armen Figur auf der anderen Seite zu erklären, entwickelten sich zwei gegensätzliche Stereotype um die schwarze Frau. Die mütterliche Mammy und die hypersexuelle Jezebel. Das Jezebel-Stereotyp wurde von der Hottentot-Vinus über EntertainerInnen wie Josephine Baker in den 20er Jahren bis hin zur Tänzerin in heutigen Hip-Hop-Musikvideos weitergetragen. Dabei bleiben die Frauen mehr Objekt als Subjekt und der Hintern steht nach wie vor im Mittelpunkt. Die typische Mammy hingegen ist dick, älter, hat dunkle Haut und steckt in Dienstkleidung. Ihr Haar ist unter einem Tuch versteckt und sie spricht mit einem starken Akzent. Diese Figuren sind zufrieden mit ihrer Unterdrückung, finden in ihr sogar ihre wahre Bestimmung. Man könnte sagen, die Trennung von Jezebel und Mammy ist ein Madonna-Hure-Komplex innerhalb eines Madonna-Hure-Komplexes, quasi ein Doppelknoten. des weißen Patriarchats. Man kann argumentieren, dass diese Aufteilung in Heilige und Hure bei allen Frauen, egal welcher Hautfarbe, besteht. Allerdings hat jeder ein Bild der Mammy klar vor Augen, genauso wie das Bild von Jezebel. Bei weißen Frauen sind die Bilder nicht so eindeutig und es gibt da noch einen wesentlichen Unterschied. Weder Jezebel noch Mammy-Figuren stehen die gleiche Liebe und der gleiche Respekt so wie weißen Frauen. Zwar scheint die Mammy auf den ersten Blick der Vergangenheit anzugehören, aber das tut sie bei weitem nicht. Gerade in Hollywood-Filmen wie The Help oder The Shape of Water kommen Mammy-Figuren heute noch vor. Die moderne Mammy ist nicht nur Bedienstete. Gerade in den 90ern und Anfang der Nullerjahre hatte sie ein Revival in schwarzen Comedy-Filmen. Dort ist sie zur kompletten Witzfigur geworden. Eine schwarze, dicke Mutter, die hauptsächlich von Männern gespielt wird. Etwa wie in Big Mama von Martin Lawrence oder die Figur Medea von Tyler Perry. Auch jenseits der Filmbranche gibt es immer noch Mammy-Figuren. Die Psychologin Carolyn M. West nimmt die ehemalige Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey als Beispiel. Von ihr wurde stets erwartet, Gästen Trost und Geborgenheit zu spenden, auch durch körperliche Gesten wie Umarmungen, was andere Talkshow-Hosts nicht machen müssen. Winfrey, die eine brutale Vergangenheit hat und als Kind sexuell missbraucht wurde, sollte als erwachsene Frau trotzdem in der Lage sein, jeglichen emotionalen Ballast fremder Menschen aufzufangen. Und dafür wurde sie in ihrer Show geliebt. Wie sollen schwarze Frauen eine gesunde Beziehung zu ihrer Sexualität und ihrem Körper entwickeln? In einer Gesellschaft, die sie entweder als hypersexualisierte Verführerinnen oder asexuelle Mutterfiguren darstellt. Egal wie die Körper schwarzer Frauen gebaut sind, sie scheinen immer falsch zu sein. Und gerade in den 1990er Jahren, der sogenannten Supermodel-Ära, der Zeit, in der ich aufwuchs, war das Schönheitsideal groß, zierlich, schlank und weiß natürlich. Modenschauen und Magazine, Schönheitswettbewerbe oder Werbungen waren weiß und dünn. Große Hintern hatten diese Models alle nicht. Es war vor allem Hip-Hop, der diesem Schönheitsideal etwas entgegensetzte. Sir Mix-A-Lots berühmtes Lied Baby Got Back von 1992 wurde damals wie heute als Hymne der Body Positivity gefeiert, einer Bewegung, die sich gegen die Diskriminierung mehrgewichtiger Frauen einsetzt. Und auch wenn das Lied zuerst wie ein lächerlicher Party-Song daherkommt, ist es durchaus ausgesellschaftskritisch. Das Lied fängt mit zwei weißen Frauen an, die sich angewidert über den Hintern einer schwarzen Frau unterhalten. Oh my God, Becky, look at her butt. She looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's so round. It's like out there. I mean, gross. She looks so black. Das sind die ersten Sätze des Tracks. Vergesst das weiße Schönheitsideal, schwarze Frauen sind sexy und schön. Das war die Aussage des Songs. Das von Hip-Hop ausgehende Empowerment hat jedoch auch seine Grenzen. Mit ihren Texten feiern Hip-Hop-Künstler den Körper schwarzer Frauen. Sie setzen der Jezebel-Figur die Krone auf, die Weiße ihr verwerten. Jedoch bleibt sie primär, was sie schon immer war. Ein Sexobjekt. Dass man als schwarze Frau hypersexualisiert wird, habe ich oft zu spüren bekommen. Einmal stand ich am Rudolfplatz in Köln, einem Platz mitten in der Stadt zwischen Einkaufsstraßen und Hipsterviertel, belebt und ein guter Treffpunkt. Hier war ich mit einer Freundin verabredet. Ich war zuerst da, also lehnte ich mich an mein Rennrad, Rucksack auf den Schultern, tippte auf meinem Handy rum und wartete. Ein junger Mann kam auf mich zu, etwas verunsichert. Ich dachte, er wollte mich nach dem Weg fragen. Ich hörte, man kann hier Frauen kaufen, fragte er. Sein Kopf zu meinem Ohr geneigt und sein Blick vielsagend. Weißt du etwas darüber? Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich begriff, dass er mich für eine Sexarbeiterin hielt. Das machte mich in dem Moment noch nicht einmal wütend, ich war einfach nur verwirrt. Ich fragte mich, ob er eine Wette verloren hatte, suchte in seinem Blick Hinweise dafür, dass das alles ein Scherz war. Ein Lächeln, vielleicht ein Augenzwinkern, doch er meinte es ernst, zeigte auf seiner Innentasche und suggerierte, dass er Bargeld dabei hatte. Ich weiß nichts darüber, antwortete ich trocken. Daraufhin verschwand er schnell und ich schaute an mir runter. Wie hatte ich den Eindruck vermittelt, dass ich Sex anbieten würde? Ich trug Shorts, darunter eine Strumpfhose, wie ungefähr alle damals, doch er sah in mir eine schwarze junge Frau und weil ich einfach nur da stand, schien ich verfügbar. Weibliche Körper werden andauernd bewertet und in Gut und Schlecht aufgeteilt. Anhand meines eigenen Körpers merkte ich jedoch, dass diese Bewertung je nach Kontext unterschiedlich ausfiel. Ich stand zusammen mit anderen schwarzen Frauen in einem Graben zwischen Anerkennung von der Mehrheitsgesellschaft auf der einen und Anerkennung aus der eigenen Community auf der anderen Seite. Weiße fanden meinen Hintern zu groß, Schwarze nicht, von meinen Verwandten in den Staaten hörte ich, ich sollte zunehmen, in sogenannten Frauenmagazinen las ich Tipps, um abzunehmen. Im Moment scheint Jazzy Bell diese Grabenkämpfe um das Aussehen schwarzer Frauen für sich entschieden zu haben. Zusammen mit Hip-Hop, Afrobeats, Dancer und weiteren zeitgenössischen schwarzen Musikrichtungen hat der Hintern-Hype den Mainstream erreicht und schwarze Frauen wie Nicki Minaj und Cardi B setzen neue Schönheitsstandards. Große Hintern liegen im Trend und jetzt werden nicht nur Brüste, sondern auch Pos operativ vergrößert. Doch wer meint, dass das durchgehend positive Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein schwarzer Frauen hat, liegt weit daneben. Denn auch wenn große Hintern im Trend liegen und das dem Einfluss schwarzer Kultur zu verdanken ist, bleibt das Schönheitsideal weiß. Die Gewinnerinnen sind nämlich nicht schwarze Frauen, sondern weiße Frauen mit großen Hintern. Für den Mainstream vereinen sie die sexuelle Fantasie mit den liebenswerten Edlen. Keine Frau verdeutlicht das so sehr wie Kim Kardashian. Um die gleiche Aufmerksamkeit zu bekommen, mussten schwarze Frauen schon ganz andere Register ziehen. Zum Beispiel offensives Twerken und ein Sample von Baby Got Back in Nicki Minaj's Video Anaconda von 2014. Sind Künstlerinnen wie Nicki Minaj und Cardi B Opfer der jahrhundertelangen Objektifizierung und tragen diese weiter? Oder ist diese Selbstdarstellung im Gegensatz zur vorigen Fremddarstellung eine Emanzipation? Klar ist, dass die Taktik sich geändert hat und anstatt das Jezebel-Stereotyp abzuschütteln, nutzen sie es zu ihrem Vorteil und schlagen Profit daraus. Dieser wachsende Markt für schwarze Frauen erhöht jedoch auch den Druck. Wenn man die Frauen in Baby Got Back mit Anaconda vergleicht, sieht man, dass die Größe der Hintern deutlich zugenommen hat, der Hüftumfang der Frauen allerdings kaum und für die meisten schwarzen Frauen ist das moderne Schönheitsideal nur durch Operationen zu erreichen, wie für alle anderen auch. Neben falschen Haaren und Bleichcreme sollen schwarze Frauen nun auch noch Geld für Hinternimplantate ausgeben. Dieser Druck bleibt zum großen Teil unsichtbar und weil schwarze Frauen als kurvig gelten und diese Körperform quasi von ihnen erwartet wird, scheinen sie oft die Verkörperung von Body Positivity zu sein. Fat Shaming oder die Diskriminierung von mehrgewichtigen Menschen und seine Auswirkungen wie zum Beispiel Essstörungen werden bei schwarzen Frauen oftmals übersehen oder nicht ernst genommen. Bei schwarzen Frauen kämpfen heute noch schwarze Frauen kämpfen heute noch um die Anerkennung und Wertschätzung ihrer Körper und ihrer Person. Weg von sexy zu männlich zu mütterlich, weg von den Traumata, die sich über Generationen festgelegt haben, weg von dem weißen Blick, von der Wahrnehmung einzelner Körperteile hin zum Subjekt, zum Menschen. Wie wir uns von all dem befreien zu versuchen, kann sehr unterschiedlich aussehen. Wir zeigen unsere Körper oder verstecken sie, wir spielen mit Stereotypen oder stoßen diese vollkommen ab oder wir variieren von Tag zu Tag. Viele Wege führen zur Emanzipation und das ist gut so. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen, dass dieser Lesemarathon ein Spendenmarathon ist und die Information zum Spenden findet ihr in der Videobeschreibung und ich und alle Beteiligten würden sich sehr freuen, wenn ihr spenden würdet. Vielen Dank. Hallo, ich bin Anja Saleh, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich bin Poetin, Kulturschaffende und in der politischen Bildung tätig und lese heute aus meinem Debüt Gedichtband Soon the Future of Memory, welches am 16. Juni erscheint. Ich beginne mit dem Gedicht Anja. She will be asked how she got her name. She will shrug, laugh, do a little move with her head, suggesting lightness and the free will of her mother. Minutes of loud air filled the silence of denial about all the names she never got because they were soaked in Nazar, death, misfortune, fear and dark skin. My mother liked the name upon arrival. A lie hidden in a gesture light to the ignorant yet heavy to those who know. Burying the many nights her mother lay awake after another day of being deprived of a human experience. He, way, da. Syllables that made life heavier. Three times heavier. Syllables her girls would not wear. Another pillow soaking night. Saltwater carries many of our decisions. That night, saltwater crosses the other side of the possibility her mother's name is being put to rest. The firstborn will carry a name blank of history. Her mother laughs when asked for her decision. Shrugs, tilts her head, suggesting freedom in naming her child. No one will ever permeate the layers of fear the decision of erasure carries. She laughs and her mother laughs with eyes stiff like glass, facing mercilessness with a hint of doubt. A forehead of questions at least. Das nächste Gesicht nennt sich Revululate. The women in my family swing their tongues effortlessly from left to right, right left, left right, left right. A sound between celebratory and warning. Whee! It repeats. Halls through the room, flows in the air, stays there above our heads and fades slowly. flowing away out of the room into the world. No boundaries as to where it can go, whose scream it will echo. Whee! Serious faces of women utilizing a language I am yet to learn. My mother teaches me desperate at how my tongue seems too stiff to move freely, from left to right in rapid movements. She tells me or herself that I will not need it. She hopes I don't. Mumbles democracy, smiles foolishly at herself, adds, women everywhere silenced by Bahayim who are scared. If we are so stupid and weak, what are they scared of? You will not need it, she tells herself, determination and the way her lips move when she says it now. The call for noise, a celebratory call, one to keep away those whose ears despise loud women, women who make themselves heard, present women, who know of the fragility of the world and how it depends on them. A warning that they will ululate their presence into the darkest corners of our future, our future nostalgia. hoping we would have listened to tongues lifting the heaviness of pain and forced silence to celebrate one another, to swim above all and leave the room and its rules. dieses Gedicht ist of poses and faith and divinity in poems. I am 13, Friday midday of school, mother's living room. Ummi has just finished vacuum cleaning the house, is now mopping the cold lelonium-covered floors, taking out the beige wool carpet, turning on the TV, rapidly changing channels until she reaches Pana'uqra' al-fada'iyyuh. Displayed, Friday prayer in Mecca. I barely understand the word of Fusha, but I cry as I watch a human swirl around the black cube. Comment, this sounds like very calming music. My mother pays me no attention, makes her way to the balcony to knock the wool carpet clean. I lay unmoved, tears drying on the side of my face, ears now, little bowls of salt water. Recitation ends and I must have fallen asleep somewhere between the sonic warmth and the exhaustion of watching this amount of people in one spot, imagining myself in between them. I go to grab the Qur'an translation that I have been passing by for half of my life as I write about my newfound love. A love that will later make me a target. But little did I know at 13 years young that love can make you hate it and hate can hurt or end you. On a sweet day in spring on a summer evening on a cozy winter night among friends divide the united and unite the dividers. Oh, all the things I will learn through and about love, its absence and its omnipresence. The way I will always choose to come back to this love found one Friday midday in my mother's living room with the smell of flower-scented cleaner in the air and the sounds of words combined and recited to create something beyond poetry. Das nächste Gedicht ist Compromise. The Mist of Oud Hanging Low Salat al-Jumma on full volume from Masjid al-Halam right to our living room. The sweetness of Sahlab in the air thick and creamy coconut rasps roasted peanuts roasted sesame no raisins little sugar I inherited Mama's taste buds. All is in Arabic mixed with words that Mama's life has not given her in her first tongue but in German but in German. I drag my feet up. Put a jacket on wrap my throat wrap my throat tightly grab a tote bag and leave. A few minutes later I find myself in the midst of packed shelves. So many options for Vollkornbrot. I grab the one with least ingredients and most grains. Schlagsahne two. Quark Magerstufe It tends to leave a bitter aftertaste in my mouth. The same taste that butchering my own last name leaves Sahlah turns Salih The same bitter taste as when I turn my clear language my Hochdeutsch into Schwäbisch disillusioned by the invisibility of voice forgetting every feeling of self. Magerstufe I grab it anyways. Compromising has become a part of my nature. Check out a long queue stairs some longer than others some in curiosity others in projected frustration. I stand still watching each customer wonder if those who are searching for coins under the cashier's eye rolls and those whose card didn't work not even after the third swipe are becoming nervous I sweat for them. Count the cash in my pocket prepare my debit card and credit card the cash is more than enough but I compromise my peace of mind my mindless queuing for our image. My turn the cashier musters me I have only an empty tote to fill with what is being scanned in rapid movements I do not take full bags in when I have a choice bags make weird silent men follow me around the store a smooth check out I used my card I was afraid I might have miscounted the cash a risk too hard to take I return home exhausted from a quick stop at the shop my last my last is good to take the name allah they fear our prayers have brought our dead back to live in us some of us are not alive but around they can have us dead never gone our prayers a threat to a God complex made political Allah Akbar is no praise of men nor whites scary how we are so alive haven't they whitened God to reason our dying also it's written here the tone is an also all of us what we're saying can be used to be used we just wanted to do a small conversation in the middle of the time we have a whole lot of information that will be spent but now we will have a little bit in a little bit to speak so that maybe it will be clear how hard it is actually to be used by the waltforment relationships with the experience of sexual violence by the experience of Missbrauch auch, diese Fälle aufzuklären. Und ich würde ganz gerne mit euch beiden darüber sprechen können, was es für verschiedene Schwellen gibt, die sozusagen die Aufklärung, das sich Anvertrauen an andere, das Sprechen mit anderen, letztlich dann natürlich auch Verurteilungen der Täter erschweren. Vielleicht könnt ihr beide so ein bisschen aus, Christina sicherlich aus der anwaltlichen Arbeit und Theresa vielleicht auch ganz gern von dem, was wir erfahren und wissen aus den jeweiligen Studien. Was sind sozusagen die Schwellen, die Hindernisse bei der Aufklärung von diesen Fragen? Also ich würde erstmal mit einer nicht rechtlichen Perspektive anfangen, die dem ja vorgelagert ist. Ich glaube, die erste große Hürde ist zu verstehen oder für sich selbst zu festigen, mir ist Gewalt erfahren und mir ist ein Unrecht erfahren, gegen das ich mich wehren kann. Wenn man die Diskurse in der MeToo-Diskussion verfolgt, da sind viele kluge Texte oder auch Diskussionen haben stattgefunden, die genau das erörtert haben, dass viele gewaltbetroffene Frauen erst Jahre später verstehen, was ihnen wirklich passiert ist. Und das ist so eine gesellschaftliche Diskussion, die wir führen und die immer weiter geführt werden muss, weil das teilweise, würde ich sagen, noch exklusiv Wissen ist. Was ist eigentlich konsensualer Sex? Wo finden Grenzüberschreitungen? Ab wann kann ich mich überhaupt an jemanden wenden? Oder auch, was sind Beratungsstufen, die vielleicht auch vor einer Anzeige liegen, die einer Person trotzdem helfen können? Also das ist einfach Wissen, das zugänglich gemacht werden muss. Und vielleicht erzählt Christina gleich noch ein bisschen was zur Istanbul-Konvention. Eine Frage, die ich mir stelle und die ich wichtig finde, ist, wie bekommt man denn dieses Wissen an Menschen? Und das muss ja in einem sehr frühen Alter eigentlich schon passieren, weil, also ich glaube, selbst ich, ich habe erst wirklich in der MeToo-Debatte den Begriff konsensualer Sex, habe ich das erste Mal da gehört, als ich Teenager und eine ganz junge Frau war, kannte ich diesen Begriff nicht. Der ist ja neu so prominent in den Diskurs gekommen. Und ich glaube, da haben jüngere Menschen jetzt erstmal einen Vorteil, dass wir da im Diskurs schon weiter sind. Wobei allein den Begriff zu kennen natürlich auch noch nicht die Frage beantwortet, ob man die Bedeutung oder die Erfahrung davon sofort für sich selber beantworten würde. Das ist ja auch nochmal eine Frage. Ich würde auch sagen, genau, es ist ein kleiner Fortschritt, das mit Leben zu füllen, ist nochmal was komplett anderes. Aber die Istanbul-Konvention, die wir haben, jetzt die rechtlich umgesetzt werden muss in Deutschland, die sieht unter anderem vor, dass das Wissen, was auch Gewalt verhindern kann oder befähigen kann, sich Unterstützung zu suchen, das muss in die Schulen und Bildungseinrichtungen und Medien müssen sensibilisiert werden. Und ich glaube, das wissen die wenigsten und das steckt auch noch ja ganz in den Anfängen, dass das überhaupt passiert oder dass es Gesetzesvorhaben gibt, die eben sagen, ja, wir müssen jetzt tatsächlich auch Kindern vermitteln, dass es diese Gewalt gibt und wie wir die abbauen können. Ja, ich meine, das ist ein riesiges Thema. Ich glaube, wenn wir, also die Istanbul-Konvention, vielleicht das einmal kurz, ist eine europäische Konvention gegen Gewalt gegen Frauen, die sich eben sehr umfassend damit auseinandersetzt und glücklicherweise auch nicht nur die Repression im Blick hat, sondern eben auch, was können wir präventiv tun. Und das müsste viel besser umgesetzt werden. Deutschland hat zwar diese Konvention ratifiziert, aber sie ist noch lange nicht umgesetzt. Es gibt gerade einen sehr guten Schattenbericht dazu, der veröffentlicht wurde und da sieht man, woran es alles hapert. Ich denke, wenn wir über sexualisierte Gewalt sprechen, ist eben tatsächlich das eine große Problem, ist das so wahrzunehmen und auch, also was wir ja unter dem Stichwort Victim-Blaming immer kennen, ist eben den Opfern selbst die Schuld zu geben. Das tun viele Betroffene selbst, ja, dass sie denken, wie konnte ich mich in diese Situation begeben. Diese ganze MeToo-Debatte ist ja ein großes Beispiel dazu, wie sich auch Betroffene, die eigentlich über sehr viele Ressourcen verfügen, die berühmt sind, bekannt sind, dennoch es viele Jahre nicht geschafft haben, das öffentlich zu formulieren und anzugreifen. Also die eine Frage ist die Betroffenen selbst und dann kommt es aber auch immer von außen. Ja, so warum, also diese wirklich, also man denkt ja, es kann gar nicht sein, dass es heutzutage noch so ist. Warum hat diese Beschimpfungen, warum ist die Frau in diese Situation gegangen, warum hat sie diesen kurzen Rock getragen, warum ist sie mit ins Hotelzimmer gegangen, etc., etc. Also all diese Sachen, die Betroffenen jeden Tag erleben, auch wenn sie eben zur Polizei gehen, wenn ihnen erstmal misstraut wird, immer noch dieser Mythos der lügenden Frau, ja, die irgendetwas davon hätte, das falsch zu behaupten. Das ist ja auch noch und das ist sowohl dann später bei der juristischen Verarbeitung dieser Taten als auch im Umfeld. Ja, so und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dieses Thema wirklich gesamtgesellschaftlich zu betrachten und endlich mal zu sagen, wir alle kennen Betroffene, wir müssen darüber sprechen, wir müssen das sprechbar machen innerhalb von unseren Freundeskreisen und wir alle, vielleicht das noch, wir kennen auch alle Täter. Ja, so und da, das ist ja etwas, da sagen alle, nee, also in meinem Ich, Täter überhaupt nicht, aber aufmerksam zu sein und eben das sprechbar zu machen, ich glaube, das ist präventiv das allerbeste. Ja, ich würde vielleicht ganz gerne noch eine Sache ergänzen wollen zu den beiden, was ihr gesagt habt. Nämlich, dass bevor jemand sich zu sprechen traut gegenüber der Polizei oder eben gegenüber einer Anwältin, ist eben genau dieses Sprechen schon im engeren Freundinnen- oder Familienkreis wichtig. Ich habe relativ lange gearbeitet über einen Prozess, der in Den Haag stattgefunden hat, bei dem es um Massenvergewaltigung von Frauen in einer in einem Ort, der Fodja hieß, in Bosnien ging und was mich sehr beeindruckt hat bei den Aussagen der Zeuginnen und eben der Frauen, die Opfer waren von dieser sexualisierten Gewalt, war, dass sie mit uns, sie wurden natürlich dann immer sofort im Gericht gefragt, ja, warum haben sie denn nicht früher darüber gesprochen, sind jetzt so und so viele Jahre her, warum sagen, also warum entdecken sie denn jetzt erst die Wahrheit darüber und da war auch die Frage, warum es nicht früher unter Frauen, intergenerationell, warum es nicht früher mitgeteilt wurde und ich werde nie vergessen, dass eine der Frauen da gesagt hat, ja, aber warum sollte ich es denn meiner Mutter erzählen, wenn ich schon diesen Schmerz in mir trage, warum sollte ich ihr das antun, dass sie darüber leidet und ich glaube, es gibt eben auch, also es gibt das Schweigen aus Scham, es gibt das Schweigen aus Angst, es gibt das Schweigen aus eben so einer Zuschreibung von man ist selber schuld, aber es gibt auch das Schweigen aus Schutz, also dass man geliebte Menschen meint, beschützen zu müssen und das, glaube ich, ist ein wirklich gesellschaftlicher Auftrag, also dass es auch von uns abhängt, ob wir Gesprächssituationen, ob wir Beziehungen herstellen, ob wir Freundschaften herstellen, in denen sich Menschen dann auch trauen und auch glauben, uns nicht bewahren zu müssen vor so einer Information. Ja, vielleicht, also ich erlebe das auch immer wieder von Betroffenen, dass sie sagen, eigentlich, also auch in einem solidarischen Umfeld können sie gar nicht darüber sprechen, weil ihr Gegenüber dann so erschüttert ist. Und sie, also sei es eben mit den eigenen Müttern ja häufig, ihnen das gar nicht antun zu können, aber eben auch im Freundinnenkreis dann auch immer das Opfer zu sein. Also ich glaube, auch das, auch dieses Bild, was wir selbst, selbst wenn wir solidarisch sein wollen, haben, wie Opfer sind, ja, dass sie ihr Leben lang immer nur weiterleiden und es ein einziges Jammertal ist, statt das tatsächlich mal zu bestärken, dass es auch weitergeht, ja, so, dass es eben verschiedene Geschichten gibt und dass sie, und auch das ist vielleicht mal, also ich spreche ja immer mal wieder jetzt von Wut, ja, ich würde mich so freuen, wenn mal die ganzen Betroffenen wütend auf die Straße gingen, so, und sagen würde, es reicht uns, ja, es reicht uns jetzt echt mal mit dieser ganzen Gewalt und die wir jeden Tag ertragen und immer wieder und es passiert ja irgendwie nichts, ja, so auch das, also ich glaube auch, mir ist ja auch heute so wichtig zu sagen, wir brauchen viel mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema, weil es ja so ein Alltag ist, ja, und wie wir auch sozialisiert sind alle, ja, es ist ja klar, irgendwie, wenn wir irgendwie weiblich gelesen sind, gehen wir natürlich nachts nicht in den Park und haben wir natürlich Angst, wenn wir, oder tragen irgendwie ein Pfefferspray oder was auch immer, so, also wir werden ja damit schon immer auch erzogen, zu sagen, es ist etwas, was einfach unsere Realität ist und damit haben wir umzugehen und uns selbst zu beschützen und wenn wir es nicht gut genug tun, dann sind wir eben auch ein bisschen selber schuld und das zu verändern, also da wütend zu sein und zu sagen, nee, es geht da drum, dass diese Täter endlich aufhören mit dieser Gewalt, das fände ich wichtig. Ja, ich würde da nochmal anknüpfen, auch an dem, was du gesagt hast über die Schutzfunktion, weil ich erlebe das jetzt im Blick auf meine Tochter, dass ich mir da auch die Frage stelle, was erzähle ich ihr wie und welche Botschaften kommen dann an und also mich macht total wütend, dass ich, meine Tochter ist 30 Jahre jünger als ich und ich weiß aber jetzt als ihre Mutter, das Thema ist nicht vorbei, wenn sie Kind, wenn sie Jugendliche, wenn sie Erwachsene ist und da steigt eine unfassbare Wut in mir auf, dass der Altersabstand so groß ist und wir es nicht geschafft haben, dass die Situation deutlich besser ist. Und da frage ich mich so ganz persönlich als Elternteil, wie vermittle ich ihr das zum einen, dass es irgendwie Gefahren gibt, ohne dass sie das, was vielleicht ich als Kind mitbekommen habe, dass ich eben selber schuld bin und weil ich habe einen Text in meiner SZ Magazin-Reihe geschrieben, der hat den Titel, ist es radikal, Jungen beizubringen, nicht zu vergewaltigen. Und es haben sich sehr viele Leute von diesem Titel massiv provoziert gefühlt und als Kommentar zurückgegeben, wie kannst du diese Frage stellen? Das ist dann wieder dieses berühmte Not All Men, aber ich habe als Zwölfjährige meinen ersten Selbstverteidigungskurs gemacht und das ist für viele Mädchen selbstverständlich, dass sie müssen lernen, sich selbst zu verteidigen. Aber diese Frage, was machen wir damit, eben Täter keine Täter werden, das ist so, da scheuen wir immer noch vor zurück. Ich würde gerne eins anschließen und dann noch etwas anderes hinzufügen. Das eine ist, dass ich glaube, diese Ambivalenz in der Rolle als Eltern, wann möchte man jemanden warnen und vor etwas beschützen, von dem man realistischerweise annehmen muss, dass es als Erfahrung drohen kann und wann möchte man nichts als das Kind sozusagen selbstbewusst in die Welt gehen lassen. Das ist sicherlich etwas, was jüdische Eltern, was muslimische Eltern, was schwarze Eltern, natürlich auch, wann sagst du deinem Kind, du musst damit rechnen, dass du antisemitische Angriffe oder Anfechtungen erleben wirst. Ich glaube, das ist genau so eine heikle Balance, für die es wahrscheinlich auch keine gute Lösung gibt. Ich wollte ganz gerne noch etwas anderes sagen und zwar, dass nämlich dieses schon permanent immer Aufwachsen mit der potenziellen Bedrohung für Frauen und für Transpersonen natürlich auch besonders erschwert, überhaupt eine eigene selbstbewusste Sexualität, also sich selbst als sexuelles Subjekt zu verstehen, das ein eigenes Wollen haben kann, das Lust entwickeln kann, das sozusagen etwas von anderen wollen kann. Das gerät sofort ins Hintertreffen. Also man ist von vornherein schon kodiert auf eher Objekt und eher eben potenziell in Gefahr sein zu sollen und das hat zum einen genau mit der Gefahr zu tun, aber zum anderen, glaube ich, schwächt das eben auch ein selbstbewusstes, starkes Bild von sich selbst als begehrendem Subjekt zu haben. Und das ist für mich immer eine andere Form von, wenn man nachdenkt über die Prävention, ist das, finde ich, so ein bisschen die Gegenseite, dass man auch sprechen muss über Lust. Also da hast du ganz recht. Mir fällt dazu ein Urteil ein, das ich vor sehr kurzer Zeit bekommen habe, schriftliche Urteilsgründe, in denen dann ein Gericht sagte, naja, sie könnten irgendwie diese Vergewaltigung der Betroffenen nicht glauben, weil sie von ihr ja auch gehört hätten, dass sie nach dieser angeblichen Vergewaltigung noch mit verschiedenen, ihr eher unbekannten Männern Geschlechtsverkehr gehabt hätte. So, da wird eine Verbindung hergestellt, das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Deswegen, das wird eben auch transportiert, genau dieses, wie haben Betroffene auch zu sein. Ja, so, das ist das eine, was mir einfällt, das andere auch nochmal zu dir. Ich glaube, was in den Schulen zum Beispiel oder in den Kitas, ja, man kann ja nicht früh genug damit anfangen, was ja immer noch vor allem gelehrt wird, sind, ist der fremde Täter. Ja, so der fremde Täter, der irgendwie auf der Straße lauert, den gibt es. Ja, das, ich will gar nicht sagen, natürlich gibt es den, es gibt schreckliche Taten durch Fremdtäter, aber der Großteil der Taten wird im sozialen Nahraum verübt, sei es sexualisierte Gewalt gegen Kinder, als auch gegen Erwachsene. Kannst du sozialer Nahraum vielleicht mal übersetzen? Also die Familien innerhalb, also so, es gibt ja diesen alten Spruch, der gefährlichste Ort für eine Frau ist ihr eigenes Zuhause. Das stimmt. Und das ist immer noch etwas, weil wir ja und auch gerade mit immer konservativeren Werten versehen, diese Kleinfamilie haben, ja, in die man eigentlich nicht reingucken soll und darf. Und die unantastbar sein soll, sieht man eben auch nicht auf die Gefahren innerhalb dieser Familien hin. Und ich würde sagen, es ist das Gegenteil, ja, man muss überall reingucken dürfen. Und man muss es sprechbar machen für auch schon die ganz kleinen Kinder, zu sagen, es ist nicht, also höchstwahrscheinlich ist es eben nicht der fremde Mann, der dir irgendwie kleine Häschen zeigt, sondern eher ist es dein Vater, dein Onkel, vielleicht auch deine Mutter, ja, es gibt ja auch weibliche Täterinnen, aber eben tatsächlich zu sagen, wir müssen auch dahin gucken. Und das ist immer noch unglaublich tabuisiert, das wirklich zu öffnen. Und ich glaube, dass die, eben das, und eben das andere Narrativ ja auch immer, das kommt in bestimmten Schichten vor. Ja, so, also das sind eben besondere Leute irgendwie, der arbeitslose trinkende Vater, der schlägt auch zu. Ja, das ist natürlich Quatsch. Das erschwert es aber eben, alle sich zu öffnen und etwas zu erzählen. Das ist ein riesiges Problem. Und wenn das aber immer weiter, und das hattest du ja auch vorhin gesagt, auch in den Medien so verbreitet wird. Und da, finde ich, ist auch immer noch das andere riesige Problem in den Medien, Gewalt gegen Frauen in Filmen ist eine Katastrophe. Ja, so ist es immer, also Selbstvergewaltigungen, Frauenmorde, alles ist immer, ja, immer noch wahnsinnig hübsch. Also es sind ja immer diese schönen Frauenleichen, die man sieht. Man sieht vor allem eben auch, also viele Frauen ja eigentlich nur als Leiche. Und darüber mal auch nachzudenken, tatsächlich endlich mal andere Erzählungen im Film, in den Medien. Und auch, also es gibt ja diese Debatte zum Beispiel über diese Familiendramen, wenn es eigentlich um Femizide geht. Also all das, das ist noch so ein weites Feld. Da ist man wirklich überrascht. Mich würde ganz gerne noch eine Gelegenheit nutzen, nämlich ein bisschen zu fragen, wir sammeln ja Geld für Projekte, die unter anderem eben Frauenhäuser, also ein eigenes Zimmer, einen eigenen Ort stellen. Ich würde ganz gerne so ein bisschen wissen, warum sind die so wichtig? Oder für was ist das ein Aufbruch? Oder vielleicht so ein bisschen auch aus den Erfahrungen oder dem, was wir aus den Studien wissen, was geschieht danach? Also einerseits, was bedeutet die Zeit im Frauenhaus vielleicht? Aber was kann das auch für eine Veränderung in so einem ganzen Leben dann bedeuten? Ich zeige da weiter. Die Frauenhäuser sind der erste Schritt für Frauen, die aus einer gewalttätigen Situation herauskommen. Das Problem ist, für ganz viele Frauen ist es überhaupt nicht der richtige Ort. Also das sind, es erreicht eben bestimmte Frauen auch nicht, weil man zum Beispiel darf man Jugendliche, also männliche Jugendliche gar nicht mitnehmen in ein Frauenhaus. Oder Haustiere nicht. Oder es sind eben häufig nicht Orte, an denen genau diese Frauen gut aufgehoben sind oder sich sicher fühlen können. Dann ist das Problem, auch die Frauenhäuser, die sind natürlich, das ist ein möglichst sicherer Ort, und zwar sicher vor wirklich den gewalttätigen Männern. Und da muss man sagen, wir wissen das ja, an jedem dritten Tag wird eine Frau durch ihren Ex-Partner getötet in Deutschland. Also es sind wirklich die Trennungen, sind ja auch die gefährlichsten Situationen. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass es diese Orte gibt. Und sie sind gedacht als Orte, in denen Frauen erst mal sicher sind und dann ein neues Leben aufbauen können. Und das aber letztlich ist dieser Schritt, dann weiterzugehen, der noch viel komplizierterer, der möglichst schnell eingeleitet werden sollte und der aber mit vielen, vielen Mitteln auch ausgestattet sein muss. Tatsächlich, wie finde ich, also ich meine, wer hier schon mal in einer Stadt wie Berlin einen Kita-Platz gesucht hat, weiß, dass das eigentlich, also das kann einen auch schon bei einem gewalttätigen Mann halten, weil man nämlich weiß, ich verliere den Kita-Platz oder eben die Schule und den Hort oder ich die Arbeitsstelle, die Wohnung, all das gibt es nicht. Und deswegen sind diese Frauenhäuser nur ein erster Schritt und alles, was danach kommt, ist natürlich also unglaublich wichtig und aber auch, also dafür braucht man sehr viele Ressourcen. Vielleicht, Theresa Böcke, auch noch mal, was dein Eindruck ist, ja, welche Instanzen sozusagen alle dann die Frauen unterstützen könnten, a, auf dem Weg in die Frauenhäuser hinein, aber eben vielleicht auch für den Weg danach. Ja, erst mal auf dem Weg in die Frauenhäuser, also das hat Christina ja gerade schon erklärt, das spricht eben nur einen Teil der Frauen an und da wäre eben ein Schritt, den Frauen Politik leisten könnte, mal zu gucken, wie erreichen wir die unterschiedlichen Gruppen an Frauen. Da gibt es zum Beispiel Untersuchungen, wie die unterschiedlichen Gewaltbetroffenen vom Hilfetelefon erreicht werden. Das kennt ihr sicher alle, das ist ja, das ist dieses Pappschild, was die Politikerinnen immer rund um den Frauentag und im November dann in die Kameras halten mit der Nummer, an die man sich wenden kann, wenn man schon betroffen ist. Das finde ich nämlich auch so bemerkenswert, dass das das zentrale Moment unserer Frauenpolitik ist, zu sagen, wir helfen, wenn die Gewalt schon passiert ist. Und dann kann man eben bei der Bekanntheit des Hilfetelefons sehen, dass zum einen die Bekanntheit überhaupt nicht groß ist. Es gibt wirklich viele Frauen, die haben noch nie davon gehört. Und dann erreicht es eben spezifische Gruppen besonders schlecht. Es erreicht zum Beispiel besonders schlecht tatsächlich Akademikerinnen und ältere Frauen. Und da gibt es eine umfangreiche Studie, die das Ministerium auch selbst in Auftrag gegeben hat. Die ist auch schon ein paar Jahre alt. Da steht drin, diese Gruppen müssen gezielt angesprochen werden. Wir brauchen Kampagnen, die sich an Akademikerinnen wenden, die sich an ältere Frauen wenden, weil ältere Frauen haben zum Beispiel noch mal eine ganz besondere Abhängigkeit, wenn entweder sie gepflegt werden oder sie ihren Partner pflegen. Und da tritt oft Gewalt auf. Und wenn man guckt, wie die Struktur bei den Femiziden ist, sind das tatsächlich auch öfter Frauen im höheren Lebensalter, wo noch mal wirkliche Konflikte zutage treten. Und beim Hilfetelefon allein kann man schon so viel ansetzen. Also es gibt es in mehreren Sprachen, was ich jetzt in der Pandemie bemerkenswert fand, das hatte ich mir auch noch mal angeguckt, es gibt die E-Mail-Beratung, die Chat-Beratung, gibt es nur in Deutsch. Und die kam ja in der Pandemie, wenn man zu Hause eingeschlossen ist mit dem Gewalttäter, ist E-Mail-Beratung vielleicht noch mal leichter als zu telefonieren. Wenn man dann Deutsch nicht spricht, sieht es schlecht aus. Das ist noch mal eine große Hürde. Und dann, wenn es weitergeht, da sieht man ja auch schon die Vernetzung mit den ganzen anderen sozialpolitischen Fragen. Also wie ist der Wohnungsmarkt? Sind Frauen überhaupt finanziell unabhängig? Das ist ja eine riesige Hürde. Wenn wir in die Erwerbskonstellationen gucken, bei Mann-Frau-Paaren in Deutschland, was sich ja so modern versteht, das Modell, was am allerhäufigsten gelebt wird, ist der Partner, also in Mann-Frau-Beziehungen, er arbeitet Vollzeit, sie teilt Zeit. Teilzeitlöhne sind nach wie vor so, die erlauben, auch in einer Stadt wie Berlin, die erlauben es nicht, eine eigene Wohnung zu mieten, gerade nicht mit Kindern. Und ich finde, die Zahl, die ich immer noch am krassesten finde, ist, dass 25 Prozent der Frauen mit Kindern arbeiten überhaupt nicht. Das heißt, die haben gar keine eigenen finanziellen Mittel, wenn sie auf, falls das Konto dann gesperrt wird, also ein gemeinsames Konto zu haben. In dem Kontext ist eben auch, also ich würde jeder Person da wirklich raten, habt ein eigenes Konto. So, das ist eben... Die Bezahlung von Care-Arbeit vielleicht endlich mal. Also immer zu sagen, Frauen seid finanziell unabhängig. Das sagt sich so leicht, aber es ist eben auch nicht so leicht. Aber da könnten dann eben Beratungsstellen auch nochmal weiterhelfen. Und ich würde sagen, die Frauenhäuser haben eben nicht die Kapazitäten, jede Frau bei der Wohnung so zu begleiten und für die Kinder dann auch noch einen Kita-Platz zu finden und einen Schulplatz. Das ist ja ein unheimlicher Aufwand, dieses Leben dann neu zu ordnen. Und das könnte eben auch gut begleitet werden. Ich würde gerne noch einmal kurz was ergänzen, weil wir sprechen ja jetzt immer vom sozialen Nahraum, aber es gibt eben auch diese Gewalt eben auch außerhalb. Und das, wir hatten ganz am Anfang auch über die Sexarbeiterinnen gesprochen oder eben auch auf der Straße. Ja, es gibt zum Beispiel eine Studie, dass muslimisch gelesene Frauen sehr häufig im öffentlichen Raum angegriffen werden. Es gibt Berichte über, dass bei Polizeigewalt häufig nochmal so eine sexualisierte Komponente dazukommt, wenn es eben dann um Frauen geht. Es gibt so verschiedene Bereiche und natürlich die Rechten. Also der, ich würde ja sagen, den Rechtsextremismus weltweit eint der Hass auf Frauen und Feministinnen. Und auch das immer wieder in den Blick zu haben, es ist nicht, es ist eben auch kein individuelles psychologisches Problem, sondern es gibt ein strukturelles Problem, was mit einem konservativen und rechten Wertgebild zu tun hat. Und mit Misogynie, genau. Das zu sehen und das ist dann auch wieder vielleicht das, wo ich mich am meisten ausgern in der Rechtsprechung ist, Misogynie, da würden wahrscheinlich drei Viertel aller Richterinnen sagen, was ist denn das? Und das als Motiv, Frauenhass, als Motiv überhaupt mal zu sehen und zu analysieren, das gibt es bisher noch gar nicht. Ja, für LGBTIQ muss man sagen, gilt das leider auch. Also sozusagen sowohl die besondere Verwundbarkeit, die besondere Bedrohung, aber dann auch, dass es überhaupt im Bewusstsein als eine eigene Motivkategorie gilt. Das haben wir jetzt jüngst ja wieder gesehen. Also ich meine, ja, das muss man schon sagen, wie ein Fall so und so lange und so und so lange diskutiert und in den Medien diskutiert werden kann, ohne dass überhaupt in Frage gestellt könnte, und es etwas damit zu tun haben, dass das ein schwules Paar war, das auf der Straße, also das ist schon auch bemerkenswert, wie, ja, also wie sozusagen sowohl Misogynie, als auch eben Humor- und Transfeindlichkeit im toten Winkel der eigenen Wahrnehmung, also der medialen und politischen Diskussion statt hat und das natürlich dann auch besonders eine Aufklärung erschwert. Genau, und sich das dann fortsetzt, auch in der Justiz. Und vielleicht da, also wenn wir über rechte Gewalt reden, ja, da ist es ja auch lange Zeit so gewesen, dass man eigentlich ein Hakenkreuz auf der Stirn tätowiert haben musste, damit es erkannt wird als rechte Gewalt. Und das ist so ein bisschen besser geworden, aber eben Humor- und Transfeindlichkeit, ja, so da, ich weiß gar nicht, also es gibt ja jüngst gerade so einen Fall, da haben die das bei der Tat gesagt und trotzdem wurde es nicht als LGBTIQ-feindlich angesehen, das Motiv. Und eben bei Misogynie, da sagen dann alle, was soll denn daran jetzt frauenfeindlich sein, ja, nur weil er jetzt eine vergewaltigt ist, ist ja vielleicht eher das Umgekehrte, ja. Also man denkt wirklich, sie haben einfach, oder viele haben noch gar nichts verstanden und sich gar nicht mit den Phänomenen auseinandergesetzt. Vielen Dank erst mal für die Runde, vielen Dank mal wieder fürs Dabeibleiben und Zuhören. Wir gehen jetzt weiter im Programm, wir machen später noch mal so einen Zwischenstand, wo wir noch mal sagen, wie die Spenden angegangen sind, aber auch noch mal miteinander sprechen. und jetzt geht es aber erst mal weiter im Programm. Ich weiß, ich muss meinen Text holen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, es geht nicht. Ich weiß, ich weiß, es geht nicht. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist irgendwann im nächsten Herbst vielleicht da oben, lese ich aus Texten, die ich für das Süddeutsche Zeitung Magazin geschrieben habe. Und der erste schließt auch ganz gut an an ein Thema, was Christina Klemm hier eben genannt hat. Der heißt nämlich, ist es radikal, wütend zu sein? Wenn meine kleine Tochter wütend wird, versuche ich ihr, das Gefühl zu spiegeln. Du bist wütend, warum bist du wütend? Frage ich sie und sage, es ist gut, manchmal wütend zu sein. Natürlich erleben Kleinkinder ihre Wutausbrüche anders als später, wenn sie ihre Gefühle besser reflektieren können. Doch mir ist wichtig, dass sie möglichst viele davon benennen und herauslassen kann. Sie soll lernen, dass Wut ein legitimer Teil von ihr ist, das sie zeigen darf, ohne dass ich sie weniger liebe. Dass ich ihre Wut wahrnehme und wissen möchte, was dahinter steckt. Gefühle sind geschlechtsneutral, in der Theorie. Doch in den meisten Kulturen folgen der Ausdruck und die Bewertung von Gefühlen bestimmten Normen, wie dem Geschlecht oder der ethnischen Herkunft. Dass Mädchen und Jungen, Frauen und Männer auf ihre Gefühle unterschiedliche Reaktionen bekommen und daher diese auch anders zeigen, ist gut erforscht und relativ bekannt. Schwarze Frauen werden oft als wütend charakterisiert, allein dafür, dass sie existieren. Als ob Wut in unserem Atem und unserer Haut eingewebt wäre. So beschreibt die Autorin Roxane Gay das rassistische Stereotyp der Angry Black Woman, das die Persönlichkeiten schwarzer Frauen auf die immer wütende Frau begrenzen will. Eines von vielen schädlichen Klischees über Emotionen. Gefühle abgesprochen zu bekommen oder sie unterstellt zu bekommen, erschwert den Zugang zu dem, was eine Person wirklich empfindet. Das verändert Menschen und macht sie unfrei. Die Schriftstellerin Leslie Jameson erzählt in ihrem Essay-Band Burn It Down, Women Writing About Anger, wie sie ihrer Wut ein anderes Label gab, weil sie sich bis weit ins Erwachsenenalter hinein nicht zugestand, wütend sein zu können. In Wahrheit war ich stolz darauf, mich eher als traurig, denn als wütend zu beschreiben. Warum? Traurigkeit wirkte kultivierter und selbstloser. Weiblicher. Sie dürfte nicht die einzige Frau sein, die die Wut, die sie schon lange spürte, in die Schublade der Traurigkeit einsortiert hat, weil sie als Mädchen nicht gelernt hat, dieses Gefühl zu zeigen oder Zurückweisungen erfuhr, wenn sie es tat. Trauer statt Wut zu zeigen, hat Vorteile. Trauer bedeutet Akzeptanz, sodass man, was auch immer geschehen ist und ein heftiges Gefühl auslöste, als unveränderlich betrachten kann, als Schicksal. Traurigkeit geht vorbei, wenn die Zeit verstreicht, sie lässt sich verarbeiten. Doch wenn es eigentlich Wut ist, die man spürt, dann bleibt sie. Ich habe meine Wut erst als Erwachsene als solche benennen können. Vielleicht hat die Zeit mich aufgebrochen, vielleicht das Reden über Vergangenes, aber mittlerweile weiß ich, wann ich wütend bin. Doch ich bewege mich weiter in einer Welt, in der weibliche Wut andere Menschen, auch die Menschen, die uns lieben, zurückstößt und die anders reagieren, als ich auf meine Tochter. Frauen, die wütend sind, reagieren über. Sie werden weniger ernst genommen. Sie werden als zu gefühlsstark gesehen, während der Grund ihrer Wut hinter die wahrgenommene Emotion tritt und vielleicht unsichtbar wird. Als wäre eine Frau in diesem Augenblick allein ihre Wut und sonst nichts. Die Autorin Lili Dernziger schreibt treffend, Die Wut einer Frau ist wie Wahnsinn. Sie fühlte sich in mir wie Wahnsinn an. Sie sah für andere wie Wahnsinn aus. Vielleicht würden wir nicht verrückt, wenn sie uns wütend sein ließen. Wenn sich eine Frau jedoch traurig zeigt, wirkt sie verletzbar, nicht gefährlich. Traurig zu sein ist für Frauen die größere Chance, gesehen, gehört und getröstet zu werden. So abgedroschen das Klischee des Beschützerinstinktes ist, so war es es dennoch, dass die Männer, mit denen ich zusammen war, immer eher auf meine Traurigkeit als auf meine Wut reagierten und dass der Satz, was passiert ist, macht mich traurig, sie nachdenklich machte oder Interesse zeigen ließ, ein Ich bin so wütend, aber dazu führte, dass sie den Raum verließen und darauf warteten, dass ich mich beruhigte. Wenn Wut verwandelt wird in Niedergeschlagenheit, dann geht aber verloren, was sie zum Ausdruck bringen wollte, denn sie ist ein kraftvolles Gefühl, ein Ruf nach Veränderung. Depressionsraten unter Kindern sind zunächst ausgeglichen, entwickeln sich aber ab dem Alter von etwa zwölf Jahren stark auseinander und verdreifachen sich bei Mädchen in der Pubertät. Mädchen erkranken signifikant häufiger an Essstörungen und stellen mit rund 75 Prozent die Mehrheit der Jugendlichen, die sich selbst verletzen. Die Autorin Soraya Chemali schreibt in ihrem Buch Speak Out, die Kraft weiblicher Wut, unterdrückte Wut und Self-Silencing seien wesentliche Komponenten psychischer Krankheiten. Sie wirft die Frage auf, ob die weit höheren Krankheitsraten von Mädchen gegenüber Jungen auch etwas damit zu tun haben könnten, dass die weibliche Wut sich häufiger nach innen richte, als herausgelassen und gesehen zu werden und dass Mädchen sowohl bewusst als auch unbewusst wahrnehmen, dass es zu ihrem Nachteil sei, wenn sie sich in der gesamten Breite ihrer Persönlichkeit zeigten. Wenn ich mit der Lebenserfahrung und dem Wissen, das ich mittlerweile habe, über die Zeit nachdenke, in der ich meine Gefühle in Autoaggression verwandelte, erkenne ich klar, dass ich kein trauriger Teenager war, sondern wie so viele andere ein Mädchen voller Wut. Wut, Fragen, Wünsche, die im Außen keine Resonanz fanden. Ich hatte zu diesen Zeiten keine Erfahrung mit dem Liebeskummer, über den Alanis Morissette sang, aber das blütende Lied, das ich in dieser Zeit oft sehr laut allein in meinem Zimmer hörte und mitsang hieß, You ought to know, du solltest wissen. Sie erzählte in einem Interview vor wenigen Monaten, dass es in diesem Lied, das sie 1995 veröffentlichte, tatsächlich nicht nur um Liebeskummer, sondern um sanktionierte Emotionen allgemein ging und sie beim Singen dachte, Gott sei Dank sind diese Gefühle erlaubt. Diese Gefühle müssen gefühlt werden, sonst bleiben sie in deinem Körper und du wirst krank. Kurz nachdem ich meine Tochter bekommen hatte, nahm ich wahr, wie meine Sorge um sie wuchs. Nicht die alltägliche Sorge eines Elternteils, dem Kind könne etwas zustoßen, sondern die Sorge um sie als Mädchen. Aber schon wieder hier ist Sorge das falsche Wort, denn eigentlich empfand und empfinde ich starke Wut. Die Wut tauchte zuerst in der MeToo-Debatte auf, als mir klar wurde, dass meine Tochter sehr wahrscheinlich Erfahrungen mit Sexismus, Belästigung und sexualisierter Gewalt machen wird. Dass ich zu wenig tun kann, um das zu verhindern. Dass sie merken wird, einen wie großen Unterschied es ausmacht, dass sie ein Mädchen ist, bevor sie verstehen kann, wie diese Unterschiede entstehen und dass man ihnen etwas entgegensetzen kann. Ich kann mir kaum vorstellen, wie groß erst die Wut der Eltern ist, die wissen, dass sie ihre Kinder nicht vor weiteren ungerechten und grausamen Erfahrungen wie zum Beispiel Rassismus beschützen können und ihren Kindern weniger zugetraut wird als anderen, vielleicht schlicht aufgrund ihres Vornamens. Für mich war einer der bedrückendsten Sätze in Soraya Chemalis Buch dieser. Unsere Töchter verlassen die Schule mit weniger Selbstbewusstsein, als sie zu Beginn der Schulzeit besitzen. Ich verachte Menschen für ihre Kurzsichtigkeit, wenn sie ungerecht damit relativieren, dass erwachsene Menschen sich nicht in eine Opferrolle begeben sollten und sich wehren könnten. Ich bin weniger wütend über die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich bin wütend darüber, dass andere Erfahrungen machen werden, die an ihrem Urvertrauen rütteln, die sie stumm lassen werden oder krank, obwohl wir sehr gut wissen, auf welchem Nährboden sie wachsen und dass wir zumindest etwas dafür tun könnten, dass sie seltener werden. Nicht wütend zu sein ist ein Privileg, denn Wut ist eine angemessene Reaktion auf eine existierende Ungerechtigkeit. Wenn also den Menschen ihre Wut abgesprochen wird, die sich gegen Diskriminierung engagieren, richtet sich die Kritik gegen das Anliegen selbst. Das Tone-Tip-Policing impliziere, dass Emotionalität und Rationalität nicht koexistieren können und nur ruhige Gespräche konstruktiv und lehrreich sein können. Es verlangt, dass Menschen sich von Angst, Trauer oder Wut loslösen, während sie die realen Konsequenzen von Sexismus, Rassismus und anderen Unterdrückungssystemen sind, so erklärt es die Journalistin Melina Borczak, wie Themen entwertet werden. Gefühle zu erkennen und als inhaltlichen Teil eines Gespräches auch anzuerkennen, ist jedoch für den gegenseitigen Respekt wichtig. Denn ruhig zu argumentieren, können sich diejenigen viel häufiger leisten, die in der stärkeren Position sind und die vielleicht auch die Macht haben, den Schmerz der anderen Person zu lindern. Daher sollten insbesondere die Gefühlen von Menschen mit weniger Einfluss einen Raum bekommen. Denn Wut, sagte die schwarze Aktivistin Audre Lorde in ihrer berühmten Rede The Uses of Anger, Women Responding to Racism, Wut ist geladen mit Informationen. Für die Rezeption von Wut bedeutet es also einen großen Unterschied, ob eine Person etwas zu sagen hat oder ob sie Wut als Machtgeste nutzt, um ihr Gegenüber verstummen zu lassen. Umso nachdenklicher sollte es uns machen, wessen Wut überhört wird, ins Lächerliche gezogen oder aktiv unterdrückt und wessen Wut Raum und Aufmerksamkeit bekommt. Ich bin in dieser Hinsicht kein Vorbild. Ich bekomme regelmäßig das Kompliment, ich sei unaufgeregt und werde oft gefragt, wie ich es schaffe, in kontroversen Diskussionen so ruhig zu bleiben. Dass ich innerlich brodele und manchmal einen anderen Menschen in diesen Runden am liebsten schütteln und anschreien würde, sieht man mir nicht an. Dass ich nicht das Stereotyp einer Feministin spiegle, ist dabei zunächst ein Vorteil. Ich kann feministischen Anliegen mehr Gehör und Gewicht verleihen, weil ich dort sitze, eloquent, sachlich und manchmal witzig diskutiere und durch meine äußere Erscheinung als wenig gefährlich wahrgenommen werde. Ich werde nicht als die hysterische Feministin gesehen. Ich überblende radikale Forderungen mit meiner Kontenanz. Würde ich aussprechen, dass ich wütend bin oder meine Stimme zornig gefärbt sein, würde das, was ich sage, weniger respektiert. Wer hingegen nur meine Texte kennt, insbesondere die Kurzform auf Twitter, sieht mich eher als wütende Feministin. Ein konservativer Journalist, der mich erstmals in einer Live-Sendung zur Bundestagswahl traf und bis dahin nur meine Texte kannte, reagierte nach ein paar Minuten Gespräch völlig perplex und sagte vor laufender Kamera zu mir, aber sie sehen doch so nett und sympathisch aus. Meine Besonnenheit öffnet mir Türen, die Menschen, die ihre Wut nicht auf diese Weise verleugnen können, wie ich es kann, verschlossen bleiben. Meine unaufgeregte Natur ist jedoch das Ergebnis davon, dass ich mit Geschlechternormen groß geworden sind, die meine echten Gefühle im Zaun gehalten haben. Den Zwang, meine Wut zu kontrollieren, kann ich bis heute nur aufgeben, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich schreibe und wenn ich mit Menschen zusammen bin, denen ich vertraue. Doch auf welche Seite stelle ich mich, wenn meine Wut nicht sichtbar wird? Wenn ich nach den Regeln spiele, die Ungleichheit unsichtbar machen, indem sie die Gefühle dafür bestrafen, dann solidarisiere ich mich zuerst mit denen, die von der Unterdrückung anderer profitieren. Aus der Angst heraus, Wut zu zeigen, bleiben wir zu oft mit ihr allein oder schreiben sie ins Internet. Dabei kann Wut auch Gemeinschaft stiften. Sie ist ein Gefühl, das nach echten Gesprächen verlangt und danach einen Plan zu machen, der sich ihrer Ursache annimmt. Ordre Lord sagt in ihrer Rede gegen Rassismus, ausgesprochene und in Handlung umgesetzte Wut im Sinne unserer Visionen und unserer Zukunft ist ein befreiender und stärkender Akt der Klärung. Daher sollten die Reaktionen auf die Wut über Unrecht kein Lächeln sein und kein Ausflug in den Wald, um zu schreien, sondern Ideen dafür, wie die Kraft der Wut gemeinsam mit anderen genutzt werden könnte, um ihre Ursachen zu adressieren. Es ist vielleicht auch eine Frage des Respekts gegenüber sich selbst, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen und sie für etwas zu nutzen. Wut kann das. Sie muss nicht destruktiv sein, sondern kann Einfälle hervorbringen, motivieren und Menschen zusammenbringen, die ein Anliegen teilen. Wir können Wut als Teil von uns akzeptieren, denn sie ist nicht das Böse, sondern erzählt davon, was wir brauchen und was uns ganz macht. Dann lese ich noch eine zweite Kolumne, die befasst sich mit Macht und heißt, ist es radikal, auf Macht zu verzichten. Wir wollen die Hälfte der Macht. Kaum einen anderen Satz verbindet man neben »Mein Bauch gehört mir« so sehr mit der feministischen Bewegung in Deutschland. Die Hälfte der Macht, ist es das, was Frauen wollen? Was genau bedeutet dieser Satz eigentlich? Denke ich gerade an die Frau, die als mächtigste Frau der Welt gilt, kann ich vor allem verstehen, warum sie in diesem Herbst das Ende ihrer Kanzlerinnenschaft feiert. Ja, ich glaube, dass sie ihren Abschied feiern wird. Nicht, weil ich Angela Merkel als besonders stolzen Menschen empfinde, der sich auf die Schulter klopfen wird dafür, nicht nur die erste Kanzlerin der Bundesrepublik gewesen zu sein, sondern das auch noch 16 Jahre lang. Ich stelle mir stattdessen vor, dass sie aufatmen wird, nicht länger Kanzlerin sein zu müssen, mühsame Runden mit eitlen Männern der Vergangenheit angehören und sie in ein Leben jenseits der Macht wechseln kann. Merkel wird 2021 nach der nächsten Bundestagswahl 67 Jahre sein. Ein Jahr älter als Friedrich Merz, der in einem Alter, in dem andere Menschen in Rente gehen, noch einmal die Macht spüren will. Ich habe als Feministin ein ambivalentes Verhältnis zu Angela Merkels Wirken, weil ich zum einen anerkenne, dass die Sichtbarkeit einer Frau als Chefin von Deutschland, so habe ich meiner fünfjährigen Tochter erklärt, was sie macht, eine gesellschaftliche Wirkung gehabt hat. Das Vorhandensein einer Kanzlerin hat nicht alle strukturellen Hürden für Frauen in Politik und Beruf ausgeräumt, aber in jedem Fall den Vorstellungsraum vieler Menschen vergrößert. Meine Tochter hat mich tatsächlich gefragt, ob das, was Angela Merkel beruflich tut, auch Männer machen können. Und Mittes können das auch. Seitdem wir ein Kinderbuch über Intersexualität gelesen haben, nennt sie meistens drei Geschlechter, die sie kennt. Die dritte Option nennt sie Mitte und sie korrigiert mich, wenn ich lediglich von Frauen und Männern spreche. Auch die Machtfrage muss man längst anders formulieren, denn mit weißen Frauen neben weißen Männern ist es nicht getan. Vielleicht ist das Denken jenseits der geschlechtlichen Binarität tatsächlich einfacher geworden, weil Frauen sich heute selbstverständlicher in sichtbaren öffentlichen Ämtern bewegen. Wir können jetzt fragen, wer dann noch fehlt. Dennoch ist es nicht auf die politische Arbeit von Angela Merkel zurückzuführen, dass die deutsche Gesellschaft offener geworden ist, Lesben und Schwule mehr akzeptiert werden und Rechte hinzubekommen haben, dass mehr Transmenschen öffentlich über ihre Identität sprechen können oder auch kontroverse feministische Positionen wieder vermehrt öffentlich debattiert werden. Als CDU-Politikerin waren und sind das keine Themen, die Angela Merkel wichtig findet. Hätte eine Kanzlerin einer anderen Partei mehr für die Gleichberechtigung erreicht? Ich bin mir nicht sicher. Die britische Politikwissenschaftlerin Anne Phillips unterscheidet die deskriptive Repräsentation von Frauen, bei der sie als Akteurin sichtbar werden, von der substanziellen Repräsentation, bei der Interessen angesprochen werden, die grob als Interessen von Frauen definiert sind. Ich halte diese Unterscheidung für immens wichtig, da erst die Gegenüberstellung dieser beiden Formen von Repräsentation zeigt, an welcher Stelle des Diskurses wir uns in Deutschland immer wieder verfangen. Die deskriptive Repräsentation ist für weiße Frauen in Deutschland mittlerweile weniger wichtig, während die Wahl von Kamala Harris zur Vizepräsidentin in den USA dort in den nächsten Jahren für alle Frauen und Mädchen, aber ganz besonders für schwarze Frauen, einen Unterschied bedeuten wird. Zwar wird auch in den aktuellen Forderungen in Deutschland das Gesetz für Führungspositionen endlich auszudehnen, immer wieder auf die Funktion von sichtbaren Vorbildern verwiesen, damit Mädchen und Frauen sich Karrierewege vorstellen können, doch nach vielen Jahrzehnten feministischer Debatte kann allein die deskriptive Repräsentation nicht das Ziel sein, erst recht keine radikale Forderung. Der neue Gesetzentwurf sieht eine Quote für DAX-Unternehmen und den öffentlichen Dienst vor, längst nicht für alle Führungspositionen in deutschen Organisationen. Das fehlende politische Vermächtnis von Angela Merkel für die Gleichberechtigung von Frauen in Deutschland ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die deskriptive Repräsentation viel zu wenig ist, wenn es um feministische Fortschritte geht. Die substanzielle Repräsentation hingegen können sogar alle Menschen ausfüllen. Es wäre kein Problem, wenn die Repräsentation einer vielfältigen Gesellschaft in Parlamenten oder in Organisationen wie zum Beispiel Redaktionen noch nicht gelänge, wenn die dort tätigen Personen in der Lage wären, die Interessen von Menschen, die anders sind als sie, substanziell zu vertreten. Insbesondere die Forderungen und Rechte von Minderheiten können nur dann realisiert werden, wenn andere ebenso für ihre Anliegen eintreten und sich solidarisieren. Wenn Frauen und unterrepräsentierte Gruppen jedoch vor allem die deskriptive Repräsentation erreichen, erlangen sie auf diesem Weg etwas anderes als das, was FeministInnen mit der Hälfte der Macht meinen. FeministInnen wollen die Macht verändern, vielleicht sogar hinter sich lassen. In den Begründungen für eine Geschlechterquote in Wirtschaft und Politik werden die deskriptive und substanzielle Repräsentation oft gleichgesetzt. Das Argument, wenn erst Frauen in Spitzenpositionen gelangen würden, könnten sie von dort aus für mehr Gleichberechtigung auf allen Ebenen sorgen. Das kann aber nur gelingen, wenn diese Frauen genau das, eine substanzielle Veränderung, als ihren Auftrag verstehen. Es ist beinahe tragikomisch, dass die Forderung nach deskriptiver Repräsentation von Frauen hier den Fehler der freiwilligen Selbstverpflichtung wiederholt, auf die sich die Politik zunächst mit der Wirtschaft verständigt hatte, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Denn die Frauen, die nach einer Quotenregelung mehr Macht bekommen werden, haben sich maximal freiwillig selbst verpflichtet, marginalisierte Menschen substanziell zu repräsentieren. Ich halte für sehr wahrscheinlich, dass die Bilanz von mehr Frauen in Führungspositionen, wenn wir sie in 10 oder 20 Jahren betrachten, ähnlich wie die Gleichberechtigungsbilanz nach 16 Jahren Merkel ausfallen könnte. Mager. Ich lasse mich gern überraschen und gestehe mir dann ein, was für einen Quatsch ich damals geschrieben habe, und dass es die neu hinzugekommenen Spitzenfrauen waren, die unsere Wirtschaft umgebaut haben und den Niedriglohnsektor abschafften und dass die Luft endlich sauber wurde. Natürlich ist die Quote gerecht und eine gesetzliche Regelung ist richtig, sogar überfällig, genau wie ein Paritätsgesetz. In Artikel 3 des Grundgesetzes steht, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Der Staat hat ganz schön getrödelt und ist immer noch zaghaft. Der Fehler, der die Idee einer Geschlechterquote als feministische Idee schwächt, ist, dass hier andere konkrete politische Ziele nachgeordnet sind und in der aktuellen Debatte um die Quote nicht einmal genannt werden. Es ist völlig unklar, was mehr Frauen in Führungspositionen erreichen sollen. Was sie erreichen will, entscheidet jede Frau, die durch die Quote Zugang zu einer Position bekommen wird, für sich allein. Das ist ihr Recht, diese Freiheit soll sie haben. Doch nur weil eine Frau etwas tut und entscheidet, handelt sie noch lange nicht feministisch, noch lange nicht im Sinne einer substanziellen Repräsentation. Neben den politischen Zielen nach der Quote fehlt eine Diskussion darüber, wie sich das Verständnis von Macht verändern müsste, wenn mehr Vielfalt in Führungsgremien tatsächlich Ergebnisse hervorbringen sollen, die mehr Inklusion, mehr Gerechtigkeit bedeuten. Beides, sowohl die Wirkungskette von Quote auf andere Gleichberechtigungserfolge, sowie die kulturelle Veränderung in Organisationen, werden als Automatismen angenommen. Dabei wird das Tempo überschätzt, mit dem Veränderungen durch mehr Frauen in Führungsteams möglicherweise ablaufen, sofern sie es überhaupt tun. Denn Frauen üben ihre Macht nicht notwendigerweise auf andere Art aus als Männer. Vielleicht sehnen sich diejenigen, die sich mehr Vielfalt in Entscheidungspositionen wünschen, aber auch nach einer anderen Art der Macht, nicht nur nach mehr Frauen. Einige feministische TheoretikerInnen glauben, dass Institutionen, die von Männern gegründet und von ihnen geführt wurden, gar nicht auf eine Art und Weise reformierbar seien, als dass sie von unterschiedlichen Menschen gleichberechtigt gestaltet werden können, weil die Strukturen schon viel zu feststehen. Die Philosophin Diana Satori spricht vom Phänomen der inklusiven Exklusion, die Frauen ein Mitwirken an Politik ermögliche, sie jedoch gleichzeitig weiter kulturell ausschließe und eine tatsächlich gleichberechtigte Teilhabe unmöglich mache. Übertragen auf Wirtschaft und Politik bedeutet dies, dass diejenigen, die als Abweichung zu den bisherigen AkteurInnen hinzukommen, sich auf eine Art anpassen müssen, die es ihnen schwer bis unmöglich macht, das zu erreichen, was sie ursprünglich angestrebt haben. Sie müssen ihren bisherigen Habitus ablegen und den Menschen, denen sie nun gleichgestellt sind, ähnlicher werden, um akzeptiert zu sein. Um aufzusteigen, damit werben Coaches, die Frauen auf Führungspositionen vorbereiten, müssten die Machtspiele der Männer verstanden werden. Damit eine neue Person in einem kulturell geprägten Gremium zurechtkommt, ist es in der Regel sie, die sich verändert und nicht ihr Umfeld. Um überhaupt in Frage zu kommen, müssen Personen, die in ihrer deskriptiven Repräsentation von anderen Menschen in einem Team abweichen, in ihrem Habitus möglichst nah an den bereits agierenden Personen sein. Die Frauenquote ist daher ein Instrument, um Frauen, die sich in ihren Eigenschaften und Werten möglichst wenig von den bereits vorhandenen Männern unterscheiden, in Spitzenpositionen zu bringen. In ihrer Wirkung auf tatsächliche Vielfalt sind sie damit sehr begrenzt. Ähnlich geht es Menschen auf Color, wenn sie in vornehmlich weiße Belegschaften kommen. Kira Page, eine Expertin für inklusive Organisationsentwicklung, beschreibt in einem Artikel den typischen Weg einer Frau auf Color nach ihrer Neuanstellung, die nach einer Honeymoon-Phase, in der sie sich unter ihren weißen KollegInnen wohlfühlt, auf strukturelle Barrieren und rassistische Mikroaggression trifft, sie diese Probleme der Unternehmenskultur anspricht und schließlich aus dem Unternehmen herausgedrängt und die Schuld dafür bei ihr gesehen wird. Dieser typische Verlauf, den die Berichte vieler Menschen auf Color stützen, erinnert an das Phänomen der Vorstandsfrauen, von denen viele nach ihrer Berufung eine auffällig kurze Verweildauer an ihrem neuen Posten haben. Die italienische Philosophinnengruppe Diotima vertritt in ihrer Publikation Macht und Politik sind nicht dasselbe, daher die Auffassung, dass Institutionen, die es schaffen wollen, die Interessen der Geschlechter gleichberechtigt zu verhandeln, neu geschaffen werden müssen, statt von innen verändert. Macht kaputt, was euch nicht annimmt, und baut es neu auf. Für die gegenwärtige Situation ist das natürlich eine unbefriedigende Antwort, da die Absage an ein Engagement in bestehenden Institutionen zunächst keinen Weg aufzeigt, wie die Veränderungen, die zum Beispiel FeministInnen erreichen wollen, dann realisiert werden können, wenn nicht übereinschlussreiche Positionen in der Politik oder in der Wirtschaft. Ohne FeministInnen, die ihren Weg durch die Institutionen gegangen wären, stünde Deutschland in den globalen Rankings zur Gleichberechtigung noch weiter abgeschlagen dar. Beim europäischen Gender Equality Index ist Deutschland derzeit auf Platz 13. Bevor neue Institutionen gegründet werden, die den bisherigen in ihrem Gerechtigkeitsanspruch überlegen sein können, müssen zunächst die Fragen geklärt werden, welche Art der Machtausübung und welches Verständnis von Politik und Zusammenarbeit diesen Institutionen zugrunde liegen soll. Luisa Moraro, eine Biotima-Philosophin, ist der Auffassung, dass die unter Frauen weit verbreitete Abneigung gegen eine Politik im Sinne von Wettbewerb um die Macht keine Ablehnung der Politik, sondern im Gegenteil ein Verlangen nach Politik darstelle. Dieser Blick auf Politik und Macht lässt sich auf die Wirtschaft übertragen, denn auch dort erfolgen Entscheidungen entlang von Politik und Macht. Volkmann Moraros' These ist der niedrige Frauenanteil in deutschen Parteien also nicht mit politischem Desinteresse zu erklären, sondern mit der Ablehnung der Art, wie dort Politik verstanden wird. Es bedeutet einen Unterschied, Politik machen zu wollen oder Macht haben zu wollen. Wer Politik machen möchte, kann sogar auf Macht verzichten, da die Eigenheiten des Aufbaus und Erhalts von Macht politischer Arbeit immer im Weg stehen. Man sieht das gerade an der Pandemie-Politik und den Verhandlungen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen der Bundesländer, die anders verlaufen würden, ginge es nicht immer wieder auch um die Demonstration von Macht. Man sieht oder man sah es an der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die in den Pandemie-Monaten keine streitbaren Ideen präsentiert hat, um Frauen und Familien mehr zu unterstützen. Was mit dem Wissen, dass sie Bürgermeisterin in Berlin werden möchte und sich daher als moderate Politikerin positionieren muss, sehr plausibel erscheint. Sie will nicht anecken und darüber gefährden, dass sie die mächtige Position der Berliner Landespolitik besetzen kann. Das Thema der Geschlechterquote hingegen kann Giffey aktuell gefahrlos besetzen, da die Quote keine radikale Forderung mehr ist und die Frauen, die sie unterstützen und von ihr profitieren würden, aus allen politischen Lagern stammen. Wissen Sie, warum der bayerische Ministerpräsident Markus Söder seit kurzem die Quote unterstützt? Weil er verstanden hat, dass sie gar nicht so gefährlich ist, wie in manchen Männerzirkeln noch angenommen wird. Ein anderes Beispiel dafür, wie Macht der Politik ein Bein stellen kann, erzählt der Journalist Thorsten Körner in seinem Buch In der Männerrepublik, wie Frauen die Politik eroberten, als er beschreibt, wie Angela Merkel als Bundesfrauenministerin nach der Wiedervereinigung mit der Neuregelung des Paragrafen 218 umging. Merkel nahm damals eine mittlere Position zwischen der liberalen Fristenlösung der DDR und der strengeren Edinkationsregelung der Bundesregierung ein und enthielt sich schließlich in Absprache mit Helmut Kohl, dem damaligen Kanzler, bei der Abstimmung. Sie hat durch ihr Agieren und Abstimmungsverhalten viele ein bisschen, aber den mächtigsten Mann nicht zu sehr verprellt, so analysiert Körner Merkels Entscheidung. Merkel entschied sich in der Abtreibungsfrage gegen eine Politik, über die sie Frauen substanziell repräsentiert hätte und für die Aussicht auf mehr Macht. Eine politische Praxis, die durchzogen ist von Machtfragen jenseits der Sachfragen, über die entschieden wird, bringt also in vielen Fällen schlechtere Lösungen hervor als solche, die möglich wären, würde man sich vorrangig an den Menschen orientieren, die sie konkret betreffen. Denn weder für Helmut Kohl noch für andere Männer, die damals in der Union als mächtig galten, ist die Entscheidung, welche gesetzlichen Regelungen für Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland gelten, je relevant gewesen. Wenn also wie hier politische Entscheidungen sich auf Machtfragen reduzieren, verlieren sie ihren politischen Kern. Zur Frage des Ehegattensplittings hat man beispielsweise aus den Reihen der SPD in den vergangenen Jahren immer wieder gehört, eine Reform und schließlich die Abschaffung könne kein Thema für einen Bundestagswahlkampf werden, da diese Positionierung zu viele Wählerinnenstimmen kosten könne und der damit einhergehende Machtverlust es noch einmal schwieriger machen würde, sozialdemokratische Politik umzusetzen. Eine Alternative zu dieser Angst hätte jedoch sein können, dass die SPD sich fragt, wie sie möglichst viele Menschen von der Notwendigkeit einer Reform überzeugt und schließlich die Unterstützung hat, diese auch umzusetzen. Macht ist auch immer von der Angst vor Machtverlust begleitet. Politik sollte aber nicht von Angst geleitet sein. Ein feministisches Ziel könnte daher sein, mehr Politik zu fordern, mehr Mitbestimmung zu ermöglichen, statt Macht zu wollen. Diese Art der Politik kann überall stattfinden, in Nachbarschaften, Unternehmen, Interessengruppen, nicht nur in Parlamenten. Das könnte der Einbezug von Kindern an Schulen sein, wirklich mitzuentscheiden, was und wie sie lernen. Rotierende Führungspersonen in Teams, die projektbezogen die Leitung übernehmen übernehmen oder die Umkehr von Jahresgesprächen, in denen MitarbeiterInnen ihren Vorgesetzten Feedback geben und mit ihnen Ziele vereinbaren. Mal auf die Leisen zu hören oder die Menschen, die in einer Organisation in der Minderheit sind, nach ihrer Vision zu fragen und diese ernst nehmen. Hartz-IV-EmpfängerInnen fragen, wie viel Geld sie brauchen würden, um würdevoll leben zu können. Wer Macht hat, sollte sie nutzen für Rollenwechsel, um immer mal wieder aus der Distanz zu erfahren, was Macht macht, das wäre Mut. Denn, so schreiben es Chiara Zamboni und Luisa Moraro im Vorwort von Macht und Politik sind nicht dasselbe, wenn man sich ein Problem zu Herzen nimmt, wenn man den Impuls verspürt, aus dem Privatinteresse herauszutreten und sich mit anderen zusammenzutun und wenn diese Leidenschaft und Reaktionen weckt, dann findet Politik statt. Das, was sie als Politik definieren, stellt gemeinschaftliches Handeln ins Zentrum der Politik, nicht die Ausübung von Macht, sodass alle an den politischen und gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen, die sie betreffen, partizipieren können. In dem 2019 erschienenen Manifest Feminism for the 99% schreiben Cinzia Arruzza, Titi Batajara und Nancy Fraser, Wir haben kein Interesse daran, die gläserne Decke zu durchbrechen, während die überwältigende Mehrheit die Scherben aufsammeln muss. Wir sind weit davon entfernt, weibliche CEOs feiern zu wollen, die Eckbüros haben. Wir wollen CEOs und Eckbüros loswerden. Mehr Macht für Einzelne zu wollen, ergibt aus feministischer Perspektive keinen Sinn. Die Macht selbst muss zersplittert werden, nicht die Trennwand zu ihr. Bis die Macht nicht mehr erkennbar ist, ihr Besitz unbedeutend. Die Hälfte der Macht bedeutet Macht für alle, nicht Macht hälftig verteilt auf wenige Frauen und wenige Männer. Ein Splitter für jeden. Dankeschön und dann geht es hier auch direkt weiter. Dankeschön und dann geht es hier auch direkt. Ich mache jetzt weiter und stelle mich kurz vor. Mein Name ist Linus Giese, ich bin Buchhändler hier in der Buchhandlung SheSat, aus der wir heute lesen, streamen und spenden sammeln. Und ich bin Autor. Mein Buch, ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich immer schon war, ist letztes Jahr im Rowold Verlag erschienen. Und wenn ich über mein Buch spreche, scheue ich mich immer ein bisschen davor zurück, zu sagen, meine Autobiografie, weil ich erst 35 Jahre alt bin und es etwas seltsam ist, schon auf mein Leben zurückzugucken. Aber ich schreibe in meinem Buch tatsächlich über meine eigene Geschichte und über meinen Coming-out als Transmann. Und als ich gestern in meiner Wohnung alleine auf dem Sofa saß und meine Textstelle geübt habe, hat sich das ein bisschen seltsam angefühlt, weil mein Coming-out jetzt tatsächlich schon fast vier Jahre her ist und meint es in meinem Buch mir selber schon ein bisschen fremd vorkommt oder wie aus einem anderen Leben. Aber ich glaube, ich kriege das jetzt trotzdem gut hin. Und ich lese das erste Kapitel aus meinem Buch und das trägt die Überschrift Starbucks. Es war Mittwoch, der 4. Oktober 2017, als ich das erste Mal den Namen sagte, den ich mir schon so lange für mich überlegt hatte. Linus. Linus war meine Antwort auf die Frage eines Baristas nach meinem Namen, den er auf den Kaffeebecher schreiben wollte. Ich stand in einem Café am Frankfurter Hauptbahnhof, als ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, das hier ist der richtige Moment und der richtige Ort, um zu sagen, dass ich Linus heiße. Und dass ich ein Mann bin. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie der Barista aussah. Ich habe mir sogar gemerkt, was ich damals bestellte. Ein Pumpkin-Spice-Latte mit Sahne und einem Extraschuss Kaffee. In den folgenden Monaten war ich noch viele weitere Male dort, weil ich den Wunsch hatte, diesen einen Moment zu wiederholen. Es war jedoch immer so leer, dass ich nie wieder nach meinem Namen gefragt wurde. Manchmal wird mir bei diesen Gedanken ganz flau im Magen, weil mir dann bewusst wird, wie sehr unser Leben von Zufällen abhängt. Wie wäre mein Leben weitergegangen, wäre ich damals nicht nach meinem Namen gefragt worden. Hätte ich dann einfach an einem anderen Tag und in einem anderen Moment den Mut aufgebracht? Manchmal frage ich mich auf, warum ich meinen Namen beim ersten Mal einer fremden Person offenbaren musste. Sagt man so etwas nicht eher der besten Freundin oder der eigenen Mutter? Ich glaubte, aus irgendeinem Grund es einem Fremden erzählen zu müssen. Vielleicht, weil ich wusste, dass ich von einem fremden Menschen, der mich nicht kennt, nicht in Frage gestellt werden würde. An diesem Ort und in diesem Moment war ich Linus und das wurde ohne Nachfragen oder Skepsis hingenommen. Bist du dir denn sicher? Aber du bist doch eine Frau. Das kommt für uns alle sehr überraschend. Du bist doch viel zu alt für so etwas. Wir glauben dir nicht. Du irrst dich. Du darfst das nicht sein. Das bist du nicht. Tu uns das nicht an. Das waren einige der Antworten, vor denen ich mich fürchtete. Ich kann mich noch sehr genau an die Tage und Wochen erinnern, die diesem Moment im Starbucks vorausgegangen waren. Zwei Monate zuvor hatte ich mit Stefan auf einer Parkbank mitten in Frankfurt gesessen. Er war der Erste, mit dem ich darüber sprach, dass ich glaubte, ein Junge zu sein. Ich war damals schon 31 Jahre alt, doch ich sagte immer, ich glaube, dass ich ein Junge bin. Es kam mir nie in den Sinn, dass ich eigentlich schon längst ein erwachsener Mann sein müsste. Ich denke, das liegt daran, dass mir meine Kindheit entgangen ist. Sie wurde mir vorenthalten. Ich wollte noch einmal ein Junge sein, um all das nachholen zu dürfen, was ich verpasst hatte und nicht erleben durfte. Vielleicht steckte damals noch ein kleiner Peter Pan in mir, der alles Mögliche wollte, nur niemals erwachsen werden. Heute weiß ich, dass ich diese verpasste Kindheit nicht nachholen kann, doch ich kann mir Dinge, die ich verpasst habe, Stück für Stück zurückholen. Ich halte dich für einen Jungen und ich freue mich auf den Tag, an dem ich er sagen und deinen Namen kennenlernen darf, schrieb mir Stefan in einer Nachricht kurz vor meinem Coming Out. Auch heute halte ich mich noch oft für einen Jungen, von dem ich hoffe, dass er irgendwann zu einem Mann heranwachsen wird. Damals war das für mich alles noch kaum vorstellbar. Wenn ich die Geschichten von anderen Transmenschen lese, bin ich oft fasziniert davon, wie sicher manche bereits als Kinder und Jugendliche bei der Antwort auf die Frage waren, wer sie sind und was sie sich wünschen. Als ich aufwuchs, fehlten mir Begriffe wie Trans, Genderqueer oder Nichtbinär. Identität war für mich nichts Wandelbares, sondern ganz im Gegenteil etwas, das für immer und unverrückbar feststand. Felsenfest, in Stein gemeißelt. Der Tag, an dem ich zum ersten Mal Linus sagte, war der Tag, an dem sich mein Leben ein Davor- und ein Danach teilte. Auch, wenn das wie ein Klischee klingt, es ist wahr. Zurück ließ ich ein Leben, das eng wie ein Korsett gewesen ist und trat in eines, in dem ich mir zum ersten Mal erlaubte, über meine Identität, meine Sexualität und mich selbst nachzudenken. Was wünsche ich mir? Was brauche ich? Was gefällt mir? Was tut mir gut? Was würde ich gerne ausprobieren? Wer bin ich eigentlich? Als ich den Becher, auf dem mein Name stand, ausgetrunken hatte, fuhr ich damit zurück in das Zimmer nach Mühlheim, in dem ich damals zur Untermiete lebte, machte ein Foto und nut es auf meinem Facebook-Profil hoch. Dazu schrieb ich den Satz, tolles Gefühl, bei Starbucks zum ersten Mal den Namen laut aussprechen, den ich mir schon so lange für mich wünsche. Danach machte ich das Handy aus, klappte meinen Laptop zu und legte mich auf den Fußboden meines kleinen Badezimmers, weil ich vor lauter Angst kaum noch Luft bekam. All das, was mich der Barista nicht gefragt hatte, fragten mich jetzt vielleicht meine Freundinnen. Vielleicht würden sie sich auch von mir abwenden, mich beschimpfen, mir die Freundschaft kündigen. Und was würde passieren, wenn mein Chef davon erfuhr oder meine KollegInnen? Würde ich vielleicht entlassen werden, gemobbt, abgelehnt, verstoßen oder auch einfach nur seltsam beäugt? Mit meinem Coming-out verlor ich das Privileg, zu dem Normalen zu gehören. Ich war plötzlich anders und davon abhängig, ob ich von anderen immer noch akzeptiert oder gemocht wurde. Es dauerte lange, bis ich mich zum ersten Mal wieder online traute und einen Großteil der Kommentare unter meinem Foto las ich erst Wochen und Monate später. Natürlich gab es Fragen und natürlich gab es Irritationen. Manche übergingen die Neuigkeiten auch einfach schweigend. In den Wochen und Monaten nach meinem Coming-out kam es zu Konflikten und Zerwürfnissen. Freundschaften zerbrachen. Vieles von dem, was ich mir ausgemalt hatte, trat in ganz unterschiedlichen Varianten und Abstufungen ein. Doch nichts davon war so gravierend, wie ich es befürchtet hatte. Meine größte Angst war, dass jemand sagen könnte, das, was du dir wünschst, ist falsch. Du bist ekelhaft und ich deshalb alles wieder rückgängig machen müsste. Und tatsächlich gibt es immer wieder Menschen, die mir genau das sagen oder auch schreiben. Doch mittlerweile verunsichert mich das nicht mehr. Ich sage dann, so bin ich eben. Ich bleibe hier, ich bleibe sichtbar, ich möchte mich für dich nicht ändern. Was willst du dagegen machen? Ich sage oft, dass dieser Moment im Oktober der Tag meines Coming-outs war. Doch eigentlich stimmt das so nicht. Bei Wikipedia steht, dass man unter einem Coming-out ein absichtliches, bewusstes Öffentlich-Machen versteht. Mich irritiert an dem Begriff, dass es etwas Einmaliges suggeriert. Aber Transmenschen haben oft nicht nur ein singuläres Coming-out, sondern müssen sich immer und immer wieder outen. Ich zeigte meinen Becher, meinen Becher, meinen Freundinnen auf Facebook. Doch nicht alle meine Freundinnen sind auf Facebook. In einem Artikel las ich, ein Coming-out sei wie duschen, du musst es fast täglich tun. Wie sage ich es alten Freundinnen? Wie sage ich es neuen Freundinnen? Wie sage ich es Verwandten? Wie sage ich es dem Arbeitgeber, den KollegInnen? Und wann sage ich es meinem Date? Ich oute mich beim Arztbesuch, bei Behördentermin, im Gespräch mit der Krankenkasse und eine lange Zeit habe ich mich auch jedes Mal geoutet, wenn ich ein Paket bei der Post abholen musste, das an meinen alten Namen adressiert war. Mein Leben ist ein andauerndes Coming-out. Ich muss mich immer wieder erklären. Ich tue das seit drei Jahren. Wenn ich sage, dass ich ein Transmann bin, gibt es darauf ganz unterschiedliche Reaktionen. Am angenehmsten ist mir das unaufgeregte Verständnis. Doch es gibt auch peinlich berührte Schweigen, Unsicherheit, Überforderung, Neugier oder auch übergriffige Nachfragen. Hattest du schon die OP? Wie ist dein Zeitplan für die Umwandlung? Bist du dir sicher, dass du nicht einfach nur eine burschikose Frau mit kurzen Haaren bist? Und die häufigste Frage, seit wann weißt du denn, dass du trans bist? In vielen Lebensgeschichten von Transmenschen fällt irgendwann ein Satz wie Ich wusste schon als Kind, dass ich trans bin oder Ich wusste schon immer, dass ich ein Mann bin. Ich sage das auch manchmal, weil es tatsächlich vieles einfacher macht, vor allem im Gespräch mit anderen Menschen. Doch ich bin mir nicht immer sicher, ob es wirklich stimmt. Ich wusste schon als Kind, dass ich gerne Badeschorts trug, kurze Haare mochte und lieber mit einer Turtles-Figur spielen wollte als mit einer Barbie. Ich wusste auch als Kind schon, dass ich einen Penis haben wollte und genauso wie mein Vater und mein Bruder gerne im Stehen gepinkelt hätte. Doch wusste ich als Kind bereits, dass ich ein Junge bin? War mir als Kind bereits klar, dass ich kein Mädchen bin? Ich weiß es nicht. Als Jugendlicher wusste ich dann, dass ich mich oft seltsam fremd mit mir selbst fühlte, dass ich unsicher und ängstlich war. Als ich durch Zufall anfing, das Online-Tagebuch eines Transmanns zu lesen, dachte ich oft, das bin doch ich, das möchte ich auch, das würde mich endlich glücklich machen. Doch es dauerte dann noch weitere 16 Jahre, bis ich mein erstes Coming-out hatte. Blicke ich zurück, kommt mir mein Leben oft wie ein großes und verschlungenes Durcheinander vor. Es war ein langer Weg, bis ich endlich zu mir selbst gefunden habe. Ich glaubte, eine lesbische Frau zu sein. Ich glaubte, eine Butch zu sein. Jetzt bin ich ein queerer Transmann. Vielleicht bin ich da schon immer gewesen, doch vielleicht war es auch ein Prozess, bis ich da hingekommen bin, wo ich mich heute verorte. Als ich 18 Jahre alt war, glaubte ich niemals, ein Transmann sein zu dürfen. Als ich 24 Jahre alt war, glaubte ich schon längst zu alt zu sein, um noch ein Transmann sein zu können. Als ich mich mit 31 Jahren endlich outete, hatte ich das Gefühl, zum ersten Mal richtig atmen zu können. Ich verspürte zum ersten Mal so etwas wie sexuelle Lust. Als ich mit 32 Jahren damit begann, Hormone zu nehmen, veränderte sich mein Leben zum allerersten Mal in eine positive Richtung. Es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Es gibt so wenig Repräsentation von Transmenschen und es werden so wenig diverse, unterschiedliche Lebensgeschichten erzählt, dass mir an dieser Stelle wichtig ist, zu betonen, Transmenschen müssen nicht als Kinder wissen, wer sie sind. Sie müssen auch nicht als Jugendliche wissen, wer sie sind. Niemand muss sich immer sicher sein. Zweifel und Unsicherheiten sind erlaubt. Experimentieren ist erlaubt. Auch Fehler sind erlaubt. Es gibt nicht nur einen einzigen möglichen Lebenslauf für Transmenschen. Wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen uns irren. Wir dürfen uns umentscheiden. Wir dürfen auch bereuen. Wir dürfen all das, was alle anderen Menschen auch dürfen. Es gibt keinen universellen Lebenslauf für Transmenschen. Die Geschichte, die ich in diesem Buch erzähle, steht nicht repräsentativ für alle anderen Transmenschen. Ich spreche nicht für andere Transmenschen und möchte das auch gar nicht. Das hier ist meine Geschichte. Mit all meinen Umwegen, Urwegen und Sackgassen. Als ich in meinem Leben das erste Mal einen Transmann traf, war meine erste Frage, bin ich zu alt? Ist es zu spät? Als ich kürzlich für jemanden, der erste Transmann war, den meinen gegenüber traf, lautete dessen erste Frage, kann ich überhaupt trans sein, wenn ich schon 21 Jahre alt bin und mir noch immer nicht sicher bin, was ich mir eigentlich wünsche? Ja, kannst du. Du kannst und darfst alles sein und ich wünsche allen, die dieses Buch lesen, dass sie nicht so lange brauchen werden wie ich, bis sie das verstanden haben. Identität und Sexualität sollten etwas Fließendes sein und nichts, das uns festlegt und beschränkt. Es gibt keine Grenzen und Vorschriften. Du darfst alles ausprobieren, dir alles erlauben, alles tragen, was dir gefällt und alles tun, woran du Freude hast. Gender ist eine Spielwiese. Probiere dich aus und habe Spaß dabei. Vor drei Jahren dachte ich, dass ich der männlichste Mann sein müsste, den die Welt jemals gesehen hat. Heute denke ich, wenn mir die Jacke in der Frauenabteilung gefällt, kaufe ich sie mir. Ich versuche, ganz losgelöst von allen gesellschaftlichen Erwartungen herauszufinden, wer ich überhaupt bin. Gefallen mir eigentlich Männer oder Frauen? Mag ich lackierte Fingernägel? Gefallen mir Blumenmuster und Glitzerschuhe? Bin ich vielleicht doch nicht so binär, wie ich immer dachte? Und wie kann ich versuchen herauszufinden, woran ich Freude habe und was ich mir wünsche? Es ist ein andauerndes Experimentieren und ich wünschte, alle Menschen, ob Trans oder Cis, würden sich ebenfalls die Freiheit nehmen, über Stereotype-Vorstellungen hinaus zu denken. Vielleicht kann ich mit meiner Geschichte, die in einem Starbucks am Frankfurter Hauptbahnhof begann, einen Teil dazu beitragen. Und jetzt lese ich noch kurz ein kleines Kapitel aus der Mitte, das ganz schön daran anschließt. Und das heißt In der Herrenabteilung. Zwei Monate vor meinem Coming-out ging ich zum ersten Mal in meinem Leben in die Herrenabteilung. Den meisten Menschen fällt es im Alltag wahrscheinlich gar nicht auf, doch wir leben in einer Welt, in der unzählige Orte nach Geschlechtern getrennt sind. Ich denke dabei an Toiletten, Fitnessstudios, Jugendherbergen, Friseure, Krankenhauszimmer oder auch Umkleidekabinen. Auch in den meisten Bekleidungsgeschäften gibt es eine Damen- und eine Herrenabteilung. Unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der die geschlechtliche Trennung immer noch eine erstaunlich wichtige Rolle spielt. Ich frage mich das ganz ernsthaft. Ist es nicht bereit, seltsam Kleidungsstücken überhaupt Geschlechter zuzuweisen? Warum ist die eine Hose eine Herrenhose und die andere Hose eine Damenhose? Und warum lassen wir uns, ich nehme mich da selbst gar nicht aus, so sehr davon bestimmen? Warum kaufen wir oft nach Geschlecht ein und nicht nach Geschmack? Statt in Männer- und Frauenhosen zu unterteilen, könnten wir auch einfach in Hosen mit und ohne Taschen unterteilen, oder? Am Ende des Tages gibt es auch einfach nicht den Frauen- und den Männerkörper. Warum also nicht das schöne bunte Hemd in allen Größen an eine Kleiderstange hängen, sodass es breitschultrige Frauen und schmalgebaute Männer finden können und jede, jeder, die bzw. der eben bunte Händen mag. Kürzlich stand ich mit einer befreundeten Person in einem Bekleidungsgeschäft bei den Frauenhosen. Als die Verkäuferin vorbeikam und uns sah, sagte sie, entschuldigen Sie, aber Männerhosen finden Sie oben. Viele nehmen diese Trennung vielleicht auch gar nicht so ernst. Ich kenne Männer, die gerne in der Frauenabteilung einkaufen und Frauen, die gerne in die Herrenabteilung gehen. Keine große Sache eigentlich. Doch für mich gab es da ein unausgesprochenes Verbot. Für mich war es lange Zeit unvorstellbar, dass ich auch eine Herrenhose anprobieren darf oder ein Herrenhemd. Die Herrenabteilung, in die ich ging, befand sich im Untergeschoss. Ich musste eine Treppe hinuntergehen und kam an einem Pfeil vorbei, auf dem Männer dort entlang stand. Es war, als würde ich eine unsichtbare Grenze überschreiten. Ich kam mir vor, als würde ich etwas Verbotenes tun. Ich hatte das Gefühl, alle starrten mich an und erkannten, dass ich hier falsch war. Ich hatte Angst, andere Männer könnten auf mich aufmerksam werden und mich hinauswerfen. Doch nichts davon passierte. Als ich die unsichtbare Grenze übertrat, fühlte es sich an, als würde sich mir eine neue Welt offenbaren. Es war wie ein Paradies. Ich war früher nie gerne shoppen gegangen. Kleidung anzuprobieren, war für mich immer eine Qual gewesen. Ich hatte mir auch nie Gedanken darüber gemacht, was mir stehen könnte oder was ich gerne tragen würde. Welcher Stil gefällt mir eigentlich? Was möchte ich gerne kombinieren? Welche Ästhetik spricht mich an? Das sind Fragen, die ich mir nie gestellt hatte. Und dann stand ich plötzlich in der Herrenabteilung, inmitten all dieser T-Shirts, Hemden und Hosen und aus all den Sachen durfte ich mir etwas auswählen. Ich war förmlich überwältigt. Ich erinnere mich noch heute daran, wie ich mit unzähligen Kleidungsstücken in die Umkleidekabine ging und mich gar nicht entscheiden konnte, welches davon ich zuerst anprobieren sollte. Ich kaufte mir ein schwarzes Hemd, mehrere Pullover und eine Jacke. Auf den ersten Besuch in der Herrenabteilung folgten in den kommenden Wochen und Monaten noch viele weitere. Ich kaufte mir nicht nur eine neue Garderobe zusammen, sondern auch eine neue Identität, ein neues Leben. Du trägst ja ein Herrenhemd, bemerkte die Mutter von Stefan ein paar Wochen später. Ich fragte sie, woran sie das bemerkt habe und sie meinte, an der für Herrenhemden typischen Knopfleiste. Ich strahlte vor Glück und dachte, vielleicht macht mich meine Kleidung endlich zu dem Menschen, der ich so gerne sein möchte. Einen Monat vor meinem Coming-out ging ich auch zum Friseur. Dazu muss man wissen, dass ich viele Jahre lang keinen wirklichen Haarschnitt hatte. Meine Haare wuchsen einfach und ab und an ließ ich sie schneiden, ohne mir Gedanken darüber zu machen, welcher Schnitt mir eigentlich gefallen würde, womit ich mich wohlfühlen würde. Ich war im Vorfeld sehr nervös. Ein Freund brachte mich hin und fragte die Friseurin, ob sie kurz Zeit für mich hätte. Ich fühlte mich wie ein kleines Kind, aber ich war unfähig, selbst zu sagen, was ich mir vorstellte. Auf meinem Handy hatte ich Fotos abgespeichert, die ich im Internet gefunden hatte, wenn ich nachts im Bett lag und bei Google Transmänner Haarfrisur eingab. Ich hielt der Friseurin mein Handy hin, zeigte auf die Fotos und sagte, ich möchte bitte genau so etwas. Ich verließ den Friseursalon mit meinem ersten Undercut. Auf der einen Seite meines Kopfes waren meine Haare abrasiert. Sowohl in der Herrenabteilung als auch beim Friseur spürte ich etwas, das ich so vorher noch nicht gekannt hatte. Und es lässt sich wohl am besten mit dem Wort Euphorie beschreiben. Es machte mich euphorisch, Herrenkleidung auszusuchen, anzuprobieren, zu kaufen und zu tragen. Genauso euphorisch machte es mich, als meine Haare kurzgeschnitten und rasiert waren und ich endlich eine Frisur hatte, die mir gefiel und die zu mir passte. Wenn über das Thema Trans gesprochen wird, fällt häufig das Wort Dysphorie. Dysphorie ist ein Gefühl, das vor allem bei nicht-binären Menschen und bei Transmenschen vorkommen kann. Natürlich fühlen sich viele Menschen ab und an unwohl mit ihrem Körper oder sind mit einzelnen Aspekten ihres Aussehens unzufrieden. Das kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Im Gegensatz dazu ist Dysphorie jedoch ein Gefühl von körperlichem und sozialem Unwohlsein, das zumeist mit einem größeren Leidensdruck verbunden ist. Das Gefühl von Dysphorie anderen Menschen zu beschreiben, ist schwierig. Ähnlich wie wenn man versucht, einen Geruch oder einen Geschmack zu beschreiben. Andrea Longchoo beschreibt in einem Essay das Gefühl folgendermaßen. Dysphorie fühlt sich an, als wärest du unfähig dazu, dich aufzuwärmen, egal wie viele Schichten an Kleidung du anziehst. Es fühlt sich an, als wärest du hungrig, ohne Appetit zu haben, als würdest du in ein Flugzeug steigen, um nach Hause zu fliegen, aber nach der Hälfte des Fluges feststellen, dass du dich bis an das Ende deines Lebens in diesem Flugzeug befinden wirst. Es fühlt sich an, als würdest du trauern, ohne etwas zu haben, um das du trauern kannst. Manche Transmenschen empfinden Dysphorie, wenn sie von ihrer Umwelt falsch gelesen oder nicht korrekt angesprochen werden. Auch einzelne Körperteile können Dysphorie auslösen. Es gibt Transmänner, die unter ihren Brüsten leiden, genauso wie Transfrauen, die sich mit ihrem Penis unwohl fühlen. Dysphorie hängt sehr stark mit gesellschaftlichen Konventionen und Vorstellungen zusammen. Da Brüste in unserer Gesellschaft mit Weiblichkeit verbunden werden, ist die Unzufriedenheit oder der Leidensdruck unter Transmännern diesbezüglich oft besonders hoch. Ähnlich ist es mit der Periode oder gynäkologischen Untersuchungen. All das sind in unserer Gesellschaft sogenannte Frauenthemen. Auch auf Männertoiletten gibt es keine Mülleimer für Tampons. Und wer sich neue Tampons kaufen möchte, der muss dafür in vielen Drogeriemärkten in die Abteilung für Darmhygiene gehen. Es ist leider immer noch so, die Körper, das Aussehen und das Auftreten von Transmenschen überfordern einen großen Teil der Gesellschaft. Viele Transmenschen entscheiden sich dafür, eine Hormontherapie zu beginnen oder sich einer Operation zu unterziehen, um die eigene Lebensqualität zu verbessern und sich selbst wohler zu fühlen, doch vielleicht auch, um endlich von der Gesellschaft verstanden und akzeptiert zu werden. Ich tue mich schwer mit dem Konzept der Dysphorie. Nicht alle Transmenschen haben Dysphorie. Und ein Begriff wie Geschlechtsdysphorie kann schnell zu einer Art Hürde werden oder auch zu einer Art Einlasskontrolle. Muss man Geschlechtsdysphorie haben, um als Trans anerkannt zu werden? Ich lehne diese Idee ganz entschieden ab. Habe ich Dysphorie? Natürlich gibt es Dinge an mir, die ich gerne ändern möchte. Doch ich kann besser benennen, was mich glücklich, also euphorisch macht, als dass ich immer ganz genau wüsste, was mich dysphorisch macht. Ich möchte einen männlichen Namen, ein männliches Pronomen, einen Bart, eine flache Brust, eine tiefe Stimme. Vor allem aber möchte ich als Mann gesehen, verstanden und akzeptiert werden, auch wenn ich vielleicht nicht der herkömmlichen Vorstellung eines Mannes entspreche. Wenn mich Menschen fragen, was es für mich eigentlich genau bedeutet, ein Mann zu sein, dann sage ich genau das. Es gibt bestimmte Dinge, die mit Männlichkeit verbunden werden und die mich euphorisch und glücklich machen. Ich versuche mir, so viele dieser Dinge wie möglich zu holen, um mir ein Leben aufzubauen, das mich zufriedenstellt. Manchmal stelle ich aber auch einfach nur eine Gegenfrage. Was bedeutet es denn eigentlich für dich, ein Mann oder eine Frau zu sein? Viele Menschen können mir darauf erstaunlicherweise keine wirkliche Antwort geben, weil sie noch nie darüber nachgedacht haben. Seit mehr als 20 Jahren beschäftige ich mich damit, was ich mir wünsche, was ich brauche, was mir fehlt, was mich glücklich macht. Trans zu sein, empfinde ich keinesfalls als ein bedauernswertes Schicksal oder gar einen tragischen Leidensweg, sondern vielmehr als das große Glück, mein Leben mit großer Intensität leben zu dürfen. Wäre da nur nicht immer ein Teil der Gesellschaft, der mich daran hindern würde. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf der Straße. Eine Folge davon ist, dass bemerkenswert wenig weiße Männer gegen sexuelle Gewalt, die sie an diesen Frauen verübten, belangt wurden. Während diese Vergewaltiger selten vor Gericht gebracht wurden, richtete sich die Anklage wegen Vergewaltigung unterschiedslos gegen die Schwarzen, ob sie nun schuldig oder unschuldig waren. Angela Davis. Fast täglich bewegen wir uns auf der Straße und in anderen öffentlichen Räumen wie Bahnhöfen, Parks, Einkaufszentren, Bussen, U-Bahnen, Museen, Bibliotheken. Da solche Orte Schnittpunkte von Macht, Privileg und Unterdrückung sind, ist uns kaum je bewusst. Öffentliche Räume gehören uns allen und niemand hat mehr Anspruch darauf als andere, in der Theorie. Und dennoch genießen einige dort mehr Freiheit, Frieden und Leichtigkeit. Die mangelnde Zugänglichkeit vieler öffentlicher Räume, zum Beispiel Clubs, Restaurants, Busse, Konferenzzentren und Konzerthallen für Rollstuhlfahrerinnen und andere behinderte Menschen erzeugt eine Form der Segregation dieser behinderten Menschen aus dem öffentlichen Leben. Die Tatsache, dass wohnungslose Menschen sich verstecken müssen und nicht frei auf der Straße leben können, ohne von der Polizei verdrängt zu werden, zeigt ebenfalls, dass die Straßen uns nicht allen gehören. Die Straße ist auch einer der Orte, wo männliche Dominanz auf sichtbare und rohe Art und Weise zum Ausdruck kommt. Patriarchale Gewalt wird sowohl von Männern als auch von der Polizei ausgeübt, denn sie ist ein Instrument zur Durchsetzung staatlicher und damit leider auch patriarchaler und rassistischer Gewalt. Die Erscheinungsformen von sexistischer Gewalt, die in diesem Kapitel erwähnt werden, sind Teil eines größeren Systems patriarchaler Dominanz und Kontrolle. Immer auf der Hut. Beim Inlineskating ist mir aufgefallen, dass ich oft in beinahe Unfälle gerate. Jedes Mal muss ich in letzter Sekunde von der engen, geraden Bahn an der Inline-StreberInnen fast religiös festhalten, schnell abweichen, um eine Kollision zu vermeiden. In den allermeisten Fällen waren die Inlineskater, die mir entgegenkamen, männlich. Und ich fragte mich, warum ich immer diejenige bin, die ihre Bahn verlassen muss. Also entschloss ich mich, nicht mehr auszuweichen. Und ihre Aktionen waren überraschend bissig. Ich wurde entweder mit tödlichen Blicken oder der entsprechenden Gestik bestraft oder schlichtweg beleidigt. Warum? Kannte ich einen wichtigen Inliner-Code nicht oder handelte sich um ein weit verbreitetes Phänomen im öffentlichen Raum? Um der Frage auf den Grund zu gehen, führte ich ein kleines Experiment durch. Ab jetzt würde ich auch auf der Straße nicht mehr ausweichen, wenn mir jemand entgegenkommt. Das Ergebnis ist erwartbar. In 95 Prozent der Fälle, in denen mir ein Mann entgegenkam, wären wir knallhart kollidiert. Hätte ich nicht im letzten Moment doch noch einen Schritt zur Seite gemacht. Ein paar Mal ist es tatsächlich geschehen. Es waren alte, junge, dicke, dünne, reiche, arme, weiße und nicht-weiße Männer. Alle ohne sichtbare Behinderung. Bei Frauen wäre es nur in den wenigsten Fällen fast zu einem Unfall gekommen, weil wir uns vorher wahrgenommen haben und jede ein bisschen auswich. Dass ich den Männern platt zu machen hatte, schien jedoch einfach festzustehen. Ganz so, als hätten sie mehr Anspruch auf den Bürgersteig als ich. Das ist den meisten bestimmt nicht bewusst. Die große Mehrheit der Männer, die Teil meines kleinen Experiments waren, bemerkt wahrscheinlich nicht einmal, dass sie auf der Straße nie ausweichen. Ich fragte mich jetzt, wie mein Experiment abgelaufen wäre, wenn ich ein Mann gewesen wäre. Kollidieren Männer unter sich den ganzen Tag? Oder nehmen sie sich anders wahr und machen Platz füreinander? Ich höre schon den Einwand, nicht alle Männer. Stimmt, einige weichen tatsächlich aus. Es geht mir aber nicht darum, zu sagen, dass alle Männer unmöglich sind und sich schlecht benehmen. Ich möchte Verhaltensmuster aufzeigen, die weniger über die einzelne Person aussagen, als über die gesellschaftlichen Normen, die ein solches Verhalten erzeugen und normalisieren. Ich bin mir sicher, dass die Mehrheit der Männer, mit denen ich fast kollidiert bin, tolle, liebevolle Menschen sind. Wenn Sie jetzt also feststellen, dass die Frauen auf der Straße bisher nicht ausgewischt sind, keine Panik, Sie sind kein schlechter Mensch, aber jetzt haben Sie die Wahl, sich anders zu verhalten. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? In den 2010er Jahren wurde Street Harassment, Belästigung auf der Straße, durch eine Welle von Online-Kampagnen in vielen europäischen und nordamerikanischen Städten zu einem großen Thema. Diese Initiativen wollten ein Bewusstsein schaffen für das problematische Verhalten vieler Männer auf der Straße, die Frauen hinterher pfeifen oder rufen oder sie gar begrabschen. Solches Verhalten wurde bisher weithin geduldet und von vielen als durchaus normal wahrgenommen. So wird zum Beispiel auch die Tatsache, dass viele Männer die Straße und andere öffentliche Räume als Pissoir benutzen, nicht oft infrage gestellt, sondern akzeptiert. Mögen manche sagen, das habe rein pragmatische Gründe, Männer müssen nun mal öfter. Doch im Grunde ist es ein symbolischer Akt, mit dem patriarchalische Macht in der Öffentlichkeit demonstriert wird. Viele Männer, die auf der Straße pinkeln, pinkeln einfach nur und fragen sich nicht, warum sie sich dabei frei und ihnen recht fühlen oder ob es die Menschen um sie herumstirrt. Ich persönlich habe zum Beispiel immer Angst, an einem windigen Tag ein paar Tropfen Urin beim Vorbeilaufen abzubekommen. Im Patriarchat läuft vieles unbewusst ab. Auch Frauen sind sich meist nicht einmal bewusst, dass sie auf der Straße immer auf der Hut sein müssen. Sie sind es einfach, es ist Teil ihres Lebens. Die Ubiquität der patriarchischen Macht von Manspreading bis zur Vergewaltigung wurde im Mainstream bis zu den Street-Harassment-Kampagnen kaum wahrgenommen. Es war der Anfang eines Prozesses, der uns bis zu Hashtag MeToo gebracht und das Empowerment von Millionen von Frauen ermöglicht hat und auch nicht-binären Menschen. Wir haben uns von der individuellen und zur strukturellen Betrachtung bewegt, von Es lag an mir, Victim-Blaming, zu Es ist ein gesellschaftliches Problem, System-Blaming. Dieser Wahrnehmungswandel ändert grundlegend die Art und Weise, wie mit sexueller Belästigung umgegangen wird. Statt sich auf die zwei Menschen zu konzentrieren, die Teil der Konstellation waren, schauen wir auf das größere Bild, nämlich auf die patriarchalischen Strukturen, die ein solches Verhalten erlaubt haben und versuchen, das System zu verändern und nicht nur den Täter zu bestrafen, wenn die Belästigung überhaupt als solche erkannt wurde. In den 2010ern gab es eine Reihe von Videos, die auf das Problem des Street-Harassment aufmerksam machen wollten. An sich eine gute Idee, aber das Problem mit diesen Videos war, dass sie rassistische Stereotype nutzten, um Sexismus aufzuzeigen. Zu den viel beachteten Initiativen gehören der französische Webfilm »Unterdrückte Mehrheit« von Eleonore Pouria mit über 13 Millionen Views und die belgische Web-Doku »Die Frau der Straße« von Sophie Peters. Die sogar in den nationalen Nachrichten erwähnt wurde. Einige Jahre später, 2016, ging das französische Video »Love Escalator Prank« viral. Es hatte 16 Millionen Views. In dem Film wurde mit versteckter Kamera aufgenommen, wie hauptsächlich arabische Männer reagieren, wenn sie von einem anderen Mann angemacht werden. In Deutschland wurde das von der US-amerikanischen Stauspielerin Shoshana Roberts gemachte Video »Ten Hours of Working in New York City as a Woman«, besonders oft gesehen. Das Video zeigt, wie sie von Männern auf den Straßen New Yorks ständig angesprochen, wie ihr gefolgt und wie sie angefasst wird. Fast alle Männer waren schwarz und latino. In unterdrückter Mehrheit werden Frauen als Männer und Männer als Frauen dargestellt. Männer sind im Film also Sexismus von Seiten der Frauen ausgesetzt. Die umgekehrte Darstellung hilft uns, eine andere Perspektive auf scheinbar normales Verhalten einzunehmen und die ungleiche Behandlung von Frauen und Männern zu erkennen. Zum Beispiel fällt uns erst auf, dass Männer häufig halbnackt durch die Straßen joggen, wenn wir eine Frau sehen, die das tut. Dieser Film wollte Empathie erzeugen und Empörung hervorrufen. Ein einziges Mal zeigt der Film physisch sexualisierte Gewalt. Der Protagonist wird von Samia und ihren musimischen und Romnia-Freundinnen bedrängt. Eine Situation, die allzu bekannt ist. Eine weiße Frau, die sexualisierte Gewalt von nicht-weißen Männern ausgesetzt sind. Das Video, die Frau der Straße, wurde hauptsächlich auf dem Boulevard Maurice-le-Mounier und dem Place Ansonz mit einer versteckten Kamera gedreht und zeigt, wie eine normale Frau, also weiß, schlank, gut aussehend, auf der Straße ständig von arabischen und schwarzen Männern angesprochen und belästigt wird. Das Video ist schwer auszuhalten und hat mich wütend gemacht. Zum einen wegen all der Beleidigungen, die diese Frau fortwährend aushalten muss und der Aggression, die ihr entgegenschlägt. Zum anderen, weil der Film suggeriert, dass diese Verhaltensweisen bestimmten Kulturen, Religionen und Rassen inhärent sind. Die Filmemacherin erklärte, solche Belästigungen gingen zu 95% von Männern ausländischer Herkunft aus. Das führt für mich in einem Zwiespalt. Einerseits will ich mich mit dieser Frau solidarisieren. Andererseits habe ich das Gefühl, dass ich einen Teil von mir negiere, wenn ich das tue. Muss ich mich also entscheiden, was ich schlimmer finde, den Sexismus, der im Video aufgezeigt wird, oder den Rassismus, der bei der Verheberhebung dieses Sexismus greift, wenn man so tut, als seien ausschließlich schwarze und arabische Männer Sexisten. Dass derartige Videos in Zeiten entstanden sind, in denen eine große Gentrifizierungswelle durch viele europäische und nordamerikanische Städte schwappte, ist kein Zufall. Denn damit prallten plötzlich zwei Welten aufeinander, die bisher wenig oder gar nichts miteinander zu tun hatten und gleichzeitig auf eine koloniale Beziehung verwiesen. Die der weißen Mittelschichtfrau und die des schwarzen, arabischen und oder muslimischen Mannes. Diese Konstellation, die in den Street-Harassment-Kampagnen vorkommt, greift auf altbekannte rassistische Stereotype und koloniale Muster zurück, die starke Emotionen auslösen. Das Bild der weißen Frau, die von Wilden entführt und sexuell bedroht wird, wurde in kolonialen Zeiten oft benutzt, um die Wahrnehmung der Männer als übermäßig triebhaft und aggressiv zu kultivieren und so Angst vor ihnen zu erzeugen, die ihre Unterdrückung und gewaltvolle Kontrolle rechtfertigen sollte. Im Fall der Central Park Five waren die Bilder, die auf den Fall projiziert wurden, so machtvoll, dass es im Grunde irrelevant war, ob die tatsächlich schuldig waren. Dieser Fall spielte sich fast ausschließlich auf der symbolischen und emotionalen Ebene ab. Die Vergewaltigung wurde zu einem Symbol in einer Zeit, in der zwei Welten in Berührung kamen. Die arme, marginalisierte, schwarze Bevölkerung von Haarlem und die boomende Wall Street mit ihren weißen, reichen Finanzleuten. Diese kolonialen Bilder sind keineswegs verjährt. Heute werden sie im Integrationsdiskurs mobilisiert und erhalten die Anschauung aufrecht, Europa und westliche Länder würden von rückständigen, brutalen und unzivilisierten Menschen überlaufen, deren Kulturen und Religionen, der Islam, die westlichen aufgeklärten Nationen und ihre demokratischen, egalitären Werte und Normen bedrohen. Der Brüsseler Politiker Philipp Klos kündigte als Antwort auf das Video von Sophie Peters die Einführung von Bußgeldern zur Bestrafung sexistischen Verhaltens auf der Straße an. Er bezeichnete diese Rechtsform als symbolische Geste, welche die Normen und Regeln des Zusammenlebens in Erinnerung rufen soll. Sexuelle Belästigung auf der Straße lässt sich aber nicht mit strafrechtlichen Maßnahmen leider nur benickt bekämpfen. Denn solche Delikte sind schwer zu identifizieren und folglich zu bestrafen. Zugleich aber gibt es guten Grund zu der Annahme, dass solche Gesetze das Problem des Racial Profiling enorm verstärken würden. Ich will nicht suggerieren, dass die Street-Harassment-Initiativen ausschließlich deshalb Aufmerksamkeit erregt haben, weil sie lang etablierten kolonialistischen und rassistischen Denkmustern folgten. Aber die Intensität der Resonanz ist bezeichnend. Die Reaktionen auf die Kölner Silvester Nacht von 2016, in der Frauen massiv sexuell angegriffen wurden, haben ebenfalls entsprechende Bilder mobilisiert. So konnten auch antifeministische nationalistische Neonazi-Gruppen plötzlich den Kampf gegen Sexismus für sich reklamieren. Das hatten sie mitnichten, weil ihnen die körperliche Selbstbestimmung von Frauen am Herzen liegt. Ganz im Gegenteil. Sie beanspruchen deren Körper für sich. Nur ihnen und der Nation gehören die Körper der weißen Frauen. Frauen, nicht den arabischen und schwarzen Männern. In den kolonialen Darstellungen der bedrohten weißen Frau sind häufig weiße Männer im Hintergrund zu sehen, die der Frau schließlich bewaffnet zu Hilfe kommen. Dabei retten sie nicht nur die Frau, sondern die Nation, welche die weiße Frau symbolisiert. Denn Frauen spielen im Nationalsozialismus eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der reinrassigen Nation. Aus diesem Grund ist es im Nationalismus unerlässlich, die Körper der Frauen zu kontrollieren. Und jetzt möchte ich direkt springen auf das Kapitel Im Körper der Frauen. Ich habe zwei Kinder zur Welt gebracht und bin seit sechs Jahren Mutter. Eine latente Angst begleitet mich seit der ersten Schwangerschaft. Die Angst, von meinen Kindern getrennt zu werden. Diese Angst ist unterschwellig, meist unbewusst. Dennoch schwächt sie meine Grundsicherheit als Mutter beständig. Viele Mütter haben Angst, dass ihre Kinder sterben oder dass sie von ihnen getrennt werden. Es ist, glaube ich, eine universelle Angst, die aber manchen Frauen mehr befällt als andere. Wir tragen alle die Traumata, Ängste und Schmerzen von unseren Vorfahren in uns. Als ich Bücher über die Sklaverei las und die Erzählungen meiner Großmutter über meine Ahnen hörte, die alle ihre Kinder verloren, weil sie an andere Plantagen verkauft wurden, verstand ich, dass meine Ängste mir nicht gehörten, sondern über Generationen hinweg übertragen wurden. Die Grundsicherheit und das Recht, die eigenen Kinder großziehen zu dürfen, wie sie das Erwachsenenalter erreichen oder überhaupt schwanger werden zu dürfen, sind für viele Frauen keine Selbstverständlichkeit. Zwischen Therese, geboren Aissata, einer Sklavin aus Martinique im Jahr 1823, deren sechs Kinder ihr nach und nach weggenommen wurden, Simona, eine Romnia-Frau aus heutigen Ungarn, der nach dem vierten Kind zugeredet wird, lebenslange Verhütung zu nehmen, und Neshma, eine in Deutschland lebende Transfrau, die einen erschwerten Zugang zur Adoption hat, gibt es viele Parallelen. Ihre Schicksale und Erfahrungen als Frauen und Mütter sind eng verbunden mit denen von Maria, einer arischen Mutter von zehn Kindern im Dritten Reich. Amelie, derzeit schwanger mit einem Kind mit Down-Syndrom, die vor der Entscheidung steht, die Schwangerschaft abzubrechen oder nicht. Und Agnieszka, einer 18-jährigen Polin, die ungewollt schwanger ist und keinen Zugang zu legaler Abtreibung hat. Ihre Gemeinsamkeit? Die Kontrolle über ihren eigenen Körper liegt nicht in ihrer alleinigen Hand. Die Fragen von Wahl, Selbstbestimmung und freier Entscheidung über den eigenen Körper sind sehr komplex und von sozialen Hierarchien und der Frage geprägt, welche Leben haben den höchsten Wert. Nicht alle Körper werden gleich behandelt und nicht alle Leben genießen den gleichen Schutz. Es fängt bei der Schwangerschaft an. Überall auf der Welt ist die Identität der Frau untrennbar von der Identität als Mutter. Der Wert einer Frau wird primär in ihrer Rolle als Mutter gesehen. Frauen und Mütter werden ihr Leben lang der unversöhnlichen Beurteilung der Gesellschaft ausgesetzt. Auch bevor sie Mütter sind. Und sogar besonders, wenn sie willentlich keine Kinder haben. Auch wenn die Pro-Choice-Bewegung sich um die Frage der Wahl gebildet hat, ging es in erster Linie um die Entscheidung darüber, wann und wie viele Kinder eine Frau haben will. Aber nicht darum, ob sie es will. Für alle Erwachsenen in meiner Familie war klar, dass ich irgendwann Kinder haben werde. Es wurde mir nie die Option aufgezeigt, keine Kinder zu haben. Ich habe mir meine Zukunft deshalb immer mit Kindern vorgestellt. Zu klar war für mich seit dem jüngsten Alter, dass ich unbedingt Kinder haben wollte. War ich das oder war das die Gesellschaft, die es mir angetrichtert hatte? Ich musste lange warten, bevor ich mein erstes Kind bekam. Und die Qual des Wartens wurde durch den unterschwelligen Druck, als Frau unbürtige Mutter zu werden, vergrößert. Dieser Druck hört auch nicht beim ersten Kind auf. Nein, eine Mutter ist erst ab dem zweiten Kind vollständig. Mit einem Kind wird sie von der Gesellschaft als Habmutter betrachtet. Für viele Frauen verschmilzt der Wunsch nach einem zweiten Kind mit der verinnerlichten Anforderung, den wahren Status der Mutter zu erlangen. Dieser Druck ist sehr machtvoll und hat dazu geführt, dass Frauen, die keine Kinder haben wollen, mit viel Skepsis betrachtet werden. Reproduktive Gerechtigkeit soll deshalb die Wahl im breiteren Sinne verkörpern. Die Wahl, auch gar keine Kinder zu haben. Die Entscheidung, keine Kinder zu haben, kann auch eine Form des Empowerments sein. Ich denke zum Beispiel an afroamerikanische Frauen, die Ende des 19. Jahrhunderts in ihren Kinderlosigkeit eine Art Übernahme von Macht sahen. In einer Gesellschaft, die schwarze Communities systematisch verfolgte, unterdrückte und marginalisierte. Viele Männer der schwarzen Community setzten sich damals gegen Abtreibung ein, weil es für sie eine Form von Genozid hielten. Die sich ermächtigenden Frauen entwickelten, eine Gegenposition. Und die konnte man auch als altruistisch interpretieren. In dem Sinne, dass Kinder von einem Leben voll harter Arbeit, Erniedrigung und körperlichem, sexuellem und geistigem Missbrauch bewahrt werden sollten. Manche seien darin eine Form von Widerstand. Toni Morrison's Roman Menschen-Kind erzählt die tragische Geschichte eines Infantizids, in der eine Mutter, Seta, ihr eigenes Kind tötet, um es nicht an ihre Unterdrücker zu verlieren. Marie Skondé schneidet das Thema in ihrem Buch »Moi, Titus bas sorcière« an, in dem die Titelfigur sich entscheidet, abzutreiben und als Begründung angibt. Ich zitiere. Das Leben wäre nur dann ein Geschenk, wenn sich jeder von uns den Bauch aussuchen könnte, der ihn trägt. Zur Kohorte der Ausgebeuteten zu zählen, der Gedemütigten, derer, denen ein Name, eine Sprache, ein Glaube aufgezogen wird. Ha! Was für eine Tortur! Ende des Zitats. Auf den Plantagen überall auf dem amerikanischen Kontinent und in der Karibik wurden Tränke für Frauen entwickelt und über die Generationen hinweg übertragen, um Schwangerschaften zu vermeiden und gegebenenfalls abzubrechen. Männer versuchen seit jeher systematisch, Frauen und ihre Körper zu unterdrücken und zu kontrollieren. Die Institution der Ehe kontrolliert die Sexualität der Frauen durch Abhängigkeitsmechanismen, die auf Vermögen und wirtschaftlichen Ressourcen basieren. Ohne diese Abhängigkeit wären Frauen freier, darüber zu entscheiden, mit wem sie Sex haben, ob sie Kinder bekommen und nicht und mit wem sie die Kinder großziehen. Sollten Frauen frei über ihre Körper entscheiden, hätte das Patriarchat keinen Hebel mehr. Auch wenn die Kontrolle über den Körper der Frauen historisch nicht einheitlich und überall auf der Welt in gleicher Weise und gleich intensiv ausgehübt wurde, ist sie im Patriarchat zentral. Wessen Leben ist schützenswert? Weiße deutsche Frauen, denen muslimische und schwarze Männer zu nahe kommen, werden von manchen weißen Männern nicht nur als Individuen geschützt. Was bewährt werden soll, ist auch die Nation, wie ich gesagt habe, die sie symbolisieren. Das hört sich abstrakt an und ist zudem den Akteuren nicht bewusst, doch weiße Frauen sind historisch betrachtet Erzeugungs- und Reproduktionsinstrumente patriarchaler Gesellschaften. Von ihnen hängt die Fortführung der Nation ab. Deswegen verbirgt sich auch hinter der Debatte um das Abtreibungsverbot ein größeres Phänomen, das eng mit Rassismus und Nationalismus verbunden ist. Die Körper der Frauen wurden seit mehreren Jahrhunderten für die Reproduktion der sozialen Hierarchien und der weißen Vorherrschaft ausgenutzt. Während die Schwangerschaften der einen gefördert und sogar erzwungen wurden, wurden die Schwangerschaften der anderen verhindert, bis hin zur Schwanksterilisierung. Während die guten Gene vermehrt werden sollten, wurde versucht, schlechte Gene allmählich zu vernichten. Der britische Anthropologe Francis Galton prägte den Begriff der Eugenik bereits 1869 als die Wissenschaft, die sich mit allen Einflüssen befasst, welche die eingeborenen Eigenschaften einer Rasse verbessern. Darum geht es bei der Eugenik, die Verbesserung der menschlichen Spezies. Ihre Bedeutung im Dritten Reich wurde bereits erörtert. Nochmal, sie diente zur Rechtfertigung der Morde an kranken und behinderten Menschen, sowie einer Rögnia und Synthese und zum gewissen Maß an Juden und Jüdinnen und Homosexuellen im Rahmen der Vernichtung lebenswerten Lebens. Die Menschenversuche und Schwangerssterilisierungen in Konzentrationslagern waren Teil dieser eugenischen Unternehmung. Der französische Denker Michel Foucault zeigte, dass die Evolutions- und Überlebenstheorie der stärksten Sozialdarwinismus dieser Politik des Tötens zugrunde lagen. Die Kehrseite der Zwangssterilisation und etlicher Maßnahmen zur Kontrolle der Vermehrung von unterlegenen Rassen im Nationalsozialismus war eine verstärkte Geburtenpolitik für weiße arische Frauen mit strengem Abtreibungsverbot. Deutsche Familien wurden ermutigt, ja sogar durch eine strenge Gesetzgebung gezwungen, so viele Kinder wie möglich zu zeugen. In beiden Fällen werden die Körper der Frauen instrumentalisiert und kontrolliert. Zwangssterilisation und Abtreibungsverbot sind Verstöße gegen die körperliche Unversehenheit und die freie Entscheidungsmacht der Frauen und anderen Menschen mit Gebärmutter. Das Recht auf Abtreibung galt in den letzten Jahrzehnten in vielen europäischen Ländern als unumstößlich. Doch in den letzten Jahren wird es zunehmend infrage gestellt. Im Kern geht es bei der deutschen Debatte rund um den Paragraf 219a um die Frage, ob die reproduktiven Rechte und die Autonomie der Frauen schwerer wiegen als ihre Rolle zur Aufrechterhaltung der Nationen, auch wenn es selten so formuliert wird. Anders gesagt, warum greift der Staat so stark ein in den Umgang von Frauen mit ihrem Körper? Paragraf 219a im Strafgesetzbuch verbietet Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Ärzte, Ärztinnen machen sich schon strafbar, wenn sie öffentlich Abbrüche anbieten. Seit seiner Einführung 1983 wurde der Paragraf 219a kaum verändert. Dass es direkt zu Beginn der Nazi-Herrschaft eingeführt wurde, ist kein Zufall und auch kein Wunder. Die nationalsozialistischen Gesetzgeber beanspruchte die Deutungshoheit über den Wert des Lebens. Es hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack, dass sich auch der heutige Staat weiterhin diese Deutungshoheit sichert. Um diese Politik durchzusetzen, entwickelten Hitler und seine Regierung einen regelrechten Kult um die arische Mutter. Bereits 1983 erklärten sie den Muttertag zum öffentlichen Feiertag. Immer wieder erinnerte Hitler an die Wichtigkeit der Mutterschaft. Der Paragraf 219a stammt also aus einer Zeit, in der Ehrenkreuze als sichtbares Zeichen des Dankes des deutschen Volkes an kinderreiche Mütter verliehen und gleichzeitig Millionen von Menschen zwangsterilisiert und ermordet wurden. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Carolin Enkel und ich freue mich, dass ich lesen darf. Ich lese aus Ja heißt Ja und Tugend Terror Anfangs habe ich das für einen Tippfehler gehalten oder für ein Wort, das aus einem anderen Text gefallen, übrig geblieben und in einen falschen Text, falschen Kontext hineingeraten ist. Das passiert, dass Worte entführt werden, dass sie benutzt werden gegen ihren Willen, gegen ihren Sinn. Sie werden verschleppt, unsichtbar, unhörbar und dann tauchen sie woanders wieder auf. Huch! Da stehen sie dann und wissen nicht, wie ihnen geschieht. Sie finden sich plötzlich in einer Nachbarschaft wieder, die sie nicht gehören, wo sie unpassend sind und spüren, wie etwas, das im Weg steht. Anfangs wollte ich das Wort zurückschubsen, ihm den Weg weisen, es auffordern, sich wieder auf die Suche zu machen nach der Gegend, in die es gehört. Aber da war es schon in der Welt. Wie soll sich bloß der Begriff Tugendterror zu Beschreibungen von sexueller Nötigung oder Belästigung verhalten? Warum wird das feministischen Positionen regelmäßig vorgehalten? Das sei Tugendterror, sei lustfeindlich, sei rigoristisch. Was hat die Tugend da zu suchen? Und was der Terror? Im Ernst. Da beschreibt eine Frau oder ein Mann oder eine Transperson, wie sie unangemessen berührt, belästigt, missbraucht wurden. Und die Antwort darauf ist, Tugendterror? Was terrorisiert denn da? Eine Person erzählt von einer Begegnung, einer Erfahrung, in der sie jemand bedrängt, verstört und belästigt hat. Und das soll Angst und Schrecken verbreiten? Bei wem? Von Tugendterror sprechen die, die der öffentliche Diskurs stört, denen der Bereich der Lust, der Sexualität, der Bereich ihrer Lust und ihrer Sexualität, grundsätzlich als eine Art unbesprechbare Zone gelten soll. Als ob ihre Gesten und Handlungen nicht befragt werden dürften. Als ob unantastbar, unberührbar bleiben müsste, was ihnen Lust bereitet. Dabei kann ja denjenigen, die davon tun und Terror reden, alles Mögliche Lust bereiten. Sie können auch amüsant finden, was sie amüsant finden, oder lustvoll finden, was sie lustvoll finden wollen. Aber sie können nicht festlegen, was andere erheitert oder erregt. Lust soll kurioserweise immer Lust sein, auch wenn sie jemandem keine Lust bereitet. Lust soll immer Lust sein, auch wenn sie nur einseitig ist. Lust soll immer wortlos, bedingungslos und zweifelsfrei sein, als ob es irgendetwas gäbe zwischen zwei Menschen, das wortlos, bedingungslos und zweifelsfrei stattfindet. Das ist vielleicht das Interessanteste an diesem Tugend-Terror-Reflex, dass er sich locker und entspannt gibt, dass er die andere Seite als verklemmt, als lustfeindlich, als tugendhaft abkanzeln will, dabei aber vor allem sich selbst schützen, sich selbst abkanzeln, sich selbst verklemmen will in eine Haltung, die zwar die eigene Sexualität als lebendig und frei behauptet, sie aber primär als unbesprechbar tabuisiert. Wer Tugend-Terror reklamiert, will ein Gespräch über das, was Lust bereitet, verhindern durch die Behauptung, die anderen wollten Lust und Sexualität verhindern. Wer Tugend-Terror reklamiert, will nicht wahrhaben, dass es lustvollere und weniger lustvolle Berührungen geben kann. Da sagt nur jemand, das, was du da sagst oder tust, das, was du als lustvoll für dich verstehst, macht mir keine Freude, macht mir Angst, beschämt mich, demütigt mich, verletzt mich. Er sagt nur jemand, was sie oder er nicht will. Das hat nichts mit Tugend zu tun, sondern mit Selbstbestimmung. Vielleicht muss das mit dem Wollen noch einmal erklärt werden. Etwas Spezifisches von einer bestimmten Person nicht zu wollen heißt nicht, nichts zu wollen. Nein zu einer bestimmten Person oder einer bestimmten Handlung, Geste, Praxis zu sagen, heißt nicht, dass es nicht mit einer anderen Person oder gar mit derselben Person ein breites Spektrum an Handlungen, Gesten, Praxen gäbe, die gewollt, erwünscht, bejaht sind. Ein Nein grenzt nur etwas ab, um womöglich dadurch die Räume zu öffnen für das, was gewollt wird, was Lust bereitet. Ein Nein schließt etwas aus, aber dadurch ist nur eine Grenze gezogen, die nicht überschritten werden darf. Diesseits davon ist es offen, frei für Fantasien, für Experimente, für die Lust, die sich findet und erfindet, miteinander suchen, tastend, unsicher und aufmerksam, spielerisch oder leidenschaftlich, mit Dildos oder Plugs, anonym oder vertraut, eilig und gehetzt oder langsam und zögernd, wie bei SM-Praktiken mit präzisen Signalen, ganz gleich, wie unterschiedlich die Berührungen und Bewegungen sein mögen, die der einen oder anderen Person Lust bereiten, immer geht es um die wechselseitige Lust, um Zustimmung zu dem, was miteinander erlebt werden kann, um ein Ja, das eindeutig Ja heißt und von dem aus sich dann etwas herstellen, entwickeln, ausprobieren, erleben lässt. Ja ist nur der Beginn. Alles, was danach kommt, ja und, ist unbestimmt, ist wieder abhängig vom Wollen. Das ist ja das Bezaubernde, das Lebendige, das Aufregende, das ist die Lust, die sich mit Neugier paart, mit Unwissen, das ist die Lust, die eine gemeinsame Sprache der Körper, der Gesten und der Worte sucht. Die Lust kann explosiv, radikal, langsam, schnell, wild, zart, kraftvoll sein, aber sie entsteht nur aus der Zustimmung, dem Ja und. Es spielt keine Rolle, ob die Sexualität von außen nachvollziehbar ist, ob sie gut aussieht oder nicht, ob sie brav oder langweilig oder gestört wirkt, sondern nur, ob alle Beteiligten einwilligen können. Tugend, Terror? Warum sollte es nicht interessant sein, zu hören, was anderen Lust oder keine Lust bereitet? Warum sollte das nicht hilfreich sein? Vielleicht stellt sich heraus, dass manchem das einem bislang als einvernehmlich lustig, als wechselseitig amüsant, spielerisch, flertiv, erotisch erschien, für eine andere Person, ist gar nicht wahr. Verstehe ich die Verunsicherung, die daraus entstehen kann? Ja, absolut. Es ist ja auch verunsichernd, nicht zu wissen, ob die eigenen Gesten, die eigenen Sätze vom Gegenüber so verstanden werden, wie sie beabsichtigt waren. Natürlich ist das ein beunruhigend, offenes Gelände und es lauert überall das Risiko, den falschen Ton zu treffen, zu früh, zu spät, zu laut, zu leise, zu ungelenkt, zu selbstgewiss zu sein. Allein unverzichtbar ist die Lust an der Lust der anderen Person. Freude am Ungewissen, am Entdecken, am Sprechen zueinander mit all den erotischen Sprachen, die bereitstehen. Ob das dann in Parks oder in Betten stattfindet, auf Toiletten oder Sofas, ob es sich privat oder semi-öffentlich in Chatrooms oder im Wohnzimmer ereignet, ob es Fremde sind, die sich begegnen oder langjährige PartnerInnen, ob die Lust und die Praktiken vorher verabredet und ausgehandelt wurden oder ob es eine vereinbarte Rolle dabei einzunehmen gibt oder ob alles unklar und erst zu entdecken ist. Es geht um wechselseitige Erregung, wechselseitigen Spaß, wechselseitiges Begehren. Es geht um das, was aus wechselseitiger Zustimmung aus einem Ja dann gemacht wird. Das ist so ziemlich das Gegenteil von Tugend-Terror. Bei MeToo geht es nicht um die Abwehr von Sexualität. Es geht um die Lust auf Sexualität. Missbrauch und Nötigung sind keine Sexualität. Sie sind Missbrauch und Nötigung. Wer Tugend-Terror oder Lustfeindlichkeit beklagt, will die Scham verschieben, will als schamhaft belächeln, wer nicht Scham empfindet, sondern Zorn oder Trauer. oder Lust auf etwas anderes. Das wird allzu oft vergessen, dass die Erfahrung mit Demütigung oder Missachtung eben nicht nur wütend macht, sondern zermürbt. Es wird Frauen, die sich wehren, gern Furore unterstellt und verkannt, wie tief Trauer und Melancholie sich eingenistet haben. Deswegen ist es so wichtig, die Scham abzutragen und die Lust wieder zu erobern. Niemand soll sich schämen, wer missbraucht oder vergewaltigt wurde. Niemand soll sich schämen, wer ausgebeutet und bedrängt wurde. Niemand soll sich schämen, wer sich nicht zu wehren wusste, wer aus Angst kraftlos wurde, wer nur wimmern oder weinen oder verstummen konnte. Niemand soll sich schämen, wem Gewalt angetan wurde, wer gegen den eigenen Willen belästigt, angebrüllt, geschlagen, gedemutigt wurde. Niemand soll sich schämen, wer ausgebeutet und bedrängt wurde. Niemand soll sich schämen, wer mit dem Täter zusammengelebt hat. Niemand soll sich schämen, wer nicht gewagt hat, sofort zur Polizei zu gehen oder gar nicht zur Polizei zu gehen. Niemand soll sich schämen, nicht schneller, nicht radikaler aus dem Radius der Gewalt oder des Machtmissbrauchs entkommen zu sein. Niemand soll sich schämen, den Schock nicht sofort in passende Worte übersetzen zu können oder die Geschichte einer brutalen Vergewaltigung nicht ganz so linear erzählen zu können, wie die Geschichte des letzten Einkaufs. Niemand soll sich schämen, wer auch geringere Belästigungen zurückweist. Niemand soll sich schämen, wer protestiert gegen eine unerwünschte Hand am Körper. Niemand soll sich schämen, wer selbst bestimmen will, wann und wo und mit wem sie oder er schlafen will. Niemand soll sich schämen, einer Person oder einer Situation vertraut zu haben, die sich als gefährlich herausstellt. Niemand soll sich für das Verhalten einer anderen Person schämen. Niemand soll sich schämen für den verdinglichenden Blick eines anderen. Niemand soll sich schämen für die eigene Lust, die eigene Lebensfreude, die eigene Kleidung. Niemand soll sich zuschreiben lassen, etwas angeblich gewollt, angeblich provoziert zu haben, was nicht gewollt war. Niemand soll sich schämen für den eigenen Körper, für das eigene Begehren, den Ausdruck der eigenen Vorstellung von Geschlecht und Sexualität, ganz gleich, ob diese Körperlichkeit, diese Sexualität, dieser Ausdruck von Geschlecht nun irgendeiner Tradition oder Norm entspricht. Die meisten Körper, die meisten Praktiken entsprechen keiner Norm. Die Abweichung von der Norm ist weiter verbreitet, als die Norm behauptet. Jede und jeder soll die eigene Lust entdecken und entwickeln können, in einer eigenen Sprache, mit dem eigenen Körper und den Körpern und der Lust anderer. Und auch für die eigene Lust soll sich niemand schämen müssen, solange sie die Lust des Gegenübers mit einbezieht, solange ein Erwachsenes Gegenüber selbstbestimmt entscheiden kann, solange ist alles, was erregt und beglückt, erlaubt. Manchmal hadere ich damit, das, was doch so offensichtlich ist, noch fordern zu sollen. Es ist unangenehm, wieder und wieder erklären zu müssen, warum die Würde des Menschen unantastbar sein soll, wieder und wieder ausbuchstabieren zu müssen, was die Würde sein könnte und wer alles als Mensch zählt. Es erscheint peinlich banal, erklären zu müssen, warum Menschen rechtsstaatliche Garantien verdienen, warum sie nicht benachteiligt werden dürfen, nur, weil sie anders glauben, anders lieben oder einen anderen Körper haben, als es mehrheitlich erwartet wird. Wieder und wieder zu erläutern, warum jede Person selbst bestimmen darf, was ihr Lust bereitet und warum jede Person fromm oder trans oder ungläubig sein darf. Es ist so beschämend wie ermüdend, die eigenen Rechte oder die Rechte anderer immer wieder einklagen zu müssen. Manchmal kommt mir die Kritik an Ungleichheit und Diskriminierung nur mehr unoriginell vor. Schließlich wiederholen wir das, was Generationen vor uns mit anderen Erfahrungen und anderen Begriffen bereits formuliert haben. Aber nur, weil eine Ungerechtigkeit schon lange besteht, ist sie nicht weniger ungerecht. Nur weil Missachtung von Frauen, nur weil Rassismus, nur weil Antisemitismus schon seit Generationen und Generationen vererbt werden, sind sie nicht weniger illegitim. Aus der bloßen Dauer von Ressentiment und Diskriminierung ergibt sich nicht ihre Richtigkeit. Insofern bleibt ihre Kritik leider dringlich und aktuell. Trotzdem stellt sich für mich die Frage, wie sich die eigenen Ansprüche und Einsprüche artikulieren lassen, in welchem Vokabular, mit welchen Kontextualisierungen, mit welchen Bildern und Erzählungen sie auch diejenigen überzeugen können, die sie bislang nicht wahrhaben oder nicht ernst nehmen wollen. Mit welcher Sprache, mit welchem Gestus sich auch diejenigen berühren lassen, die nicht berührt werden wollen. Mit welcher theoretischen Schärfe, mit welcher emotionalen Wucht, mit welcher Radikalität, mit welcher Zartheit, mit welchem Witz sich wer ansprechen und öffnen lässt für Veränderung. Wie gelingt es, die Kritik an Diskriminierung so zu artikulieren, dass sie gerecht, aber nicht selbstgerecht daherkommt? Wie lässt sich die richtige Balance finden, unnachgiebig zu sein, wo es nötig, aber auch großzügig zu sein, wo es möglich ist? Wie lässt sich die Skepsis gegenüber den eigenen Intuitionen erhalten? Wie lässt sich verhindern, allzu voreilig, allzu sicher moralische und auch ästhetische Urteile zu fällen? So wie es dichte Beschreibungen braucht, um einzelne Fälle differenziert zu analysieren, so wie es den Blick auf Strukturen braucht, die Ausgrenzungen und Eingrenzungen bedingen, so sehr braucht es auch flexible Instrumente, mit denen sich im sozialen und politischen Raum Praktiken und Überzeugungen unterwandern und ahnden lassen? Wann ironische Subversion sinnvoller ist als scharfe Kritik? Wann Verbote wirklich unverzichtbar und wann offene, kontroverse Diskussionen ergiebiger sind? All das lässt sich nur an konkreten Fällen erörtern. Es gibt unterschiedliche Formen der Aufklärung, unterschiedliche Mittel der Prävention, der Mediation, der Regulierung, der Bestrafung von unterschiedlichen Arten von Missbrauch und Missachtung. Für manche Fälle sind Gerichte und Staatsanwaltschaften zuständig, aber nicht für alle. Gegen niedrigschwellige, nichtjustizialbeformende Demütigung, für gewohnheitsmäßigen Sexismus, für systematische Benachteiligung braucht es ein ganzes Spektrum an Instrumenten. Was eindeutig ist, es muss mehr kommunale Räume und Unterbringungsmöglichkeiten für Opfer häuslicher Gewalt geben, damit Menschen nicht allein aus Platzmangel gezwungen sind, sich monatelang weiter misshandeln zu lassen. Dafür braucht es einerseits schlicht Geld, damit diese Räume angemietet werden können, aber die Unterbringung reicht nicht, wenn die Menschen dort nicht betreut werden durch SozialarbeiterInnen oder PsychologInnen. Sonst bleibt dieser Schutz oft nur eine Atempause und sie kehren zurück in das Elend, aus dem sie gerade entkommen sind. Es muss auch sichergestellt werden, dass es Häuser für Männer gibt und sie nicht einfach als Opfer sexualisierter Gewalt ausgeblendet werden. Und es muss bedingungslosen Schutz für misshandelte Transfrauen geben, ohne dass ihnen erklärt wird, sie seien noch nicht weiblich genug für Frauenhäuser. Es braucht auch mehr Sensibilisierung bei all jenen, denen junge Menschen, Mädchen wie Jungen anvertraut werden, mehr verpflichtende Seminare zu sexualisierter Gewalt in der LehrerInnenausbildung und auch in der Schulung von Imanen, Rabbinern und Pastoren. Es braucht unabhängige Anlaufstellen, bei denen sich Opfer von Übergriffen melden können, ohne Angst haben zu müssen, dass sie von einer Institution abgewiesen werden, mit der sie verbunden sind, sei es eine Kirche, sei es ein Internat, sei es ein Forschungslabor. Es braucht mehr Aufklärungsarbeit in den unterschiedlichsten Communities zu Männer- und Frauenbildern mit höflichem Respekt, aber ohne Scheufutterbus. Ganz gleich wie unoriginell es scheint, im Jahr 2019, da ist das Buch erstanden, aber 2021 gilt auch noch, das mit dem Gehalt noch einmal erklären zu müssen. Aber das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen, der sogenannte Gender-Pay-Gap, muss konsequent bekämpft werden. Es braucht mehr Diversität in den Vorständen der DAX-Unternehmen, in den Chefredaktionen der Medienhäuser, in den Intendanzen der Theater. Es braucht mehr Diversität in der Literatur, in den Schulbüchern, in den Jurys, die über die Vergabe von Stipendien, von Regieaufträgen, von Drehbuchaufträgen entscheiden. Die Liste ist lang und kann und muss immer wieder erweitert und vertieft werden. Von jeder Generation aufs Neue in den unterschiedlichsten Gegenden mit den jeweils eigenen Strukturen und Praktiken, die ausgrenzen und diskriminieren. Vielen Dank und ich bin froh, dass ich Teil dieses Programms sein durfte und ich vermute, jetzt sind alle doch mit den Wahlergebnissen gleich beschäftigt. Wir machen eine kleine Pause, zehn Minuten kriege ich hier gerade mit den Händen angezeigt und dann machen wir immer so einen kleinen Zwischenstand, aber natürlich auch während der Wahlergebnisse kann man mal so einen Spendenknopf drücken und ich glaube, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte, also 25.000 to go bis mindestens, also ich sag mal, so wäre jetzt ganz schön bis 10, aber wenn es schneller geht, nehmen wir es auch bis 19 Uhr. Vielen Dank. Ja, wir haben kurz die Pause etwas verlängert, weil wir annahmen, dass alle die Wahlergebnisse aus Sachsen-Anhalt sich anschauen. Das ist natürlich jetzt komisch, weil die Aufzeichnung dieser Veranstaltung wird ja noch länger im Netz. Also dies ist der 6. Juni, es gibt gerade die ersten Hochrechnungen von 18 Uhr, aber wir wollen uns jetzt nicht zu sehr auf Sachsen-Anhalt nur konzentrieren, sondern einfach noch mal ein bisschen nachdenken in so einem Wahljahr, welches wären eigentlich die Themen, von denen wir bislang den Eindruck haben, sie werden übersehen, sie sind zu wenig auf der Agenda und was wären vielleicht auch konkrete Forderungen, von denen man sich wünschen würde, dass sie in dem einen oder dem anderen Wahlprogramm sich wiederfinden könnten. Wie gut, dass ich die Frage stelle und die anderen Antworten. Ja, wären wir nicht mit der Vorbereitung der Lesung beschäftigt gewesen, hätten wir natürlich auch ein Wahlstudio hier aufziehen können und das mal aus einer ganz anderen Perspektive kommentieren. Aber das Wahlergebnis, was die AfD jetzt in Sachsen-Anhalt erreicht hat, ist ja trotzdem signifikant und durch das Aufkommen der, oder durch den großen Zuspruch, den die AfD in vielen Bundesländern und damit ja auch auf Bundesebene erhält und das ist ja nicht nur in den ostdeutschen Bundesländern so, sondern eigentlich auf der gesamten Bundesebene, wo die Ergebnisse schon so sind, dass man sie nicht einfach wegschütteln kann. Damit ist ja auch verbunden, welche Profile die anderen Parteien einnehmen und durch die AfD befeuert, würde ich sagen, gibt es ein großes Augenmerk eben auf die Kleinfamilie, auf sehr konservative, starre Vorstellungen von Geschlecht und das spiegelt sich eben durchaus in den anderen Parteien wieder und was also gerade bei der CDU, aber auch bei der SPD wird, finde ich, gerade schon geguckt, wie können wir denn die konservativeren WählerInnen eben bedienen und da sind die Geschlechterthemen oder feministische Themen, wie wir ja gerade an diesen ausufernden Debatten über geschlechtergerechte Sprache sehen, die anscheinend die Union und Friedrich Merz sehr zu beschäftigen scheinen, als großes geschlechterpolitisches Thema, ja, kann man das schon sehen und die Union hat auf Bundesebene noch kein Wahlprogramm, deswegen kann man gerade nicht gut sagen, was da drin steht. Man kann sich natürlich ein bisschen am Koalitionsvertrag orientieren, der letzten vier Jahre und da war überhaupt nicht viel drin für queere Themen, für feministische Themen, was angestoßen wurde von auf der Ebene Gewaltbekämpfung, aber da kannst du vielleicht so sagen, wie du das beurteilst in der Wirkung, war der runde Tisch, wo die Länder zusammengekommen sind, um sich darüber zu verständigen, was machen wir denn jetzt in der Gewaltbekämpfung, aber jetzt in der Bilanz sehen wir natürlich, dass die Frauenhäuser in den letzten vier Jahren nicht so ausgebaut worden sind, dass in der Pandemie genügend Plätze vorhanden gewesen wären und die Aspekte, die wir ja auch schon eben besprochen haben, dass auch das Hilfetelefon nicht gut ausgebaut worden ist, die Istanbul-Konvention ist immer noch in den Anfängen in ihrer Umsetzung und da kann man jetzt als interessierte Person natürlich gezielt in die Wahlprogramme reingucken und erst mal schauen, was passiert denn da eigentlich? Ist der Begriff Istanbul-Konvention überhaupt erwähnt, was ein sehr wichtiger Begriff ist, weil sobald man sagt, wir wollen das möglichst schnell umsetzen, hat man mehrere Seiten Maßnahmen, die dann auf den Weg gebracht werden müssen, wo wirklich auch Geld in die Hand genommen werden muss, um das umzusetzen. Ja, vielleicht auch noch dazu, ich finde, als allererstes müsste mal endlich dieser misogyner Wahlkampf sofort beendet werden, also was wir hier erleben gegen die einzige Kanzlerkandidatin ist schon, finde ich, im Ausmaß unglaublich. Also dass das schon, also dass das tatsächlich von keiner Partei, niemanden, egal, ob man jetzt Wahlkampf gegen eine Partei betreibt oder nicht, das darf nicht sein. Also es müsste auch kommentiert werden von eben den anderen Parteien, also es kann jetzt nicht nur an Annalena Baerbock alleine oder eben an den Grünen sein, sich gegen diese Art von Misogynie zu verwehren, sondern es, finde ich, müsste für alle Parteien, also an der demokratischen sozusagen selbstverständlich sein, das zu diskreditieren. Genau, und ich finde schon daran, wie das jetzt schon anfängt und wir haben wahrscheinlich noch viel Schlimmeres zu befürchten, sieht man ja, welches Thema, also wie diese Themen besetzt werden und eben, dass man offenbar denkt, dass antifeministischer Wahlkampf erfolgreich sein kann. Und genau das ist ja eine der großen Gefahren, noch fernab davon, ob man sagt, es gibt überhaupt in den Wahlprogrammen, wenn es denn welche gibt, feministische Themen. Ja, so auch das spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Also wenn wir sehen, und da ist Sachsen-Anhalt ja wahrscheinlich auch beispielhaft, ich weiß nicht, ob da überhaupt feministische Themen jemals im Wahlkampf öffentlich waren oder eine Stimme bekommen haben. und wenn wir jetzt auf den Bundestagswahlkampf oder auch den Berliner Wahlkampf, die Oberbürgermeisterkandidatin hat ja, also jetzt jahrelang zeigen können, dass feministische Themen ihr jedenfalls nicht am Herz liegen. Und wenn wir jetzt über die Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt nachdenken, ist das auch nie etwas, was besondere Aufmerksamkeit bekommen hat. Kann ich mal an mich beide fragen, hat euch das jetzt diese Art von wirklich Denunziation und auch also wirklich sexistischen Anfechtungen gegen die Kandidatin der Grünen überrascht oder erfüllt das genau eure Erwartungen? Also unterbietet das sozusagen eure Erwartungen? Also ehrlich gesagt, ich hatte das ungefähr so erwartet. Ich würde auch denken, es wird noch schlimmer. Ich meine, wie Frauen immer, also die Erzählungen über Frauen, auch Frau Merkel wurde ja dann immer als irgendwie Mutti oder so bezeichnet. Also auch da sind ja total abwertende Frauenbilder immer wieder bemüht worden und also auch überall, ja, also wenn man damals nach England guckte oder überall, also alle Frauen, die in leitenden Positionen sind in der Politik, werden immer frauenverachtend betrachtet. Und das würde ich, ja, das war erwartbar, das wird sich wahrscheinlich auch hast du auch so mit gerechnet? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich teile auch die Einschätzung von Christina, dass das bis zum Wahltermin hin wahrscheinlich noch schlimmer wird. Ich finde es auch immer interessant, dabei auf die Berichterstattung zu gucken und zu schauen, wie wird jetzt über Annalena Baerbock als Kandidatin berichtet? Wird es weiter so eng an ihrer Person bleiben? Wird man da doppelte Standards sehen für die Kandidaten und sie? Also das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Natürlich sind die Grünen damit auch ja ein Risiko eingegangen, was man erst mal sagen kann, das ist gut, dass sie das machen, obwohl sie das wissen, weil zwei Politikerinnen, die das Thema ja sehr prominent auch nach außen vertreten und darauf aufmerksam machen, sind ja Claudia Roth und Renate Künast, die sich auch immer wieder rechtlich dagegen wehren. Deswegen glaube ich, hatten die Grünen wahrscheinlich eine ähnliche Einschätzung und wissen ganz gut, was auf sie zukommt. Ja, ich würde gerne noch einen Aspekt ergänzen. Das eine ist ja, ob man sagt, es wird sozusagen im klassischen Wahlkampf mit klassisch frauenfeindlichen und sexistischen Instrumenten und Bildern und Begriffen und eben Doppelstandards gearbeitet. Das, was für mich schon unterscheidet von früheren Wahlkämpfen oder eben anderen Frauenfiguren ist, dass wir hier natürlich schon jetzt auch in einem Strukturwandel der Öffentlichkeit erleben, bei dem wir sagen müssen, es gibt einfach auch von außen international Interventionen, die wir schon beim Brexit erlebt haben, die wir bei der USA-Wahl erlebt haben, wo man sagen muss, da wird natürlich jetzt mit Deepfakes gearbeitet, da wird, da wird, sagen, manipuliert. Das ist schon nochmal ein anderes Kaliber. Ich vermute auch, es wird Hacker-Angriffe geben und plötzlich Materialien, die dann über Doxing-Verfahren in die Öffentlichkeit kommen. Also insofern habe ich schon das Gefühl, da kombiniert sich etwas eher, dass es eben hier eine weibliche Kandidatin ist. Ich würde vermuten, es ist nicht ganz zufällig, dass es hier auch eine starke Position gegen Nord Stream gibt, das vielleicht für sozusagen Russen natürlich jetzt nicht das besonders erwünschte politische Programm ist. Also das kommt, glaube ich, noch erschwerend hinzu. Aber das, finde ich, macht das Ganze nochmal anders. Es ist nicht nur etwas, was eine Person und die einzige Frau im Rennen betrifft, sondern ich habe das Gefühl, es müsste eigentlich auch schon alle Parteien beschäftigen, dass es da Diskurssubversion gibt, dass es wirklich darum geht, eine Gesellschaft zu destabilisieren, dass es wirklich darum geht, Ressentiments zu schüren. Und das, finde ich, ist nochmal ein bisschen eine andere Gemengelage sozusagen oder eine andere historische Situation, auf die wir, würde ich jetzt sagen, hätten vorbereitet sein müssen. Ich wundere mich ein bisschen, dass darüber nicht mehr diskutiert wird bisher. Aber die ersten Hinweise und die ersten Indizien mindestens gehen ja genau in so eine Richtung. Ja, also ich würde dir dann zustimmen, aber ich denke auch, also das ist das Besondere, das hätte natürlich, was du gerade alles gesagt hast, auch einen männlichen Kandidaten getroffen. Und jetzt kommt diese Mischung und da sind ja dann auch immer diese Bünde ganz andere. Also wenn wir zum Beispiel die Maskulisten angucken oder also all diese, auch diese Männerbünde, die alle ja, also platt gesagt, sind dann eben auch zur Stützung des Patriarchats alle antreten, die verbinden sich da eben und deswegen wird das, was ja eigentlich, was man jetzt fordern müsste, zu sagen, da stehen wir alle dagegen, egal von welcher Partei. Wir stehen da jetzt alle dagegen, weil das kann nicht sein, dass wir hier nicht mehr irgendwie einen freien Wahlkampf haben. Das wird ja höchstwahrscheinlich nicht passieren, denn es gibt da ganz andere Bünde, die eben ein großes Interesse daran haben. Und wenn wir eben sehen, wie sich jetzt im Moment konservative Politiker gegen Genderwahnsinn, gegen diese ganze Sprachdebatte, ja, die ist ja so unsinnig wie noch was, dagegen wehren und das zu ihrem Wahlkampfthema machen, ja, also da denkt man doch, habt ihr nicht wirklich mal was Besseres zu tun, könnt ihr nicht mal darauf gucken, was hier alles schiefgelaufen ist und was eigentlich hier mal zu regeln wäre, dann sieht man, finde ich, ganz gut, wer sich da mit wem auch verbindet und eben nicht eintritt für demokratische Werte, sage ich mal, also ganz platt, ja, es sind ja einfach demokratische Werte noch weit davon entfernt, über feministische Politiken zu reden. Ja klar, und das heißt natürlich nicht, natürlich kann sowohl die Person Annalena Baerbock kritisiert werden, als auch das Programm der Grünen, also das muss man jetzt nochmal sagen, selbstverständlich, ja, aber das, was im Moment geschieht, ist schon, also ich muss sagen, dass es mich doch in der, also, ja, es ist, ich finde es schon auch noch überraschend. Ja, aber ich finde es überrascht ja auch, wenn wir wieder zurückkommen auf das Thema Gewalt gegen Frauen, dass man denkt, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, ja, warum reden wir immer noch über die effektive Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, warum ist dieses Thema nicht schon längst auf der Agenda von jedem und jeder Einzelnen, das ist ja nicht was besonders Progressives, das ist auch nicht was Feministisches, es geht eigentlich darum, Gewalt gegen einen Großteil der Menschen zu verhindern, und dennoch ist es etwas, das interessiert, also ich meine, wir könnten das vielleicht analysieren, wie viele Cis-Männer diesen heute uns anhört, aber es gab eine ganze Menge von, also Spenden, wir sehen ja manchmal einen Namen zumindest dazu geordnet, das sagt natürlich noch nicht alles, aber, nein, aber es ist, also vielleicht ist nochmal, das ist ja, also das ist eigentlich kein feministisches Thema, eigentlich wäre das ein echtes Männerthema, in diesem Wahlkampf voranzugehen und zu sagen, ich stelle mich hier als Cis-Mann hin und schreibe mir eben in mein Wahlprogramm, wir bekämpfen Gewalt gegen Frauen, wo auch immer sie stattfindet, ist es aber nicht, ja, es könnte ja auch, also so, und das ist es nicht und daran sieht man ja auch, dass es eben eine Stütze ist, auch dieser Gesellschaft, ja, Gewalt gegen Frauen ist eben ein Teil von Unterdrückung und es ist die krasseste Form der Unterdrückung, aber es ist eben ein Teil davon und das passt ganz gut und statt das zu bekämpfen, wird jetzt hier irgendwie Gendersprache kritisiert. Ja, was jetzt für diejenigen, also für die wir ja Geld sammeln, das muss man auch nochmal sagen, also ungefähr der unwichtigste Punkt von allen ist, also, genau, obwohl er natürlich wichtig ist, aber es ist absurd, dazu, sich Monate, Jahre, wie auch immer, mit zu beschäftigen. Ja, wir machen gleich nochmal eine Pause, aber wir nehmen die Gelegenheit nochmal alle wahr, dass wir sagen, wir haben jetzt mehr als die Hälfte und Können wir mal einmal erhorchen? 27.700, wir sammeln 50.000 Mindesttests. Also noch so ein, noch ein Challenge, also es ist noch ein bisschen, ist noch drin, wir warten noch, es ist noch mehr drin, genau, es gab jetzt ein paar größere Spenden, aber wir warten noch auf die richtig großen Spenden. Auf die fette, fette, fette Spenden. Einmal 20.000 würden wir nehmen, wir haben schon überlegt, ob wir sie besonders adressieren, an diejenigen, die echt was gut zu machen haben. Ja, ich würde mal sagen, es gibt ja auch so ein paar Unternehmen, die auch, ob in Brandenburg, größere Werke aufbauen, wo man jetzt auch mal sich auch mal drüber nachdenken könnte. auch in Berlin, also es gibt auch Minister, die was gut zu machen hätten, vielleicht. Also es gibt viele verschiedene, die möglicherweise über Geldmittel verfügen und das jetzt gerne mal loswerden wollen. Das können Sie dann trotzdem gerne anonym spenden, wenn Sie das möchten. und wir sagen immer noch, jede, jede, jede kleine Spende zählt. Wir sind dankbar für alles, was schon jetzt gekommen ist. Wirklich, wirklich, es übersteigt definitiv das, wovon wir geträumt haben. Aber jetzt, wo wir soweit sind, sind natürlich auch unsere Erwartungen geschürt. ja, also enttäuscht uns nicht. Ja, und vor allem, alle vier Organisationen, vielleicht kannst du die einmal noch mal nennen. Jetzt schnell, Netzwerk der brandenburgischen Frauenhäuser, Kokon, Frauenhaus in Berlin, IWS, International Women's Base und das vierte ist das Frieda-Frauen-Projekt gegen Cyberstalking. Ja, und ich finde, das Interesse ist ja immens und die Spendenbereitschaft auch. Das ist ja, wie wir heute Morgen auch schon gesagt haben, eigentlich ein guter Impuls an alle, die gerade noch die Wahlprogramme feintunen, das Thema da angemessen zu berücksichtigen und mal eine ordentliche Strategie vorzulegen. Anna, ja, bis September. Okay, also erstmal vielen Dank für die Runde. Das Programm geht gleich weiter. Ich lese das Nächstes. Ja, ich mach noch eine Sekunde. Ja, guten Tag, mein Name ist Christina Klemm. Ich lese aus meinem Buch Akteneinsicht. Ich werde zwei kurze Stellen lesen. Das eine ist der Epilog. Ich denke, ich lese den deswegen, weil er eigentlich ganz gut zusammenfasst über dazu, worüber wir hier heute den ganzen Tag sprechen. Vielleicht sind es die Ignoranz und die Apathie großer Teiler der Gesellschaft, die mich im Laufe der Jahre wütender werden lassen. Es gibt keinen Ort, keine Schicht, kein Alter, keine soziale Situation, in der Frauen keine Gewalt erleben. Frauen erfahren Gewalt im öffentlichen Raum, von Fremden, von Bekannten, von Ehemännern und LebenspartnerInnen, von Verwandten, von MenschenhändlerInnen, von ÄrztInnen und TherapeutInnen, von KollegInnen und Vorgesetzten und in politischen Auseinandersetzungen. Sie erleben sie zunehmend auch digital. Meist üben Männer die Taten aus, nicht immer. Frauen, die besonders vulnerablen Gruppen angehören, sind häufiger und oft mehrfach betroffen, sei es als People of Color, als Transpersonen, als SexarbeiterInnen, als körperlich oder psychisch beeinträchtigte Personen, als Obdachlose, als Geflüchtete in Sammelunterkünften oder als pflegebedürftige Personen. Das ist alles bekannt. Statistiken, Studien, Reportagen, Interviews und Umfragen belegen dies unzweifelhaft, auch und insbesondere des Ausmaß. Doch die meisten scheinen sich mit dieser Alltäglichkeit von Gewalt gegen Frauen und dem Hass auf Frauen abgefunden zu haben. Ich weiß, dass die meisten von Gewaltbetroffenen nicht über ihre Erfahrungen sprechen, nicht einmal in ihrem engsten sozialen Umfeld. Wenn sie doch reden, dann oft nur, weil es nicht mehr anders geht. Weil sie Angst um ihr Leben haben müssen, weil sie ihre Kinder schützen wollen, weil sie verhindern wollen, dass andere geschädigt werden oder weil andere nicht mehr wegsehen können, es öffentlich und damit justiziabel machen. Den juristischen Weg, aus eigener freier Entscheidung zu gehen, die erfahrene Gewalt anzuzeigen, Schmerzensgeld oder Schadensersatz zu fordern, wagen die wenigsten. Zu groß ist die Angst, während des Verfahrens unter die Räder zu kommen und am Ende die Hilflosigkeit zu erfahren, die schon während der Taten so schmerzhaft war. Viele Betroffene haben niemals Anzeige erstattet. Oft auch, weil sie sich schämen, sich selbst die Schuld geben und befürchten müssen, dass ihnen nicht geglaubt wird. Viele sind es. Viel zu viele, die schwiegen und es immer noch tun. Und viel zu viele haben immer noch allzu gute Gründe dafür. Denn wenn sie Strafanzeigen erstatten oder andere für sie anzeigen und sie aussagen müssen, dann ist der Weg zu einem gerechten Urteil oft hart und allzu oft unerreicht. Selbst wenn eine Täterin verurteilt wird, ist lange noch nicht alles gut. Oft erfahren Betroffene auch dann noch soziale Ächtung, berufliche Nachteile und familiäre Schwierigkeiten. Es liegt mir fern, Frauen immer nur in der Opferrolle zu sehen. Immer wieder erlebe ich, wie Frauen oft entsetzliche Erfahrungen verarbeiten, wie sie mit ihrem weiteren Leben zurechtkommen, wie sie zweifeln, manchmal verzweifeln, aber auch wie sie kämpfen. Viele Betroffene sind womöglich für ihr weiteres Leben verwundet, aber oft weigern sie sich erfolgreich, dieser Verletzung zu viel Raum zu geben. Dabei hilft solidarische Unterstützung ungemein. In Zeiten, in denen rechte Bewegungen weltweit erstarken, in denen Frauenhass, Rassismus, Antisemitismus und Menschenverachtung alltäglich sind, gilt es für Menschen, diesen mutig entgegen und für eine gleichberechtigte Gesellschaft einzutreten. Dies wird ohne die Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen nicht möglich sein. Das sind Teile des Epilogs und ich möchte jetzt die Geschichte einer Frau erzählen oder vorlesen, die sich zur Wehr gesetzt hat. Vielleicht das einmal, es geht zwar hier den ganzen Tag ja immer wieder um Gewalt gegen Frauen in meinen Geschichten, die keine echten Geschichten sind, sondern echten Fällen aus meiner alltäglichen Praxis nachempfunden sind, aber natürlich verfälscht sind, geht es explizit um Gewalt, sodass ich eine sogenannte Triggerwarnung aussprechen möchte. Es geht hier um Schilderung auch hier von sexualisierter Gewalt und die Personen, die das nicht anhören können, aus welchen Gründen auch immer, müssen dann vielleicht jetzt einen Moment nicht zuhören. Monique. Wer Monique in ihrem Geschäftsalltag kennenlernt, würde nicht glauben, was diese Frau mit dem stets ebenso perfekt wie dezent geschminkten Gesicht und dem stets ausgeglichenen Auftreten in ihrer Kindheit erlebt hat. Auch nicht, dass sie eine Zeit lang viel dafür bezahlt hat, um ein wenig Frieden zu finden. Monique ist eine angesehene Geschäftsfrau, international für ihren Konzern unterwegs, eloquent, erfolgreich, eine der wenigen Frauen, die es so weit nach oben geschafft haben. Stets ist sie freundlich, immer für einen Scherz zu haben. Sie hat sich gegen Kinder entschieden und für häufig wechselnde Partner und Partnerinnen. Sie legt sich nicht fest, in keiner Beziehung. Sie hat kleine möblierte Apartments in Berlin, London, Moskau und Istanbul. Häufig wohnt sie in Hotels. Vor dem ersten Termin läuft sie morgens, egal in welchem Teil der Welt sie gerade ist, ihre zehn Kilometer. Sie achtet darauf, dass ihre Hotels und Wohnungen stets über ein Schwimmband verfügen und handelt aus, dass sie noch nachts vor dem Schlafen ihre Bahnen schwimmen kann. Wenn sie keinen Sport treiben kann, kommen die Albträume. Schmerzlich hat sie gelernt, dass ihr Sport besser hilft als Alkohol, auch besser als Koks. Exakt alle zehn Tage erlaubt sie sich, an ihren Vater zu denken, sich mit ihm zu beschäftigen. Zwei Stunden hat sie dafür, keine Minute mehr. Was dann nicht erledigt ist, muss zehn Tage warten. Seit ein paar Jahren reicht dies gut aus. Dieses Konzept hat Monique mit ihrer Therapeutin erarbeitet, die sie seit vielen Jahren betreut. Monique kann sich an keine Zeit erinnern, bevor es anfing. Sie weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Erinnerungen erst mit der Einschulung beginnen oder daran, dass es keine Zeit vorher gab. Es fühlt sich an, als wäre es von Anfang an passiert. Sie ist das dritte Kind ihrer Eltern, der Vater Pfarrer, die Mutter Hausfrau. Ihre Brüder sind zwölf und zehn Jahre älter, sie ist das Nesthäkchen. Die Mutter stirbt, als sie drei Jahre alt ist. Sie hat keine Erinnerung an sie. Der Vater wird allseits bewundert, wie gut er es mit den Kindern alleine schafft. Ob sie immer im Ehebett geschlafen hat, kann sie auch nicht erinnern. Es gab ein Bett in ihrem Kinderzimmer, aber sie weiß nicht, ob sie es jemals benutzt hat. Keine Erinnerung, so sehr sie sich auch bemüht. Nicht ein einziges Bild in ihrem Kopf. Woran sie sich aber erinnert, sind die Schmerzen, als er das erste Mal in sie eingedrungen ist. Es war, bevor sie in die Schule kam, das weiß sie. Sie weiß noch, dass sie ihr gelbes Nachthemd trug mit dem Schmetterling auf der Brust. Noch lange weiß Monique nicht, dass das, was ihr Förder jede Nacht mit ihr macht, verboten ist. Keine Worte hat sie für das, was er macht. Dass er sie sexuell missbraucht, weiß sie nicht. Sie weiß ja nicht einmal, dass es Sex gibt. Als sie irgendwann von der kichernden Mitschülerin hört, dass Männer ihr Dings in die Frauen stecken und dann Babys rauskommen, denkt sie monatelang, bei ihr käme ein Baby raus. Sie kann auch die Angst spüren, dass sie auf der Toilette ein Baby herauspressen könnte. Sie wagt es nicht, den Vater zu fragen. Monatelang dauert es. Dann ist die Angst wieder weg. Als sie endlich versteht, dass er etwas Verbotenes macht, ist sie schockiert. Nun kann sie es erst recht niemandem erzählen. Alle verehren, lieben, gehorchen ihm. Oft kommen Menschen zu ihm und suchen seinen Rat. Immer hat er ein gutes Wort und gute Taten. Gebannt hört sie ihm zu, wenn er sonntags von der Kanzel spricht. Sie liebt es, wenn er den Brüdern und ihr aus der Bibel vorliest, wenn er sie teilhaben lässt an seinen Gedanken, wenn er über das Böse in der Welt spricht, über Armut und Hunger verzweifelt, wenn er sie anhält, Gutes zu tun und rein im Herzen zu sein. Nachts ekelt sie sich vor seinen Lippen, seinen Händen, seinem Geschlecht, seinem Geruch. Monique schämt sich. Je älter sie wird, umso mehr ist sie sicher, dass sie die Schuld trägt. Vielleicht ein wenig auch die Mutter, die so früh verstorben ist und den Vater ohne Frau zurückgelassen hat. Da ist es nur natürlich, so denkt sie, dass er sich die Tochter nimmt. Je älter sie wird, desto schüchterner wird sie. Sie trägt weite Kleidung, beginnt sich immer weniger zu waschen, ihre Haare hängen fettig an ihr herab, ihre Haut ist voller Pickel. Am liebsten würde sie nicht gesehen werden. Nach dem Missbrauch gibt es oft Bibelzitate. Am liebsten mag er es, wenn sie für ihn welche zitiert. Oft lesen sie nun gemeinsam in der Bibel, gern legt er dabei seine Hand auf ihren Hintern, lieber noch zwischen die Beine. Wenn sie nicht in der Schule ist, ist sie im Pfarrhaus. Die Brüder sind ausgezogen, sie führt den Haushalt. Sie macht nichts, was die anderen in ihrer Klasse machen. Für die anderen ist sie die hässliche Einzelgängerin, für sie ist sie unsichtbar. Aber sie hat gute Noten. Mit 16 Jahren fährt sie zu einer christlichen Freizeit, wie jedes Jahr. Ihr Vater, der diese eigentlich leiten soll, hat sich zwei Tage vorher das Bein gebrochen. Die Vikarin, die kurzfristig eingesprungen ist, wundert sich, weshalb für Monique kein Platz im Jugendzimmer reserviert ist. Sie nimmt sich Monique an, mit der sie das ursprünglich für den Vater gebuchte Doppelzimmer teilt. Sie spricht mit ihr Bord, fragt nach, lässt sie nicht aus den Augen, lässt sie nicht ausweichen. Die Vikarin ist selbst in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden. Sie hat damals Trost im Glauben in der Kirche gefunden und spürt, dass Monique etwas zu verbergen sucht. Nachdem sie einen Bruchteil von Moniques Geschichte erfahren hat, sorgt sie dafür, dass diese nicht wieder nach Hause zurückkehrt. Sie nimmt sie zunächst mit in ihrer Wohnung, droht dem Vater, ihn anzuzeigen und es den Kirchenoberen zu berichten, wenn er der Unterbringung in einer Jugendwohngemeinschaft nicht zustimmt. Sie vor allem waren Stillschweigen und monatliche Alimentierung von Monique. Die würde gern bei ihrer neuen Freundin bleiben. An ihrer Seite steht sie mit ihr. Der erste Mensch, dem sie sich geöffnet hat. Der erste Mensch, der sie versteht. Exakt 20 Jahre und 23 Tage später entschließt sie sich, ihren Vater anzuzeigen. Das ist 21 Jahre nach der letzten Tat. Sie erfährt nun, dass die Taten verjährt sind. Diese Tatsache trifft sie sehr. Als sie zehn Wochen später wieder allen Mut fasst, um die Anwältin erneut aufzusuchen, die sie um Rat gefragt hat, fragt sie sie, was geschehen würde, wenn sie öffentlich und mit dem Namen des Vaters über den Missbrauch berichten würde. Lange sprechen sie über die Konsequenzen, auch darüber, dass es sehr teuer für sie werden könnte. Aber Geld kümmert Monique nicht. Sie möchte sich nicht darauf einlassen, das, was sie zu veröffentlicht, beabsichtigt zuerst prüfen zu lassen und juristisch wasserdicht zu formulieren. Sie möchte endlich das Schweigen brechen und erzählen, was geschehen ist. Auch ihre Wut, ihren Schmerz, die Verachtung, die sie gegen den Vater hegt. Was sie aber nicht möchte, dass sie ihren neuen Namen erfährt. Was folgt, ist die Veröffentlichung einer Webseite. Auf dieser stellt Monique ihren Vater anschaulich als Missbraucher dar, prangert sein Verhalten an und ruft dazu auf, ihn mit seinen Taten zu konfrontieren. Gut sichtbar auf der Webseite ist ihr alter Name als Verfasserin erkennbar und eine Kontaktadresse. Es braucht ein paar weitere Unternehmungen und Wochen, dann wird die Webseite von den Menschen aufgerufen, die sich im sozialen und gesellschaftlichen Umfeld des Vaters befinden. Ein paar weitere Tage, dann ist die Webseite bis zum Vater durchgedrungen. Postwenden landet bei der auf der Webseite angegebenen Adresse das anwaltliche Schreiben, die Unterlassungsaufforderung, die Zahlungsaufforderung, die Androhung des Rechtswegs und die Aufforderung, die Webseite sofort zu löschen. Monique ist nicht an einer juristischen Auseinandersetzung interessiert. Sie weiß, dass bereits viele die Seite angesehen haben und löscht sie Seite sofort. Sie unterschreibt die Unterlassungserklärung, unterschreibt mit ihrem alten Namen und zahlt das geforderte Geld. Ein paar Monate später folgt eine Flugschrift, die eines Nachts in den Briefkästen der Heimatstadt des Vaters auftauchen. Detailliert schildt Monique darin erneut, was hier widerfahren ist. Diesmal fällt die Zahlung sehr viel höher aus. Wieder zahlt sie umgehend, damit gar nicht auf die Idee kommt, ihren neuen Namen zu ermitteln. Eine Strafanzeige erstattet der Vater nicht. Die Anwältin vermutet, dass er die strafrechtliche Auseinandersetzung scheut, denn da gebe es für Monique als Angeklagte den Raum, ihre Geschichte detailliert und vor allem öffentlich zu schildern. Dann ist eines Morgens mit riesigen Lettern das Haus des Vaters bemalt. Hier wohnt ein Täter. Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen. Vater und Lebensgefährtin waren zu dieser Zeit im Urlaub. Es gibt einen kleinen Artikel in der Lokalzeitung, selbstverständlich wird seine Tochter verdächtigt. Als der Vater zurückkehrt, übermalt er den Schriftzug umgehend und erstattet wieder keine Strafanzeige. Er darf ein Interview in der Lokalzeitung geben und darin erläutern, wie schwer es ist, Vater einer offensichtlich psychisch kranken Tochter zu sein, die ihn grundlos und wahrheitswidrig beschimpft. Die Kirche ist nun wieder besser besucht. Die Gemeinde zeigt sich solidarisch mit ihrem Pfarrer, ist entsetzt von der geisteskranken Tochter. Monique beschließt, ihre Aktivitäten einzustellen. Es fühlt sich jetzt gut an, richtig. Die Reaktion der anderen interessiert sie nicht. Sie weiß, dass er weiß, was sie weiß und dass er immer Sorge haben muss, dass er irgendwann wieder damit konfrontiert wird. Seither gehen keine Zahlungen mehr ein. Als sie später, Jahre später, von einem Notar informiert wird, dass ihr der Pflichtteil des Erbes, ihres verstorbenen Vaters, zustehe, beauftragt sie die Anwältin, alles für sie zu regeln, alles in Geld umzusetzen und an die europäische Seenotrettung zu spenden. Mit dem Thema sexueller Missbrauch bin ich durch, endlich. Jetzt kümmern mich andere um Gerechtigkeiten in der Welt. Fühlt sich gut an. Herzlich, Ihre Monique. Das war's. Vielen Dank. Und ich muss natürlich auch und erneut sagen, es ist gut, wenn ihr weiter spendet. Wir haben ja das Limit von 50.000 beziehungsweise den Mindestspendenbeitrag. Und es gibt so viele tolle Projekte oder diese vier Projekte, die ihr unbedingt unterstützen solltet und zahlt einfach noch. Danke. Ich war zu schnell. Ich war zu schnell. Ich dachte, ich lese langsam. Dann lese ich noch eine andere Geschichte. Ihr müsst mich aufhalten dann. Das ist die Geschichte von Mia. Mia ist 25 Jahre alt, als sie zum 48. Mal auf eine Demonstration geht. So viele sind es jedenfalls nach ihrer aktuellen Berechnung. Schon als Kleinkind war sie mit ihren Eltern gegen Atomkraft und für den Frieden auf der Straße. Jetzt gehört Mia zu den aktiven AntifaschistInnen, die sich fast jedes Wochenende irgendwelchen Neonazis und Rassisten entgegenstellen. Aus tiefstem Herzen ist sie dabei, liest alles, was es zu Rechtsextremismus heute und früher zu lesen gibt, betreut Jugendfahrten nach Auschwitz, besucht antifaschistische Sommercamps in den Semesterferien. Sie studiert Politik und Geschichte und sie wird wütend, wenn sie an das weitere Erstarken der extremen Rechten und die Wahlerfolge der AfD denkt, ich übrigens auch. Das macht ihr Angst und raubt ihr auf den Schlaf. Mia ist entschlossen. Primo Levi's Aussage, es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen, ist Leitspruch, Sorge und Antrieb für sie. Sie ist sehr mutig, aber seit Längerem hat sie Angst in großen Menschenmengen. Es fing plötzlich an und seither kann sie sich nicht mehr in Demonstrationszüge einreihen, kann sich nicht inmitten der Demonstrierenden befinden. Deshalb geht sie immer am Rand. Heute ist Mia am Rand einer Demonstration in Mecklenburg-Vorpommern, die von einer Vereinigung durchgeführt wird, die unverhohlen dem Nationalsozialismus nacheifert. Die TeilnehmerInnen tragen uniformartige Kleidung, eine Trommelgruppe geht voran, Fahnen werden geschwenkt. Obwohl rassistische und neonazistische Parolen skandiert werden, kann der Demozug weiterlaufen, ohne dass die Polizei eingrifft. Selbst als die Neonazis weh im Moment gegen die Polizei vorgehen, unternimmt diese nichts. Mia läuft am Rand der Neonazi-Demo mit, von ihnen getrennt und durch einige wenige PolizeibeamtInnen entfernt. Mia ist empört und geschockt. Immer wieder ruft sie vom Straßenrand den Faschisten zu, Nationalismus raus aus den Köpfen. Nie, nie, nie wieder Faschismus. Und es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Dabei hält sie den Mittelfinger in Richtung der Demonstrationszuges. Ein junger Mann in Jeans und kariertem Hemd geht langsam neben ihr her. Er humpelt ein wenig, stützt sich auf eine metallene Krücke. Mehrfach sieht er sich um. Der Demonstrationszug stoppt. Mia steht am Rand, ruft Nazis raus in Richtung der Demonstration. Der Mann mit der Krücke stellt sich neben sie. Plötzlich stützt er sich nicht mehr auf, steht gerade, umgreift die Krücke in der Mitte mit einer Hand. Unvermittelt, ganz ohne Vorwarnung, ohne Ansprache, sogar ohne Blickkontakt, schlägt er zu. Mit der Krücke auf Mias Kopf. Er trifft ihre Schläfe. Mia bricht zusammen und während sie fällt, rennt er weg, die Krücke unter dem Arm geklemmt. Ein Passant versucht noch, ihm zu folgen, aber der Angreifer verschwindet in den Demonstrationszug hinein, von dem er sofort umschlossen wird. Mia wacht erst im Krankenhaus auf. Nur durch großes Glück, so sagt ihr die behandelnde Ärztin, ist der Schädel nicht gebrochen. Sie leidet noch wochenlang unter starken Kopfschmerzen. Eine Erinnerung an den Vorfall hat sie nicht. Aber es gibt einen Passanten, der zufällig in der Nähe stand und alles beobachten konnte. Er ist 68 Jahre alt und Bürger der Stadt, in der die Demonstration stattfand. Er stand dort herum mit seinem Handy, um sich das Spektakel anzusehen, machte Fotos von der Demonstration und drückte ab, als der Täter die Krücke erhob. Erst zwei Jahre nach der Tat plant der örtliche Amtsrichter die Verhandlung und schickt Mia eine Vorladung. Als sie die Ladung zu dem Termin bekommt, erschrickt sie. Eigentlich dachte sie, der Fall sei längst abgeschlossen. Warum man sie als Zeugin benötigt, versteht sie nicht. Alles ist doch auf dem Foto zu sehen. Eigene Erinnerungen besitzt sie nicht. Ihr Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat ist begrenzt. Ihre Hoffnung auf ein angemessenes Urteil niedrig. Sie hat versucht, nicht mehr an das Geschehene zu denken und den Schreck, als sie im Krankenhaus erwachte, zu verdrängen. Nachdem sie die Vorladung erhalten hat, kommen Gefühle hoch, aber keine Erinnerungen, nur Erschrecken, Verunsicherung, Angst. Auf keinen Fall will sie mit dem Täter und den Nazis zusammentreffen, die sich neben dem Verteidiger wahrscheinlich im Gerichtssaal befinden werden. Sie möchte nicht erkannt werden, wenn sie später wieder einmal demonstrieren geht. Als sie erfährt, dass ihr Name in der Akte sich befinden wird, ist sie erschrocken. Seit diesem Tag schläft sie nicht mehr in ihrer Wohnung. Nach der Akteneinsicht und einer erneuten Besprechung mit Mia telefoniert die Anwältin mit dem zuständigen Richter, eigentlich, um zu eruieren, ob man auf Mias Aussage verzichten könne. Sofort gibt er ihr in einem unverkennbaren Hamburger Dialekt am Telefon zu verstehen, dass er eine Vernehmung der Zeugen für unabdingbar halte, wenn man den wirklich verhandeln würde. So sind sie die Demonstranten, sagt er. Das kenne ich schon aus meiner Hamburger Zeit. Hafenstraße und so. Sie wissen, was ich meine. Erst Anzeige erstatten und dann ihre Bürgerpflichten nicht erfüllen wollen. Nein, Frau Anwältin, vielleicht geht das in anderen Städten so, aber bei uns nicht. Wir führen noch Hauptverhandlungen durch, mit Zeugen, so wie es die Strafprozessordnung vorsieht. Das mir gar nicht selbst Anzeige erstattet hat, dass auch ansonsten nichts von dem, was er sei, zur Debatte stand, interessiert ihn nicht. Aber, so fährt er fort, ich habe schon über die Sache nachgedacht und mir schwebt eine kleine Geldstrafe vor. Ich hätte ja ein Strafbefehl für ausreichend erachtet, aber der Staatsanwalt, mit dem ist einfach nichts zu machen. Ein ganz harter Hund ist das. Völlig überzogen. Das hat ja schon das Schwurgericht gesagt, alles überzogen. Ich habe versucht, mit ihm zu reden. Vielleicht können Sie das ja, Frau Anwältin. Vielleicht können Sie ihn zur Vernunft bringen. Dann würde Ihrer Mandantin auch die Aussage erspart bleiben. Ein richtiger Nazi-Hasser ist das. Er sieht auch überall Nazis, wo gar keine sind. Verstehen Sie mich nicht falsch? Ich halte auch gar nichts von denen. Natürlich wollen wir keinen neuen Nationalsozialismus, aber wir wollen doch bitte die Kirche im Dorf lassen und jetzt nicht, wie der Staatsanwalt so tun, als wären das alles Faschisten. Das ist leider gar nicht objektiv und ausgewogen. Der will sogar eine Freiheitsstrafe für ihn, ohne Bewährung absurd. Das geht nun wirklich zu weit, völlig abwegig. Man soll das doch nicht zu hoch hängen. Immerhin hat er sich ja fast selbst gestellt und hat auch gestanden. Er kann ja nichts dafür, dass unser Staatsanwalt schnell ermittelt. Er ist ein junger, fleißiger, aufrechter Student mit Karrierechancen. So oft haben wir das hier nicht vor Gericht. Naja, also es sind ja sowieso immer seltener, ich sag mal, ich sag mal, echte Deutsche vor Gericht. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und Ausbildungen haben die meisten auch nicht. Dieser Angeklagte wird unserem Staat nicht auf der Tasche liegen. Diese Zukunft sollten wir ihm nicht verbauen. Da ziehen wir doch sicher alle an einem Strang gegen den Staatsanwalt, oder, verehrte Frau Rechtsanwältin, Wir kennen uns ja noch nicht, aber Sie werden ja nicht so festgefahren sein wie er. Sie haben sicherlich allein die Interessen Ihrer Mandantin im Blick. Die hat ohne Fragen etwas Schlimmes erlebt. Ich bin mir sicher, dass sie nicht gerne für dieses Verfahren anreisen möchte, um sich dem Ganzen zu stellen. Obwohl, es ist sehr schön hier bei uns, immer eine Reise wert. Nichts brächte mich mehr zurück in die Großstadt, aus der ich komme. Sie haben ja viel Schlimmeres in Berlin. Ich sag nur so Clans und so Neukölln. Aber so einen wie unseren Beschuldigten hier, nein, wir bringen das Verfahren mit möglichst geringem Aufsehen schnell hinter uns. Von mir aus müssen Sie auch nicht kommen, Frau Anwältin. Nur nicht zu hoch hängen, sag ich immer. Nur nicht zu hoch hängen. Sonst wird das alles noch politisch genutzt. Das wollen wir nicht. Es geht hier um Recht, nicht um Gesinnung. Alles, sagt er, ohne Unterbrechung. Ein Selbstgespräch, ohne dass er nur einmal hätte die Anwältin zu Wort kommen lassen. Dann darf die Anwältin. Freundlich spricht sie mit ihm. Sie weiß, dass Konfrontation in diesem Stadium gar nichts bringen wird. Sie berichtet ihm von den Folgen für ihre Mandantin, vor allem von ihrer Angst. Und dass sie am liebsten nichts mit dem Verfahren zu tun hätte. Aber die Anwältin kann es dann doch nicht lassen, auch von den Vorstrafen des Angeklagten zu sprechen, dem Zeigen nationalsozialistischer Symbole, der antisemitischen Beleidigung, der Verurteilung wegen Volksverhetzung, der Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung. Und sie sagt, dass sie ihn schon für gefährlich halte. Doch ihre betonte Freundlichkeit im Ton hilft auch nicht weiter. Schon gut, Frau Anwältin. Ja, ja, ich verstehe schon. Ich weiß, wie der Hase läuft. Da werden Sie sich ja gut mit dem Staatsanwalt verstehen. Oder kennen Sie ihn? Hat er Ihre Mandantin empfohlen, sie zu beauftragen? Das würde ja passen. Alles klar, wird nichts mit der kleinen Geldstrafe. Jedenfalls nicht jetzt und einfach so. Am Ende entscheide ich ja immer noch ich. Dann hören wir Ihre Mandantin eben, Ihre Verantwortung, ganz wie Sie wollen. Er schluckt, atmet hörbar durch. Nicht meine Schuld, wenn Ihre Mandantin aussagen muss. Ich hoffe nur, dass nicht allzu viel öffentliches Interesse bestehen wird. Man muss ja durchaus damit rechnen, dass der Angeklagte ein paar Kumpels mitbringen wird. Aber Sie wollen es ja so, Frau Rechtsanwältin. Ich will keinen politischen Prozess. Darf ich gar nicht wollen. Wäre rechtlich auch falsch. Dann legt er auf. Gruß los. Jetzt bin ich aber wirklich fertig. Guten Tag. Mein Name ist Katja Lange-Müller. Ich komme aus dem, ja, mit Neukölln einigermaßen befreundeten Wedding und lese aus einem meiner nicht neuesten, aber erfolgreichsten Bücher. Böse Schafe heißt der Roman. Ich habe ein Kapitel gekürzt, extra, damit es ins Format passt. Und ich will die Gelegenheit nicht versäumen, Sie noch mal ganz, ganz herzlich, um möglichst üppige Spenden zu bitten. Also, böse Schafe. Ja, Harry, sagte Soja zu ihrem Junkie-Freund, der schläfrig die Zimmerdecke betrachtete, das war lange vor dem Mauerfall gewesen, an einem Sonnabend im Oktober 1963. Ich war morgens mit der S-Bahn nach Königs Wusterhausen gefahren, um Pilze zu sammeln. Doch weil es zu regnen begonnen hatte, kam ich nicht einmal bis zum Waldrand, sondern ging in die Bahnhofskneipe und blieb dort hängen. Denn die Kneipe war voller Männer, merkwürdiger Männer, deren Pupillen glänzten und blitzten, obgleich nicht wenige von ihnen schon doppelt zu sehen schienen. Und alle waren sie tätowiert, manche nicht nur an den Armen, auch an Händen und Hals, ja sogar ein Gesicht. Ich erfuhr, dass der längliche, tiefblaue Fleck neben dem rechten Nasenflügel eines spröden Kerls namens Wilhelm eine Knastträne sei und dass man solche Knasttränen nur bei Typen finde, die ein paar Jährchen gebrummt hätten. Er und die meisten anderen in dem Lokal versammelten, erzählte mir Wilhelm, wären anlässlich des höchsten unserer Staatsfeiertage amnestisiert und gestern entlassen worden aus der Strafvollzugsanstalt Braunkohlentagebau Regis Breitingen bei Altenburg. Darum sei nun eben Saufenfakt, bis die paar lausigen Kröten für die letzten drei Monate Schinderei im Gleisbau restlos verbraten und sie Sargdeckel zuwehren. Wilhelm hatte starke Schultern, ein indianerrotes Bauerngesicht und alte glasige Augen. Ich weiß nicht mehr, ob ich mich mit ihm betrank, weil ich ihn mochte oder ob es eher umgekehrt war. Bloß noch, dass ich mich nicht lumpen ließ, zu mal Wilhelm, trotz der Schnäpse, die er uns alle Nase lang kommen ließ, weder aus der Rolle noch vom Hocker fiel, sondern bei jeder neuen Lage sein Gläschen gegen Mainz schob und dazu freundlich, na denn Prost, kleine Knote! Stunden später, draußen herrschte schon tiefe Finsternis, war ich blau genug. Wilhelm, der kurz an die Theke gegangen und mit einem Schlüssel in der Hand wiedergekommen war, legte seinen Arm um mich so fest, dass ich nicht einmal stolpern konnte und führte mich quer durch die verqualmte Kneipe auf eine Tür zu. Ich glaube nicht, dass Wilhelm das, was nun bevorstand, dringend wollte oder brauchte, doch da die Gelegenheit günstig war und ich vorhanden, gehörte es wohl zum Ich-bin-draußen-Ritual. Hinter der Tür lag eine muffig riechende Kammer, gelbes Licht sickerte durch den vergilbten, plässierten Papierschirm einer Stehlampe auf den grünlichen Stoff, der die ausgezogene Schlafcouch bedeckte. Wilhelm mimte nicht den Draufgänger, sah nicht einmal zu, wie ich Sandalen, Bluse, Rock, BH und Slip ablegte. Seine Handflächen waren trocken und hart, die Fingerkuppen rissig, sodass jede seiner Berührungen ein wenig kitzelte und als Wilhelm mir über den Rücken fuhr, bis hinunter zu der Stelle, an der er sich teilt, hörte ich es knistern, trotz der Kneipengeräusche, die gedämpft, doch nicht wirklich leise durch die Tür ritzend zu uns hereindrangen. Schließlich zog auch Wilhelm seinen Ringelpulli aus, öffnete Gürtel und Reißverschluss, buksierte mich auf die Sofakante, drückte mir mit den Knien die Beine auseinander und doof, aber zielstrebig wie ein blindes, glattes, vollkommen eigenständiges Lebewesen, grub sich sein Glied in mich hinein. Während Wilhelm sich vor und zurück bewegte, ungeduldig und dennoch ohne rechte Konzentration, betrachtete ich die blau-grün-roten Darstellungen auf seinen Schultern, seiner beharrten Brust, seinen Armen. Es gab zwei flammende Herzen, ein Schiff, ein Schwert, einen leeren Galgen, eine Rose und eine Schildkröte mit breit grinsendem Maul, die mir gut gefiel und die ich zu streicheln versuchte. Doch Wilhelm bog den rechten Oberarm, der ihr zu Hause war, so weit von mir weg, dass ich sie nur noch hätte erreichen können, wenn es mir irgendwie möglich gewesen wäre, den Rumpf zu heben. Wilhelm war dann bald fertig und ich froh, dass er es war. Er schlief ein, was sonst. Ich blieb zwei, drei Stunden neben ihm liegen, hörte ihn schnarchen, hatte Durst, fand keine Ruhe. Als das Gemurmel in der Gaststube erstarb, nur noch Gläser gegeneinander schepperten, weil der Wirt, wie ich richtig vermutete, beim Spülen war, erhob ich mich von dem Lager, suchte meine Klamotten zusammen, zog mich an, öffnete die Kammertür und schloss sie wieder hinter mir, ganz behutsam. Morgen, sagte der Wirt, der mich offenbar dennoch gehört hatte. Wie spät ist es, fragte ich, darauf er, drei durch, bald geht die erste S-Bahn. Es regnete, heftiger als am Tag zuvor. Ein Blick auf den Fahrplan machte mir klar, dass ich bis zehn Minuten nach halb vier zu warten hatte. Fröstelnd und hundemüde, stand ich am glücklicherweise überdachten Bahnsteig, wusste nicht, ob ich mich hinsetzen oder es bleiben lassen sollte. Einerseits wollte ich die Beine spreizen und von mir strecken, damit ich das feuchte, klebrige dazwischen nicht mehr so spürte. Andererseits fürchtete ich, dass ich, wenn ich mich erst einmal auf einer der Bänke niedergelassen hätte, so gleich in Schlaf sinken und nicht nur die erste S-Bahn verpassen würde. Obwohl meine Zunge pelzig war und auch schmeckte wie eine tote Maus, verspürte ich das Bedürfnis zu rauchen. Doch in meiner Umhängetasche fanden sich weder Zigaretten noch Feuerzeug plus mein Portemonnaie, ein Pilzmesser, drei zusammengefaltete Papiertüten und eine fast leere Schachtel Streichhölzer. Offenbar hatte ich meine angebrochene Schachtel F6 in der Schankstube oder dem Raum dahinter vergessen. Rauchen kam also für eine ganze Weile nicht in Frage. Dies zu begreifen, steigerte mein Verlangen so sehr, dass ich hellwach wurde und mein sonstiger Zustand mir gleichgültig. Ich tigerte den Bahnsteig entlang, suchte jeden Quadratmeter nach einer schönen Kippe ab, einer womöglich fast unversehrten Zigarette, die gerade mal angezündet, aber weil eine Bahn kam, weggeworfen worden und erloschen war. Ich bückte mich nach zwei, drei jämmerlichen Stummeln, die jedoch so eklig rochen, dass ich sie wieder fallen ließ und beschloss lieber ein paar Stunden auf Entzug zu gehen. Da entdeckte ich zwischen den Schienen ein Softpäckchen der Marke Club. Es wirkte noch ziemlich prall und aus dem Loch links neben der Banderole lugten etliche Zigaretten hervor. Ich blickte hinauf zum grauen Himmel und wenn ich gewusst hätte, wie man das macht, hätte ich gebetet. Meine Begeisterung und Gier waren so gewaltig, dass ich an den Abstand zwischen Bahnsteigkante und Gleis keinen Gedanken verschwendete, sondern den Sprung wagte. Da meine Beute am inneren Schienenrand gelegen hatte, war nur die Hülle ein wenig feucht, die Zigaretten waren es nicht. Gut, ein bisschen klamm vielleicht, doch ansonsten okay. Gleich, dachte ich, gleich nehme ich den ersten Zug. Die von dem Wort ausgelöste Assoziation brachte mir wohl etwas von meiner Vernunft zurück, denn ich steckte das Päckchen ein, umkrallte die Bahnsteigkante und hing daran wie ein Sack. Meine Arme waren völlig kraftlos, die Vergeblichkeit meiner Anstrengungen schwächte mich nur noch mehr und diese gnadenlose Schwäche paarte sich mit der Angst vor der Zeit, dem Moment, in dem ich ihn herannahen hören würde, den ersten S-Bahn-Zug des Tages. Das, was ich dann tatsächlich hörte, was schnell näher kam und dumpf und laut dröhnte, war vielfüßiges Getrappel, wie sich herausstellte, dass von Menschen, genauer von blau uniformierten Männern, als das Getrappel veräppte, ich aufschaute, erblickte ich Köpfe, Köpfe, die Schirmmützen trugen und unter den Schirmmützen grimmige Gesichter. Zwei Pranken ergriffen meine Arme sehr unsanft, zogen mich hinan mit einer Leichtigkeit, die mich verblüffte, aber nicht freute, weil ich erahnte, mit wem ich es zu tun hatte und was kommen würde. Der Zug kam, kaum dass ich oben war. Einer der fünf uniformierten Männer, drei von ihnen waren, falls ich deren Schulterstücke und Mützenbänder richtig deutete, Transportpolizisten, drehte mir den rechten Arm auf den Rücken, blitzschnell und derart grob, dass ein stechender Schmerz an meinem Schultergelenk riss. Er schubste mich vor sich her und die Treppe hinunter und durch die finstere, nach Ammoniak stinkende Unterführung und dann in einen an deren Ende liegenden, von einer flackernden Neonröhre beleuchteten Dienstraum. Jener Beamte, der mich vom Gleis gezogen und abgeführt hatte, ein etwa 30-jähriger, großer, untersetzter Kerl, ließ meinen Arm los und stieß mir so derb gegen das Brustbein, dass ich mein Haupt zurückwerfen und ihn ansehen musste. Ja, bist du denn bescheuert, brüllte er. Die vier, die übrigen vier standen um uns herum, mir und einander sehr nahe in der Enge des Kapufs. Auch sie glotzten wütend, was ich nur bemerkte, weil ich den Blick des Brüllaffen nicht noch einmal erwidern wollte, sondern an ihm vorbeischaute. Dann sah ich gar nichts mehr. In meinem Schädel sammelte sich Wasser, das höher und höher stieg und mir schließlich aus den Augen und den Nasenlöchern floss. Ich schluchzte, schniefte, keuchte, hörte nichts außer mir, bis ich mit kaum verständlicher, mir selbst fremder Piepsstimme fragte, ob ich rauchen dürfe. Einer Hand griff nach meinem Kinn, der, dem die Hand gehörte, oder ein anderer, sagte, Kopf hoch! Mir wurde übers Haar gestrichen, ein kariertes Stofftaschentuch gereicht, ein Stuhl in die Kniekehlen und eine brennende Zigarette in den Mund geschoben. Jemand seufzte, ach Mädel, du bist doch noch so jung und ich heulte weiter und die Zigarette schmeckte wie frittierter Fahrradschlauch. Der Wind war umgeschlagen, die Wut der Eisenbahner schneller verraucht als diese erste von all den Zigaretten, die sie mir noch geben sollten. Bis auf jenen, der mich bescheuert genannt hatte, wirkte keiner dieser Männer jünger als 40 und darum hatten meine Tränen womöglich Vatergefühle in ihnen geweckt, sie jedenfalls bewegt zu der Annahme, ich hätte mich aus Liebeskummer erst besoffen und dann auf die Gleise begeben. Ist ja gut, Kleene, sagte einer, vergiss den Arsch. Wie in so was bringt man sich doch nicht um. Ein anderer zog eine flache Halbliterflasche Korn aus der Innentasche seiner Jacke. Ich und der Rolf hier sagte er auf den dicken Mann neben sich zeigen, wir haben gleich Feierabend, also werden wir uns jetzt einen gönnen. Und zugleich öffnete Rolf einen der Blechspinde an der uns gegenüberliegenden Wand, entnahm ihm drei Gläser, stellte sie auf den Schreibtisch. Aber erst soll sie mal ein Happen essen fertig, wie die ist, meinte der lange Schmale, den ich für einen der Transportpolizisten hielt. Er erhob sich, ging zu dem Regal hinter mir, kam zurück mit einer Brotbüchse, aus der er eine halbe, würzig duftende Klappstulle glaubte und einer Thermosflasche, in deren Verschlusskappe er dampfenden schwarzen Kaffee füllte. Ich aß die Mettwurststulle, trank den Kaffee, den Schnaps und noch einen und noch einen und meine Tränen versiegten. Nee, nee, sagte ich leise und so nett, als müsste nun ich diese Männer trösten, ich habe keinen Liebeskummer, wollte nicht sterben, bloß rauchen. Und da unten im Gleisbett, da lag, was mir fehlte, nämlich das hier. Fast schon triumphierend hielt ich den fünf Männern das Päckchen Club hin, das ich nun aus meiner Umhängetasche hervorgekramt, bisher jedoch nicht gebraucht hatte, weil ich ja bestens versorgt worden war. Und abermals drehte sich der Wind. In den Augenpaaren ringsum erlosch das Feuer der Güte und keiner andere als ich hatte es ausgetreten. Der dicke Rolf nahm die Thermoskanne vom Tisch dann die Kornflasche, die er demonstrativ zuschraubte und fauchte in die Stille hinein, das kann doch wohl nicht wahr sein, du willst uns verarschen, du kleine Kröte, uns weismachen, dass du für ein paar Fluppen den Hals riskierst, aber damit beißt du auf Granit bei mir, hol noch mal Tiefluft, weil du jetzt nämlich Ärger kriegst, richtig fiesen Ärger. Mir wurde einigermaßen klar, wie töricht, ja gefährlich es gewesen war, in dieser Situation, in den Händen dieser Staatsdiener die Wahrheit zu wagen. Und was hieß schon Wahrheit? Gab es jemals einen Menschen, der von Kummer völlig frei gewesen wäre, war nicht spätestens nach Ausbruch der Pubertät jeder Kummer, Liebeskummer irgendwie? Rolf krabschte nach meiner Tasche, entleerte sie auf den Schreibtisch und schnappte sich das Portemonnaie, in dem er meinen Ausweis vermutete, oder sonst ein Papier, das womöglich einen Hinweis auf meine Identität enthielt, fand aber nichts als ein paar Groschen und ein am Vortag entwertetes S-Bahn-Ticket. Gibt's denn wirklich nichts, womit du dich legitimieren könntest, fragte Rolf, obwohl ich mir der Gefahr, die sich da zusammenbraute, durchaus bewusst war, verlor ich für einen Moment die Kontrolle. Vielleicht lag es an den Schnäpsen, die ich so schnell gekippt hatte, jedenfalls kicherte ich, ließ meinen linken Zeigefinger über dem Tisch kreisen und erwiderte, na sicher habe ich was Amtliches dabei, guck mal da, den Fahrausweis, so nennt ihr die Dinger doch, oder? Das war zu viel für den Mann namens Rolf und die anderen vier, denn sie schwiegen lange, bis einer sich wegdrehte zu dem kleinen Eckregal, auf dem ein graues Telefon stand. Rolf ergriff den Hörer, wiegte ihn in der Hand wie eine Keule, räusperte sich und sagte beinahe tonlos, es reicht. Name, Adresse, Alter. Entschuldigung, war ja gar nicht frech gemeint, jammerte ich, so ja der Name, so ja Edith Krüger, wohnhaft Karl-Marx-Allee 112, 16 seit dem letzten März, Schülerin der Klasse 10b, der Polytechnischen Karl-von-Ossiecki-Oberschule. Nee, nee, sagte der etwas Jüngere, der mich hochgezerrt hatte, uns nimmst du nicht mehr auf den Arm. Rolf, drehst du mal eben die Nummer der Meldestelle Mitte? Ach, Quatsch, unterbrach er sich, ist ja noch zu früh für die in der Zentrale, ich bringe unser Früchtchen lieber gleich auf die hiesige Wache, wer kommt mit? Rolf legte mir seine Hand in den Nacken, ich wusste, weder Tränen noch Dreistigkeit konnten mir jetzt noch helfen und mir kam, wie wohl manchem bedrängten Menschen, die Mutter in den Sinn, meine Mutter, zu der ich schon damals und eigentlich von Anfang an ein schwieriges Verhältnis hatte. Sie hielt mich für missraten, ich sie für herzlos, ein Arbeitstier, das, wenn es wollte, schicke Sachen schneidern konnte und auf dem Schifferklavier Kampflieder spielen, was ich äußerst peinlich fand. Noch peinlicher war mir der Ehrgeiz, den sie besonders bei ihrer politischen Tätigkeit entwickelte und der sich von Tag zu Tag ein bisschen mehr aufblähte und einmal, als sie nachts am offenen Kühlschrank hockend in eine Salami biss, schlich ich mich hinterrücks ganz nah an sie heran und erschreckte sie mit den Worten, bald wirst du platzen, aber nicht vor Stolz. Unbeirrbar und dabei fetter und fetter werdend stieg meine Mutter die Karriereleiter hoch. Die breitschuldrige FDJlerin mit der tiefen im sächsischen Tonfall die banalsten Torheiten verkündenden Stimme war zu einer Parteifunktionärin mutiert und das, was aus der noch werden konnte, werden würde, wenn alles weiter seinen sozialistischen Gang ging, mochte ich mir gar nicht erst ausmalen, weil es mir Angst machte, allerdings nur um meinetwillen, denn ich war, es ließ sich nicht leugnen, Fleisch vom Fleische dieser Frau, für die ich mich schämte. Ich wusste, ich hatte, um womöglich das Schlimmste zu verhindern, kaum mehr einen Moment Zeit und obgleich oder weil das so war, zischte aus der Schwärze in meinem Schädel plötzlich wie ein Komet ein Satz hervor, den ich einmal geträumt und wohl für eine echte Erleuchtung ja für die Lösung eines auch bloß geträumten Problems gehalten hatte. Ruft meine Mutter, dass sie mir hilft und schlagt sie dann tot. Doch nicht dieser Satz kam mir über die Lippen, stattdessen sagte ich, nun ratet mal, wer meine Mutter ist. Einmal Krüger heißt die Jawohl, Genossin Krüger, zweiter Sekretär der SED-Bezirksparteileitung Berlin, falls hier einer eine Eselsbrücke braucht. Und jetzt Pfoten weg oder ihr kriegt den Ärger. Rolfs Griff lockerte sich, als habe man mit einem Betäubungsgewehr auf ihn geschossen. Seine Hand wurde leichenschwer und glitt von meinem Nacken ab und mir noch ein kleines Stück den Rücken runter. Dann war der Kontakt zwischen seinem und meinem Körper unterbrochen, für immer, wie ich hoffte, ohne dass ich Erleichterung empfunden hätte. Mir war heiß. Mein Gesicht muss vor Scham krebsrot gewesen sein. Ich wagte es nicht, jemanden anzusehen. Auch so wusste ich, sie wussten, was ich wusste, dass seit dem Moment, da ich meine Mutter ins Spiel gebracht hatte, jedes weitere Wort gegen mich üble Folgen haben konnte, dass sie, selbst wenn sie trotz unterschiedlicher Dienstgrade ausnahmsweise mal zusammenhalten und den Hergang der Ereignisse übereinstimmend schildern sollten, Flecken in ihre Kaderakten bekämen, niemals mehr tilgbare, dass, obwohl sie zu fünft wären und ich nur eine, allein meiner Darstellung Glauben geschenkt würde. Ja, geschenkt. Denn die Polizisten, Schiedskommissare oder Richter, die über die Sache zu befinden hätten, würden mir glauben müssen. Nur mir, weil ich die Tochter der berühmten Genossin Alma Krüger war. Ob und warum sie mir abnahmen, was ich aus Not preisgegeben hatte, weiß weder ich noch sonst wer. Nur, dass jedem von uns hier unten klar war, wie verfänglich schon der leiseste Zweifel an der Wahrheit meiner bisher durch nichts bewiesenen Behauptung sein konnte. Der Telefonhörer lag, als ich zu dem Regal hinschielte, wieder auf der Gabel und ich senkte wieder meinen glühenden Kopf und in das eisige Schweigen hinein tönte leise das Knarren der Tür, die einer der Männer geöffnet hatte und aufhielt, bis ich an ihm vorüber und im Dunkel der Unterführung verschwunden war. So, fertig. Ich bin fertig. Wie lange hat es gedauert? Passte oder Stein kommt jetzt eine Minute weg. E skellt die Gibt es diese Nein, ился Bier nach ein die hier am segu das bedeutet die rod Okay, wenn ihr euch wundert, wir haben jetzt Masken auf, weil jetzt Friederike hier ist, die nicht getestet ist. Wir alle anderen waren immer getestet, deswegen konnten wir ohne Masken miteinander sprechen. Aber es ist ja auch ein richtiges Zeichen, dass wir eigentlich natürlich weiterhin auch Masken tragen, wenn das erforderlich ist. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist ja eine Vertreterin von einem der Projekte, für die wir hier das Geld sammeln. Ich glaube, wir sind fast bei 30.000 Euro. Es ist super, wir wollen noch viel mehr, aber das ist schon mal toll. Und vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was macht ihr in eurem Projekt? Wer seid ihr? Worum geht es? Wofür könnt ihr dieses Geld gebrauchen? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf, dass du mich eingeladen hast, auch vorbeizukommen. Vielen Dank für die ganze Aktion, für die ganzen Spenden, die schon gesammelt wurden, für alle LeserInnen, dass ihr das organisiert habt. Also auch auf jeden Fall an der Stelle vielen, vielen Dank. Genau, ich arbeite als Beraterin im Anti-Stalking-Projekt. Das ist ein Projekt des Frieder-Frauen-Zentrum e.V. Und im Anti-Stalking-Projekt haben wir uns eben spezialisiert auf die Beratung von Frauen, die von Stalking betroffen sind. Und dann aber auch nochmal weiter spezialisiert eben auf das digitale Stalking. Ich arbeite da als psychosoziale Beraterin und habe noch eine Kollegin, die IT-Beraterin ist. Und genau, wir beraten eben Frauen, die vom digitalen Stalking betroffen sind, aber auch anderen digitalen Gewaltformen. Auch schon aus dem Grund, dass es kaum andere Anlaufstellen gibt für digitale Gewalt. Kannst du vielleicht kurz mal sagen, was das ist, was ihr darunter versteht? Genau, genau. Was ist also diese digitale Gewalt? Wir verstehen digitale Gewalt auf jeden Fall als eine geschlechtsspezifische Gewalt mittels digitaler Medien, technischer Geräte und findet meist eben in Ergänzung statt zu körperlicher Gewalt, psychischer Gewalt und findet auch ganz viel im Kontext von Partnerschaftsgewalt statt beziehungsweise Gewalt im sozialen Umfeld, im Freundinnenkreis, im Arbeitsumkreis. Vielleicht kann man da mal kurz ein Beispiel nennen. Zum Beispiel gibt es das sogenannte Phänomen des Revenge-Porn. Das heißt, dass Täter damit drohen, dass sie einmal einverständlich aufgenommene Aufnahmen, intime Bilder, Aufnahmen öffentlich posten, wenn die Person nicht zum Beispiel zurückkommt oder sich nicht trennt etc. Das ist eines der Phänomene. Oder dieses Tracking, also heimlich auch auf die Handys oder wohin auch immer, Tracking-Apps zu laden, damit sie die Person immer wieder verfolgen können. Ich glaube, es gibt viele andere Phänomene noch. Genau, aber das sind schon ganz gute Beispiele und beginnt aber auch zum Beispiel damit, dass eben eine bestimmte Person andauernd den Kontakt zu einem aufnehmen wird, wo man das nicht möchte. Und das auf allen verschiedenen Wegen, die man sich dann so vorstellen kann. Social Media, E-Mail, Messenger und so weiter. Und in der Beratung versuchen wir eben, die Frauen darin zu unterstützen, mit dieser Situation umzugehen. Aber sie möchten sich natürlich auch dagegen wehren. Und das ist sehr individuell, wie man sich da wehren möchte. Wenn die Frauen aber einen rechtlichen Weg auch gehen wollen oder müssen, damit es irgendwie vielleicht ein Ende finden kann, gibt es aktuell noch sehr große Hürden für diese Frauen. Das beginnt eben damit, dass der Polizeibeamte auf der Station nicht weiß, was da eigentlich gerade vielleicht passiert. Der nicht weiß, was Instagram ist, was eigentlich mittlerweile unvorstellbar ist. Aber es gibt es tatsächlich. Und es gibt einfach eine fehlende Kompetenz, eine fehlende Sensibilität. Und das geht dann aber eben auch weiter damit, dass es für die Frauen sehr schwer ist, überhaupt sichtbar zu machen und darzulegen, was da passiert ist. Also eben als Vergleich immer die Frau mit dem blauen Auge, das ist sofort erkennbar, was ist da passiert. Und was man da in dem Fall auch weiß, man weiß, wie man das dokumentiert. Da gibt es so Standards, wie dokumentiere ich ein blaues Auge, sodass es dann auch vor Gericht und in den ganzen Strafverfahren verwendet werden kann. Und genau an dieser Stelle gibt es eine enorm große Lücke, was diese technischen Angriffe geht. Man weiß irgendwie gar nicht, wie dokumentiert man denn da am besten. Beziehungsweise man hat gar nicht die Mitte dafür, auch das zu dokumentieren, was da für ein Angriff stattgefunden hat. Und das ist eine große Lücke, die wir sehen, die es uns schwer macht in der Beratung, die es den Frauen schwer macht, sich dagegen zu wehren, eben auch auf dem rechtlichen Weg. Und da sind wir ständig dabei, eine Lösung zu finden. Und während ich jetzt schon wieder darüber rede, denke ich, eigentlich ist es auch nicht mein Job, das zu machen, sondern das ist Aufgabe der Ermittlungsbehörden. Da müssen natürlich eigentlich ganz viel in Politik und Justiz passieren. Das ist eigentlich deren Job. Da wir merken, dass das aber viel zu langsam da irgendwas uns rollen kommt und irgendwie was passiert, wollen wir eben auch schon versuchen, da eine Lösung zu erarbeiten. Genau, also so wie ich das sehe, ist die Dokumentation sehr wichtig. Und das andere ist aber auch überhaupt das Wissen darüber, wie finde ich denn diese Sachen auf den Handys? Wie kann ich das überhaupt eben, also nicht nur dokumentieren, damit das juristisch fest ist, sondern auch konkret zu unterstützen, die überhaupt diese Geräte zu untersuchen? Weil das ist ja auch für viele Betroffene sehr wichtig. Und da fehlt ganz viel Wissen, auch in den Beratungsstellen und überall überhaupt das erkennen zu können. Auch da habe ich das so verstanden, dass ihr da auch mithelft, oder? Genau, wir können da auch mit bei unterstützen. Aber das ist natürlich auch ein ganz sensibler Bereich, indem wir in das Telefon jetzt reinschauen, sage ich mal, können wir ja auch einen Tatort begehen. Dann hinterlassen wir Spuren, so kann man das ganz gut darstellen. Da nehme ich jetzt ein bisschen die Worte meiner Kollegin auch mit auf. Und da müssen wir natürlich schauen, also da beginnt eben diese IT-forensische Arbeit, die wir persönlich nicht leisten können, sondern eben IT-Forensiker machen müssen, Fachpersonal machen muss. Und dieser Weg, diese Brücke sozusagen ist nur nicht geschlagen. und die versuchen wir irgendwie zu finden. Ja, super. Also das merkt man vielleicht schon beim Zufahren, das ist alles unglaublich kompliziert. Da braucht man sehr viel Spezialkenntnis. Spezialkenntnisse sind häufig sehr teuer. Dafür braucht es dieses Geld. Und genau, also spendet. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen nochmal. Ich bin immer noch Kaolin Imke und bin jetzt aber wirklich aufgeregt und habe auch echtes Lampenfieber, weil ich in Stellvertretung lese für eine Autorin, die ich wirklich über alles bewundere, nämlich Milly Kijak. Für mich ist Milly Kijak eine der klügsten, ungewöhnlichsten, originellsten Stimmen in diesem Land. Ich halte ihr Buch, aus dem ich gleich lesen darf, wirklich für eines der so beeindruckenden wie berührenden Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. und deswegen habe ich wirklich Schiss, dass ich das vermassle, was ich jetzt machen soll, nämlich, dass ich nicht so gut das lesen kann, wie sie das natürlich selber lesen könnte. Also, Milly, falls du zuschaust, es tut mir jetzt schon leid. Und sie hat aber eben einen kleinen Begrüßungstext geschrieben und mir Auszüge aus diesem Buch »Frau sein« geschickt und die lese ich jetzt mal und lese jetzt Milly Kijak. Liebes Publikum, liebe Mitlesenden, liebe Freundinnen, ich glaube, genau darum geht es, dass man einander die Stimme leiht, wenn es die andere nicht kann. Ich hätte gern mitgelesen, weil ich mich dieser Solidaritätslesung und den teilnehmenden Autorinnen sehr verbunden fühle, doch bin ich vor einigen Monaten erkrankt und kann nicht mehr auftreten. So wird Karolin an meiner Stelle sein und für mich aus einem Text lesen, der letztes Jahr im Hansa Verlag erschienen ist und »Frau sein« heißt. Ein Text, der davon handelt, was es bedeutet, eine Frau zu sein, wo man es sieht, merkt, wo man anfing, es zu werden. An einer Stelle des Textes heißt es »Ich bin eine Frau, ich bin es gerne«. Das schließt alles ein. Die Verletzungen, die Hoffnungen, den Schmerz, Verlust und von all dem auch das Gegenteil, den Überfluss, die Liebe, die Freundinenschaft. Meine Mutter hat vor 30 Jahren in Frauenhäusern für hilfesuchende Türkinnen und Kurdinnen ins Deutsche übersetzt. Und so war auch dieser Aspekt des Frau-Seins immer gegenwärtig. Ich danke allen Frauen, die sich in Frauenhäusern engagieren, allen, die nachts ihren Freundinnen beistehen, die Kinder in Autos packen und helfen zu fliehen. Ich danke allen Autorinnen, die mitmachen und vor allem meiner Freundin Carolin, dass sie mich vertritt, für mich eintritt. Das ist nicht selbstverständlich, aber nur so geht es, füreinander da sein. Und jetzt lese ich aus »Frau sein« von Meli Kiak. Die Umstände in der Türkei sind anarchisch. Ein karges Leben in einer wilden Umgebung ohne Wasseranschluss und Strom. Die politische Situation ist katastrophal. Ich erfahre dadurch die wichtigste Lektion meines Lebens. Wo die politischen Verhältnisse instabil sind, lieben sich die Menschen anders. Sie flüchten sich in die Leidenschaft, suchen Schutz und Wärme in der Umarmung eines anderen. Hinter jedem Busch und jedem Baum, so kommt es mir damals vor, erwischt man Paare, die erschrocken auseinandergehen und so tun, als würden sie sich nicht kennen. Ich kann an diese Zeit nur in der Kombination von politischem Widerstand und Liebe denken. Es wurde so wahnsinnig viel geliebt. Ich war immer mit meinen Cousinen zusammen. Von ihnen erfuhr ich vom Frau sein und von der körperlichen Liebe. Eine der mittleren Cousinen wollte gegen den ausdrücklichen Wunsch ihrer Familie heiraten. Der junge Mann wirkte unscheinbar fast ein wenig einfältig. Keinen geraden Ton kriegte er heraus. Mein Onkel tröstete sich mit seinen breiten Schultern und dem Gedanken, dass der Dummkopf wenigstens schwere Lasten heben könnte. Die verliebte Cousine wollte wenige Tage vor ihrer Verlobung für einige Stunden verschwinden. Sie bat mich und ihre ältere Schwester, mit zu verschwinden, damit sie später behaupten könnte, wir seien gemeinsam spazieren gewesen. Sie wollte sich natürlich mit ihrem Verlobten treffen. Wir begleiteten sie in die Berge und ließen sie am Bach allein zurück. Wir liefen durch die Hitze, vertrieben uns die Zeit bis zum vereinbarten Zeichen. Die verliebte Cousine echote mit ihrer Hirtenflöte zwischen den hohen Bergen. Wie vereinbart liefen wir entgegen. Wir sahen sofort, dass sie anders war, dass etwas passiert war. Sie sprach heiser und matt war sie auch. Ihr Blick war, als hätte jemand von innen die Gardinen zugezogen. Ihre Kleidung war unordentlich. Es war offensichtlich, dass sie etwas zu berichten hatte. Wir hielten Wache, während sie sich am Fluss wusch. Dann erzählte sie. Er habe sie unten geküsst. Wo unten? fragte ich. Beide Cousinen kicherten. Na, unten halt. Da unten? Ich war entsetzt. Da unten? Konnte man was mit dem Mund küssen? Ich hatte noch nie davon gehört. Ich wusste, dass Männer sich in Frauen reinsteckten, aber selbst da war mir nicht ganz klar, was und vor allem, wie viel von dem da unten reingesteckt wurde. Musste der Hoden Sack mit rein? Ich war zwölf oder dreizehn Jahre alt und schockiert. Wie ist er denn da hingekommen? fragte ich. Meine Cousine erklärte es. An einen Felsen habe er sie gelehnt, sich hingehockt und sein Gesicht zwischen ihre Beine geschoben. Wie viele Küsse waren es? Einer, zwei? Nein, nein, nicht so. Ein Kuss, klärte mich die verliebte Cousine auf. Kein Kuss mit geschlossenen Lippen und Geräusch, sondern einer mit offenem Mund. Und sie beschrieb, als lutsche man aus einer umgestülpten Feige das Fruchtfleisch heraus, als beiße man in eine überreife Tomate und der Saft läuft an den Mundwinkeln hinab, als würde man sein Gesicht in einen Melonenschnitts versenken und ein Stück herausbrechen, als würde man einen Suppenknochen in den Mund stecken und das Mark heraussaugen, als würde man ein Stück Zucker an den Gaumen drücken, einen Schluck Tee trinken und die Flüssigkeit durch den Büffelzucker ziehen, als würde man trockenes Brot weich speicheln, als würde man eine geröstete Auberginne im Mund mit den Zähnen von der Haut abtrennen und das Stück Schale durch die Lippen rauspusten, als würde man seine Zungenspitze in einen Sonnenblumenkern stecken und das Samenkorn heraus jonglieren. Am Tag darauf begleiteten wir sie erneut zum Bach und vertreiben uns die Zeit. Dieses Mal nehmen wir noch ein Cousin mit. Er spielte eine komplette Beerdigung mit hinterbliebenen, streunenden Hunden und der Leiche eines Dorfbewohners nach. Wir erzählten uns eine Menge anderer Geschichten. Irgendwann hörten wir das Flöten-Echo im Zickzack zwischen den Bergen und liefen los. Wieder brachten wir die verliebte Cousine zum Fluss, wieder wusch sie sich. Was tat er dieses Mal, fragen wir. Er hat meine Brüste herausgeholt und sie geknetet, antwortete sie. Wieder war sie matt, wieder waren die Lieder schwer und der Blick verschleiert. Wir waren vollkommen außer uns. Wie hat er es gemacht? Wie? Nun erzählt schon. Sie beschrieb, als würde er vorsichtig einen Teigballen vom bemehlten Holzbrett aufnehmen, als würde er mit beiden Händen frisch geschorene Schafwolle vom Boden heben, als würde er in den Fluss greifen und nach großen, runden Kieseln suchen, als würde er gleichzeitig mit zwei Händen die Köpfe von Zwillingen einseifen, als würde er einem alten Mann heimlich von hinten die Schuppen von den Schultern wischen, als würde er auf der Wange eines neugeborenen Babys ganz sanft eine Mücke totschlagen, als würde er mit Daumen und Zeigefinger auf der Brust spitze Blindenschrift entziffern. Mensch, versteh doch, sagte mein Cousin und baute sie schlaumeierig vor mir auf, als würde er mit beiden Händen in den Käsetrog greifen und die gestockte Milch auseinanderbröseln. Die Cousinen klatschten ihm rechts und links Ohrfeigen ins Gesicht. Was weißt denn du, kleiner Ochse, noch keine drei Haare unter dem Arm und weiß schon, wie man eine Frau anfasst. Der Cousin war erst fünf. Ein anderes Mal wusch mich die Cousine mit einem Stück Seife, brachte sie den selbst gestrickten Waschlappen zum Schäumen, strich mit ihm über meinen Körper, mit einer Tasse aus Blech, gossi warmes Wasser über meine eingeseiften Arme, Schultern und meinen Rücken. Das Wasser hatten wir zuvor auf der Feuerstelle erhitzt. Die Cousine sagte, dein Körper wird sich bald verändern, lass dir bloß nichts anderes einreden, es ist schön, eine Frau zu sein. Eisiger Winter bei minus 20 Grad. Sibirische Kälte lässt im äußersten deutschen Osten Wasserrohre in den Badezimmern platzen. Draußen an der Luft platzen die feinen Ederchen im Gesicht. Es ist der erste Tag in der neuen Wohnung in Deutschland mit den noch unbekannten Mitbewohnern. Die Wohngemeinschaft, mittlerweile die zweite, bestehend aus einer bayerischen Medizinstudentin, einem ostdeutschen Techno-DJ und mir, hat keinen Telefonanschluss. Sonntag, später Nachmittag, vor der Telefonzelle, hat sich eine lange Schlange gebildet. Ich bin die Vorletzte in der Reihe, hinter mir steht nur noch eine Person. Die eisblaue Luft bildet Schlieren in der Abenddämmerung. So eine Kälte sah ich in dem Film Johl von Yilmaz Güney. Eine Kälte, die in laufenden Nasen Eiskristalle bildet. Das Warten in der Schlange verursacht nach der ersten halben Stunde Schmerzen in den Gliedern. Die Telefonzelle steht in einer dicht befahrenen Straße. Wenn ich die Eltern nicht regelmäßig anrufe, drehen sie vor Angst durch. Ich bin seit einem halben Jahr in der neuen Stadt und konnte bislang verhindern, dass sie kommen. Wir haben uns miteinander entspannt. Ich bin nicht mehr verbissen auf der Suche nach Konfrontation und sie haben gelernt, etwas besser loszulassen. Obwohl wir immer wieder das Gleiche bereden, besänftigen und beruhigen die Anrufe sie. Ich nehme mir vor, sie nach dem Rezept für die rote Linsensuppe zu fragen. Als ich an der Reihe bin, gehe ich in die Kabine und wähle die Nummer. Mein Hintermann drängelt sich zu mir in das Häuschen hinein. Ich bin empört. Was soll das? Ich bin dran, sagt er. Ich sage, nein, bist du nicht. Ich drängle ihn raus. Ich wähle die Nummer des Vaters erneut und höre seine Stimme. Tochter, bist du es? Ich antworte auf Türkisch, sage, dass es mir gut geht, dass es sehr kalt ist. Der erste Schlag trifft mich in den Rücken. Als ich mich umdrehe, spüre ich den zweiten im Bauch. Er benutzt gleichzeitig seine Faust und sein Knie, versucht mich mit seinen Schlägen in den Boden zu rammen. Ich halte den Hörer zu und schaue ihm in die Augen, hoffend, ihn mit meinem Blick erreichen zu können. Ich frage, du willst doch jetzt keine Frau totschlagen, oder? Es ist eng in der Kabine. Ich kann nicht raus, weil er an der Tür steht. Er prügelt auf mich ein. Er macht mich richtig fertig. Ich sacke in mich zusammen, stoße mit dem Kopf an die harten Ecken der Telefonbücher. Der Vater ruft, was ist, was ist? Der Hörer ist mir längst aus der Hand gefallen. Wie einen toten Hund stößt mich der Mann mit seinen Füßen auf die Straße hinaus und lässt die Tür hinter sich zufallen. Den Hörer mit dem Vater am anderen Ende der Leitung hängt er ein, nimmt ihn erneut ab und wählt von meinem Restbetrag eine Nummer, als wäre nichts geschehen. Ich liege auf dem Boden und habe das Gefühl, dass ich mich nicht in meinem Leben befinde, sondern in ein fremdes Szenario schaue. Die Autos auf der Straße fahren langsamer. Ein Fahrer dreht auf der Stelle um und fährt in die entgegengesetzte Richtung zurück. Ich kämpfe gegen den Impuls, liegen zu bleiben. Meine Hilferufe verlieren sich in der kalten Luft. Da ist keine Kraft auf den Stirnbändern. Auf allen Vieren laufe ich bis zur nächsten Ecke, wo ich mich in der Stange eines Straßenschildes aufrichte. Niemand hält an. Ich muss mir auf die Zunge oder in die Wange gebissen haben. In meinem Mund sammelt sich Blut. Ich versuche, nicht zu viel zu spucken, weil mein Brechreiz davon stimuliert wird. Ich will mich nicht auf der Straße übergeben. Auf dem Weg in das neue Zuhause habe ich das Gefühl, dass etwas Schweres im Bauch liegt. Der Versuch, im Stehen zu laufen, kostet große Anstrengung. Ich erreiche das Haus, klingle und rufe meiner mir noch unbekannten Mitbewohnerin über die Sprechanlage zu. Hilf mir, ich bin überfallen worden. Sie kommt heruntergerannt, hat ihre Hausschuhe noch an. Sie beugt sich zu mir auf den Boden, klopft mich ab, zieht mich hoch, will mich über ihren Rücken heben. Doch meine Verletzungen erlauben es mir, nur von über gekrümmt zu gehen. Mal zieht sie mich die Treppen hoch, mal schiebt sie mich. In der dritten Etage angekommen, bringt sie mich in ihr Zimmer und legt mich in ihr Bett. Vorsichtig schält sie mich aus meiner Kleidung heraus, schaut dabei parallel in ihre Medizinbücher. Sie hat sich gerade erst für das Medizinstudium immatrikuliert. Sie fragt, tut es hier weh und hier? Du musst mich zuerst nach meiner Krankenkasse fragen, sage ich. Als wir uns kennenlernten, wirkte die Mitbewohnerin, das war am gleichen Tag oder vielleicht einen Tag zuvor, nur unnahbar, fast kühl. Sie entpuppte sich als das Gegenteil. Liebenswürdig, hilfsbereit und selbstverständlich war sie da. Sie sagte, wir müssen zur Polizei, das muss fotografiert und dokumentiert werden. Das können wir nicht auf sich beruhen lassen. Ich aber wollte nicht zur Polizei. Schon allein aus Bequemlichkeit bei der Kälte erneut hinaus zu müssen, die Etagen hinunter, das war für mich nicht zu schaffen. Die werden eine Täterbeschreibung wollen, insistierte ich. Was aber taugt eine Beschreibung, bei der ich mich nur daran erinnern könnte, dass er kurze Haare trug? Nicht einmal an die Farbe der Bomberjacke konnte ich mich erinnern. Blau, grün, schwarz. Obwohl ich ihm in die Augen geschaut hatte, hätte ich seine Augen nicht beschreiben können. Nichts an ihm hätte ich beschreiben können. Am besten konnte ich mich an die Schläge erinnern, vor allem an die ersten beiden. Sie sah es ein. Sie war mit meiner Entscheidung unzufrieden, aber sie sah es ein. Sie war bestürzt und unglücklich. Bei uns zu Hause galten Männer, die Frauen schlugen, als das Allerniedrigste. Nie zuvor hatte ein Mann die Hand gegen mich erhoben. Die an diesem Abend erlittene Demütigung war eine in jeder Hinsicht überraschende Erfahrung. Es war als Frau mit meiner Konstitution und meinem Körperbau vollkommen unmöglich, bei dieser Art des Angriffs irgendeine Form der Abwehr zu entwickeln. Mich zu verprügeln war als Prügelmann ein kleines Kind. Man konnte mich biegen, man konnte mich zusammenfalten und zerquetschen. Wie es sich anfühlt, wenn ein männlicher Körper innerhalb eines Moments eine brutale und vollkommen angstfreie Kraft entwickelt und ungebremst über mich herfällt, während mein feiner weiblicher Körper sofort in sich zusammenbricht, ließ mich künftig vorsichtiger werden, wenn ich mich draußen bewegte. Der Vorfall produzierte einen Ekel gegen diesen Typus Mann und gegen diese Form der Öffentlichkeit, also das Draußen, das man erlebt, wenn man das Haus verlässt, die sich nicht als Schutz, sondern als Kollaborateur entpuppte. Wenn ein Mensch einen anderen in der Öffentlichkeit unter der Mitwissenschaft anderer beschädigt, wird damit eine gesellschaftliche Vereinbarung über Hierarchien und Stellungen getroffen. Die Gemeinschaft sprach zu mir, indem sie mir durch ihre Ignoranz zurückmeldete, dass ich ein ungeschütztes Mitglied bin. Das unbedeutende Kind unbedeutender Eltern, ein Ali-Kind, ein belangloses Ereignis, das auf der Straße liegen gelassen wird. Der Mitbewohnerin werden die Details noch lange in Erinnerung bleiben. Immer wieder wird sie in den kommenden Jahren von diesem Abend sprechen. Diese Freundschaft knüpfte der Ausnahmezustand. Natürlich ließe sich aus dem Geschehen die bloße Gewalt extrahieren und herausstellen. In meiner Erinnerung ist mehr. Das Mitgefühl und die Hilfe meiner Mitbewohnerin hinterließen den größeren Eindruck. Auch hier erlaubt die lange Zeit, die zwischen dem Ereignis und dem Heute liegt, einen glasklaren Blick. Es wäre ein leichtes und sicher auch richtig, die Sache mit politischen Begriffen abzuhaken. Die bekannten Kategorien richten den Scheinwerfer immer auf das Hauptgeschehen in der Bildmitte. Im Beisein eines Publikums schlägt ein Mann eine Frau. Zuschauer und Mitwisser wenden sich ab. Erst wenn man den Blick zum äußersten Bildrand spazieren lässt, sieht man eine einzelne Frau, die in Hausschuhen zu Hilfe eilt. Die Reihe der Freundinnen in Gedanken abschreitend fällt mir die Häufung von Freundinenschaft in Verbindung mit Komplizenenschaft auf. In jede Krise ging ich alleine rein und kam mit einer Freundin wieder raus. Das war Melli Kierk, Frau sein. Vielen Dank. Hallo, ich bin Assal Dadan und ich lese heute ein Essay, der noch nicht erschienen ist, aber bald erscheint in Psychologie heute, den ich dank der Chefredakteurin Dorothea Siegle und meinem Redakteur Thomas Saum-Aldehoff heute schon lesen darf. Er handelt vom Festhalten an der Normalität. In meiner Erinnerung höre ich einen Wasserhahn tropfen, auch wenn ich weiß, dass er es damals nicht tat. Es herrschte absolute Stille, nur ich und das Wasser. Ich war sieben Jahre alt und saß in der Badewanne. Ich wartete darauf, dass die beste Freundin meiner Mutter zurückkam. Sie hatte mir das Badewasser eingelassen und war dann zur Telefonzelle gegangen, um ein paar Anrufe zu erledigen. Sie wollte sich im Krankenhaus nach meiner Mutter erkundigen und danach mit ihrem Ehemann sprechen, der in Starnberg geblieben war. Sie war ein paar Tage vorher zu uns nach Köln geeilt, damit jemand auf mich aufpassen würde. Das Tropfen des Wasserhahns ist vermutlich eines jener Dinge, die man nachträglich in seine Erinnerung einbaut. Ein filmisches Element, geradezu ein Klischee, das Stille vermitteln soll, indem es sie bricht. Das Chaotische des Erlebens wird strukturiert, Zeit erlebbar gemacht. Tropfen, nichts, Tropfen, nichts. Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß. Das Wasser wurde immer kälter, mein Herz immer enger, meine Gedanken immer sprunghafter. Erst ging ich in meinem Kopf mehrmals den Weg von unserer Hochhauswohnung bis zur Telefonzelle ab. Ich begleitete die Frau, die ich meine Patentante nannte, auf ihrem Weg hin zur Straße und weg von mir. In den Tagen davor, als meine Eltern gegangen waren, hatte ich es versäumt, diese gedankliche Übung durchzuspielen. Vermutlich, weil es keine Ankündigung gab, kein, ich bin mal kurz weg. Keine für ein Kind erkennbaren Zeichen dafür, dass sie gehen würden. Heute denke ich, dass mein Vater die Flucht, ihre Ursachen und ihre Folgen nicht überwinden konnte. Dass er sich immer stärker von der Realität um uns herum abspalten musste, damit sie für ihn Sinn ergab. Meine Mutter und ich waren auf unterschiedliche Weise davon betroffen, dass dieser Mensch, den wir liebten, nicht dort ankommen konnte, wo wir gemeinsam waren. Meine Mutter musste immense Kraft aufgebracht haben, um mich vor dem, was tatsächlich mit uns als Familie geschah, zu schützen. Ich kriegte nicht mit, wie sehr die beiden wichtigsten Menschen in meinem Leben haderten und sich auseinanderentwickelten. In meiner kindlichen Wahrnehmung waren wir zu dritt in einer Wohnung und dann waren wir es plötzlich nicht mehr. Es war das einzige Zuhause, das ich bis zu dem Moment gekannt hatte, auch wenn ich meine ersten Schritte in einem Haus über 5000 Kilometer entfernt gegangen war. Ich ging sie bei meiner ersten Geburtstagsfeier, die meine Eltern den politischen Umständen zum Trotz für mich organisierten. Zu meiner Feier waren viele Menschen gekommen, die uns kannten, die mit meinen Eltern befreundet oder verwandt waren. Auf den Fotos sehe ich aus wie ein Püppchen mit großen dunklen Locken. Ich trage eine weiße Rüschchenbluse und einen blau-weißen Schottenrock. Hinter mir sieht man immer einen Arm. Er gehört vermutlich meiner Mutter oder meinem Vater, die sicherstellten, dass ich bei meinen ersten Gehversuchen nicht umfiel. Ich war nicht allein. Wir waren nicht allein. Wir waren keine Fremden. Kurze Zeit später flohen meine Eltern aus dem Iran. Sie hatten gefälschte Papiere, um das für sie nicht mehr sichere Heimatland verlassen und Schottland erreichen zu können. Sie schafften es bis nach Deutschland, durften aber nicht mehr weiterreisen. Also wurde ich Deutsche und keine Schottin. Ich weiß nicht viel über ihre letzten Tage in Teheran und die ersten in Köln. Ich weiß, dass sie sich Aberdeen als Ziel ausgesucht hatten, weil meine Großmutter und zwei meiner Tanten bereits seit einigen Jahren dort lebten. Den Schottenrock, den ich auf meiner Feier trug, hatte uns eine dieser beiden Tanten geschickt. Als alle noch im Iran gewesen waren, hatten die Schwestern meiner Mutter schottische Männer kennengelernt, Pat und George, zwei Kumpel mit dichten Schnurrbärten. Sie arbeiteten für einen Ölkonzern und hielten sich deshalb für längere Zeit im Iran auf. Recht bald hatte es eine Doppelhochzeit gegeben. Das offene Haar meiner Tanten war geschmückt mit weißen Blumen. Meine 14-jährige Mutter trug ein weißes Minikleid und kniehohe weiße Lederstiefel. Die Gäste tranken Champagner und tanzten ausgelassen zu iranischer und englischsprachiger Popmusik. Niemand der Anwesenden wusste, dass all das in einigen Jahren nicht mehr erlaubt, nicht mehr normal sein würde. Die historischen Ereignisse, an die wir uns erinnern, sind nun einmal eingebettet in den Alltag von Menschen, deren Leben und Realitäten hinter diesen Ereignissen verschwinden. Leben werden gelebt, Tode gestorben und dazwischen Umarmungen, schmatzende Münde, wischende Hände, seufzen, reden, atmen. Ich saß also sechs Jahre nach unserer Flucht in dieser Kölner Badewanne, weil das Land, in dem meine Eltern sich als Liebende fanden, nicht das blieb, in dem sie als Eltern bleiben konnten. Und es war auch nicht das Land, Schottland, in dem sie im Exil ihre Familie wiederzufinden hofften. Eine Flucht mag zeitlich begrenzt sein, ihre Wirkung ist es nicht. Zu flüchten bedeutet, dass man einen Ort, an dem man vermutlich gern geblieben wäre, verlässt und an einem anderen Ort, von dem man nicht wusste, dass man dort landen würde, ankommt. Man trägt Ängste, Schmerz und Nostalgie ebenso in sich wie Hoffnung, Erleichterung und Erwartung. Eine dissoziative Erfahrung, die tief nach innen und außen wirkt, manchmal sogar über Generationen hinweg. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen bis zum heutigen Tag geflohen sind, fliehen mussten und müssen und noch werden, dann spricht man mit Recht von einem kollektiven Trauma. Doch erlebt wird dieses Trauma eben nicht kollektiv, sondern einzeln und vereinzelt. Es ist gerade das Getrenntsein von allem und jedem, das dieses Erlebnis so traumatisch macht. Man passiert Grenzen und erkennt, wie viele andere Grenzen sich plötzlich auftun. Der Sprache und des Verstehens, der Verbundenheit und der Zugehörigkeit. Ich bin mitten in die Revolution hineingeboren, die als die Islamische in die Geschichtsbücher eingegangen ist, aber im Moment ihres Entstehens noch zu allem hätte werden können, selbst zu nichts, so wie bei anderen großen Umbrüchen in dem Land. Im Großen führte sie viele Menschen zu Desillusionierung, noch mehr Gewalt, Restriktion und Angst. Im Kleinen führte sie meine Familie nach Deutschland und in eine ungewisse Situation. In den Wochen vor meiner Geburt, im ersten Monat des islamischen Kalenders Muharram, der damals am 2. Dezember begann, zogen Millionen Menschen auf die Straßen Teherans. Sie schlossen sich den Protestmärschen rund um das damals noch Schai-Harturm genannte Wahrzeichen der Stadt an. Sie wollten sich vom Schah und seinem Regime befreien, ein freies Volk werden. Als bei meiner Mutter die Wehen einsetzten, hatten die Muharram-Proteste einen Höhepunkt erreicht. Es war historisch einzigartig. Das Land befand sich in einem Generalstreik. In den Städten protestierten 10 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das Auto meiner Eltern wurde auf dem Weg zum Teheraner Krankenhaus von den Massen aufgehalten und musste ihnen ausweichen. Ob meine Eltern an dem Wahrzeichen vorbeikamen, weiß ich nicht. Heute heißt es jedenfalls Freiheitsturm. Trotz dieser Umbenennung kamen 30 Jahre später erneut Millionen Menschen dort zusammen, um sich gegen ihre Unterdrückung zu wehren. Die Mächtigen waren andere, aber die Form der Macht, ihre Brutalität, hatte sich kaum geändert. An dieser Stelle darf ich nicht zu abstrakt werden, nicht zu hochtrabend. Denn auf individueller Ebene macht es einen Unterschied, wer Macht hat und wer nicht, gegen wen sich der Protest richtet und wer Anlass hat zu protestieren. Im Winter der Revolution, der auch der Winter meiner Geburt war, repräsentierte der Mann, der mein Vater sein würde, diese Macht. Er war mit gemeint, als die Menschen auf der Straße nieder mit dem Schah, nieder mit den Savakis skandierten. Savak, das war der über die Landesgrenzen hinaus gefürchtete brutale Geheimdienst des Schahregimes. Nicht alle, die damals demonstrieren wollten, einen religiösen Staat. Viele schlossen sich den Massen an, weil sie sich mehr Autonomie und Freiheit und bessere Lebensverhältnisse erhofften. So oder so, was danach kam, legitimiert nicht, was davor gewesen ist. Wie also konnte mein Vater für den Savak arbeiten und damit etwas vertreten, von dem sich Menschen zu Recht befreien wollten? War das, was er vorher lebte und erlebte, für ihn normal? Die Flucht nach Deutschland ließ mich in der Vorstellung aufwachsen, mein Vater sei unschuldig verfolgt worden. Es erlaubte mir als Erwachsene, als kaum noch Iranerin, diese späteren Proteste aus der Ferne zu beobachten, voller Anteilnahme, bewegt vom grünen Meer, der Hoffnung und des Muts. Aber auch mit einem leisen Schuldgefühl, weil ich diesen Mut nicht aufbringen, nicht um meine Freiheit kämpfen musste. Ich hatte mich bisher allerdings nicht damit auseinandergesetzt, warum das der Fall war. Als ich damals als Siebenjährige in der Badewanne saß und noch nicht wusste, dass mein Vater mein Leben dauerhaft verlassen hatte, war ich noch zu jung, um Fragen zu stellen oder Antworten zu fordern. Ich weiß also nichts über seine persönliche Verantwortung und seine Taten, aber ich weiß, dass er etwas als normal akzeptiert haben muss, das für viele andere Menschen falsch und gewalttätig war. Zwei unterschiedliche Realitäten, die parallel existierten, mindestens zwei. Ich frage mich, wie man ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass jenes, das als verbindlich gilt, nicht verbindend wirkt. Wie lange kann etwas Bestand haben, das längst nicht mehr als normal gelten sollte? Mein Vater hatte eine gewisse Stellung, eine Bequemlichkeit gewählt, die darauf aufbaute, dass andere Menschen Repressionen und Unterdrückung ausgesetzt waren. Die Gewalt kehrte sich irgendwann gegen den Apparat, der sie zu verantworten hatte. Mein Vater war Teil von ihm, weshalb er fast alles verlor, das sein Leben bis dahin ausgemacht hatte. Ich lernte ihn nur in dieser Gebrochenheit kennen, auch wenn ich sie in meiner kindlichen Wahrnehmung nicht bemerkte, weil er natürlich der liebste und beste Vater war, den es gab. Er war unfehlbar, wie viele Eltern es für ihre Kinder sind. Seine Traurigkeit machte ihn für mich nur noch größer, weil er so viel Leid und Verlust ertragen hatte und dennoch dort mit mir war. Vielleicht erlaubte ich mir später auch aus diesem Grund nicht, seine Abwesenheit in Frage zu stellen oder zu betrauern. Meine Eltern mussten eben auf unbestimmte Zeit und aus unterschiedlichen Gründen in unterschiedliche Krankenhäuser. Erst mein Vater, weil er eine andere Realität wahrnahm, dann meine Mutter, weil sie mit dieser Realität zurechtkommen musste. Ich besuchte meine Mutter ein paar Mal. Sie versprach, dass sie bald wieder bei mir sein würde. Für den Moment konnten meine Eltern mich nicht umsorgen, weil sie nun selbst umsorgt werden mussten. Ich saß in der Badewanne und war mir sicher, dass ich nun nicht nur meine Eltern, sondern auch meine Patentante verloren hatte. Man hatte mich erneut verlassen. In gewissem Sinn war für mich die Erfahrung, etwas zu verlieren, eine ganz natürliche, ob Länder und Zusammenhalt, Familien und Gewissheiten, Eltern und Sicherheit passiert. Aus einer stabil wirkenden Konstellation wurden drei fragile Einzelne. Als Einzelne musste ich jetzt einen Plan entwickeln. Ich fragte mich noch eine Weile, was meine Patentante aufhielt. Ich überlegte, was sie meinem Patenonkel wohl erzählen würde. Sicher hatte er ja auch etwas zu erzählen, vielleicht sogar ganz viel. Und deshalb war sie so lange weg. Sie würde mich bestimmt nicht im Stich lassen, das konnte ich mir nicht vorstellen. Ihr musste also etwas zugestoßen sein. Je länger ich wartete, desto wahrscheinlicher erschien mir das. So zerbrechlich war die Verbindung zwischen ihr und mir, dass niemals, jemals jemand an mich als Kontaktperson gedacht hätte. Ein iranisches Kind in einer leeren Hochhauswohnung. Was hatte sie mit dieser rothaarigen, großgewachsenen Frau, die in einem Haus in der Nähe des Starnberger Sees lebte, zu tun? Ich ging also dazu über, eine Lösung für meine Verlassenheit zu finden. Ich saß dort und überlegte, welche Menschen in den jeweiligen Nachbarswohnungen lebten, ob sie nett und hilfsbereit wirkten, ob sie sich zu dieser Stunde von mir gestorrt fühlen würden. Ich sprach mir Mut zu, sagte mir, ich müsse nun das kalte Bad verlassen und mich abtrocknen. Ich stellte mir vor, wie ich mich endlich bewegen würde. Aufstehen, Handtuch nehmen, abtrocknen. Und dann noch einmal und noch einmal. Ich wusste, was ich tun würde, was ich tun sollte. Aber ich musste es immer wieder durchgehen, um mich zu vergewissern, dass ich alles richtig machen würde. Ich sagte mir sogar ein paar Mal meinen eigenen Namen, um mir sicher zu sein, dass ich nicht verdächtig stottern würde. Ich wollte nicht panisch wirken, klar sprechen, damit sie wussten, wie gut ich sprechen konnte. Fehlte mir bereits als Siebenjähriger das Vertrauen, dass mir in diesem Gemeinwesen ein Recht auf Beachtung und Fürsorge zustand? Ich blieb jedenfalls sitzen und froh, wollte mich so wenig wie möglich bewegen, so wenig wie möglich atmen. Heute kann ich nicht mehr sagen, ob ich damals insgeheim doch die Hoffnung hatte, alles würde wieder in Ordnung kommen, wieder normal werden. Dabei weiß ich nun als Erwachsenen, dass auch schon die Jahre davor kaum normal waren. Klar hatten meine Eltern und ich in all diesen Jahren auch sehr normale Dinge getan. Gegessen und geschlafen, gelacht und uns gelangweilt, Weihnachtsschmuck aufgehängt und wieder abgehängt, Ostereier bemalt, auf dem Sofa gekuschelt und Fernsehen geguckt. Wir waren wohl das, was man konventionell eine Familie nennt. Mutter, Vater, Kind. Heute kommt es mir vor, als herrschte eine sehr spezielle Einsamkeit und Trauer um uns herum, als sei dieses Gefühl, verlassen zu sein, auch meine immerwährende Furcht davor, verlassen zu werden, bereits in diesen Tagen der vermeintlichen Normalität angelegt gewesen. Aber gibt es überhaupt eine von Unsicherheit, von Trauma und Leid befreite Normalität? Die Minuten in der Badewanne stehen jedenfalls rückblickend für jeden Moment in meinem Leben, in dem sich für mich eine Vorstellung von dem, was dieses Normale und Erwartbare ist, unwiederbringlich aufgelöst hat. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht meine Wahrnehmung reguliert, dass ich mich nicht immer wieder an gewöhnlichen Abläufen und Vorstellungen festhalte. Denn solange sie laufen, solange die Hoffnung läuft, läuft auch alles andere weiter. Selbst wenn man eigentlich weiß, dass das nicht der Fall ist. Zitat. Es war erstaunlich, wie hartnäckig, wie unerschütterlich man versuchte, ein normales Leben zu führen. Zitat Ende. Das schreibt Doris Lessing in Die Memoiren einer Überlebenden. Der Roman fiel mir in den ersten Wochen der Pandemie in die Hände, einer jener magischen Zufälle. Ein schmales Buch, erschien 1974, in dem ich etwas über mich und meine Zeit erfahren habe. Auf den ersten Seiten begegnet man einem jungen Mädchen ein bisschen älter als ich damals. Warum sie ein neues Zuhause braucht, wird nicht erklärt. Aber sie findet Obhut bei einer Fremden. Diese Frau trägt uns durch die Geschichte, beschreibt, wie das Mädchen in ihrer Wohnung auftaucht und versucht, so gefällig und unauffällig wie möglich ihren neuen Platz einzunehmen. Um sie herum findet zeitgleich ein großer Umbruch statt, von dem man nicht genau erfährt, was sein Ursprung ist oder was ihn ausmacht. Man erfährt sehr lange kaum mehr, als dass außergewöhnliche Dinge vor sich gehen, dass Menschen verschwinden und Sachen ihren Wert verlieren, dass das Leben und Zusammenleben in seiner gewöhnlichen Form nicht mehr existiert. Zitat. Ich hatte es aufgegeben, für meine innere Welt, mein reales Leben in... Entschuldigung. Für meine innere Welt, gewöhnliche Form... Nee. Mein reales Leben in diesem Haus, das Übliche zu erwarten. Ich hoffe, das Zitat ist jetzt rübergekommen. Zitat Ende. Aber was sie und auch das junge Mädchen im Laufe der Geschichte zeigen, ist, dass man sich selbst in all dem suchen und finden muss. Sich selbst als Mensch, als ich. Denn auch wenn sich alles ändern kann, auch man selbst das Menschliche bleibt. Lessing wurde in Kermanschau geboren, bevor das Land Iran hieß. Als sie fünf Jahre alt war, zogen ihre britischen Eltern mit ihr in das heutige Zimbabwe, das damals noch eine britische Kolonie war und den Namen Südrhodesien trug. Nach der Islamischen Revolution wollte das neue iranische Regime alle Verbindungen zur Monarchie tilgen und versuchte Lessings Geburtsstadt umzubenennen. Sie ist Teil Kurdistans, ein Begriff, der hart umkämpft und in vielen Regionen der Welt zusammen mit den Menschen, die mit ihm assoziiert werden, unterdrückt wird. Ich glaube nicht, dass dieser Geburtsort mich mit Lessing verbindet, aber ich fühle mich als Autorin mit ihren geschriebenen Worten verbunden. Zitat Man gewöhnt sich an alles. Das ist natürlich ein Gemeinplatz, aber vielleicht muss man einmal eine solche Zeit mitmachen, um die furchtbare Wahrheit dieses Spruches zu begreifen. Zitat Ende Noch mehr als meine persönliche Geschichte führte mir die Lektüre ihres Romans vor Augen, wie ich manche Dinge ganz selbstverständlich in meinen Alltag integriert hatte, die ich vor kurzem noch alles andere als normal gefunden hätte. Plötzlich kam es mir absurd vor, dass ich beispielsweise Masken bügelte, damit sie nicht so zerknittert im Gesicht hingen. Es war ein absurdes Element, das Teil meiner Realität geworden war und das ich eine Weile lang gar nicht als absurd wahrgenommen hatte. Die Pandemie stellt so vieles in Frage, das als normal gilt und bei näherer Betrachtung doch kaum noch sinnvoll oder vernünftig erscheint. Aber man möchte sich und vermutlich auch anderen so dringend den reibungslosen Ablauf der Zivilisation vorspielen, dass man eben auch mal Masken bügelt. Dabei frage ich mich immer wieder, woraus diese Zivilisation besteht, insbesondere in Momenten, in denen mir bewusst wird, wie viele verlassene Menschen sie duldet, wie sie uns trennt. Das Einrichten in der vertrauten Normalität ist ein Privileg. Es macht manchmal auch selbstgefällig, lullt ein. Jetzt, da das System stottert und ächzt, zeigt es uns eben darum noch deutlicher, wo es versagt, vernachlässigt, verdrängt und vergisst. Es gibt so viele Menschen in nicht zumutbaren Lebenssituationen, die anders sein könnten, wenn die Gesellschaft die Beachtung ihrer Leben und Bedürfnisse eben auch als Normalität ansehen würde. So oft geben Menschen dem ersten Impuls nach, nicht wohlwollend, sondern gleich drosselnd auf die Äußerung anderer Realitätswahrnehmungen zu reagieren, auf Forderungen einer Veränderung, die diesen anderen Realitäten gerecht wird. Dieses Beschwören der Normalität, das Fordern, dass Menschen sich zusammenreißen, das Hinnehmen des Status Quo, werden nicht helfen, nicht gesellschaftlich und auch nicht persönlich, so wenig, wie es uns als Familie geholfen hat. Das alles habe ich als Kind natürlich noch nicht gewusst, nicht gedacht. Aber ich habe doch eine Ahnung aufgebaut, wie wichtig es sein kann, wenn die eigene Realität nicht abgewehrt wird, wenn sie bestehen darf. Nach einer gefühlten Ewigkeit in der Badewanne kam meine Patentante wieder. Ich hörte den Schlüssel im Schloss, ihre Schuhe im Flur. Sie kündigte ihre Rückkehr an, während sie ihren Mantel auszog. Dann steckte sie ihren Kopf durch die Tür. Sie war erstaunt, dass ich noch in der Badewanne saß. Ich sagte ihr, dass mir kalt geworden sei. Na dann steh doch auf, sagte sie. Ich versuchte Worte dafür zu finden, was in mir vorgegangen war. Ich wollte ihr vermitteln, wie ich mich gefühlt hatte. Sie wirkte gestresst und abwesend, wollte vermutlich den Abend über die Runden bringen, mich schnell ins Bett bringen, um den Papierkram meiner Mutter zu erledigen. Sie war auf der Suche nach einer neuen Wohnung für uns beide, in die wir nach der Rückkehr meiner Mutter einige Wochen später gemeinsam ziehen würden. Ich wusste, dass sie viel Verantwortung übernommen hatte, dass es nicht leicht war, das Leben anderer Menschen aufzufangen. Ich hörte an jedem Abend auf, nach Worten zu suchen. Immerhin war ich dieses Mal nicht verlassen worden. Und ich war auch noch da. Danke. Hallo, mein Name ist Olga Grasnowa und ich werde heute Abend aus meinem neuen Roman lesen, das heißt Der verlorene Sohn. Und ich hoffe, das klappt mit dem Ton, aber okay, super. Das ist ein historischer Roman und zwar geht es da um den Imam Shamil beziehungsweise seinen ältesten Sohn. Imam Shamil war im Kaukasus der Erste, der sich eigentlich ziemlich erfolgreich gegen die russische Kolonisation des Gebiets gewehrt hat und zwar so erfolgreich, dass die Russen sehr lange überhaupt nicht wussten, was sie dagegen ausrichten konnten. Und wir befinden uns im Sommer 1839. Imam Shamil wird von den Russen belagert und es geht darum, dass er noch einen Waffenstillstand eventuell schließen könnte. Und das ist der Anfang des Buches, von daher hoffe ich, dass ich nicht allzu viel erklären muss. Genau, die Hauptfigur heißt Jim Lodin und seine Mutter ist Petit Matt und wir sind im Sommer 1839. An dem letzten Morgen seines alten Lebens wurde Jim Lodin von seiner Mutter geweckt. Sie kam zu ihm ins Zimmer, setzte sich in sein Bettlager und Jim Lodin wusste, dass sich etwas Unwiederbringliches ereignet hatte. Er spürte Petit Matt's Körperwärme, wollte sich an sie kuscheln, seine Sorgen durch ihre Berührungen vertreiben lassen. Ihre Hand fuhr durch sein Haar. Er hörte das vertraute Klirren ihrer Armbänder, spürte ihre Haut, ihre Liebe. Gierig sogar Petit Matt's Geruch ein und blieb dabei unbeweglich liegen, eingewickelt in seine Decke. Er glaubte, so die Zeit anhalten zu können, das unausweichlich hinauszögern. Dennoch wollte das sein, was alle Welt von ihm erwartete. Ein Mann. Was das war, war ihm bereits mit neun Jahren nur allzu klar. Aber noch lieber wäre er heute ein kleiner Junge geblieben, hätte seine Mutter niemals losgelassen. Du musst stark sein, mein Kleiner, sei stolz, sei mein Stolz, sei ein Sohn deines Vaters, flüsterte Petit Matt dem ins Ohr. Es ist nicht für lange, du wirst bald wieder bei mir sein. Petit Matt war die Mutter zwei Söhne, von denen einer holte den Russen, es fand für die Dauer der Verhandlungen zwischen dem russischen Heer und den Gotteskriegern des Imam Schamil überlassen werden sollte. Schamil war es jahre zuvor gelungen, zum ersten Mal zahlreiche kaukasische Stämme zu vereinen und sie vom heiligen Kampf, dem Dschihad, gegen Russland zu bezeugen. Bisher galt Schamil es unbesiegbar, ein Held seiner Zeit. Seinen Mut und den gegen alle Wahrscheinlichkeit errungenen Siege waren legendär. Seine Frau jung, gebildet und schön, auch wenn das kaum noch jemand sah. Jetzt legte sie die Hand auf den Rücken ihres ältesten Sohnes und wartete auf etwas, das nicht passierte. Jim Lodin ließ diesen Augenblick ebenfalls verstreichen und richtete sich schweigend auf. Er hatte verstanden. Petit Matt legte seine Klade neben ihn und strich sie glatt. Sie waren schneeweiß, obwohl alles um sie herum voller Dreck war oder vielleicht gerade deswegen. Es war in die Klade, die sie einst für den Tag des Sieges über die Russen zurückgelegt hatte. Jim Lodin war ihnen fast entwachsen. Petit Matt überprüfte noch einmal Jim Lodins Aussehen und als sie zufrieden war, richtete sie sich auf und verließ das Zimmer. Die Tür fiel laut und schloss. Noch vor einem Jahr hat er Jim Lodin geglaubt, er würde im Himmel wohnen. So hoch und unerreichbar lag die Festung Aholgo. Um sie herum gab es nichts außer den allmächtig folgenden Bergen, die im Sommer mit Gras bezogen waren und im Frühling von einem Meer aus Blumen, im Winter mit Schnee und Wolken, die nicht fern am Himmel standen, sondern in unmittelbarer Nähe zu schweben schienen. Zu ihren Füßen wandte sich ein schnelles, maragdgrünner Fluss. Aus dieser Höhe erschien unerreichbar eine weitere Versuchung. Das Auge konnte sich an nichts ausruhen, auch nicht an den zweistöckigen Steinhäusern, die auf zwei Hochebenen direkt am Berghang standen und eine andere Gleichförmigkeit zu betreffen versuchten. Genauso einfach waren die Gewände der Frauen und der Lebensstil, streng und genauestens überwacht. Keine Musik, kein Alkohol, nur Gebet und die Furcht vor dem Zorn Gottes wurden geduldet. Um ihren Aul zu erreichen, musste man eine Woche lang ununterbrochen bergauf reiten. Den Aufstieg bewältigten nur die geschicktesten Reiter und die besten Pferde. Diese Tatsache und das Vorrücken der russische Heer trugen das so bei, dass Gäste hier äußerst selten waren und wenn kamen sie meistens als Gefangene. Für Kinder war dies jedoch ein wunderbares Reich. Sie wurden bis zu einem gewissen Alter nicht sonderlich streng beaufsichtigt und konnten im Gegensatz zu den Erwachsenen die meisten Zeit übertun und lassen, was ihnen einfiel. Ihre Tage waren voller Lachen und Abenteuer, die jeden Morgen aufs Neue erfunden wurden. Jimudin war ihr Anführer, während sein kleiner Bruder ihm überallhin folgte. Ihre Situation war inzwischen mehr als schlecht. Die Vorräte waren aufgebraucht, die Menschen aßen Gras und sogar das Trinkwasser neugte sich dem Ende zu. Die meisten Männer waren gestorben, genauso wie ihre Kinder und Frauen. Die Leichen konnten nicht mehr begraben werden und so stand der Geruch der Verwesung in jedem Haus und jeder Straße. Er hatte sich in jede Ritze und jede Pore eingeschlichen. Die Kinder, die noch am Leben waren, spielten schon lange nicht mehr miteinander. Sie verbrachten ihre Zeit völlig apathisch, in irgendwelchen kühlen Ecken, von ihren Müttern möglichst fern vom Kanunenfeuer versteckt. Die Frauen eilten mit verschneidenden Blicken durch die Gassen, Vertrauer dem Wahnsinn nah. Es stang bestialisch, nach ungewaschenen Körpern, Wunden, Leichen, Körperaussünstungen und einer existenziellen Verzweiflung. Alle waren erschöpft, vom Kampf, dem Hunger, dem Durst, der Trauer um die Märtyrer. Man hörte lauter Klagen und die Schmerzensschreie der Verletzten. Sogar die Frauen kämpften nun. Sie hatten die Kleidung ihrer getöteten Männer angezogen und standen in dem Kampf in nichts nach. Partimat sagte, dass sie sich nach dem Tod sehnten und deshalb mutiger als die Männer waren. Auch Shamil hatte immer wieder auf dem Vorhof der Moschee gesessen und geschützt vor den russischen Kanonen mit Jimnodin auf den Schoß und wartete auf die Erlösung. Doch sie kam nicht. Also machte er weiter. Als selbst die Muriden seine Schule anfingen, Gott um einen schnellen Gott um einen schnellen Tod zu bitten, nahm Shamil die Verhandlungen mit den Russen auf. Der Krieg zehrte auch an seinen Feinden. Viele Soldaten waren gefallen, der Nachschub kam nur langsam an und die Moral war alles andere als hoch. Allerdings stellten die Russen für den Waffenstillstand eine Bedienung, die Shamil unmöglich erfüllen konnte. Sie wollten Jimnodin für die dauerte Verhandlungen als Geisel nehmen, sozusagen als ein Zeichen guten Willens. Shamil weigerte sich, seine ältesten Sohnen auszuliefern. Er liebte dieses Kind und er liebte es vielleicht noch mehr, als er den Propheten liebte. Nur war das etwas, was er nicht zugeben konnte, schon gar nicht vor seinen Anhängern. Shamil ließ die Russen wissen, sie könnten ein anderes Kind haben, einen Neffen, einen Cousin. Shamil weiß gleich wen, solange es nicht Jimnodin war. Er beschloss es auszusetzen. Die Russen gaben nicht nach und auch Shamil lenkte nicht ein. Doch dann veränderten sich die Blicke seiner Männer. Ihre Söhne waren gefallen. Sie hatten nicht gezögert, das Leben ihrer Kinder für ihn zu opfern. Und Shamil wollte nicht einmal einen seiner Söhne es Pfand geben. War sein Blut wirklich so viel mehr wert als das ihrer Kinder? Bad Simat fürchtete die Blicke der anderen Frauen. Sie fürchtete, eine von ihnen würde Jimnodin etwas antun, auch wenn sie nicht glaubte, dass sie mir das wagen würde, so weit zu gehen. Aber Leid macht Menschen zu allem fähig. Dennoch gab Shamil nicht nach. Es war sein Kind. Die Russen drohten mit dem Sturm. Die Soldaten waren bereits in Sichtweite, in Sichtweite. Sie harten vor der Festung aus und ebenso auf den Gipfeln den umliegenden Berge. Die Gotteskrieger berieten untereinander. Menschen tuschelten auf der Straße. Und auch Jimnodin merkte, dass sie jetzt anders angeschaut wurde. Es waren nicht mehr die Wohlmeindenden, sogar ehrfürchtigen Blicke, an die er bis dahin gewöhnt war. Jimnodin glaubte, eine Frage den Augen seiner Nachbarn zu lesen und schon bald weiß Blanka Hasteniza. Damit veränderte sich der Junge. Er wurde verschlossen und menschenscheu. Eines Morgens war es zu seiner Mutter gekommen. Er hatte sich neben sie gesetzt und seinen Kopf in ihren Schoß gelegt. Wie hätte ich gehen müssen, fragte Jimnodin. Nein, ich bin dazu bereit. Bedirma anstrich über sein Haar, bis Jimnodin sich aufrichtete und ihn die Augen sah. Nein, sie schüttelte den entschiedenen Kopf und stand auf. Es war das erste Mal, dass Jimnodin seiner Mutter nicht glaubte. Shamil blieb dabei. Die Rausgabe seines Sohnes würde keinem nutzen. Die Russen griffen im Morgengrauen an. Auch Jimnodin hatte an der Seite seines Vaters gekämpft, bis er ein Geschoss, der in den Arm gestreift hatte. Die Verletzung war nicht gefährlich und doch schrieb sie mal auf, als sie Jimnodins blutroten Arm sah. Sie preste ihre Hand auf die Wunde und zerrte den Jungen in ein Versteck. Dort kauerten sie zusammen in einer Ecke und warteten auf den Tod. Jimnodins rechte Hand klammerte sich an seinen Dolch. Nur vier Stunden später hieß der Shamil die weiße Flagge. Danach zog er sich zum Gebet in die Moschee zurück. Auch die Russen zogen sich zurück. Die Verhandlungen hingen nun von der Rausgabe Jimnodins ab. Kurz darauf sah Mohamed Ghazi sein Bruder mit großen Augen an und fragte »Musst du weg?« Jimnodin nickte »Aber weshalb?« »Ich helfe Vater« sagte Jimnodin. »Vater ist schon groß. Er braucht keine Hilfe« antwortete sein Bruder. Danach wird Jimnodin doch ausgeliefert und eigentlich sollte er nur drei Tage lang im russischen Camp bleiben, aber daraus werden 15 Jahre. Er wird sofort nach Russland eigentlich entführt und dort verbringt er 15 Jahre seines Lebens. Er besucht die Kadettenanstalt, das heißt er bekommt eigentlich die beste militärische Ausbildung, die man damals in Russland haben konnte. Er verkehrt am Hof und eigentlich in einer sehr privilegierten Stellung, aber gleichzeitig ist er immer noch der Sohn des Erzfeindes Russlands. Und das ist etwas, was er nie wieder, also der weiß nicht ganz, wo er eigentlich dazu gehört. Kann er sich komplett auf Russland einlassen oder muss er sich eher nochmal zurücknehmen und darauf warten, dass sein Vater ihn irgendwann mal doch wieder zurückholt. Sein Vater unternehmt in dessen immer wieder Versuche, ihn zurückzuholen, aber das klappt nie. Und Jim Lodzin ist mittlerweile schon Offizier der russischen Armee, hat sich eigentlich für ein Leben in Russland entschieden und bleibt dort, bis sein Vater dann doch georgische Prinzessinnen gefangen nimmt und jetzt kommt der Austausch endlich zustande und Jim Lodzin kommt den Georgien an, wo er eigentlich ausgetauscht werden sollte. Und Jim Lodzin geht davon aus, dass er jetzt endlich seine Familie wieder sieht, dass er ein neues Leben bekommt, aber stattdessen geht es eigentlich nur um Geld und zwar Jim Lodzin bleibt vorerst in Tiflis, weil die Lüsesumme noch ausgehandelt werden muss. Zwei Wochen später waren die Verhandlungen immer noch keinen Schritt weiter gekommen. Jim Lodzin stand am Fenster und schaute hinaus. Das Sonnenlicht übergoss alle Gegenstände in seinem Zimmer und sein Cousin Gamsat lief im Garten auf und ab, in dem es Rosenstöcke und Obstbäume gab. Der Garten verwilderte seit der Abwesenheit die Prinzessinnen. Die Zweige wurden nicht mehr zurückgeschnitten, die Blätter noch sporadisch von den Wegen gehakt und das Unkraut eroberte sich seinen Lebensraum zurück. Auch Jim Lodzins Cousin sollte ausgetauscht werden, nur war er auf eine andere Route nach Georgien gebracht worden. Hier wirkte wie ein Fremdkörper, überhaupt nicht mehr so selbstgewiss wie in Petersburg. Seine Körpersprache war unsicher, der Schuld in den Eingesunken, der Rücken gekrümmt. In den letzten Jahren war es Gamsat in Russland nicht besonders gut ergangen. Seine Karriere beim Milizier hatte stagniert, wahrscheinlich, weil er eine besondere Produktion genoss. Obwohl keiner der beiden einen Versuch unternommen hatte, mit dem anderen Kontakt aufzunehmen, hatte Jim Lodzin die Neuigkeit noch aus Gamsatz lebend verfolgt. Jim Lodzin blieb noch eine ganze Weile am Fenster stehen, ohne in den Garten hinunter zu gehen. Für den Abend war eine Gala im neu errichteten Gouverneursballet geplant. Trotz der schwierigen Verhandlungen wurde jeden Abend irgendwo in Baal eine Gala und ein Soupir gegeben. Auf Jim Lodzin wirkte es fast, als ob die russischen Militärangehörigen fieberhaft nach Gelegenheitensuchten der provinziellen Langeweile zu entkommen. Jim Lodzin trug die russische Uniform, der nicht wusste, wann er offiziell aus der Armee entlassen würde. Noch war ein Teil von ihr. Um das Haus herum waren vom ehemaligen Vizekönig des Gaukussus Platan gepflanzt und ein großzügiger Park angelegt worden. Jim Lodzin hielt Ausschau nach Kamzat, doch der war noch nicht zu sehen. Während des Abendessens wurde er gegenüber von David gesetzt. Kurze Reden und lange Toast wurden gehalten. David, schon sichtlich angetrunken, sagte, Jim Lodzin sei russisch als die Russen, und das ihm vom ganzen Herzen für seine Tapferkeit danke. Er beendete seine Rede mit dem Toast auf Jim Lodzin an den Europäer einen von uns. Alle Gäste standen auf und prosteten Jim Lodzin zu. Als sie sich wieder hinsetzten, lobte David Jim Lodzins Französisch, was Jim Lodzin verwundete, denn er beherrschte die Sprache deutlich besser als David, selbst sein Russisch war sauberer. Statt David zu antworten, wie es von ihm erwartet wurde, wirst Jim Lodzin sich lieber Wein nachschenken. Am anderen Ende des Tisches ging ein Teller zu Bruch. Einer der Gäste, ein stämmiger Mann mit glatzen und großen roten Händen, fasste sich in die Brust und sank langsam nach vorn. Einige Menschen sprangen von ihren Stühlen auf und eilten zu ihm. Der Mann röchelte, jemand schrie nach einem Arzt, eine Frau zog an ihre Perlenkette, die Kette riss und die Perlen rieselten auf dem Boden. Eine andere Frau fächtete sich Luft zu. Sie übrigen Gäste, auch Jim Lodzin, saßen weiterhin auf ihren Plätzen, aber dann lief er zu dem Mann und half, ihn auf den Boden zu legen. David öffnete den Händkragen des Kranken, doch dessen Gesicht hatte bereits die Farbe gewechselt. Jemand schüttete ihm was ins Gesicht. Irgendwann kam auch der Arzt und der Sterbende wurde in ein anderes Zimmer gebracht. Jim Lodzin ging hinaus in den Garten, um frische Luft zu schöpfen. Es war eine sternklare Nacht. Plötzlich hörte er Geräusche hinter sich. Er drehte sich um und sah in den Platan zwei Gestalten auftauchen. Beide trugen die dunklen Klarheit und die Kopfbedeckung Dagestans. Yunus? fragte Jim Lodzin unsicher, die Hand noch immer in seinem Säbel. Er wusste nicht, ob er träumte oder ob es tatsächlich Yunus war. Die Wirklichkeit zerrann zwischen seinen Fingern. Yunus lächelte und kam auf Jim Lodzin zu, nahm seine Hände und schaute immer aufmerksam ins Gesicht. Dann drehte Jim Lodzins linke Hand um und fuhr mit seinem Zeigefinger über die Narbe und auf der Hand. Die Zeit hat auch für Yunus nicht Halt gemacht, aber es war noch immer Yunus. Jim Lodzin antwortete tief ein und aus. Das bist wirklich du, sagte Yunus und sprach danach einige Sätze verwarisch, denen Jim Lodzin nicht gleich folgen konnte. Seine vermeintliche Muttersprache schimmte einem Mal verschwunden zu sein, obwohl es die Sprache war, in der er sich ihm die Welt zum ersten Mal erschlossen hatte, in der er mit seinem Vater und seiner Mutter kommuniziert hatte. Eine Sprache, deren Wörter sein kleiner Bruder ihm langsam nachgesprochen hatte, ließ sie ihn Stich. Doch das gab ihm Zeit, Yunus' Begleiter zu betrachten. Er war noch jung und hatte ebenmäßige Gesichtszüge, zumindest sofern Jim Lodzin dies im Mundlicht sehen konnte. Der junge Mann hatte noch keinen Ton von sich gegeben und starrte lediglich voller Verachtung Jim Lodzins Uniform an. Auch Yunus war sie nicht entgangen. Doch was hatten sie eigentlich erwartet? Weshalb kamen sie erst jetzt? Nun kann ich deinem Vater die frohe Botschaft überbringen. Yunus küßte Jim Lodzin auf die Wange. Jim Lodzin wollte ihm sagen, dass David niemals die nötige Summe wieder aufbringen könne, aber ihm fehlten die Wörter. Wir sehen uns bald wieder, sagte Yunus und verschwand mit seinem Begleiter in der Dunkelheit. Als Jim Lodzin wieder hineinging, sei Gamzat am Fenster stehen und hinunterschauen. Er musste ihn beobachtet haben. Jim Lodzin betrat inzwischen Menschen ihren Empfangssaal, setzte sich in das Klavier und spielte eine einzige Note. Immer und immer wieder drückte dieselbe Taste. Jim Lodzin wird jetzt doch ausgetauscht, er kommt wieder zurück zu seiner Familie und zu seinem Vater. Seine Mutter ist inzwischen gestorben. Allerdings ist es überhaupt nicht mehr eigentlich das Zuhause, was er kannte oder was er verlassen hat. Alles hat sich verändert. Sein Vater hat sich verändert. Sein Vater ist mittlerweile ein jihadistischer Anführer oder eigentlich auch derjenige, der den Dschihadismus mehr oder weniger mit erfunden hat. Und Jim Lodzin versucht sich einzufügen, aber das gelingt ihm einfach nicht. und weder er noch Gamsat, also sein Cousin schaffen es sich da irgendwie noch mal zu reintegrieren. Und daran scheitert es eigentlich. Genau, und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis, wir sammeln viele großartige Initiativen und es wäre schön, wenn auch möglichst viel gespendet werden würde. Vielen Dank. Jérôme Robinet und ich habe gerade gehört, dass ihr toll seid. Es fehlen nämlich nur noch 18.000. 18.000 Euro bis zu 50.000. Ja, total. Also danke schon mal. Merci, vielen Dank. Thank you. Gracias. Also ich bin total glücklich. Wir sind alle glücklich. Ich hoffe, ihr seid glücklich und die tollen Menschen und die tollen Organisationen, die diese Spenden bekommen, sind unheimlich dankbar. wir sind alle sehr dankbar. Es ist jetzt die letzte Zielgerade, aber ich habe eine gute Nachricht, Sie können noch weiter spenden. Ich werde ein Potpourri lesen aus Prosa und Lyrik. Ich fange an mit einem Auszug aus meinem letzten Buch. Das Buch heißt Mein Weg von einer weißen Frau zu nennen. Ich weiß ja schon nicht mehr, wie der Titel heißt. Zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund. Als Kind dachte ich, dass man für Wasserski abschüssige Seen braucht. Ich fragte mich, ob auf dem Bürgersteig auch Hunde in Hundescheiße treten, zumal sie einer doppelt so hohen Gefahr wie wir ausgesetzt sind. Aber jetzt bin ich groß erwachsen. Und das heißt nicht nur, dass ich jeden Morgen selber aussuchen darf, was ich anziehe. Liebe Transgender Kids, es gibt Dinge, die so sind, wie sie sind und so, wie sie sind, einfach so sein dürfen sollen. Ohne Erklärung. Wie in Mathe. Wieso ist eins plus eins nicht gleich elf? Liebe Transjugendliche, ich weiß, wie es ist, sich einsam zu fühlen. Ich weiß, wie es ist, so viel Angst zu haben, nie geliebt zu werden, dass ich mir Liebe lange nicht gönnte. Geschweige denn das Glück. Liebe Transleute, wir dürfen lieben und geliebt werden. Ich bin nicht ein Mann gefangen im Körper einer Frau. Ich bin nicht ein Mann im falschen Körper. Ich bin ein Mann in diesem Körper. Liebe Leute, lasst uns heute so tun, als würden Frauen nicht mehr so und Männer so sein müssen. Heute will ich glauben, dass ihr versteht, dass wir alle daran zu gewinnen haben. Heute ist kein Mensch mehr dazu gezwungen, einen Vertrag zu erfüllen, denn ich mich nicht erinnern kann, jemals unterschrieben zu haben. Heute sind wir imstande, das gemeinsam zu beweisen. Das 1 plus 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 1 gleich wir alle. Und uns allen gemeinsam müsste es gelingen, diese Welt zu einem Ort zu machen, der Vielfalt nicht toleriert, sondern feiert, eine Welt, die diese Größe hat, denn es geht um uns alle und um unser Leben. Ich lese jetzt aus einem aktuellen Text ganz frisch. Als Kind ließ er sich manchmal mit dem Bauch nach oben auf dem Wasser treiben und tat so, als wäre er tot. Seinem Bruder war das ziemlich egal. Er warf ihm einen kurzen Blick zu, dann machte er sich mit einem kräftigen Flossenschlag davon. Das Wasser war warm, ob das gut für die Fische ist, fragte er sich. Was, wenn sie sich auflösen wie Brühwürfel? Er stellte sich vor, er wäre ein Klauenfisch, ließ ein paar Blasen blubern. Es gibt nichts Besseres als Bluberblasen. Sie haben keine Ecken, keine Kanten, keine Seite ist länger als die anderen. Sie sind rund, weil die einwirkenden Kräfte sich gleichmäßig auf die gesamte Fläche verteilen, ihnen wie außen. Alles an ihnen ist gerecht und mutig. Sie haben keine Angst, an der Oberfläche zu zerplatzen. Oh nein, sie machen Plopp und Spritzen, aber nur ein bisschen. Sie wollen wirklich niemandem etwas zu Leide tun. Heute sitzt Keiler auf einem Tuch am Stadtsstrand. Der Strand ist überfüllt. Ein Stadtteil ohne Ampeln, ohne Bäume und Rasen, wo einem weder Reifenquitschen noch Blätterrauschen begegnen. Wie viele Augen braucht es, um zu sehen, dass sich ein Mensch auflöst? Meerwasser. Die anderen baden abends, sie baden mittags und morgens, sie baden nachts, sie baden und baden. Keilers Hand gräbt im Sand, da ist es eng. Um hin herum murmeln das Wasser und Gespräche, lachen Kinder, schreien Kinder, Möwen weinen. Er weiß nicht mehr, welchen Tag, welches Land sie haben. Er schwitzt unter der Sonnenmilch. seinen Körper möchte er ausstrecken, zum Horizont hin, in der Ferne funkelt das Meer. Welchen Körper, fragt er, er hat mehrere. Er hat den glücklichen Körper, den Körper mit Migräne, den Berliner Körper, beweglich, aktiv, den Körper am Strand, der sich nicht traut, aufzustehen, den Blicken zu trotzen, der nicht mehr weiß, dass er schwimmen kann. Bist zu müde zum Schwimmen, denkt er, so müde, dass du deine Augenringe schon als BH tragen könntest. Er grinst. Ja, er hat Brüste. Aha, so, so, ach wirklich, na, sowas. Hat nicht jeder Mensch eine Brust? Brust, Brüste, Brüste, am Brüstesten, Brüste und einen Vagina hatte er. Ja, sein Vagina möchte in der männlichen Form adressiert werden. Keiler hat einen Vagina mit Variationshintergrund. Neben ihm sprechen zwei Italienisch, ihre Stimmen sind laut, sie machen große Gebärden, als würden sie sich streiten, aber sie unterhalten sich einfach. Keiler ist ein Kerl-Vagina, ein Fick-Vagina, ein Vagina, der gerne fickt und gerne gefickt wird und gerne durchrammelt. Vielleicht ist es ein Kompliment, dass sein bloßes Dasein die Öffentlichkeit so in Schrecken versetzt. Er sitzt auf dem Strand, die Luft flimmert vor Hitze, viele Menschen liegen im Wasser, er versucht sich vorzustellen, wie sie sich mit nasse Haut durch die Wellen bewegen. Er denkt an eine Szene in Sarrazin von Honoré de Balzac. Er denkt, wie der Name Sarrazin heute anders klingt. Es ist Winter, ein junger Mann ist auf einem Ball in einem Palast. Er sitzt in einer Fensternische und blickt in den Garten hinunter. Nackte Bäume, auf denen Schnee liegt, am Himmel das schwache Licht vom Mond, von der Kälte wird sein rechtes Bein wie zu Eis. Auf der anderen Seite blitzen Silber und Gold, Kronleuchter, Menschen tanzen, lachen, Blumen, überall auf dem Kopf, im Haar, an der Brust, Wohlgerüche, drückende Hitze. Mit dem linken Fuß folgt er dem Takt der Musik und den rechten meint er, in einem Sarg zu haben. Keilers Handtuch ist weich und grün und ohne Palme drauf ein paar einzelne Sandkörner auf seine Badehose klebt ein Fleck er kratzt daran Sonnencreme soll er denn der einzige Feigling auf der Insel sein nichts wirft dich so in deine Haut wie das Meer hat die Poetin Jan Kemp geschrieben Nothing reduces you to your skin like the sea und der Poet Samuel Kramer zitiert nichts wirft dich so in deiner Haut wie der See er will aufstehen im Wasser toben Menschen es macht sicher Spaß so zu blubbern aber abgesehen davon müssen sich Clownfische eigentlich tödlich langweilen den ganzen Tag schwimmen sie im Kreis herum als würden sie den eigenen Schwanz fangen wollen nur wenn das Weibchen stirbt wird es spannend das Männchen wird immer größer und dicker und gleicht sich dem weiblichen Geschlecht an warum warum haben sie das in findet Nemo nicht erzählt hatten sie Angst die Kinder zu schockieren die wären doch begeistert gewesen der Mensch der die Genialität pfiffiger Tiere zurecht stutzt wenn sie möchten dass meine stimme wieder kommt müssen sie spenden ein Appell das war ein Text aus einem aktuellen Romanprojekt das der Roman soll also Arbeitstitel ist der schwankere Mann nun lese ich aus meinem deutschsprachigen Debüt das Buch heißt das Licht ist weder gerecht noch ungerecht das ist ein Gedicht mit Titel Spurentheorie vielleicht es darum zu vielleicht es Leben das Verwerden Mensch Entwerden Nicht Bin ging ging niemals etwas werden geht im Um Unwerden das zu der ich vielleicht es Leben das vielleicht es darum zu nicht bin ging niemals etwas 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 geht ihm um Unwerden das zu der ich vielleicht ging es niemals darum etwas zu werden vielleicht geht es im Leben um das Verwerden das Unwerden der Mensch zu fair werden der nicht ich bin habe ich noch Zeit ich glaube ich hatte noch Entschuldigung wir reden hier wir sind alle zusammen es ist ein Kollektiv es gibt hier Menschen ich bin hier und sie sind dahinter und ihr seid da und es gibt auch diese Kamera als Mittel ich glaube ich hatte noch nie so eine Kamera ein Gedicht vorgetragen aber gut die Materie hat auch eine Subjektivität habe ich mal gehört das nächste Gedicht heißt In der Luft und dieses Gedicht ist inspiriert von einem Gedicht von Paul Celan und man kann sagen dass Paul Celan sehr visionär war weil sein Gedicht heißt Corona Aus dem Herzen frisst der Mund mir sein Blatt Lange stieg die Sonne in den Morgen die Stille in meinen Hals Ich stehe vor dem Schaufenster stehe vor dem Kleiderladen stehe vor meinem Spiegelbild eine Schneider Büste sitzt mir im Rachen will meinen Körper verkörpern Mein Blick der steigt hinab zu meiner Brust Mein Blick beißt mir auf die Lippen Ich sehe mich an Ich will meinen Körper verkörpern will meinen Körper verkörpern Ich stehe vor dem Kleiderladen stehe vor dem Schaufenster und schlucke mein eigenes Schweigen Eines Tages werden wir gelebt haben Eines Tages werden wir genug Demütigung bewohnt haben Eines Tages werden wir alle drängenden Sorgen hinter uns gelassen haben Eines Tages wird es Zeit sein für den namenlosen Körper der atmet Es ist Zeit dass meine Schlagadern sich einen Weg bahnen Zeit dass die Liebe zu mir selbst von beiden Herz kammern in alle Glieder strömt Zeit dass des Mutes hunderte Herzen schlagen Es ist Zeit dass meine Brust sich entfaltet sich traut sich erfindet Zeit Realität als real zu betrachten Zeit auf das Wort nicht mehr zu warten Es ist Zeit die Fallhöhe von Wort zu Respekt zu verringern Zeit dass die Liebe uns nicht mehr nur mitmeint Zeit dass die Sprache versteht und begreift ist doch Zeit Zeit semantische Felder die Spielwesen sind denn wir haben ein Anrecht auf Worte die friedlich sind Worte die uns mit weit offenen Armen empfangen Es ist Zeit für ein Schuppen im Freien erfüllt mit paar Glückssternchen bis eines Tages wir unverhofft herausfinden worauf die ganzen Sterne verweisen Es ist Zeit für ein breiteren Tummelplatz soweit die Zunge reicht Zeit für ein Wort das den Weg in mein Herz und meine Hirn sich freischafft Zeit für ein Wort Mensch Es ist Zeit für menschliche Korrektheit Merci Wie viel haben wir jetzt wie viel müssen wir noch spenden Also als ich ankam waren es 18.000 noch Ich hoffe wir sind jetzt bei 17.000 bescheiden 17.000 Bravo Merci Okay Die Situation Ich sitze im Zug beziehungsweise das lyrische Ich sitze im Zug und redet mit einem Unbekannten neben ihm ihr Haben Sie Angst Mache ich Ihnen Angst Früher hätten Sie keine Angst vor mir gehabt Früher hatten Leute wie Sie keine Angst vor mir Früher hätten Sie mich freundlich angelächelt und gefragt Woher kommen Sie Leute wie Sie scheinen diese Frage zu lieben Ich habe den Verdacht dass das an der deutschen Sprache selbst liegt eine Sprache die alles räumlich erfasst eine Sprache die alles über den Standort definiert ob statisch oder in Bewegung hier ist das Ihnen schon aufgefallen eingefallen abgefallen überfallen und darüber hinaus irgendwie drauf und rein und raus rein Sie werden nervös wenn Sie nicht wissen woher die Leute genau stammen wo sie sich gerade aufhalten und ob sie vorhaben genau hier zu bleiben dann hätten sie mir von ihrem Urlaub in Frankreich erzählt La Grande Nation wie sie es nennen ein Land wo die Leute schon beim Frühstück Champagner in reizenden Abendkleidern nippen woher haben sie ihr Bild von Frankreich Frankreich ist ein Fleck ein winzig kleiner Fleck früher hätten sie das charmant gefunden früher wären sie entzückt gewesen diese Fahrt mit mir zu teilen diese Intimität Ellbogen gegen Ellbogen in Frankreich war ich eine ziemlich durchschnittliche Brünette aber als ich den Rhein überquerte wurde ich zack zum Topmodell hierzulande haben mich Männer Blick gefickt sie kommen aus Paris wie charmant ich komme aus einem Fleck ein Fleck im Norden eines etwas größeren Flecks ja genau la Region des Stis nein ich kann kein Stis sprechen aber auch nicht den Akzent nach machen Akzente werden sowieso völlig überbewertet und wenn ein Mensch mit Akzent spricht ich habe mich bemüht die deutsche Sprache richtig und korrekt auszusprechen weil wenn ein Mensch mit Akzent spricht glauben einige dass der Mensch auch mit Akzent denkt ich habe mich bemüht die deutsche Sprache richtig und korrekt auszusprechen ich habe mich bemüht wieder ein Mensch zu werden stellen sie weiter danke fürs zuhören fürs zuschauen und danke nochmal für alles bis 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 Hallo, hallo, ach da ist die Kamera, ja schönen guten Abend, ich bin Sheda Kurt und ich freue mich sehr, heute als letzte Autorin hier den Abend abzuschließen, ich habe gehört, es sind noch 16.000, noch was, die bekommen wir gleich auch noch zusammen in den nächsten 20 Minuten, hoffe ich, ja, wo fange ich an, vielleicht fange ich damit an, was mich persönlich im Moment sehr viel beschäftigt, und zwar beschäftigt mich im Moment, und wie ich mein Leben organisiere mit unterschiedlichen Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind, in zwei unterschiedlichen Städten, in denen ich lebe, und das beschäftigt mich auch auf einer größeren gesamtgesellschaftlichen Ebene, also, wie organisieren wir eigentlich unser Miteinander und Gesellschaft, wie organisieren wir uns auf dem Weg in eine andere Gesellschaft, vielleicht in eine Gesellschaft, die nicht patriarchal, die nicht rassistisch, nicht antisemitisch und nicht kapitalistisch ist, und wenn ich schon mal beim Thema Organisation bin, möchte ich mich natürlich auch bei den Organisierenden des heutigen Abends bedanken, die uns heute hier zu diesem wichtigen Anlass zusammengebracht haben und mich eingeladen haben, aus meinem Buch vorzulesen. Das ist radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist, und ich werde dazu gar nicht so viel sagen, erst mal, weil ich tatsächlich mit dem Vorwort loslege, das ist nicht sonderlich kreativ, aber es schneidet, ja, gewisse Themen an, die heute uns ein Anlass sind, auch heute hier zusammenzukommen und zu lesen und Spenden zu sammeln, und deswegen lege ich damit erst einmal los. Und das Vorwort nennt sich, warum Liebe politisch ist und warum Zärtlichkeit radikal sein muss. Dieses Buch gründet auf einem Unbehagen, manchmal rumort es, manchmal tobt es, mal klagt das Unbehagen, mal schweigt es, doch es verschwindet nie. Es macht sich unerwartet beim Blick auf die Nachrichten bemerkbar und manchmal beim Blick auf ein vergessenes Kindheitsfoto. Das Unbehagen und ich, wir sind uns schon länger bekannt. Als Journalistin schreibe ich über Kunst und Kultur, über Innen- und Außenpolitik, über Diskriminierung und Ausbeutung, Antirassismus, Kolonialismus und Feminismus. Ich schreibe, weil ich das Erzählen mancher Geschichten und Perspektiven, aber auch jene Analysen, die all diese Netze verweben, für unerlässlich halte. Ich schreibe, weil mich die Welt zutiefst beunruhigt. Buchstaben machen die Unruhe für mich fassbar. Und ich schreibe, weil ich Veränderung will. Ein Unbehagen, das ich vor langer Zeit zu spüren begann, betrifft die etablierten Wahrheiten der Liebe. Kurz vor meinem Abitur trennten sich meine Eltern. Ich war erschüttert und ich versuchte, die zurückgebliebenen Bruchteile meiner Gefühle neu und sinnvoll zu ordnen. Ich begann die Erwartungen, die an mich als Tochter, Partnerin, Frau, rassifizierte Frau, Frau aus einer arbeitenden Familie mit vorgeschobenem Dies-und-jenes-Hintergrund gerichtet wurden, neu zu verhandeln. Manche nahm ich an, andere wie sich ab. Ich arbeitete mal auf brüchigem Boden, mal mit ausholenden Schritten an Beziehungen, die auf Fairness und Gleichheit fußen sollten. Und tue es immer noch. Und irgendwann auf diesem Weg verabschiedete ich mich von der Monogamie. Doch das Unbehagen bleibt. In diesem Buch verknüpfe ich all die Themen, die mich seit vielen Jahren als Journalistin umtreiben mit den Wahrheiten und Lügen der Liebe und mit meinen eigenen Erfahrungen. Denn vor einiger Zeit merkte ich, dass ich lange selbst in die Falle getappt war, meine Beziehungen aus meinen politischen Überlegungen herauszuhalten. Und damit bin ich nicht alleine. Trotz der Impulse der feministischen MeToo-Bewegung aus den letzten Jahren und der Kritik an diskriminierenden und ausbeuterischen Verhältnissen schließen selbst viele FeministInnen, insbesondere die Sphäre der romantischen Zweierbeziehungen, aus diesen Verhandlungen viel zu häufig aus. Was romantisch überhaupt bedeuten soll? Puh, das ist ein Wort, an dem ich mich in diesem Buch ziemlich abarbeite. Aber so viel sei vorweggenommen. Ich verstehe romantisch als ein historisch gewachsenes Konzept, das die Beziehung von zwei Menschen zueinander normieren will. In unserer Gesellschaft kommt der romantischen Beziehung, zumal in Hetero-Konstellation, ein Vorrang zu. Eine romantische Beziehung wird als exklusiv, meist monogam und sexuell verstanden. Andere Konzepte von Intimität, etwa Freundinnenschaft, werden im Gegensatz zu romantischen Beziehungen häufig als weniger erstrebenswert betrachtet. Während die meisten bei dem Gedanken an romantische Beziehungen grundsätzlich davon ausgehen, dass die PartnerInnen auch Sex haben, sprechen sie Freundinnenschaften, sexuelle Intimitäten ab. Somit lebt das Konzept der romantischen Beziehung von gewissen Abgrenzungen und Polarisierungen, die viele oftmals unhinterfragt hinnehmen. Viel zu selten sprechen wir darüber, wie unser Miteinander anders sein könnte. Vielleicht, weil wir zu oft davon ausgehen, dass das Verständnis dafür, etwa für das Phänomen der Liebe und Freundinnenschaft, in uns eingepflanzt ist und nicht zur Neuverhandlung steht. Als gäbe es eine Mechanik der Umgangsform, die wir nur ab und an mit ein paar Küssen und Worten ölen müssten. Viele denken, weil wir Menschen seien, wüssten wir automatisch, wie wir einander zu begegnen hätten. Doch wenn ich mir einer Tatsache sicher bin, dann, dass wir imstande sind zu erkunden, wie wir einander begegnen wollen. Und diese Angelegenheit ist höchst politisch. Zitat Politisch ist alles, was mit Begegnung, Reibung oder Konflikt zwischen Lebensformen, Wahrnehmungsweisen, Sensibilitäten, Welten zu tun hat. Sobald dieser Kontakt einen gewissen Intimitätsgrad erreicht hat. Zitat Ende Die Frage nach den Möglichkeiten eines jeden Menschen ist immer die Frage nach Macht. Ich behaupte, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der mächtige Institutionen, Gesetze und das zirkulierende kollektive Wissen unermüdlich daran arbeiten, manche Wahrheiten aufrechtzuerhalten. Auch die Wahrheiten der Liebe. Es sind Wahrheiten, die über unsere Körper herrschen sollen und in ihrem Kern von patriarchalen, rassistischen und kapitalistischen Logiken zusammengehalten werden. Es sind hierarchisierende Muster, die sich tief in die Textur unseres Denkens und Fühlens eingefressen haben. Und sie äußern sich darin, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir einander berühren, ob und wie wir einander schützen. Ich sehe das und erlebe das, auch in meinen eigenen Beziehungen zu anderen Menschen, seien sie sexuell, romantisch oder freundenschaftlich. Eine der gefährlichsten Wahrheiten ist, dass mein Verhältnis zu mir selbst und zu anderen Menschen eben nicht politisch sei. Dass es sich um eine rein private, individuelle Angelegenheit handele, für die ich mich allein verantwortlich zeichne. Romantische Zweierbeziehungen wie traditionelle Kernfamilien sind dabei so häufig Räume von Machtmissbrauch, weil sie sich als vermeintlich rein private Sphären dem Öffentlichen entziehen. Und weil gefährdete Menschen in gefährlichen Beziehungen auf diese Weise auf sich gestellt bleiben. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Es geht mir nicht darum, dass andere sich ungefragt in meine Beziehungen, in meine Intimsphären einmischen sollen. Aber ich kritisiere den Stasen von Logiken, die nur zulassen, zwischen zwei angeblich konträren Polen entscheiden zu können. Auf der einen Seite die vermeintlich absolute Freiheit des Privaten. Und auf der anderen Seite der absolute Zwang des Politischen. Das ist nicht nur absoluter Quatsch, sondern auch eine verkürzte Analyse. Die Politisierung von Beziehungen nimmt uns nicht unbedingt Handlungsräume weg. Ganz im Gegenteil. Sie eröffnet Handlungsräume, weil wir Muster und Machtstrukturen erkennen, die uns gewisse Rollen zuweisen und uns diesen Rollen gefangen halten. Denn was folgt aus der Erkenntnis, dass Beziehungen politisch sind? Daraus folgt, dass sie veränderbar sind. Genauso wie Politiken veränderbar sind. Und genau das macht jenen Angst, die von der Ohnmacht anderer profitieren. Sie haben Angst vor der Forderung nach einem Miteinander auf Augenhöhe. Sie haben Angst vor der Forderung nach Zärtlichkeit, wie ich sie verstehe. Im Haupttitel meines Buchs ziehe ich den Begriff der Zärtlichkeit, den Begriff der Liebe vor. Warum? Zärtlichkeit und Liebe sind beides Substantive. Doch mir scheint es, dass dem Wort der Zärtlichkeit eine direktere Aufforderung zugrunde liegt, die des tatsächlichen Zärtlich-Handelns. Ich sehe Zärtlichkeit dort, wo Menschen zärtlich zueinander sind. Ganz konkret. Und diese Zärtlichkeit kann viele Formen haben. Doch immer ist sie von einem Handeln geleitet. Ein Sprechen, ein Schauen, eine Bewegung, die je nach Absprache nicht immer unbedingt sanft und behutsam sein muss. Es geht um ein Handeln, das einem anderen Menschen zuspielt. Mit ihm spielt bejahend und produktiv, ohne ihm schaden zu wollen. Bei Zärtlichkeit denkt kaum jemand an Gewalt. Daher ist die Zärtlichkeit mein Ausgangspunkt und mein Ziel. Mit Gängenkonzepten von Liebe, und damit meine ich insbesondere jene der romantischen, verhält es sich in unserer Gesellschaft oftmals anders. Mit diesen Konzepten beschäftige ich mich, wie der Untertitel des Buchs verrät, auf dem Weg zu einer neuen Idee von Intimität. Jeder kennt die Erzählung von romantischer Liebe als Drama, Hölle, Kampf, Sperz oder als ein gewaltvolles Naturereignis, den wir uns beugen und ausliefern müssen, gerade als weibliche Person, auch wenn die Konsequenzen uns zerstören mögen. Filme und Bücher erzählen von der Liebe, selbst wenn sich die vermeintlich Liebenden bekriegen und verletzen, selbst wenn sie sich egoistisch und gewaltvoll verhalten. Und all diese Erzählungen von der romantischen Liebe als Krieg und Kreuzzug gibt es in unserer westlich-europäischen kapitalistischen Kultur, in deren Gegenwart die koloniale und nationalsozialistische Geschichte dieses Landes konserviert ist, nicht ohne Grund. Sie existieren, weil weiße, bürgerliche Cis-Männer in den letzten Jahrhunderten Gewalt und Macht und in Folge dessen Zeit und Muße hatten, jedenfalls mehr Zeit und Muße als etwa ihre Frauen und Bediensteten, deren Arbeitskraft sie im Haushalt und anderswo ausbeuteten, die romantische Liebe in dieser Form zu imaginieren. In diesen Erzählungen lassen sich über Jahrhunderte hinweg gewachsene, vergeschlechtlichte, rassifizierte und andere Herrschaftsverhältnisse und Rollenverteilungen nachspüren. Dass die Sphäre der romantischen Liebe denn noch selbst in feministischen Diskursen weitestgehend ausgeklammert wird, wie ich feststellte, ist keine originelle Beobachtung. Sie ist so alt wie feministische Bewegungen selbst. Für die Arbeit der Autorin Belle Hooks war und ist das Ausfüllen dieser Lehrstelle ein zentrales Anliegen. Im Jahre 2000 schrieb sie ihren visionären Bestseller All About Love – Alles über Liebe. Zwar gelingt es dem Buch selbstverständlich nicht, alles über Liebe zu erzählen, doch alles in diesem Buch handelt von Konzepten der Liebe, Zuneigung und Gemeinschaft. Hooks schreibt über Macht, männliche Macht, Ehrlichkeit, Kapitalismus, Rassismus und entwirft letztendlich eine Ethik der Liebe, die sie in ihren Büchern Salvation 2001 und Communion 2002 weiter vertieft. Hooks feinfühlige Analysen sind für mein Buch unentsperrlich. Auch die in Israel lehrende Soziologin und Autorin Eva Illus beobachtet, dass die feministische Revolution nicht nur nötig und heilsam, sondern auch unvollendet sei. Sie habe eine Quelle des Unbehagens hinterlassen und, Zitat, die männliche und weibliche Sehnsucht nach Liebe und Leidenschaft, Zitat Ende, nicht erfüllen können. Laut Hooks hat sie sogar zuweilen genau das Gegenteil bewirkt. FeministInnen hätten den Eindruck, dass ihre Sehnsucht nach Liebe antirevolutionär und uneffektiv sei. Zitat, um ein ausgeglichenes Leben zu führen, sollte sich keine Frau dazu gezwungen fühlen, die Bedeutung der Liebe zu verleugnen. Zitat Ende, schreibt Hooks. Das stimmt und es stimmt für alle Geschlechter. Ist das Fazit also, FeministInnen und andere, wir brauchen mehr Liebe und dann ist die Revolution vervollständigt? Ich denke, nein. Ich streite nicht ab, dass viele Menschen, und dazu gehöre auch ich, ein tiefsitzendes Bedürfnis nach Gemeinschaft und Nähe haben. Und doch ist die Frage, wer was im Leben braucht, eine höchst individuelle Angelegenheit. Nicht alle Menschen etwa sehen sich nach romantischer Liebe. Manche sehen sich nach Freundenschaften, andere nach Verbindungen unterschiedlichster Art. Ich etwa glaube nicht an eine Natur der romantischen Liebe, die unterdrückt wird und befreit werden muss, und schon gar nicht glaube ich an eine Sehnsucht nach romantischer Liebe, die per se männlich oder weiblich ist. Ich glaube an eine Vielfalt der Bedürfnisse und Zärtlichkeiten, die unterdrückt und vereinheitlicht werden. Und Liebe oder Zärtlichkeit allein vervollständigen keine Revolutionen. Zärtlichkeit allein ändert nichts an rassistischen, sexistischen oder kapitalistischen Strukturen, Besitz- und Produktionsverhältnissen, Gesetzen und Normen, die Menschen diskriminieren, sie ausbeuten, ihre Körper verletzen und zerstören. Die Welt wird nicht allein dadurch besser, dass ich in meinem nächsten Umfeld faire und zärtliche Beziehungen führe. Es muss um Solidarität mit anderen Menschen gehen, die über meine PartnerInnen oder FreundInnen hinausgehen. Dieser Gedanke beschäftigte mich im Frühling 2020 mehr denn je. Nicht nur, weil ich an meinem Buchmanuskript schrieb, sondern auch, weil die sogenannte Corona-Krise erneut drastisch vor Augen führte, wie gefährlich für viele Menschen unser gesellschaftliches System ist, in dem sich einige in Krisensituationen ins wohlbehütete Heim zurückziehen und andere, gerade jenen in schlecht bezahlten, sogenannten systemrelevanten Berufen, unbezahlte Überstunden schieben müssen, damit diese fragilen Strukturen nicht endgültig zusammenbrechen. Unser Gesellschaftssystem funktioniert nur, weil es auf Ungleichheit beruht. Und daher bin ich mir des großen Privilegs bewusst, dass es hauptsächlich dieses Buch war, das mir in diesen Monaten schlaflose Nächte bescherte. Die politische Krise im Zuge der Pandemie hat bewiesen, mit welcher Gewalt und Ignoranz viele beschworene Normen in unserer Gesellschaft Menschen ausschließen. Die Norm, ein Zuhause zu haben. Die Norm, ein Zuhause zu haben, das Schutz bietet. Die Norm, für sich und andere Menschen sorgen zu können. Die Norm der Familie und Partnerinnschaft. Die Norm der Kernfamilie als sicherer Hafen. Ende 2020 schlugen Opferverbände wie der Weiße Ring Alarm. Im Zuge der Ausgangsbeschränkungen verzeichneten sie 10 Prozent mehr Fälle von Gewalt, sexualisierter Gewalt in häuslichen Räumen. Und sie gehen davon aus, dass diese Zahlen steigen werden. Etwa gleichzeitig wurde von queeren Menschen Kritik an den Regelungen in vielen Bundesländern zur Kontaktbeschränkung an Weihnachten laut. Wenn Menschen nur mit ausgewählten Personen aus ihrem nächsten Familienkreis feiern dürfen, was gilt dann als Maßstab für diese Form der Verbindung? Blutsverwandtschaft? So ganz archaisch? Was ist, wenn ich die Feiertage nicht mit dem grantigen Nazi-Opa, sondern mit meiner besten Freundin verbringen will, mit der ich mein Leben teile? Was ist mit selbstgewählten Familien, Lebensgemeinschaften, die sich der traditionellen Verbindung durch Blutsverwandtschaft und Ehe entziehen? Diese Beispiele bringen mich zu meinem ursprünglichen Gedanken zurück. Wenn also die romantische Beziehung und bürgerliche Kernfamilie in unserer Gesellschaft immer noch die Norm schlechthin ist, bleibt doch die Frage, wer ist aus dieser Norm ausgeschlossen? Und auch für alle anderen Formen von Intimitäten gilt, wer verfügt über die zeitlichen Ressourcen, für Ruhe, Hingabe und schnell? Ob in Pandemiezeiten oder nicht, seien sie körperlicher oder anderer Art. Welche Körper können sich ungefährdet in unserer Gesellschaft bewegen? Welche von ihnen sind geschützt? Welche werden begehrt? Wer muss andere Menschen nicht fürchten? Wer kann sich selbst ertragen? Ich möchte also Zärtlichkeit nicht nur in meinen Beziehungen leben, sondern darüber hinaus ihre Bedingungen hinterfragen. Denn wer nur über Zärtlichkeit spricht, aber zu der Gewalt außerhalb der eigenen Beziehungen schweigt, kann gleich mit dem Nazi-Opa einen Skiurlaub in Ischgl planen. Das Ziel kann nicht einfach nur Zärtlichkeit sein. Ich will konsequenter denken. Es muss um radikale Zärtlichkeit gehen. Ich verstehe radikale Zärtlichkeit als ein Programm der Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit der Zärtlichkeit in der eigenen Beziehung, den scheinbar privatesten Spielräumen und darüber hinaus, gibt es nur dann, wenn sie für alle gilt. Doch warum warte ich nicht eine Weltrevolution ab, um dann neu über Freundinnschaften, Familien und andere Formen der Zärtlichkeit zu verhandeln? Warum schreibe ich dann überhaupt ein Buch über Zärtlichkeit? Und das über 200 Seiten. Nun, weil erstens, wie auch andere AutorInnen vor mir anmerken, die Weltrevolution ein wenig auf sich warten lässt. Und zweitens, auch wenn wir keine gerechte Gesellschaft schaffen, indem wir allein andere Beziehungen führen, wird diese Welt doch niemals eine gerechte sein, wenn wir nicht lernen, anders miteinander umzugehen. Und auch in unseren Beziehungen Machtverhältnisse zu reflektieren. Es geht also um Gleichzeitigkeiten. Es geht um die Gleichzeitigkeit von Zärtlichkeit und Radikalität. Es geht um die Gleichzeitigkeit von Fairness im Privaten und Gerechtigkeit im Politischen. Und darum, dass diese Grenzziehungen irgendwann nicht mehr notwendig sind. Auf den Blick in die Vergangenheit und Gegenwart folgt in diesem Buch daher zwangsläufig ein Blick in die Zukunft. Radikale Zärtlichkeit ist das Eingeständnis der Notwendigkeit von Visionen, die politisch und vielfältig zugleich sind. Dieses Buch wird weder Beziehungstipps liefern, noch einfache Lösungen. Mit diesem Unbehagen müssen wir alle leben. Auch ich. Denn mein Unbehagen ist während des Schreibens nicht kleiner geworden. Außerdem hat sich noch ein anderes Gefühl eingestellt. Das des Unwohlseins darüber, dass Autoren wie ich, die nicht einer dominanzgesellschaftlichen Norm, weiß, christlich, zismännlich entsprechen, oft aus einer Betroffenheitsperspektive erzählen. Oder erzählen müssen, um ihrer Expertise wiederum Gültigkeit und Gewicht zu verleihen. Diese Strukturen führen zu weiteren Marginalisierungen, weil diese Autoren in sich selbst in ihren eigenen Texten als anders, als abweichend erzählen. Auch ich tue das in diesem Buch. Dass ich in dieser Position bin, macht mich oft wütend. Gleichzeitig ist das, was ich weiß und was ich in diesem Buch erzähle, das vorläufige Ergebnis meiner Subjektivität im Rahmen gesellschaftlicher Strukturen. Und genau das ist ja meine Kernaussage. Das Persönliche ist politisch. Und woran könnte ich das stichfester zeigen, als an meiner eigenen Perspektive? Oder zumindest, indem ich mit ihr beginne? Das ist nur einer der Widersprüche, die ich in diesem Buch aushalten muss und die mich weit über dieses Buch hinaus beschäftigen. Als ich begann, dieses Buch zu schreiben, wusste ich nicht, wohin meine Gedanken führen würden, auch wenn ich meinen Verlag vom Gegenteil überzeugte. Ich folgte lediglich dem Unbehagen. Zum ersten Mal schrieb ich, ohne zu wissen, wo ich am Ende rauskomme. Ich versuchte, eigene Fragen, Zweifel und Widersprüche zuzulassen. Das war aufregend und neu und das ist es immer noch. Was kommt nach der Entzauberung, wenn das heilige und Transzendente der romantischen Liebe, wie wir sie gelernt haben, verschwunden ist? Dann kommt vielleicht die Unordnung. Und es kommen die ganzen Widersprüche. Das ist vielleicht das Einzige, das ich wusste, als ich zur ersten Seite dieses Buchs ansetzte. Ich will Unordnung stiften. Oder zumindest ein Unbehagen. So, ich schaue nochmal kurz rüber, wie viel Zeit wir haben und ob ich noch... Ah ja, okay. Dann kann ich nochmal eher, ja, zu den letzten Seiten des Buchs blättern. Ich kann ja mal ganz kurz erzählen, was dazwischen passiert. Dazwischen, ja, wie ich schon im Vorwort sagte, arbeite ich mich ziemlich an dem Konzept der romantischen Liebe ab. Entlang, ja, gewisser autobiografischer Anekdoten. Also es ist ja auch anekdotisch erzählt. Und am Ende, wie gesagt, gibt es ein großes Oberkapitel. Das nennt sich Utopien der radikalen Zärtlichkeit. Genau so nennt sich das. Das ist das letzte Kapitel. Und da gibt es unterschiedliche kleine Unterkapitel. Und eins davon, das ich jetzt vorlesen möchte, heißt, warum wir mehr versprechen sollten. Ein Versprechen ist eine Handlung, eine Tat mit Folgen. Die Folgen realisieren sich bereits, wenn das Versprechen ausgesprochen wird. Es verhält sich ähnlich wie mit dem Ja-Wort bei einer Trauung. Das Ja ist die Handlung, die eine gemeinsame Zukunft, eine gemeinsame Realität besiegelt. Das Ja ist ein Versprechen, das wie eine Handlung wirkt. Und selbst wenn ich das Versprechen breche, habe ich einen anderen Menschen in eine gemeinsame Wirklichkeit eingebunden. Ich habe mich für den Menschen verantwortlich gemacht und somit den Lauf der Dinge geändert. Ich glaube zwar nicht an die Heiligkeit der Ehe, aber ich glaube an die Macht der Versprechen. In romantischen und sexuellen Beziehungen, in Freundschaften, in Familien und anderen Gemeinschaften. Ein Versprechen, das sich Menschen im Vertrauen und Einvernehmen geben. Das ist der Kern einer politischen Vision. Denn sie können gar nicht anders, als auf eine Vorstellung einer gemeinsamen Zukunft abzuzielen. Wenn ich verspreche, dann handle ich. Und wenn ich handle, erschaffe ich etwas Neues. Ein Handeln als Neuanfang, das sich statistisch erfassbaren Wahrscheinlichkeiten und Berechenbarkeiten entzieht, wie Hannah Arendt es in Vita Activa beschreibt. Dabei geht es mir nicht unbedingt um Versprechen, die auf eine Finalität und Endgültigkeit abzielen. Zwar ist, ich verspreche, dass ich am Sonntag die Wäsche wasche, auch ein Versprechen, vor allem eins, dessen Relevanz in romantischen Beziehungen nicht zu unterschätzen ist. Doch meine Vision der Versprechen ist eine Entscheidung zu einer gemeinsamen Arbeit, einem gemeinsamen Prozess des Wachsens, der nicht unbedingt linear sein muss. Ein Versprechen ist die Entscheidung, einen anderen Menschen als Konstantin das eigene Leben aufzunehmen und nach gemeinsamen Wahrheiten zu suchen. Es ist die Entscheidung, die eigene Gegenwart und Zukunft mit der Gegenwart und Zukunft anderer Menschen zu verweben. Mir geht es um Versprechen, die uns zu weiteren gemeinsamen Handlungen bewegen. Dann können wir beginnen, Zitat, auf eine Weise zu lieben, die das selbst in seiner Gänze mobilisiert, als eine entscheidende Fähigkeit dafür, mit anderen Menschen zusammenzukommen und zu gedeihen. Zitat Ende, wie Eva Illus schreibt. Das Versprechen ist eine menschliche und kulturelle Ressource für politische Veränderungen. Ich will mehr Versprechen, keine leeren Versprechen, sondern solche, die uns aus einer gegenseitigen Verantwortung heraus mobilisieren. Ja, und jetzt ganz zum Schluss noch das allerletzte kleine Kapitel, das sich radikale Zärtlichkeit nennt. Und ja, das ist eigentlich das, wie ich schon im Vorwort erwähne, mein Ziel, aber auch letztendlich mein Handwerk, mit dem ich arbeite, in dem Buch. Und über sehr viele Umwege und Analysen und Erzählungen gelange ich halt am Ende zur radikalen Zärtlichkeit. Und das Kapitel ist sehr, sehr kurz, aber ich möchte es ganz kurz vorlesen und dann bin ich auch fertig. Ich bin in einer Krise. Ich bin in einer Krise der Wahrheiten und Gegenwarten. Hier ist es unordentlich. Und diese Unordnung wird anhalten. Die Unordnung ist der Ursprung dieses Buchs. Und sie ist sein Ziel. Die Unordnung ist auch der Ursprung einer radikalen Zärtlichkeit. Und die radikale Zärtlichkeit ist Grund meines Handelns und mein Handwerk. Die Unordnung macht Raum für Utopien. Ich halte an Utopien fest, an neuen Politiken, neuen Gesellschaften, neuen Sprachen und neuen Bildern, weil ich weiß, dass wir sie brauchen. Auf Utopien hinzuarbeiten, ist meine Art, pragmatisch zu sein. Den Pragmatismus, den habe ich von meinen Eltern. Die Unordnung macht mir manchmal Angst. Und damit bin ich nicht alleine. Doch wir können die Angst überwinden. Gemeinsam als Partner, einen Freund, einen als Verbündete. Ich halte sie aus. Wir halten sie aus. Wenn wir Angst haben, brauchen wir keine tradierten Ordnungen, an die wir uns klammern. Wir brauchen uns. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich habe nicht gedacht, dass wir den Moment je noch erreichen. Man muss einmal dazu sagen, wir sind jetzt alle etwas durch. etwas sehr beglückt, weil es unsere Erwartungen wirklich übertroffen hat und wollen Danke sagen. Wir wollen Danke sagen. Und zwar einmal wollen wir für die ganzen SpenderInnen oder bei denen uns bedanken. Und zwar sind es jetzt in diesem Moment 764 Personen, die gespendet haben. Das finde ich unglaublich. Und sie haben insgesamt 34.695 Euro gespendet, die an vier großartige Projekte gehen, was wir ja auch schon immer wieder den ganzen Tag gesagt haben. Wir bedanken uns aber auch ganz herzlich hier bei SheSat Books. Auch das wirklich großartig. Wir sind hier den ganzen Tag auch mit Kaffee und Eistee und lauter Leckereien hier beglückt worden. Vielen Dank. Toller Raum hier auch. Ich glaube, alle haben sich sehr wohl gefühlt, die hier auch lesen durften. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. Ja, vielleicht sollten wir auch mal dazu sagen, wie das entstanden ist. Das ist hier nämlich entstanden bei einer Lesung, die hier stattfand. Und wie ich dann im Gespräch einfach mal so gesagt habe, ja, man könnte ja mal eine Aktion machen und haben dann einfach gleich den Buchladen mit verpflichtet. Also wer immer hier eine Lesung macht, könnte auch einfach im Verlauf der Lesung Ideen entwickeln, die dieser Buchladen dann anscheinend tatsächlich umsetzt. Ganz, ganz herzlichen Dank wirklich an alle AutorInnen, die sofort gesagt haben, sie machen mit. Und die alle auch miteinander, finde ich, heute ganz, ganz toll sich aufeinander bezogen haben, die auch thematisch wirklich, das muss man auch sagen, zu diesem Anlass besonders passend gelesen haben. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war eine Solidarität untereinander. Und eben vor allem, das finde ich jetzt noch mal das Wichtigste, ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die in den Organisationen, für die wir jetzt gesammelt haben, arbeiten und sich engagieren für Frauen und Transfrauen, die Opfer von Gewalt werden. Aber natürlich auch für alle, die jenseits von Vereinen, NGOs oder Institutionen arbeiten, einfach jede und jeder, die sich um jemand anderen kümmern, die über die Strukturen nachdenken, die solche Gewaltformationen ermöglichen und erleichtern und bedingen. Es liegt an uns allen, die Räume zu öffnen, in denen es gewaltfreie Beziehungen, gewaltfreie Verhältnisse geben kann. Es liegt an uns allen, ob diese Erfahrungen nicht schambesetzt sind, ob es das Sprechen erleichtert wird, und ob, ja, vor allem eben auch, ob es Orte gibt, an denen dann wir leben können ohne Angst, glaube ich. Genau, vielleicht, du hast es ja gerade gesagt, die Revolution lässt ein bisschen auf sich warten, aber ich glaube, wir müssen einfach dieses Patriarchat beenden, da kommen wir nicht drum herum. Und wenn wir das geschafft haben, dann wird nicht gleich alles gut, aber vieles wird vielleicht besser. Und das muss jetzt auch endlich mal sein. Ich finde, es reicht mit dieser Gewalt. Das muss jetzt mal aufhören. Da gibt es ein bisschen Geld für, um jetzt zu spenden, aber der Druck auf alle, der soll sich erhöhen und nicht verringern, nicht denken, jetzt haben hier welche was gespendet, alles super, jetzt können wir im nächsten Jahr wieder darüber reden, oder vielleicht an dem Tag, dem einzigen Tag, den es da immer gibt, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Nein, jeden Tag und immer weiter. Und wir müssen diese Gesellschaft verändern, sonst wird es alles nichts. Und wir können sagen, dass da die ganze Veranstaltung heute wird noch im Netz stehen bleiben. Es wird jetzt vielleicht ein paar Tage dauern, weil wir ein bisschen etwas schneiden müssen, weil wir für eine Lesung aus dem heutigen Tag nicht die Rechte haben. Wir haben auch unglaublich enthemmt und bescheuert gequatscht in den Pausen. Auch das wird vielleicht noch wieder herausgenommen. Aber sozusagen ab irgendwann Mitte nächster Woche wird es die ganze Veranstaltung im Netz geben. Und das heißt natürlich auch, dass wir die 50.000 noch reisen können. Also ganz, ganz herzlichen Dank an alle. Ganz, ganz herzlichen Dank an SheSale. Vielen Dank an alle Autoren. Und die Revolution kann starten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.